Fünftes Kapitel Eine einzigartige Jagd Das Wort halte in ihr nach. Alkoholrückstände. Zuerst fragte sie sich, ob ihre Wangen von den Tränen, die ihr heruntergelaufen waren, Narben davon getragen hatten. Gleichzeitig fühlte sich ihr Herz an, als hätte es ihr jemand im Leib verdreht und verzerrt. Sie sah in den Spiegel und erwartete fast da, wo sich ihr Kummer Bahn gebrochen hatte, bleibende rote Spuren auf ihrer Haut zu sehen. Es waren keine da. Sie rieb sich die Augen und merkte, wie eine unendliche Erschöpfung die Dämme ihrer Entschlusskraft und Ausdauer einriss und ihr Innerstes überschwemmte. Sie atmete langsam aus, um die Benommenheit und den Rest an Brechreiz abzuschütteln. Detective Barron wollte unbedingt ihre Gedanken ordnen, kam jedoch gegen die Emotionen nicht an. Sie hielt sich am Rand des Spülbeckens fest und versuchte, alles aus dem Kopf zu bekommen, um als eine Art unbeschriebenes Blatt noch einmal zu beginnen. Sie holte tief Luft und drehte mit übertriebener Konzentration die Wasserhähne auf. Ihr war heiß und so ließ sie sich kaltes Wasser über die Handgelenke laufen. Sie musste daran denken, dass sie diesen Trick von ihrem Mann gelernt hatte. Ein alter Trick der Athleten, um schnell einen kühlen Kopf zu bekommen. Dann spritzte sie sich einige Tropfen ins Gesicht und starrte erneut ihr Spiegelbild an. Ich bin alt, dachte Detective Barron. Ich bin dünn, spröde und unglücklich, und ich habe Falten auf der Stirn und in den Augenwinkeln, die vor gar nicht allzu langer Zeit noch nicht da waren. Sie betrachtete ihre Handrücken und zählte die Adern. Die Hände einer alten Frau. Detective Barron drehte sich um und kehrte ins Wohnzimmer ihrer kleinen Wohnung zurück. Sie warf einen Blick auf die Stapel von Meldungen und Berichten, von Fotos, Vernehmungsprotokollen, psychologischen Gutachten und Listen beschlagnahmter Gegenstände. Berge von Papier als Zeugnis polizeilicher Ermittlungsarbeit. Dies alles stapelte sich ungeordnet auf ihrem kleinen Schreibtisch. Sie ging hinüber und fing wahllos an, die Dokumente zu sichten und in der Materialfülle nach einem logischen Ordnungsprinzip zu suchen. Susans Erbe, dachte sie, und wieder musste sie gegen die Tränen ankämpfen. Wie lange hatte sie geweint? Sie trat ans Fenster und blickte in den blassblauen Morgenhimmel. Er war wolkenlos und drückend hell. Die Luft schien von der Widerspiegelung der Sonne über der endlosen Weite des Meeres so dicht an der Stadt zu flirren. Es war ein Tag ohne Schatten, der sich der leisesten Störung widersetzte, und das ärgerte sie. Sie legte die Hand an die Scheibe und fühlte die tropische Hitze. Ein Moment lang hätte sie die Finger am liebsten zur Faust geballt und zugeschlagen. Sie wollte das Glas bersten hören. Sie sehnte sich nach physischem Schmerz. Sie kam zu sich, als sie sah, wie sie tatsächlich die Finger zur Faust geschlossen hatte. Sie trat vom Fenster zurück und warf einen Blick auf ihre Wohnung. »Also«, sagte sie laut zu sich selbst. »Das war's dann.« Sie hatte das Gefühl, dass soeben etwas zu Ende gegangen war und etwas Neues begann, auch wenn sie noch nicht sagen konnte, was. Sie wischte sich eine Träne aus dem Auge und holte Tiefluft. Dann nochmal. Oben auf dem Bücherregal stand ein Foto von ihrer Nichte in einem schlichten Silberrahmen, und sie ging langsam hinüber. »Also«, wiederholte sie und betrachtete dabei das Bild. »Es ist wohl Zeit, noch einmal von vorn anzufangen.« Als sie das Foto herunternahm, flutete ihr wie ein kühler Wind kurz vor einem heftigen Regenschauer eine Woge der Trauer durch den ganzen Körper. »Es tut mir leid«, sagte sie. »Es tut mir so unendlich leid.« Sie konnte nicht mit Bestimmtheit sagen, bei wem sie sich entschuldigte. Die Beamtin, die in der Dienststelle des Bezirksscheriffs hinter dem Wachtisch saß, reagierte schroff. »Haben Sie einen Termin?« »Nein, und ich glaube nicht, dass ich einen brauche«, erwiderte Detective Barron. »Tut mir leid, aber ich kann Sie nicht ins Mord jetzt eine Art rauflassen, wenn niemand Sie erwartet. Zu wem wollen Sie?« Detective Barron seufzte laut und genervt, während sie ihre Marke aus der Handtasche fischte. »Ich möchte zu Detective Perry. Nehmen Sie Ihr Telefonofficer und rufen Sie an. Und zwar jetzt!« Die Frau streckte ihr die Hand entgegen, um die Marke in Augenschein zu nehmen. Detective Barron reichte sie ihr und die Frau notierte sich die Nummer auf einem Formular. Sie gab den Dienstausweis zurück und wählte, ohne ihrem Gegenüber in die Augen zu blicken, die Nummer des Morddezernats. Es dauerte nicht lange, bis sie sagte, »Detective Perry, bitte!« Es harrschte einen Moment lang Schweigen. »Detective Perry? Hier ist Detective Barron von der Kripo Miami. Sie möchte Sie sprechen!« Wieder entstand eine Pause. Die Beamtin legte auf. »Dritter Stock!« »Ich weiß«, erwiderte Detective Barron. Der Fahrstuhl schien viel länger zu brauchen, als sie es in Erinnerung hatte. Sie wünschte sich auf einmal einen Spiegel zur Hand zu haben. Sie hätte gerne ihr Make-up überprüft, um sicherzustellen, dass alle äußeren Anzeichen ihres Kummers gut abgedeckt waren. Sie straffte unsicher die Schultern. Sie hatte an diesem Morgen ihre Kleider mit größerer Sorgfalt ausgewählt als gewöhnlich, da sie wusste, dass bei dem, was sie zu sagen hatte, die äußere Erscheinung zählte. Ihre dunkelblauen und grauen Kostüme für die Gerichtstermine hatte sie verworfen und sich stattdessen für einen hellen Baumwollblazer und eine kakifarbene Hemdbluse entschieden. Sie wollte locker, lässig und entspannt auftreten. Inoffiziell. Die Jacke war großzügig geschnitten. Früher einmal hätte man sie schlabberig gefunden, hatte sie überlegt, als sie hineinschlüpfte. Jetzt war sie oversized und genau richtig, um ihr Schulterhalfter mit der 9 Millimeter zu kaschieren. Die Wahl der Waffe war ungewöhnlich. Normalerweise stopfte sie einfach einen kurzläufigen Revolver Kaliber 38 in ihre Handtasche und vergaß ihn für den Rest des Tages. Doch nachdem sie sich angezogen hatte, flog sie ganz plötzlich das Gefühl an, in Gefahr zu sein. Und bei einem Geräusch vor ihrer Wohnungstür war sie hochgeschreckt und hatte gemerkt, dass sich ihre Nackenhaare aufstellten. Ihr war kaum bewusst gewesen, was sie tat, als sie sich die große Automatik umschneidte. Doch jetzt tat die Größe und das Gewicht der Waffe an ihrer Seite gut. Die Lifttüren öffneten sich mit einem leisen, zischenden Geräusch. »Hi, Merce! Hier rüber!« Sie drehte sich um und sah Detective Perry im Flur stehen und ihr zuwinken. Sie ging zügig hinüber. Er streckte ihr die Hand entgegen und sie schüttelte sie. Er hob seine Hand wie zu einem zweiten Gruß und ging zu seinem Schreibtisch. »Kommen Sie! Wollen Sie einen Kaffee? Wie läuft's denn so?« fragte er, wartete jedoch keine Antwort ab, sondern redete sofort weiter. »Wissen Sie, ich musste neulich an Sie denken. Wir hatten einen Mord mit Vergewaltigung. Die Kleine in Südmiami, direkt am Kanal. Haben Sie sicher in der Zeitung gelesen. Und da fiel mir dieser Boxer wieder ein, den Sie einkassiert haben. Mit Intuition kriegt man keinen Durchsuchungsbefehl. Waren das nicht Ihre Worte? Na jedenfalls hatte ich das Gefühl, dass der Kerl kein richtiger Mörder ist. Verstehen Sie?« »Ich meine, es war eine klassische Vergewaltigung, aber der Schädel der Kleinen war eingeschlagen. Sie war bewusstlos, als sie starb«, sagte Corona. »Mir kam der Gedanke, dass er es vielleicht gar nicht gemerkt hat, wissen Sie?« »Vielleicht wusste er nicht, wie fest er zugeschlagen hat, richtig? Also habe ich mir ein paar Jungs geschnappt und eine Polizistin, die sich als Teenager verkleidet hat, und gestern Nacht haben wir die Stelle observiert. Dieselbe Stelle wie beim ersten Mal, ist das zu fassen? Und bingo! Wer schlendert da auf unsere Dame zu? Ein Typ mit Kratzspuren im Gesicht, die gerade erst verheilen.« »So allein hier draußen?«, fragt der Scheißkarl. »Nicht so ganz«, antwortet sie. Ein paar Stunden lang hat er alles abgestritten, aber dann hat er geplaudert. »Wissen Sie was, Mers? Wir könnten alle einpacken, wenn die Bösen nicht meistens so unglaublich dämlich wären. Aber wie Sie sehen, hatte ich eine tolle Nacht verflucht, eine von diesen Nächten, in der man das Gefühl hat, es ist die Sache wert.« Er sah Detective Baron an, bevor er fortfuhr. »Da sitze ich also und erledige noch ein bisschen Papierkram, bevor ich zu Weib und Kind nach Hause fahre, und wer ruft mich aus der Lobby an? Das ist kein Privatbesuch, nehme ich an. Setzen Sie sich.« Er bot ihr einen Stuhl auf der anderen Seite des Schreibtisches an, und sie nahmen beide Platz. »Sie sind ja so still«, meinte er. »Klingt nach einem guten Fang, einem richtig guten Fang. Ihr wurde bewusst, dass sie Detective Perry mochte, und es machte sie traurig zu wissen, dass er sie am Ende dieses Gesprächs nicht mehr mögen würde. »Es ist hilfreich«, sagte sie. »Was ist hilfreich?« »Dass so viele von denen dämlich sind«, er lachte. »Können Sie laut sagen?« Über den Stapel Papiere hinweg sah er Detective Baron an. »Mers?« fragte er leise. »Was bringt sie her?« Sie zögerte ein paar Sekunden, bevor sie ebenso leise antwortete. »Er war's nicht.« Detective Perry starrte sie an und beide schwiegen. Dann stand er auf und wanderte durchs Zimmer. Sie ließ ihn nicht aus den Augen. »Mers«, antwortete Detective Perry schließlich. »Lassen Sie es gut sein.« »Er war's nicht.« »Lassen Sie es gut sein, Mers.« »Er war es nicht.« »Na schön. Nehmen wir mal an, er war's nicht.« »Woher wollen Sie das wissen? Wie können Sie so sicher sein?« »Alkoholrückstände.« »Was?« »Alkoholrückstände.« »Die Bisswunden an Susans Leiche. Man hat die Speichelproben untersucht. Sie wiesen Alkoholrückstände auf.« »Richtig. Ich entsinne mich.« »Und?« »Er hat gesagt, er ist schiitischer Muslim.« »Richtig.« »Strenger schiitischer Muslim.« »Sicher.« »Das hat er gesagt. Und?« »Dann rührt er keinen Tropfen Alkohol an. Kein Bier, kein Scotch, nicht ein einziges Glas Wein.« Detective Perry sank in seinen Sessel. »Ist das alles für den Anfang?« »Haben Sie sonst noch was in der Hand?« »Bis jetzt nicht.« »Mers, wieso tun Sie sich das an?« »Was?« »Wieso bestrafen Sie sich selbst?« »Das tue ich doch gar nicht. Ich versuche lediglich Susans Mörder zu finden.« »Wir haben ihn gefunden. Er ist für alle Ewigkeit in den Knast gewandert. Wenn er stirbt, fährt er wahrscheinlich zur Hölle. Mit Sicherheit fährt er zur Hölle.« »Mers, geben Sie auf.« »Sie hören mir verdammt noch mal nicht zu. Alkoholrückstände!« »Mers, bitte!« Er klang niedergeschlagen. »Ich bin müde. Ich bin wirklich müde. Sie wissen so gut wie ich, dass der Kerl die Hälfte seiner Opfer in Bars oder Studententreffs aufgerissen hat. Sie wollen mir weismachen, der Kerl hätte nie ein Bier eingerührt? Blödsinn. Der Kerl hat einen Knall, Mars. Der war völlig verdreht. Der hätte alles, aber auch wirklich alles getan, um an seine Opfer ranzukommen. Das Übrige, dieser religiöse Quatsch, das war nur... Ich weiß nicht. Fadenscheiniger Ausrede. Rechtfertigungsversuch. Geisteskrankheit. Gott, was weiß ich!« Detective Perry ließ sich auf seinen Stuhl fallen. »Ich möchte wirklich nichts mehr davon hören, Mars. Ich muss doch wohl nicht ausgerechnet Ihnen sagen, dass diese verdammte Speichelprobe sogar Alkoholrückstände aufweisen würde, wenn der Mist-Karl auch nur mit Mundwasser gegurgelt hätte, bevor er das Verbrechen beging. Verflucht, das wissen Sie doch besser als ich. Sie sind die Expertin. Sie müssen es wissen.« Er war's nicht. »Mers, tut mir leid. Er war's. Er hat sie umgebracht. Er hat sie alle umgebracht. Sie werden lernen müssen, damit zu leben. Bitte, Mars. Lernen Sie, damit zu leben.« Detective Barron sah Detective Perry an. Für einen Augenblick brachte sein trauriger, mutloser Ton sie ins Wanken. Sie machte sich klar, wie verrückt sie klingen musste. Dann kam ihr wieder vage und diffus das Bild ihrer Nichte in den Sinn, und sie war wieder fest und entschlossen. »Werden Sie mir helfen?« »Mers, werden Sie mir verdammt noch mal helfen?« »Hören Sie auf. Werden Sie mir helfen?« »Mers, lassen Sie sich helfen. Gehen Sie zum Seelenklempner Ihrer Dienststelle. Reden Sie mit Ihrem gottverdammten Pfarrer. Machen Sie Urlaub. Lesen Sie ein gutes Buch. Verflucht, ich weiß auch nicht, aber bitten Sie mich nicht, Ihnen zu helfen.« »Dann überlassen Sie mir wenigstens die Akte.« »Gott, Mers, Sie haben bereits alles von uns bekommen. Vor dem Schuldbekenntnis habe ich Ihnen alles gegeben. Und Sie halten nichts vor mir zurück?« Detective Perry war der Ärger, anzusehen. »Nein, verflucht noch mal, was für eine Scheißfrage!« »Ich musste es wissen. Sie wussten es bereits.« Sie schwiegen beide und starrten sich an. Nach einer Weile sagte Detective Perry langsam und resigniert, »Es tut mir leid, dass Sie sich so fühlen. Hören Sie, der Mord an Ihrer Nichte wurde von uns aufgeklärt.« »Falls Sie mit einem handfesten Beweis aufwarten können, gut, Sie können jederzeit wiederkommen und wir sehen uns die Sache an. Aber, Mers, es ist vorbei. Sollte es jedenfalls sein. Ich wünschte, Sie würden es so sehen.« »Er zögerte, bevor er fortfuhr.« »Denn, dann wären Sie bedeutend glücklicher.« Sie wartete, um sicherzugehen, dass er fertig war. »Danke.« Er schüttelte den Kopf und wollte etwas sagen, doch sie schnitt ihm das Wort ab. »Nein, ich mein's ernst. Ich weiß, dass Sie das, was Sie sagen, auch so meinen. Und Sie waren immer sehr aufrichtig zu mir. Ich weiß das zu schätzen.« Sie sah ihn eindringlich an. »Ich weiß, was Sie denken, aber Sie irren sich. Ich bin nicht verrückt. Und auch wenn ich mir für ein paar Wochen eine Auszeit nehmen würde, könnte das nichts an meiner Haltung ändern. Er läuft noch frei herum.« »Ich halte Sie nicht für verrückt, Mers. Nur ihm fiel kein passendes Wort ein.« »Schon in Ordnung«, kam sie ihm entgegen. »Ich kann Ihre Sicht nachvollziehen.« Sie stand auf. »Ich nehme Sie nicht übel«, sagte sie. »Aber ich werde trotzdem Susans Mörder finden.« Sie zögerte einen Moment. »Ich gebe Ihnen Bescheid, wenn ich ihn habe.« Sie war sich nicht sicher, was sie ihrem Chef sagen sollte. Sie glaube, der Araber sei es nicht gewesen. Der Mörder sei noch auf freiem Fuß. Sie werde nicht aufgeben, bis sie ihn gefunden hatte. Jedes Mal, wenn sie versuchte, ihre Situation zu beschreiben, klang es ganz und gar aberwitzig, melodramatisch und wenig überzeugend. Sie dachte, die Rache hat etwas Gewöhnliches, Banales. Es ist ein gewöhnlicher Drang, der unter gewöhnlichen Umständen entsteht. Er ist immer schuldbehaftet, kompliziert und unvermeidlich. Sie wusste, dass es nicht richtig war, es sich so sehr zu wünschen, doch sie konnte wiederum nicht sagen, wieso. Die Tür zu Lieutenant Burns' Büro war angelehnt. Sie klopfte zögerlich, dann streckte sie den Kopf hinein. Er saß an seinem Schreibtisch, vor ihm lagen zwei Dutzend Farbfotos im Format 20x25 ausgebreitet. Er schaute auf und sah ihr lächelnd in die Augen. Aha, Merce. Sie kommen wie gerufen. Kommen Sie rein und werfen Sie mal einen Blick darauf. Sie betrat vorsichtig das Büro. Hier herum. Sehen Sie sich diese Fotos an. Sie blickte angestrengt auf die Abzüge. Sie sah eine Gestalt, die in embryonaler Stellung in einem Kofferraum lag. Es war ein junger Mann, der ausgesehen hätte, als ob er schliefe, wäre dann nicht dieser riesige Blutfleck auf seiner Brust gewesen. Detective Barron starrte die Bilder an und war verblüfft, wie seltsam friedlich das Gesicht des Mannes wirkte. Sie nahm Aufnahmen in die Hand, die den Kofferraum aus unterschiedlichen Winkeln zeigten. Doch sie sah nur dieselbe Ruhe, dasselbe Blut und Gewebe. Was dieser junge Mann wohl getan haben mochte, um den Tod zu verdienen, fragte sie sich, auch wenn sie intuitiv die Antwort wusste. In neun von zehn Fällen hatte der Tod eines jungen Menschen, zumindest in Miami, mit Drogen zu tun. Wissen Sie, Peter, auffällig ist, dass er keine Angst hatte. Lieutenant Burns blickte abwartend zu ihr hoch. Ich meine, wir wissen genug über das, was zum Todeszeitpunkt physiologisch passiert, um ein bisschen zu spekulieren. Und er hier wirkt, na ja, ein bisschen zu entspannt. Wenn sie oder ich überwältigt und in einen Kofferraum geworfen und irgendwo hin rausgefahren wird. Wohin? Eine Felsschlucht in Southgate. Okay, eine Felsschlucht. Und dann mit einem Gewehr pulverisiert? Es war doch ein Gewehr. Ich meine, dem Mann fehlt fast die ganze Brust. Kaliber zwölf. Ein Schuss. Also ich will darauf hinaus, dass wir eigentlich sämtliche Anzeichen von Angst sehen müssten. Die Augen aufgerissen, das Gesicht starr, die Finger verkrampft. Sehen Sie, der Karl trägt nicht mal Handschellen oder Fesseln. Wie viel von ihm ist liegen geblieben, als man ihn rausgezogen hat? Etwas Blut, etwas Gewebe. Nicht viel? Durchschnittliche Menge, würde ich sagen. Und der Wagen? Sieht wie ein brandneuer BMW aus, oder? Sechs Monate alt. Ich wette, überlegte Detective Barron laut. Der gehört in einem Drogendealer von mittlerem Rang. Vielleicht 20 Kilo Hasch im Monat. Kein richtiges Schwergewicht. Wieder getroffen. Hat er ihn vermisst gemeldet? Das überprüfen wir gerade. Also was mir auf Anhieb dazu einfällt? Natürlich reine Spekulation. Aber wenn Sie mich fragen, würde ich sagen, das arme Schwein wurde woanders von jemandem erschossen, von dem er so was Unfreundliches nicht erwartet hat, wenn Sie verstehen, was ich meine. Lieutenant Burns lachte trocken auf. Dann haben Sie ihn schnell in den Kofferraum eines Wagens geworfen, den Sie rechtzeitig vorher gestohlen hatten, sind Sie der Schlucht rausgefahren, wo wir ihn bald finden würden, anders als in den Everglades draußen, und da haben Sie ihn abgeladen. Sieht mir nach der Idee eines etwas beschränkten kolumbianischen Drogen-Dilas-Aus, der einem Konkurrenten was anhängen will. Vielleicht jemand, der zwischen zwei Organisationen böses Blut machen will, und das hier ist der erste Trumpf, den Sie ausspielen. Reine Spekulation, wie gesagt. Jedenfalls wüsste ich nicht, ob ich gegen den Fahrzeughalter einen Haftbefehl erlassen würde. Murs. Wissen Sie, weshalb ich so gern mit Ihnen arbeite? Nein, Peter, wieso? Weil Sie so denken wie ich. Detective Barron grinste. Jeder mag ein Ja-Sager, oder in meinem Fall eine Ja-Sagerin? Lieutenant Burns lachte. Na, jedenfalls stimme ich Ihnen in allen Punkten zu. Ich habe der Forensik die Schuhe von dem Kerl gegeben. Keinerlei Sand aus der Schlucht, dafür ein paar frische Grasflecken. Sehen Sie in dieser Spalte irgendwo Gras? Ich denke nicht. Er starrte auf die Bilder. Murs, vermuten Sie auch manchmal, die Welt gehört den Drogendilern? Zuweilen muss ich lachen, wenn ich daran denke, dass Sie die neuen Unternehmer unserer Gesellschaft sind. Ich meine, vor hundert, zweihundert Jahren sind die Leute in dieses Land gekommen, haben geschuftet, Wurzeln geschlagen und sich hochgearbeitet. Wo ist der amerikanische Traum geblieben, Murs? Eine hundert Kilo Charge und ein hübscher brandneuer BMW. Er stand auf und sammelte sämtliche Fotos ein. Ich entwickle mich immer mehr zum Bessimisten. Na, jedenfalls, ich denke, ich mache meinen kleinen Abstecher zur Mordkommission und rede mit den Kollegen. Sollten wissen, womit Sie es zu tun haben. Am besten auch gleich beim Drogendezernat, denke ich. Er sah sie an und setzte sich. Aber zuerst sagen Sie mir, was ich für Sie tun kann. Detective Barron dachte an den jungen Mann auf den Bildern und fragte sich einen Moment, wie ein so junger Mensch so dumm sein konnte, sich auf Drogenhandel einzulassen. Auch nicht dümmer als John Barron, der wegen einer idiotischen Prinzipienreiterei in den Krieg zog, sich umbringen ließ und ihr zumutete, alleine zurechtzukommen. Für einen Augenblick wurde sie wegen all der jungen Männer traurig, die auf die eine oder andere Weise starben. Doch ebenso schnell folgte eine Aufwallung von Wut. Wie sinnlos, dachte sie. Wie ganz und gar sinnlos und egoistisch. Irgendwo gab es jemanden, der über diesem zerfetzten Leichnam bitter weinte. Mers? Peter, ich brauche ein bisschen Zeit. Wegen Ihrer Nichte? Ja. Vielleicht wäre es am besten, wenn Sie mit unserem Psychologen sprechen würden und weiterarbeiteten. Sie wissen schon. Beschäftigung. Wie heißt es so schön? Müßiggang ist aller Laster Anfang. Mir geht's nicht um Müßiggang. Ich wollte damit nur sagen, es würde mir nicht gefallen, wenn Sie Urlaub nehmen, nur um in der Wohnung zu sitzen und zu brüten. Was haben Sie vor? Susans Mörder finden, schrie es in ihr auf. Sie verkniff sich die Bemerkung und zwang sich zu einer diplomatischen Erklärung. Wissen Sie, Peter, es ist nie gelungen, gegen Rosperdech einen hieb- und stichfeste Anklage wegen des Mordes an Susan zu erheben. Ich will damit nicht sagen, dass die Jungs nicht ihre Pflicht getan hätten. Es ist nur... Naja, es macht mich wütend. Ich möchte ein bisschen herumstochern und sehen, was ich herausbekomme. Danach vielleicht eine Weile zu meiner Schwester, versuchen, ihr darüber hinwegzuhelfen. Sie nimmt es immer noch sehr schwer. Lieutenant Burns sah ihr eindringlich in die Augen. Sie rührte sich nicht. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass Sie sich in den Fall einmischen wollen. Das andere, also selbstverständlich. Wie viel Zeit können Sie mir geben? fragte sie. Ist eigentlich egal, dachte sie. Ich werde eine Ewigkeit brauchen. Ich werde ihn suchen, bis ich alt und grau bin. Lieutenant Burns öffnete eine Schreibtischschublade und blätterte in einer Akte. Er zog ein Blatt mit ihrem Namen heraus. Also, Sie haben noch drei Wochen Urlaub und mindestens zwei Wochen Überstunden. Was soll's, sagen wir, noch mal drei Wochen. Außerdem gibt es Urlaub in Härtefällen. Das könnte ich für Sie beantragen, wenn auch zu gekürzten Bezügen. Wie lange, glauben Sie, werden Sie brauchen? Sie hatte keine Ahnung. Schwer zu sagen? Sicher, verstehe. Denke ich jedenfalls. Er sah sie ein wenig misstrauisch an. Wieso tragen Sie die Waffe? Was? Er deutete auf Ihren Blazer. Diese Großwildkanone, was ist denn das? Eine 45er oder eine 9 Millimeter? 9 Millimeter. Brauchen Sie die, um Fotos anzusehen? Nein. Wozu dann? Sie antwortete nicht. Es herrschte Schweigen. Lieutenant Burns warf einen Blick auf das Dokument und sah ihr wieder ins Gesicht. Lassen Sie es, Merch. Es ist vorbei. Der ist für immer und ewig aus dem Verkehr gezogen, und das ist gut so. Er straffte plötzlich die Schultern und setzte einen amtlichen Ton auf. Und das ist ein Befehl. Halten Sie sich von dem Fall fern. Er ist abgeschlossen. Sie laden sich nur noch mehr Kummer auf. Sie wollen sich beurlauben lassen? Kein Problem. Aber nicht, um zu arbeiten. Zur Erholung. Verstanden? Sie antwortete nicht. Er sah sie an, und sein Ton wurde milder. Na schön. Zumindest habe ich in vorschriftsmäßig die Leviten gelesen. Sie lächelte. Danke, Peter. Aber, Merch, mir zuliebe, sehen Sie zu, dass Sie in Ordnung kommen, und lassen Sie sich wieder bei der Arbeit blicken, okay? Ich tue mein Bestes, sagte sie. Gut. Nehmen Sie zuerst die Überstunden. Danach, falls das nicht reicht, den Urlaub. Danach rufen Sie mich an, und wir finden eine Lösung. Ich werde dafür sorgen, dass man Ihnen die Gehaltschecks nach Hause schickt. Unter einer Voraussetzung. Die wäre? Gehen Sie zuerst zu unserem Seelenklempner. Hören Sie, man wird Sie sowieso hinschicken, wenn Sie zurückkommen. Verlassen Sie sich drauf. Der wird nur sagen, nehmen Sie sich eine Auszahl, zwei Aspirine, und melden Sie sich, wenn Sie wieder zum Dienst kommen. Sie nickte. Also gut, das wär's. Er stand auf und nahm den Stapelfotos. Kommen Sie mit zum Morddezernat? Bei den Idioten braucht man einiges an Überredungskraft, besonders wenn Sie tatsächlich mal allein da raus sollen, um ein paar Zeugen und Indizien aufzutreiben. Nein, danke, sagte sie. Wenn ich das nächste Mal ins Morddezernat komme, dachte sie, bringe ich Ihnen einen Fall. Sie biss sich auf die Lippe. Oder ich stelle mich selbst. Der Besuch beim Psychologen der Dienststelle war, wie Lieutenant Burns vorausgesagt hatte, eine reine Formsache. Sie beschrieb ihm eine gewisse Unruhe, Schlaflosigkeit und Konzentrationsstörungen sowie Anwandlungen von Depressionen. Sie erklärte ihm, sie fühle sich wegen Susans Tod schuldig und brauche etwas Zeit, um sich auf den Verlust einzustellen. Sie hörte sich reden und dachte, wie leicht es war, eine Lüge mit einer Prise Wahrheit zu würzen, um eine glaubhafte Geschichte aufzutischen. Er fragte sie, ob er ihr Schlaftabletten verschreiben sollte. Sie lehnte ab. Er erklärte ihr, dass sie der Verlust wahrscheinlich weiter verfolgen werde, es sei denn, sie entschlöße sich zu einer Therapie. Eine Ruhepause könne ihr in jedem Fall guttun. Er sagte ihr zu, ein entsprechendes Formular für sie auszufüllen, um ihr eine Beurlaubung aus Gesundheitsgründen zu verschaffen, sodass sie fast keine Gehaltseinbußen hätte. Schließlich erklärte er, dass er sie nach Ablauf von vier Wochen regelmäßig sehen wolle und notierte einen Termin. Er füllte eine Karte aus und sie schüttelten sich die Hände. Sie bedankte sich und warf die Karte weg, kaum dass sie die Tür des Büros hinter sich geschlossen hatte. Es war viel leichter, als sie erwartet hatte. Sie brauchte nicht lang, um alles, was sie benötigte, aus ihrem Schreibtisch zu räumen. Auch wenn sie ständig von den Kollegen der Abteilung für Indizienanalyse unterbrochen wurde, die vorbeikamen, um zu kondolieren, Einladungen auszusprechen, ihre Freundschaft anzubieten, was sie tief berührte. Doch sie war eher aufgeregt, angespannt und wollte nur das Gebäude verlassen. Als sie aus der Tür des Polizeipräsidiums Miami trat, schlug ihr sengende Hitze entgegen. Die roten Klinker des Gebäudes schienen wie Kohlen zu glühen. Sie atmete langsam ein, als fürchte sie, sich die Lunge zu verbrennen und sah, die Hand schützend über die Augen gelegt zum Himmel. Für Sekunden schien es ihr, als wäre ein Scheinwerfer auf sie gerichtet, um sie zu observieren. Doch das Gefühl verging und was blieb, war fast so etwas wie ein Hochgefühl gespannter Erwartung. Zum ersten Mal seit Monaten merkte sie, wie die Depressionen, die sie niedergedrückt hatten, schwanden. Ich tue was, dachte sie. Schritt für Schritt, nichts überstürzen. Ihr fielen plötzlich die Nächte im Haus ihrer Schwester wieder ein, wenn das Baby sie mit den ersten Wimmerlauten geweckt hatte, um sich über Bauchschmerzen und Hunger zu beklagen. Es wurde ein Ritual daraus. Die Decke zurückschlagen, in die Pantoffeln und den am Fußende liegenden Bademantel schlüpfen. Ich komme, hatte sie dann stets laut genug versichert, damit es das Baby, aber auch ihre Schwester hörte und wusste, dass sie weiter schlafen durfte. Bin gleich bei dir und jetzt... Hatte sie dann in einem beruhigenden Rhythmus geflüstert. Ich komme, sagte sie nun laut. Doch es war niemand da, um sie zu hören. Sie ging die Treppe hinunter und summte eine Melodie. Als erstes kaufte sie drei billige Korkbretter und eine grüne Kinderschultafel. Sie nahm beides mit in ihre Wohnung und postierte alles neben ihrem Schreibtisch. Auf ein Klebeband schrieb sie Susan und heftete es an das erste Brett. Rosbader kam auf das zweite und andere auf das dritte. Die Tafel stellte sie in der Mitte auf. Ächzen schob sie ein Bücherregal zur Seite, um mehr Platz zu schaffen. Sie nahm Reißzwecken und befestigte damit eine Reihe Farbfotos vom Leichenfundort mitten auf Susans Brett. Dann nahm sie die Liste mit dem sichergestellten Beweismaterial sowie die Aussage der beiden schwulen Männer, welche die Leiche gefunden hatten, und hängte sie auf. Auch das Rosbader Brett füllte sich schnell mit den Beweismitteln aus seinem Haus sowie den Zeitungsartikeln, die er gesammelt hatte. Sie schnappte sich ein Foto von ihm und heftete es ebenfalls an, sodass sie es vor Augen hatte. Diese Aktivitäten hatten etwas seltsam Befreiendes. Sei eine Ermittlerin, forderte sie sich auf. Ich will einen sauberen Fall. Aber zuerst durchlöchere den des Morddezernats. Der Studententreff der Universität war höhlenartig düster. Es bereitete wenig Mühe, die Leute zu finden, mit denen Susan an dem Abend vor ihrem Tod zusammen gewesen war. Es war Prüfungszeit, und sie alle wollten reden. Schwatzen, genauer gesagt. Alles, was eine Ablenkung vom Pauken und Büffeln bot, auch wenn ihre gebräunten Gesichter eher von Sonne und Strand als von der staubigen Luft der Bibliothek kündeten. Wie können Sie so sicher sein? fragte Detective Barron, eine Studentin. Eine dunkelhaarige junge Frau mit der nervösen Angewohnheit, jemanden direkt anzusehen, solange sie eine Frage anhörte, den Blick jedoch unruhig schweifen zu lassen, sobald sie antwortete. Muss ihre Professoren in den Wahnsinn treiben, dachte Detective Barron. Woher wollen Sie wissen, dass Susan an dem Abend um elf Uhr verschwand? Weil wir verabredet hatten, um elf zu gehen. Es war wichtig. Wir hatten beide am nächsten Morgen schon früh Seminare, und wir hatten uns gegenseitig versprochen, uns an die Zeit zu halten, egal wie gut wir uns amüsierten. Ich musste sie daran erinnern, oder sie mich. Wir haben getanzt, und ich hab sie aus den Augen verloren. Aber um halb elf fing ich an, mich richtig nach ihr umzusehen, und um viertel vor elf habe ich die Jungs gebeten, mir bei der Suche zu helfen. Teddy ist sogar zum Parkplatz raus und ums ganze Gebäude gelaufen. Wir konnten sie nicht verfehlen, selbst in der Menge nicht. Ich meine, Susan, Sie wissen ja, die war sowieso nicht so leicht zu übersehen. Die konnte sich nicht verstecken, selbst wenn es hier drinnen richtig voll wurde. So war sie eben. Ich weiß, dachte Detective Barron. Und Ihnen ist niemand aufgefallen, mit dem sie zusammen war? Ich meine, jemand, den Sie nicht kannten? Naja, das Problem ist, dass wir Semesteranfang hatten. Alle waren neu und fremd. Es waren Erstsemester und frisch graduierte dabei. Da kamen auch ein paar Fakultätsmitglieder, aber die sind früh gegangen. Wissen Sie, alles war neu, aufregend und freundschaftlich. Aber ich hab sie mit niemandem gesehen, der irgendwie verdächtig wirkte, falls Sie das meinen. Detective Barron seufzte und wandte sich an einen weiteren Studenten. Einen riesengroßen, muskulösen, jungen Mann in T-Shirt. Sie wunderte sich, dass er in dem tiefgekühlten Raum nicht froh. Erzählen Sie mir, woher Sie wissen, dass Rospader bis Mitternacht hier war. Habe ich den anderen Detektors schon gesagt, aber ich geh's gern nochmal durch. Es ist eigentlich ganz einfach. Ich hatte um Mitternacht ein Date. Mitternacht? Klar, klingt romantisch, nicht? Es war nur, naja, sie hatte ein Seminar über Filmgeschichte belegt und sie musste sich so einen russischen Streifen ansehen. Der war lang. Richtig lang. Sie sollte erst nach elf rauskommen, also haben wir uns hier verabredet. Ich hab mir eine Ecke an der Bar gesucht, wo ich die Tür im Auge behalten konnte. Sie sieht richtig toll aus und ich wollte nicht, weiß auch nicht, dass sie erst nach mir suchen muss. Waren zu viele Singlestar, die allzu gerne ausgeholfen hätten, wenn sie verstehen, was ich meine. Na jedenfalls fange ich mit der Dumpfbacke neben mir ein Gespräch an. Ich meine, der Typ war irre, ja? Echt ne Schraube locker, unheimlich. Aber auch ne Dumpfbacke, so wie der über Frauen gelabert hat. Wie durchtrieben die wären und so. Aber immer, wenn er so einen Quatsch redete, hab ich ihn angesehen und er hat gelacht. Und ich hab auch gelacht. Und hab's nicht sonderlich ernst genommen. Trotzdem war das ne Unterhaltung, die man nicht so schnell vergisst. Detective Barron sah von ihrem Notizbuch auf. Was haben sie getrunken? Zwei Bier, zwei sind erlaubt. Und Mann, wenn du zu viel trinkst, dann kotze dir beim Training die Seele aus dem Leib. Die anderen Studenten johlten. Wohl eher zwei Sixpacks, rief jemand. Und Susans Freundin fügte hinzu. Ich hab dich an dem Abend gesehen, Tony. Du hattest ganz schön einen in der Krone. Naja, vielleicht ein bisschen. Zwei Bier ist die offizielle Version für die Trainer, richtig? Hakte Detective Barron nach. Der junge Mann nickte. Und was ist am nächsten Tag beim Training passiert? Mir wurde schlecht. Gut. Wie viele waren es also wirklich? Er versuchte zu grinsen, doch nur einen Moment. Jede Menge. Und woher sind Sie so sicher, dass das an dem Abend war, an dem Susan verschwand? Wegen des Films. Der wurde nur einmal gezeigt. Wie lautete der Titel? Er überlegte. Dann hält er sich sein Gesicht auf. Es ging um dieses Kriegsschiff, auf dem Sie die Revolution gemacht haben. Detective Barron hatte plötzlich einen Kinderwagen vor Augen, der eine breite Treppe hinunterholperte. Panzerkreuzer Potemkin? Genau. Aber Toni, unterbrach ihn das dunkelhaarige Mädchen. Ich glaube, das war der Streifen, der am nächsten Abend lief. An dem Abend, an dem Susan verschwand, lief dieser Kriegsfilm. Du weißt schon, mit den Rittern und der Schlacht auf dem Eis, das einbricht. Von dem weiß ich nichts, sagte er. Alexander Nevsky, meinte Detective Barron. Sie seufzte. Wie auch immer. Sie sind sich aber sicher, dass sich der Tatverdächtige nicht vom Fleck gerührt hat? Ziemlich sicher. Ich meine, ich habe ein bisschen getanzt. Und ich war eine Weile auf dem Klo. Und schließlich war es eine Party. Als ein paar Jungs aus meiner Mannschaft kamen, bin ich natürlich aufgestanden und habe sie begrüßt. Demnach haben sie nicht die ganze Zeit neben ihm gesessen. Naja, die ganze Zeit nicht. Detective Barron schaute auf das Handgelenk des jungen Mannes. Toller Zeuge, dachte sie. Betrunken, bereit, seinen Trainer anzuschwindeln und wahrscheinlich auch jeden anderen. Kann sich an Einzelheiten nicht erinnern, weiß wahrscheinlich nicht mal mehr den Tag. Sie sah ihm wieder ins Gesicht. Hoffentlich schafft er es in die Profiliga, dachte sie. Kein Wunder, dass die Kollegen vom Morddezenat seine Geschichte unbrauchbar fanden. Die Grand Jury hätte darüber nur müde gelächelt. Tragen Sie manchmal eine Armbanduhr? Nee, würden Sie mir nur aus dem Spind klauen. Demnach können Sie nicht sicher sein, wie spät es war. Naja, nicht genau. Okay, was hat der Tatverdächtige getrunken? Ich habe ihm was spendiert, Tonic Water. Wie gesagt, seltsamer Typ. Sonst noch was? Nur Tonic Water. Mit einem Schuss Limone. Fahren Sie fort. Naja, sonst gibt es da eigentlich nicht viel zu erzählen. Wir beide haben bis Punkt Mitternach die meiste Zeit da in der Bar gehockt, als Cinderella zur Tür hereinschaute. Und ich habe sie mir geschnappt, bevor sich die Wölfe auf sie stürzen konnten. Verstehen Sie? Ich meine, hier geht's manchen Abend ganz schön hoch her. Was der Schwachkopf als nächstes gemacht hat, weiß ich nicht. Da wurde es erst richtig gemütlich. Susans Freundin lächelte. Susan wusste das. Deshalb haben wir beide diesen Pakt geschlossen, uns vorher loszueisen. Wenn wir bis Mitternacht geblieben wären, ich kann Ihnen sagen, da ist hier der Teufel los. Wir wären hier nicht mit heiler Haut rausgekommen. Das war ein Witz und die anderen Studenten lachten zur Bestätigung. Ist Susan auch nicht, sagte Detective Barron. Etwa zwei Wochen nach ihrer Beurlaubung fuhr Detective Mercedes Barron an einem brütend heißen Nachmittag zu dem Park hinunter, in dem Susans Leiche gefunden worden war. Es war Sommer und die Hitze stieg in einem flirrenden Dunstschleier vor ihr vom Highway auf. Sie kam zu dem Schluss, dass sie bei ihrer Ermittlung an einen entscheidenden Punkt gelangt war. Die Tage, die sie auf dem Campus der University of Miami zugebracht hatte, wie auch die Durchsicht der forensischen Untersuchungsergebnisse brachten sie zu folgender Überzeugung. Vieles hatte tatsächlich dafür gesprochen, Shadeh Rosbader diesen Mord anzulasten. Er war da, als Susan verschwand. Er hatte den Zeitungsartikel über ihren Fall ebenso ausgeschnitten wie die zu den anderen Morden und die Ausführung des Verbrechens entsprach seinem Stil. Alle anderen Opfer waren geschlagen und stranguliert worden. Wäre das ihr Fall gewesen, überlegte sie, dann hätte sie nachzuweisen versucht, dass zwischen Susan und Rosbader bereits vor dem Verbrechen eine Verbindung bestanden hatte. Selbst der flüchtigste Kontakt hätte zu einer Anklage wegen vorsätzlichen Mordes gereicht. So viel war sicher. Doch Detective Barron war sich ebenso sicher, dass er die Tat nicht begangen hatte, vor allem, weil es keine beweiskräftigen Indizien für eine Verbindung zwischen ihm und dem Opfer gab. Es ist zu einfach, dachte sie. Sie erinnerte sich an das leichte Kopfschütteln im Gerichtssaal. Der nicht, dachte sie. Zu offensichtlich. Alkoholrückstände. Sie runzelte die Stirn und zermarterte sich das Hirn. Finde etwas. Sie bog in die Straße zum Park ein, der im strahlenden Sonnenschein nichts von der Heimtücke und Niedertracht besaß, die sich ihr von der Mordnacht eingebrannt hatten. Sie fuhr zum Hauptparkplatz und starrte auf die trüben Wellenkräusel der Bucht, die mit dem endlosen Kobaltblau des Himmels zu verschwimmen schienen. Es regte sich kein Lüftchen. Die kleinen Wellen leckten an den knorrigen Mangroven und machten dabei ein Geräusch, das entfernt an einen tropfenden Wasserhahn erinnerte. Detective Barron stiegen Essensdünste in die Nase. Einige Familien grillten ihren Mittagsimbiss über dem offenen Feuer. Das allgegenwärtige Lachen spielender kleiner Kinder schien wie Hintergrundmusik aus weiter Ferne zu kommen. Sie stellte den Wagen ab und zögerte, als sie über den fast leeren Parkplatz zu den Büschen und Bäumen hinüberblickte, wo die Leiche versteckt gewesen war. Seufzen stieg sie schließlich aus, schloss ab und ging zu der Stelle. Vom Rand der geteerten Fläche aus fing sie an zu zählen. Susan wog 118 Pfund. Merz stellte sich vor, dass sie die Leiche ihrer Nichte auf der Schulter trug. Huckepack. Ein bewusstloser oder toter Körper wiegt schwerer. Sie dachte daran, wie klein der Araber war, wusste aber auch, dass dies nichts besagte. Er hatte starke Arme. Er hätte sie mit Leichtigkeit tragen können. Aber auch das war nicht von Bedeutung. Sie zählte die Meter ab. Ein, zwei, drei, bis 22. Dann blieb sie stehen und betrachtete den sandigen Boden. Er hatte sie vorher getötet, dachte sie. Sie hat nicht mehr mitbekommen, wie sie achtlos weggeworfen wurde. Er, dachte sie. Wer auch immer er ist. Aber wo? Überlegte sie. Das Auto des Arabas war sauber. Absolut sauber. Die Fußmatten von dem Beifahrersitz sowie die Bezüge der vorderen und hinteren Sitze waren mikroskopisch genauen Tests unterzogen worden. Auch Proben aus dem Kofferraum hatte man unter dem Spektrografen analysiert. Kein Blut, kein Haar, keine Haut, keine Spur einer Toten. In Gedanken notierte sie diesen Umstand auf ihrer Punkteliste. Sie hockte sich hin und rieb an der Stelle, wo Susan gelegen hatte, den Sand zwischen den Fingern. Komm schon, dachte sie. Eine kosmische Botschaft, eine Idee, irgendwas. Aber sie empfand nichts außer der Hitze. In der Nähe lachten Kinder, und Susans Mörder lief irgendwo frei herum. Nichts, sagte sie. Rein gar nichts. Sie senkte wieder den Blick und sah plötzlich im Geist Susan vor sich liegen. Mit schrecklicher Deutlichkeit grub sich die Strumpfhose in ihren Hals ein. Bildete das Blut hinter ihrem Kopf eine Lache, waren ihre Beine seitlich abgewinkelt und ihr Geschlecht entblößt. Wie grausam, dachte sie. Dann schüttelte sie den Kopf. Es gibt da etwas, dachte sie. Komm schon. Sie fühlte sich das stumpfe Trauma an Susans Hinterkopf vor Augen. Wenn ich nur eine Waffe finden könnte, oder den eigentlichen Tatort. Solche Orte verraten fast immer etwas über die Persönlichkeit des Täters. Im Geist ging sie sämtliche forensischen Tests durch, die an Susans Leiche vorgenommen worden waren. Wenn ich nur einen Anhaltspunkt hätte, würde ich vielleicht etwas finden. Wieder dachte sie an die Strumpfhose und ihr kam eine Idee. Sie stand auf, machte auf dem Absatz Kehrt und lief zum Wagen zurück. Sie merkte, dass sie von einem kleinen Mädchen beobachtet wurde. Das Kind hatte blondes Haar und einen offenen, schelmischen Blick. Sie trug einen kleinen Mädchen-Bikini und Detective Barron musste darüber schmunzeln. Das Kind schlägte eine Tüte Vanillie-Eis, das schmolz und an ihren Mundwinkeln herunterlief, sodass es ihr schüchternes Grinsen umrandete. Detective Barron winkte und das kleine Mädchen winkte scheu zurück, bevor es Kehrt machte und wegrannte. Traue niemandem, dachte Detective Barron, als sie die Kleine im Schatten der Bäume Richtung Strand und Spielplatz verschwinden sah. Werde erwachsen und traue niemandem. Schon immer hatte sie die Besuche im Leichenschauhaus gehasst. Nicht so sehr wegen der Leichen, die dort seziert wurden, sondern wegen des grellen Lichts, in dem die Räume gespenstisch wirkten. Das Licht schien sich auf seltsame Weise mit den Gerüchen von Formaldehyd und Desinfektionsmitteln zu vermischen, die bis in den letzten Winkel drangen. Für sie war der Tod eher etwas Dunkles und Persönliches. Das Gegenteil der Atmosphäre im Leichenschauhaus war ein ständiges Kommen und Gehen herrschte. Sie sah aus einigem Abstand zu, wie der Gerichtsmediziner einer aufgeschnittenen Leiche verschiedene Organe entnahm, während er seinen Befund mittels des über dem OP-Tisch angebrachten Mikrofons auf Tonband diktierte. Er sprach monoton, bis er etwas fand, das ihn interessierte. Seine Stimme sprang um eine Oktave in die Höhe, sodass er wie ein kleiner Junge klang. Sie sah, wie der Mann in der klaffenden Höhlung wühlte, bis er schließlich aus der blutigen Masse einen kleinen Gegenstand herausschälte und ans Licht hielt, während er in entzücktem Singsang rief, »Sehen Sie, Detective, wie winzig der Tod sein kann!« Sie antwortete nicht, und er ließ den Gegenstand in einen Probenbehälter fallen. »In linker Kranzarterie, auf einer Höhe von ca. drei Zentimetern, Geschossfragment, fast intakt, augenscheinlich Kaliber 22 oder 25. Dies war Todesursache. Der Einschuss hat die Arterie zerfetzt, massiven Blutverlust, Schock und Herzstillstand verursacht.« Über die Schulter hinweg warf er Detective Barron einen Blick zu. »Mit anderen Worten, es hat ihn in der Pumpe erwischt! Die Jungs von der Presse lieben diese Schusswechsel mit Maschinenpistolen, Gewehren und all diesem spektakulären Fernsehkram. Aber ein paar Dinge haben sich in 20 Jahren nicht geändert. Wenn Sie jemanden wie einen cooler Profi umbringen wollen, dann feuern Sie ihm aus nächster Nähe eine kleinkalibrige Magnumladung direkt ins Herz. Oder, falls Sie ein bisschen Abwechslung wünschen, direkt hier, an der Schädelbasis.« Er tippte sich mit dem Zeigefinger an den Hinterkopf. »Es macht Pop! Und Ihr Mann hat die längste Zeit gelebt.« »Oder Ihre Frau.« »Kein großer Aufwand. Keine Schweinerei. Niemand, der sich wegducken kann. Keine unschuldigen Passanten, die in die Schusslinie geraten. Keine Explosion. Und aus meiner Sicht ein großer Vorteil. Ein kleines Loch genau hier.« Er pochte sich auf die Brust und das Geräusch schien in dem kleinen Raum nachzuhallen. »Eine Uzi oder Ingram richtet eine gewaltige Sauerei an. Das hat keine Klasse. Absolut keine Klasse.« Er wandte sich wieder der Gestalt aus seinem Stahltisch zu. »Das ist meine Art von Mord. Kein Zweifel. Einfach, direkt und zielführend, wenn Sie so wollen. Danke, Madam.« Er schüttelte den Kopf und sah Detective Barron an. »Hab gehört, Sie haben sich aus gesundheitlichen Gründen beurlauben lassen. Was führt Sie her?« »Ich muss mit Ihnen über Ihre Nichte reden, stimmt's?« »Ja.« »Und was wollen Sie mich fragen?« Der Mediziner sah zu einem der Gehilfen hinüber, der eine verhüllte Leiche wieder in einen Kühlcontainer schob. »Hey, Jesus, hol mir mal die Akte 68-114, ja? Ein bisschen Dalli, wenn ich bitten darf. Der Name ist Susan Lewis.« Detective Barron sah dem Gehilfen hinterher. »Der ist in zwei Minuten wieder da,« meinte der Gerichtsmediziner. »Also, was macht Ihnen zu schaffen?« Susan wurde erstickt. Todesursache war die Strangulation. Das Mordwerkzeug war die Strumpfhose um ihren Hals. Sie war bewusstlos, als es passierte. Das wissen Sie alles schon. »Sie waren da und haben den Bericht gelesen.« »Durch den Schlag auf den Hinterkopf bewusstlos?« »Ähm, ja, wahrscheinlich.« »Sie sind sich nicht sicher.« »Na ja, das Trauma im Hinterkopf war heftig. Das allein hätte Sie schon töten können. Aber ich habe mich immer darüber gewundert.« Der Gehilfe kehrte zurück und überreichte einen braunen Umschlag. »Also, da haben wir es.« Er lasse vor. »Richtig, linke Hälfte. Gewebeaustritt. Austritt an Hirnmasse. Naja, was mir zu schaffen gemacht hat. Am Fundort war nicht viel Detritus von diesem Schlag zu sehen. Ich meine, da war allenfalls so viel Blut, wie man normalerweise angesichts einer so schweren Verwundung erwarten würde.« »Ich glaube, ich kann Ihnen nicht folgen.« »Also, sie bekam einen Schlag auf den Kopf. Dann wurde sie stranguliert. Ihre Kollegen hatten die Theorie, dass dieser Araber sie vor dem Studententreff drüben an der Uni überwältigt hat, ihr eins über den Schädel gezogen, sie in den Wagen geworfen und in den Park mitgenommen, dort vergewaltigt, stranguliert und liegen gelassen hat. Aber für mich ergibt das keinen Sinn?« »Wieso nicht?« »Also, der Schlag, den Susan auf den Kopf bekommen hat, wäre, wie gesagt, für sich schon tödlich gewesen. Und zwar ziemlich schnell. Sein ganzer Wagen wäre voll Blut gewesen. Den hätte er realistischerweise nicht so sauber machen können, dass er die Spektografuntersuchung besteht. Und wenn sie gestorben wäre, während er zum Park fuhr, dann wären die Strangulierung und der Geschlechtsverkehr postmortem gewesen.« »Hätte ein völlig anderes Bild ergeben. Also, für einen Gerichtsmediziner.« »Ich denke, ich verstehe.« »Noch etwas. Unter dem Muster von der Strumpfhose um ihren Hals habe ich ein paar Stellen mit leichten Quetschungen gefunden.« »Danach wollte ich sie fragen,« warf Detective Barron ein. »Die erwähnen sie in einem der Berichte, aber sonst nirgends. Was waren das für Quetschungen? Kann es sich dabei um Fingermaler handeln?« »Also, die Antwort auf diese Frage lautet ja. Aber wenn Sie mich im Zeugenstand unter Eid fragen würden, ob diese Blutergüsse von zwei Händen verursacht worden sind, dann könnte ich das nicht bestätigen. Nicht mit ausreichender medizinischer Sicherheit. Ich meine, die Male passten zu manuellem Ersticken, aber nicht zwingend. Und sie waren kaum zu sehen.« Er zögerte, bevor er weitersprach. »Ich hasse das, wissen Sie? Mir ist es viel lieber, wenn die Dinge zu dem Szenario passen, das die beim Morddezernat entwerfen. Wenn da auf einmal manuelles Ersticken dazukommt, fragt sich natürlich, wo und wann.« »Konnten Sie den Abstand zwischen den Blutergüssen messen?« Der Gerichtsmediziner grinste. »Gute Frage. Sie stellen immer gute Fragen, Detective. Ja, aber nur eine einzige mögliche Kombination.« Er streifte behutsam die OP-Handschuhe ab und trat zu Detective Barron. »Aus medizinischer Sicht besteht das Problem darin, die richtige Position für Finger und Hand zu finden.« Er legte Detective Barron die Hände um die Kehle. Der Doktor war ein kleiner, schmächtiger Mann mit grau-mäusigen Zügen und einer Brille, die ihm stets auf der Nasenspitze saß. Dennoch zuckte Detective Barron unter der Kraft in seinen dünnen Fingern zusammen, als er sie ihr zur Demonstration um den Hals legte. »Das hier ist die klassische Strangulation. Hollywood, 30er Jahre. Aber sehen Sie, wenn ich ein bisschen größer wäre...« Damit stellte er sich auf Zehenspitzen. »Verändert sich der Winkel. Oder wenn Sie sich wehren, auch dann...« Während er sprach, wechselte der Mediziner laufend die Stellung seiner Hände an ihrem Hals. Sie beobachtete ihn wie ein Mann, ein Barbier, dem er nicht recht über den Weg traut. »Und was ist, wenn er von hinten zupackt? Verändert das die Sache ebenfalls?« Er ließ die Hände sinken. »14 Zentimeter.« »Von wo nach wo?« »Nach meiner Schätzung, und ich betone, es ist eine Schätzung, die ich niemals vor Gericht bezeugen würde, müssten die Hände des Mörders zwischen Zeigefinger und Daumenkuppe mindestens 14 Zentimeter gespreizt gewesen sein.« Der Mann schnaubte. »Ich hasse sowas,« erklärte er. »Wirklich. Manchmal finde ich diese Fragen furchtbar frustrierend.« »Glauben Sie, dass Rospader...« Er fiel ihr ins Wort. »Selbstverständlich!« Er starrte sie an. »Wer denn sonst? Der Karl hatte den Drang zu zerstören. Er war da. Es entspricht ziemlich genau seinem sonstigen Tatmuster. Er hat sie getötet. So viel ist gewiss, da bin ich mir sicher.« »Aber... aber es ist nicht genau so abgelaufen, wie die glauben.« »Haben Sie je mit den Kollegen darüber gesprochen?« Der Gerichtsmediziner schnaubte wieder. »Selbstverständlich!« Er wandte sich um, zog neue Handschuhe über und kehrte zu seiner Leiche auf dem Untersuchungstisch zurück. Er spähte tief in die Körperhöhle hinein. Dann sagte er, »Das Problem ist, dass nichts die Version ihrer Kollegen eindeutig widerlegt. Und was macht es letztlich für einen Unterschied?« »Er war es. So sicher, wie ich hier stehe und atme und dieser junge Karl hier tot daliegt.« Er stupste die Leiche mehrmals mit dem Finger an, als wollte er testen, ob es stimmte. »Aber?« »Aber, aber, aber, aber! Ich bin ein Mensch, der Ordnung schätzt!« »So ist das nun mal mit dem Körper. Nimm ihm was weg und voilà! Er funktioniert nicht mehr richtig.« »Verstauen Sie sich den Knöchel, hinken Sie, kriegen Sie eine Kugel ins Herz, sterben Sie.« »Alles, was das Gleichgewicht und die Ordnung durcheinander bringt, zeigt Wirkung.« »Ich hasse solche vertragten Sachen, wirklich. Deshalb weiß ich einen sauberen Schuss zu schätzen. Man gräbt ein bisschen herum und, bingo, da haben wir die Kugel, keinerlei Zweifel, er ist tot, hier ist der Grund, kann offene Fragen nicht leiden.« Wieder zögerte er. »Wissen Sie, es macht letztlich keinen Unterschied und vielleicht spinne ich ja auch. Das hat mir jedenfalls der Staatsanwalt bescheinigt.« Er sah über die Schulter hinweg Detective Barron an. »Wussten Sie,« fügte er ein wenig traurig hinzu, »dass zwei Gerichtsmediziner, denen Sie dieselben Fakten vorlegen, zu verschiedenen Schlüssen gelangen?« »Jedes Mal, können Sie darauf wetten.« »Die meisten Leute denken, bei uns gäbe es nicht dieselbe diagnostische Bandbreite, das Rätselraten, was weiß ich, nur weil wir es mit Toten statt lebenden Patienten zu tun haben.« »Aber das stimmt nicht«, er holte Tiefluft. »Das deprimiert mich.« Der Mediziner schien in den geöffneten Brustkorb seiner Leiche zu schauen. Detective Barron wartete einen Moment, bevor sie fragte, »Vierzehn Zentimeter?« »Richtig, was immer man daraus schließen mag.« Sie drehte sich um und wollte gehen. »Und das beweist noch gar nichts«, rief er ihr hinterher. An der Tür blickte sie sich noch einmal um und sah, wie sich der Mann über die sterblichen Überreste des Mannes beugte und in seiner Arbeit vertiefte. In ihrer Wohnung goss sich Detective Barron an diesem Abend ein Glas Rotwein ein und dachte an die Worte des Verkäufers im Spirituosengeschäft, der ihr versichert hatte, dieser kalifornische Cabernet könne durchaus mit denen mithalten, die doppelt so teuer waren. Sie hatte ihm nicht verraten, dass sie den Unterschied kaum schmecken würde und außerdem gerne einen Eiswürfel in ihr Glas warf. Nach dem Besuch im Leichenschauhaus hatte sie sich ausgezogen und ausgiebig geduscht. Sie hatte sich – krankhaft lange, witzelte sie – geschrubbt, um den Gestank aus dem toten Zimmer abzuwaschen. »Eigentlich kann man es nicht riechen«, hatte sie sich gesagt, als sie aus der Dusche trat. Dann hatte sie schnuppern die Luft eingesogen und mit lauter Stimme erklärt, »Zum Teufel! Und ob man es nicht riechen kann!« Sie stand nackt in ihrem Zimmer und nippte an ihrem Wein. Sie merkte, wie der Alkohol warm durch ihren Körper rieselte und atmete tief aus. Ein Moment lang hatte sie Lust, nackt zu bleiben, sämtliche Lampen auszumachen und im Dunkeln eine sanfte Brise auf der Haut zu genießen. Bei der Vorstellung musste sie kichern. Es war lange her, dass sie etwas Spontanes, Unkonventionelles getan hatte. Irgendetwas, um ihr ins Gedächtnis zu rufen, dass die Welt nicht nur aus Mord und Totschlag bestand. Dann schüttelte sie den Kopf und fand eine Shorts sowie ein altes Miami Dolphins T-Shirt aus einem ihrer Superbowl-Jahre und schlüpfte hinein. Sie tappte barfuß ins Wohnzimmer und nahm die Flasche nebst Weinglas mit. Sie trat an ihr Bücherregal und zog ein ledergebundenes Fotoalbum heraus. Dann setzte sie sich in einen Sessel und schlug, das Glas auf dem Knie, den Deckel auf. Sie suchte nach einem speziellen Bild. Die Fotos von ihr selbst blätterte sie um, ebenso die von Susan und ihren Eltern. Nur bei einigen blieb sie einen Moment hängen, eine Geburtstagsparty hier, eine Abschlussfeier dort. Sie schwelgte in Erinnerung und fühlte sich getröstet. Schließlich fand sie das Bild, nach dem sie gesucht hatte. Es war ein einfacher Schnappschuss von Detective Barron im Alter von 21, lachend zwischen John Barron und ihrem Vater. Der Sommer, bevor wir geheiratet haben, dachte sie. Der Sommer, in dem Dad gestorben ist. Sie betrachtete den Hintergrund. Eine endlose Weite aus blaugrünen Wellen, die stetig und gemächlich an die Küste von Jersey schlugen. Auf dem Bild trugen alle Badesachen. Und Detective Barron erinnerte sich, wie die beiden Männer sie erbarmungslos damit aufgezogen hatten, dass sie nicht schwimmen konnte, aber trotzdem nicht genug vom Strand bekommen konnte. Sie dachte daran, wie sie friedlich und entspannt stundenlang in der Sonne gelegen und gelesen hatte. Wenn es ihr unerträglich heiß wurde, nahm sie einen Plastikeimer mit ans Wasser, ließ sich in den feuchten Sand fallen und wartete, bis eine etwas größere Welle bis zu ihr schwappte. Der kühle Schaum kräuselte um ihre Zähne und den Po und erfrischte sie. Wenn nötig, nahm sie den Eimer und goss ihn sich einfach über den Kopf. John lachte sie aus. Er zeigte immer wieder aufs Meer und flehte sie an, doch schwimmen zu lernen, aber nicht im Ernst, denn er wusste, dass es zwecklos war, egal wie lächerlich sie sich machte. Dass sie nicht schwamm, hatte einen einfachen Grund. Sie war noch jung, fast noch ein Kleinkind von fünf Jahren. Sie schloss die Augen und spürte, wie bei dem Gedanken in ihr das altvertraute Angstgefühl hochstieg, wie jedes Mal, wenn sie sich an diesen Vorfall erinnerte. Ihr Herz schien einen Moment lang schneller zu schlagen. Ihr Rücken fühlte sich unangenehm feucht an. Und ihr Magen zog sich zusammen. Sie musste wieder einmal feststellen, welche Macht die Angst über uns haben kann, wenn selbst eine Erinnerung nach Jahrzehnten noch solche Gefühle auslöste. Sie hatte mit ihrer Mutter am Strand gesessen. Ihr Vater ließ sich von den Wellen an Land tragen, um sich mit dem kindlichen Überschwang, den er im Wasser immer an den Tag legte, wieder kopfüber ins Wasser zu stürzen. Ihre Mutter hatte sie angesehen und gesagt, »Mers, Schätzchen, geh und hol deinen Vater. Sag ihm, dass es Zeit zum Essen ist.« Es war eine so kleine, schlichte Bitte. Selbst jetzt noch, hier in ihrer Wohnung, kam es ihr so einfach vor. Detective Baron schloss die Augen und erinnerte sich sonnenklar an jeden Schritt. Sie war aufgesprungen und zum Wasser hinuntergerannt, ohne einen Moment ihren Vater aus den Augen zu lassen, der sich gerade umdrehte und einen großen Brecher erwischte, von dem er sich tragen ließ. Als sie schon den Mund aufmachte, um ihn zu rufen, schaute sie auf und erstarrte vor unaussprechlicher Angst, als sie sah, dass sie mitten in eine große, sich überschlagende Welle hineingelaufen war. Die Woge brach über sie herein und schleuderte sie auf den Rücken. Von der Wucht des Aufpralls blieb ihrer kleinen Kinderbrust die Luft weg. Das Wasser wurde dunkelgrün, dann schwarz, und die Welt schien ausgelöscht. Sie hatte mit aller Macht gestrampelt und versucht aufzutauchen. Doch dann war plötzlich etwas Großes, Schweres auf ihr gelandet und hatte sich zwischen sie und die Sonne geschoben. Mit dem sattsam vertrauten Unbehagen spürte sie wieder, wie der Sand ihren Rücken aufschürfte. Alles hatte sich um sie gedreht. Ihr wurde schwarz vor Augen, ihre Lunge brannte und das Dunkel drückte ihr das Herz zusammen. Sie hatte keine Ahnung vom Tod, glaubte jedoch in diesem unglaublich kurzen, endlosen Moment, dass er sie verschlang. Dann plötzlich wurde sie hochgerissen und ans Licht gezogen, während sie nach Atem rang. Es war ihr Vater. Sein Wellenritt hatte ihn direkt über sie getragen. Er hatte sie niedergedrückt und dann hochgezogen. Sie erinnerte sich an ein paar Tränen, die in der Hitze des Nachmittags schnell trockneten. Sie hatte an diesem Tag in sicherem Abstand vom Wasser im Sand gespielt. Doch als sie in der Nacht unter der Bettdecke lag und die Dunkelheit in ihr Zimmer drang, hatte sie bitterlich geweint und sich geschworen, nie wieder dem Meer zu trauen, nie wieder spüren zu müssen, wie ihr die Wogen über dem Kopf zusammenschlagen, nie wieder ins Wasser zu gehen. Eigensinnig, dachte sie. Ein stures, kleines Mädchen, das ein Versprechen hielt. Sie lachte. In über dreißig Jahren hat sich das kleine Mädchen kein bisschen geändert. Und wird es wohl auch nicht mehr. Wieder betrachtete sie das Bild. Sie lächelte. John hatte einen geschmeidigen, muskulösen Körper, der, wenn er nass war, in der Sonne glänzte. Sie dachte daran, wie ihr Vater ihn mit seiner unbehaarten Brust aufzog und dann die eigene schwelte, um in der Pose eines Bodybuilders seinen krausen, schwarzen Pelz zur Schau zu stellen. Was für eine unbeschwerte Zeit. Sie betrachtete das Gesicht ihres Vaters. Er blinzelte in der Sonne ein wenig so, dass er wie ein Kobold aussah. Sie musste laut lachen. Was, fragte sie den Mann auf dem Bild, würdest du zu diesem Fall sagen? Die Mathematik, belehrte sie ihr Vater dann in akademisch trockenem Ton, sieht vor, dass man mithilfe einer logischen Abfolge von Daten zur Lösung gelangt. Doch das sei nicht immer der Fall. Zuweilen könne man ein Theorem auch durch Ausschluss des Gegenteils beweisen. Die Hoffnungslosigkeit traf sie wie ein Blitz, und sie zuckte zusammen. Es gab keine Möglichkeit zu beweisen, dass Shadeh Rospadeh den Mord an Susan nicht begangen hatte. Eine negative Größe beweisen. Ihr Vater würde schmunzelnd den Kopf schütteln. Also würde er sagen, das erfordert wahrlich Krips, eine rein mathematische Argumentation. Sie hätte schreien können. Dann holte sie tief Luft und nahm einen Schluck Wein. Wütend dachte sie an die Logik des Beweises. Juristische Beweise. Beweise, die auch vor Gericht standhielten. Beweise, die einen Mordfall aufklärten. Indizien plus Gelegenheit gleich Schuldvermutung. Letztendlich lief in einem solchen Fall das Fehlen einer gegenteiligen Hypothese auf eine Verurteilung hinaus. Die Hypotenuse im Quadrat ist gleich die Quadratsumme der beiden übrigen Seiten. Logik, dachte sie unwillkürlich, ist eine heimtückische Angelegenheit. Alle Logik deutet auf den Araber hin. Wir leben in einer Welt, die auf logischen Entsprechungen besteht. Jede Aktion zieht eine entsprechende Reaktion nach sich. Der Instinkt weist in eine ganz andere Richtung. Was hatte sie in der Hand? Ein Mord, der nicht so geschehen war, wie die Ermittler es gerne hätten. Ein Tatverdächtigen, der, von ein, zwei wichtigen Details abgesehen, nahezu perfekt ins Bild passt. Fang mit der Ursache des Dilemmas an, riet ihr Vater. Das war nicht weiter schwer, dachte sie. Und sie wusste auch schon, wohin sie am nächsten Morgen fahren würde. Sie war freudig gespannt und leerte ihr Glas Wein. Ein letztes Mal starrte sie auf das Foto in dem Album vor ihr auf dem Schoß. Zwei Wochen, nachdem ihre Mutter das Bild gemacht hatte, war der Sommer vorbei gewesen. Sie hatten Decken, Handtücher, Schirme und all das andere Reisezubehör in ihren alten, ramponierten Kombi verfrachtet. Der Verkehr war an diesem Labor Day-Wochenende verheerend gewesen. Stoßstange an Stoßstange bei hundert Stundenkilometern. Sie erinnerte sich, wie ihr Vater unter milden Flüchen das Lenkrad packte und sich beschwerte, wenn die anderen Autos abschwenkten und ständig die Fahrspur wechselten. »Gir legen es auf ein Massaker an!«, meinte er. Das sagte er jedes Jahr, wenn sie nach den Ferien zusammenpackten und nach Hause fuhren. »Kein Wunder, dass so viele Menschen auf dem Highway sterben!«, maulte er. »Sie haben den Verstand am Strand gelassen!« Aus einer Stunde wurden zwei, dann drei, und endlich bogen sie in ihre Straße und ihre eigene Einfahrt ein. Sie erinnerte sich, wie ihr Vater über das Lenkrad gebeugt im besten Charles-Lorton-Akzent rief, »Heilige Zuflucht! Heilige Zuflucht!« und die erschöpfte Familie in den Jubel einfiel. Sie betrachtete noch einmal das Bild und sah im Geist vor sich, wie sie das Gepäck ausluden und ihre Mutter ihren Vater bat, »Wir haben nichts zu essen im Haus, fahr doch zum Laden an der Ecke und besorg uns ein paar Hamburger.« Ihr Vater hatte genickt, war wieder eingestiegen und hatte gewinkt und gemurmelt, »Bin in einer Viertelstunde zurück!« Doch er kam nicht wieder. Sie und John hatten das Gepäck vom Vorgarten ins Haus geschleppt. Als sie in der Ferne die Sirenen von Polizei und Krankenwagen hörten, hatten sie sich nichts dabei gedacht, sondern nur kurz aufgeschaut und die nächste Fuhre in Angriff genommen. Zwei betrunkene Teenager hatten ein Stoppschild überfahren und waren ohne zu bremsen seitlich in ihn hineingerast. Er wurde aus dem Sitz geschleudert und von dem Wagen zermalmt. Sie lächelte. Wahrscheinlich wusste er die Ironie zu schätzen, dass er als Mathematiker die Statistik der tödlichen Verkehrsunfälle an einem Labor-Day-Wochenende bereicherte. »Ich vermisse ihn immer noch«, dachte sie. »Ich vermisse sie alle.« Sie betrachtete wieder das Foto. Sie stand zwischen den beiden Männern in ihrem Leben und jeder von ihnen hatte einen Arm um sie gelegt. Sie erinnerte sich an den Moment, bevor der Schnappschuss entstand. Es hatte einen gespielten Streit zwischen Freund und Vater gegeben, wer seinen Arm wohin legen durfte. Sie liebten einander, und ich liebte sie beide. Die Erinnerung durchströmte sie angenehm, als fühlte sie noch jetzt das Gewicht und den Druck dieser beiden Arme um ihren Rücken und die Wärme ihrer eng an sie geschminkten Körper. »Zuflucht«, musste sie denken. Sie schlug das Album zu und ging ins Bett. Sie legte gegen die grelle Mittagssonne die Hand über die Augen und hätte beinahe das kleine, quadratische, grüne Schild am Straßenrand übersehen. Es war ein paar Meter weiter zurückgesetzt als die meisten Straßenschilder, vermutlich ein Eingeständnis an den Unwillen der Nachbarschaft. Wer wohnt schon gar in der Nähe eines Gefängnisses? Auf dem Schild stand »Einstufungs- und Bewertungszentrum«, Strafvollzugsbehörde des Bundesstaates Florida, nächste Straße rechts. Hundert Meter hinter dem Schild bug eine schwarze Asphaltstraße ab. Sie führte zwischen zwei Gruppen hoher Tannen hindurch, deren Nadeln unter der unbarmherzigen Sommersonne Floridas eine bräunlich-grüne Farbe angenommen hatten. Detective Barron fuhr langsam an einer riesigen Weide vorbei, die trotzig ihren Schatten warf. Die Straße führte über eine braune Wiese, auf der ein paar Rinder zufrieden dösten. Dann trat eine Gruppe niedriger, grauer Gebäude ins Blickfeld, die in der Hitze zu glühen schienen. Detective Barron hielt an, um ein großes, schwarz-gelbes Schild zu studieren, das die linke Seite der Straße beherrschte. »Achtung! Wer diese Linie überschreitet, wird durchsucht. Das Mitführen verbotener Gegenstände in das Einstufungs- und Bewertungszentrum wird strafrechtlich verfolgt.« Quer über die Straße war ein breiter gelber Streifen gemalt. Detective Barron trat leicht aufs Gas und sah vor sich einen drei bis vier Meter hohen, mit Stacheldraht bewährten Maschendrahtzaun, der die Gebäudegruppe umschloss. Sie stellte den Wagen auf einem Besucherparkplatz ab und lief zu einer breiten Glastür hinüber. Einem weiteren Schild entnahm sie, dass in diesem Gebäude die Gefängnisverwaltung untergebracht war, auch wenn das Wort Gefängnis nicht genannt wurde. Das war bezeichnend. Wir leben im Zeitalter der Aufklärung, das offenbar nicht ohne Euphemismen auskommt, dachte sie. Und so sind Gefängnisse Vollzugsanstalten, in denen Vollzugsbeamte und nicht Wärter ihren Dienst versehen und nicht Gefangene, sondern Insassen untergebracht sind. Wir brauchen nur das Etikett zu ändern, so scheinen wir zu glauben, und schon ist die Realität weniger böse und abstoßend, auch wenn sich in Wahrheit nichts ändert. Sie trat durch die Tür in das kühle Gebäude, wo sich ihre Augen erst an das Dunkel gewöhnen mussten. Sie begab sich zur Rezeption. In wenigen Minuten hatte sie ihre Automatik von einem uniformierten Wachmann überprüfen lassen, der sie misstrauisch beäugte, als sie die schwere Pistole aus dem Halfter zog. Anschließend wurde sie in ein kleines Büro geführt, an dessen Tür der Name Arthur Gonzalez mit dem Titel »Einstufungsbeauftragter« prangte. Es war ein beengter, von Aktenschränken überfüllter Raum mit einem kleinen, vollgepackten Schreibtisch und zwei Stühlen sowie einem Fenster zum Gefängnishof. Detective Barron starrte hinaus und sah einer kleinen Gruppe Männer beim Basketballspiel zu. Sie hatten die Oberkörper entblößt, sodass ihre verschwitzte Haut in der Sonne glänzte. Das Fenster war wegen der Klimaanlage geschlossen und Detective Barron konnte die Männer nicht hören. Dennoch waren ihr die Geräusche, die sie machten, wenn sie mit Sportschuhen auf dem Zementboden sprangen und mit ihren Körpern zusammentrafen, bestens vertraut. Sie dachte an ihren Mann, der das Spiel geliebt hatte. Du erreichst einen Punkt, Murs, eine Grenze, irgendwie sowas. Da kommst du auf Hochtouren. Ich kenne keinen anderen Sport, bei dem das so ist. Es packt dich einfach und du hast das Gefühl, du kannst werfen, was du willst und es fällt in den Korb. Wie im Rausch, wie unter Strom. Es ist schwer zu beschreiben, aber manchmal kommt es dir so vor, als könntest du ein kleines bisschen höher und schneller springen und der Korb ist plötzlich näher und der Ring weiter. Und du weißt einfach, dass du triffst. Irgendwann im Verlauf des Spiels passiert das. Ich weiß auch nicht, wieso. Und kaum ist das Gefühl da, verschwindet es schon wieder. Der Ball titscht umher. Die werden die Füße schwer, der Zauber verfliegt. Vielleicht wechselt er zu jemand anderem. Mit einem Mal wird man traurigerweise wieder zu einem gewöhnlichen Sterblichen. Aber diese kurzen Augenblicke der Unsterblichkeit, Mers, die haben was. Es ist, als hätten dich für einen Moment die Götter gesegnet. Und dann überlegen sie es sich plötzlich anders und picken sich den nächsten Spieler raus. Und du kommst in Schwierigkeiten. Sie schmunzelte. Im Sommer nahm er sie morgens mit zu den Plätzen im Freien und sie spielten gegeneinander. Zuerst beschränkte er sich darauf, nur mit der linken Hand zu werfen. Doch eines Morgens schlug sie ihn kichernd aus dem Lauf heraus mit einem Sprungwurf. Wieder schmunzelte sie bei dem Gedanken, wie albern sich Männer bei ihren Spielen benehmen konnten. Albern, aber auch irgendwie wundervoll. Was ihr an John so gefiel war, dass er noch am selben Morgen das Ereignis ihrer Familie verkündete. Und ohne eine Ausrede. Natürlich wechselte er am nächsten Tag den Ball von links nach rechts und preschte elegant an ihr vorbei. Auf diese Weise machte er ihr klar, dass sich die Spielregeln geändert hatten. Fuscher! hatte sie gebrüllt. Nein, nein, nein! hatte er protestiert. Wir stellen nur die natürliche Balance zwischen den Geschlechtern wieder her! In dieser Nacht war es besonders zärtlich und behutsam gewesen, als er sie berührte. Detective Barron schüttelte den Kopf und musste bei der Erinnerung unwillkürlich grinsen. Als sie hinter sich die Tür aufgehen hörte, drehte sie sich um. Ein rundlicher Mann in hellbrauner Double-Nit-Hose und weißem Leinenhemd betrat den Raum. Er streckte ihr die Hand entgegen und sagte, »Hallo, Detective! Wie kann ich Ihnen helfen?« Wenn auch in einem Ton, der deutlich machte, dass er sich lieber eine Krankheit einfangen wollte, als seinen Finger für sie zu rühren. Er vergrub sich augenblicklich in den Papierstapeln auf seinem Tisch, als wollte er deutlich machen, dass ihre Anwesenheit nur einen Bruchteil seiner Aufmerksamkeit erforderte. Alle Kripo-Beamten gehen Gefängnispersonal lieber aus dem Weg, dachte sie, weil sie sich immer so benehmen. Sie sind nur auf Logistik und Kontrolle bedacht, wer wohin kommt und welches Bett ihm zugewiesen wird. Schuld oder Unschuld interessiert sie herzlich wenig. Sie nahm ihm gegenüber Platz. »Schadech Rosbadech.« »Der gehört zu meinen Klienten.« »Wieder ein Euphemismus,« dachte Detective Barron. »Ich würde ihn gern zu etwas befragen, wenn ich darf.« »Geht es um ein ähnliches Delikt wie diejenigen, die er gestanden hat?« »Ja.« »Oder ist jetzt ein offizielles Ersuchen?« »Nein, eigentlich nicht.« »Nicht? Aber selbst dann würde ich ihm vermutlich raten, sich einen Rechtsbeistand zu nehmen, bevor er mit ihnen spricht.« »Auf welcher Seite stehst du eigentlich?« fragte sich Detective Barron wütend. Doch sie verkniff sich eine Bemerkung. »Mr. González, es geht um ein zwangloses Gespräch, kein Verhör. Ich glaube, Mr. Rosbadech wird mit einem Verbrechen in Verbindung gebracht, das er nicht begangen hat. Und ich denke, ich kann die Sache schnell aufklären. Natürlich hat er das Recht auf einen Anwalt. Wenn nötig, werde ich ihm seine Rechte verlesen.« Sie sah ihr Gegenüber eindringlich an. »Aber Sie haben ganz sicher nicht das Recht, ihm irgendwelche Auskünfte zu erteilen. Und schon gar nicht irgendwelche Ratschläge. Wenn Sie allerdings wünschen, dass ich mit Ihrem Vorgesetzten spreche...« »Nein, selbstverständlich, das wird nicht nötig sein.« Er wühlte hastig in seinen Papieren. »Und?« »Nun, Mr. Rosbadech hat gerade Hofgang. Danach ist bis zum Abendessen Ruhezeit. Da können Sie mit ihm reden, falls er das möchte. Er hat natürlich das Recht, ein Gespräch zu verweigern. Aber Sie werden sicher dafür sorgen, dass er von diesem Recht keinen Gebrauch macht.« »Nun, ich kann natürlich nicht.« »Und ob Sie das können?« »Ich bin nicht dreieinhalb Stunden hierher gefahren, um mir von einem rechtskräftig verurteilten Mörder sagen zu lassen, »Nein, danke, heute passt's mir gerade nicht. Schnappen Sie ihn sich und bringen Sie ihn in einen Raum, in dem ich ungestört mit ihm reden kann. Falls er einfach nur da sitzen und schweigen will, nun gut, das ist eine Sache zwischen ihm und mir. Und nicht Ihnen.« »Einen Raum kann ich Ihnen besorgen, aber...« »Aber was?« »Nun, wir sind gerade mit unserer Einstufung durch und er soll Ende dieser Woche überstellt werden.« »Ja? Und?« »Nun, er kommt in die psychiatrische Anstalt in Gainswere. Wir glauben, dass er unter den gewöhnlichen Insassen nicht sicher wäre.« »Sie glauben, dass er nicht sicher wäre?« »Nun ja, er hat Kompensationsstörungen.« »Und Sie meinen im Ernst, Sie müssten ihn schützen?« »Zu diesem Schluss ist der Bewertungs- und Einstufungsausschuss gekommen.« »Sie schicken ihn also in einen Countryclub?« »Es ist ein Hochsicherheitstrakt.« »Klar doch!« »Na jedenfalls, da soll er hin.« »Ich fasse es nicht.« »Detective, wenn wir ihn ins Staatsgefängnis schicken, bringt ihn jemand um.« »Er ist«, mir fällt kein anderes Wort ein, »widerwärtig und praktisch psychotisch.« »Die anderen Männer kommen mit seinem religiösen Gefasel nicht zurecht.« »Under seinem arroganten Gehabe.« »Selbst ohne diese...« »Eigentümlichkeiten haben, ist vergewaltiger im Allgemeinen nicht leicht.« »Was soll ich sagen?« Detective Barron ließ die Nachricht langsam wirken. Sie bekam einen trockenen Mund und ihr drehte sich der Magen um. Sie schüttelte den Kopf. »Sorgen Sie einfach nur für ein Vernehmungszimmer.« Als Shadeh Rosbader das kleine Büro betrat, huschten seine Blicke wild hin und her. Als wollte er sich Zuschnitt und Ausstattung des Zimmers ins Gedächtnis bringen. Als er mit seiner Einschätzung fertig war, richtete er den Blick auf Detective Barron, die geduldig an dem kleinen Tisch in der Mitte saß. Dieser Tisch sowie zwei Stühle bildeten das einzige Mobiliar. Rosbader starrte sie an, machte plötzlich einen Schritt nach vorn, zögerte und trat wieder zurück, während ihm zuerst Wut, dann Furcht ins Gesicht geschrieben stand. Am Ende fügte er sich in die Situation. Er blieb stehen und wartete auf eine Reaktion der Polizistin. Detective Barron winkte ihn heran und deutete auf den Stuhl ihr gegenüber. »Er hat zugenommen,« dachte sie, »und ist nicht mehr so drahtig und kräftig.« »Der starke, haltige Gefängnisfraß,« vermutete sie. Rosbader setzte sich, wandte sich unruhig auf seinem Stuhl und kam schließlich auf der Kante zur Ruhe. Ein wenig vorgebeugt sah er Detective Barron misstrauisch an. Sie erwiderte seinen Blick und hielt ihm stand, bis er wegsah. »Zunächst einmal möchte ich Ihnen Ihre Rechte verlesen,« begann sie. »Sie haben das Recht zu schweigen, das Recht einen Anwalt.« Er unterbrach sie. »Die sind mir bestens vertraut. Habe ich oft genug gehört. Sagen Sie mir lieber, warum Sie gekommen sind, um mit Schadech Rosbader zu sprechen. Wieso haben Sie ihn in seiner Ruhe gestört?« »Sie wissen, warum.« Er lachte. »Nein, das müssen Sie mir schon sagen.« »Susan Lewis, meine Nichte, ich kann mich an den Namen entsinnen, aber nur undeutlich, wie in einem Traum. Helfen Sie mir, damit ich mich besser erinnern kann.« »September.« »Der Studententreff der University of Miami.« »Ich kann Ihnen nicht folgen.« Er lachte wieder und fuhr dann fort. »Wieso sollte ich mich an diese Person erinnern?« Er kicherte wie ein Mädchen. »Welchen Grund hätte ich, mich an diese Person zu erinnern? Ist sie jemand Besonderes, Bemerkenswertes, vielleicht jemand Wichtiges? Ich glaube nicht. Folglich gibt es keinen Grund, weshalb Schadech Rosbader sich an diese Person erinnern sollte.« Rosbader lehnte sich entspannt in seinem Stuhl zurück, verschränkte die Arme über der Brust und grinste selbstzufrieden. Detective Baron atmete tief durch und sah ihn mit einem durchbohrenden Blick an. Sie wartete einen Moment. Dann sagte sie in leisem, modulationslosem, unfreundlichem Ton. »Weil ich Ihnen hier und jetzt eigenhändig das Gesicht herunterreiße, falls Sie sich nicht augenblicklich erinnern.« Rosbader verspannte sich auf seinem Stuhl und wirkte eingeschüchtert. »Das können Sie nicht machen.« »Ich würde es an Ihrer Stelle nicht drauf ankommen lassen.« Er neigte sich vor, hob den Arm und zeigte Detective Baron den gespannten Bizeps. »Glauben Sie wirklich, dass Sie dafür stark genug sind?« Sie beugte sich ebenfalls vor. »Was meinen Sie?« Sie folgte seinem Blick, der zu ergründen versuchte, wie ernst sie es meinte. Sie kniff die Augen zu schlitzen zusammen und starrte ihn mit eiserner Miene an. Rosbader begann plötzlich zu schluchzen und legte die Hände vors Gesicht. »Ich habe Albträume,« wimmerte er. »Das will ich verdammt noch mal hoffen,« erwiderte Detective Baron. »Ich sehe Gesichter, Menschen, aber ich kann mich nicht an ihre Namen erinnern.« »Ich weiß, wer diese Leute sind.« Tränen flossen seine Wangen herab und erwischte sie weg. »Gott ist nicht mehr mit mir. Jetzt nicht mehr. Ich fühle mich verlassen.« Vielleicht war er nicht glücklich über das, was Sie getan haben. Verdammt noch mal. »Nein, er hat es mir befohlen.« Sie haben ihn missverstanden. Rosbader schwieg. Er zog ein zerknülltes Taschentuch aus der Hose und schnäuzte sich dreimal fest. »Das«, gab er in vollkommen verzweifeltem Ton zu, »ist nicht auszuschließen.« Er wischte sich energisch die Nase. »Trotzdem«, fuhr er fort, »ich werde ihm weiter nacheifern. Ich werde seine Botschaften beherzigen und den wahren Pfad finden. Dann wird er mich im Paradies an seinem Brust nehmen, und ich werde in alle Ewigkeit dort wandeln.« »Großartig! Ich gratuliere!« Ihr Sarkasmus entging ihm. »Danke«, sagte er. Detective Barron griff in ihre Tasche am Boden und zog ein einfaches Schülerlineal hervor. »Strecken Sie Ihre Hand aus«, wies sie ihn an. »Spreizen Sie die Finger«. Rosbader gehorchte. Sie hielt das Lineal an seiner Hand. Der Abstand zwischen Daumen und Zeigefinger betrug vierzeheneinhalb Zentimeter. »Verdammt«, dachte sie, »die Male könnten von ihm stammen.« »Meine Hände strecken sich Gott entgegen«, beteuerte er. »Lassen Sie es mich wissen, wenn Sie ihn zu fassen kriegen.« Wieder sah sich Rosbader im Zimmer um. Dann schob er seinen Stuhl zurück und stand auf. Er lief zur Wand und drückte den Rücken fest dagegen. Dann schritt er den Raum bis zur gegenüberliegenden Wand ab und zählte dabei bis 21. Wie bei einer Militärparade machte er kehrt und begab sich wieder auf seinen Platz. »21 Schritte«, sagte er und schüttelte ungläubig den Kopf. »21 volle Schritte«. Er sprang auf und machte einen Satz zu der Wand gegenüber von Detective Barron. Dann schritt er die Distanz in dieser Richtung ab und sah nicht einmal auf, als er an der Kripobeamtin vorbeikam. »19«, erneut kehrte er auf seinen Platz zurück. »Meine Zelle misst nur neunmal acht Schritt. Ich fühle mich manchmal, als hätten sie mein Herz in einen Käfig gezwängt.« Er legte den Kopf in die Hände und schluchzte. »Sie lassen mich nicht mit den anderen Männern in den Hof«, wimmerte er. »Sie fürchten um meine Sicherheit. Sie glauben, dass ich getötet werde. Ich kann nachts nicht schlafen. Ich kann nichts essen. Ich fürchte, mein Essen schmeckt nach Gift. Sie haben mir etwas ins Wasser getan, sodass ich benommen werde, und dann werden sie kommen und mich töten. Ich muss auf Schritt und Tritt gegen sie ankämpfen.« »Die Mädchen?« »Die sind die Schlimmsten. Sie kommen in meinen Träumen und helfen diesen Männern, die mich umbringen wollen.« »Wer sind diese Mädchen?« »Ich weiß nicht.« »Das könnte Ihnen so passen. Denken Sie nach. Verdammt, ich will antworten.« Dorspadech rümpfte in gespieltem Snobismus die Nase. »Es sind meine Träume. Ich muss Ihnen nicht davon erzählen.« Detective Barron starrte den kleinen Mann unerbittlich an. Doch innerlich seufzte sie. Zwecklos, dachte sie. Seine Gedanken gehen in alle Richtungen, nur nicht dahin, wo ich sie haben will. Sie griff in ihre Tasche und zog ein einfaches Jahrbuchfoto ihrer Nichte heraus. »Erscheint die Ihnen auch im Traum?« Dorspadech betrachtete das Bild. Er schnappte es sich vom Tisch und hielt es sich dicht ans Gesicht, dann wieder auf armes Länge. »Die nicht so direkt. Wie meinen Sie das?« »Sie erscheint mir im Traum, aber sie sieht nur den anderen zu. Sie weint allein. Die anderen sind meine Peiniger.« In einer konspirativen Geste beugte er sich vor und erklärte leise, »Manchmal lachen sie mich aus, aber ich lebe noch. Und wer zuletzt lacht, lacht am besten.« Detective Barron nahm das Bild und hielt es Dorspadech direkt vor die Augen. Mit erhobener Stimme in forderndem, angsteinflößendem Ton legte sie alles Gewicht in eine einzelne Frage hinein. »Haben Sie diese junge Frau getötet?« Es herrschte Schweigen. »Haben Sie sie vom Parkplatz vor dem Studententreff der University of Miami entführt?« Wieder schweigen. »Haben Sie sie auf den Kopf geschlagen, sie in den Matheson Hammock Park geschafft und dort sterben lassen?« Er erwiderte nichts. Detective Barron ließ das Foto sinken und starrte Dorspadech an. Sie merkte, wie der Hass sich allmählich verflüchtigte und ein leeres Gefühl hinterließ. Seine Augen waren erneut feucht geworden, während er sich vor ihren zornigen Fragen geduckt hatte. Sie empfand kein Mitleid, nichts. Nur das Bedürfnis, dieses Vakuum zu füllen. »Sagen Sie es mir,« flüsterte sie. Für einen Moment legte er wieder das Gesicht in die Hände. Dann sah er sie an. »Ich kann es nicht sagen,« schluchzte er. »Ich kann es nicht sagen.« Er holte tief Luft und wand sich auf seinem Stuhl, als bezöge er Prügel. »Irgendwie erinnere ich mich schon. Es klingt so, als könnte ich es gewesen sein. Ich erinnere mich an den Studententreff mit all dem Dreck, dem Tanz, Alkohol und Gelächter. Ein Ort der Sünde. Eines Tages wird Gott ihn mit einem großen Feuer reinigen. Das weiß ich. Das Mädchen,« unterbrach ihn Detective Barron. »Ich war da, mitten zwischen diesen Leibern. So viel weiß ich. Aber das andere...« Er schüttelte den Kopf. »Wozu haben Sie den Artikel aus der Zeitung ausgeschnitten?« »Ich musste es dokumentieren. Wie sollte Gott sonst wissen, dass ich seine Wünsche erfüllt habe?« »Was war der Beweis?« »Wieso brauchten Sie einen Beweis für diesen speziellen Mord?« »Das ist es ja, was mich verwirrt,«, wimmerte er. »Ich hatte meine... meine... meine Beweise von den anderen. Aber an diese Frau kann ich mich nicht erinnern.« »Was sagt sie, wenn sie im Traum erscheint?« »Sie sagt nichts. Sie steht abseits und sieht zu. Ich hasse sie nicht ganz so wie die anderen.« Er schwieg. »Ich muss schlafen. Gott gebe mir Schlaf. Können Sie mir helfen, Detective, dass ich wieder schlafen kann? Ich bin so müde. Aber trotzdem kann ich nicht schlafen. Ich darf nicht. Sie kommen und quälen mich in meinen Träumen. Sobald ich die Augen schließe, schmieden meine Feinde ihr Komplott gegen mich. Ich werde dereinst nicht auferstehen.« Er weinte leise weiter. »Das macht Ihnen Angst?«, fragte Detective Barron. Er wurde plötzlich unruhig, schoss vom Stuhl hoch und stand mit stolz geschwellter Brust und angespannten Muskeln kerzengerade vor ihr. Er klang nicht länger kläglich, sondern brüllte ihr ins Gesicht. »Angst? Nichts macht Schadech Rospa dech Angst. Ich fürchte mich vor nichts.« Er starrte Detective Barron an. Nachdem sie beide eine Weile geschwiegen hatten, antwortete sie bedächtig. Sollten sie aber. Und stand auf. Es war schon spät, als Detective Barron endlich ihre Wohnung erreichte. Sie war in verhaltenem, gleichmäßigem Tempo vom Bewertungszentrum zurückgefahren und hatte bereitwillig andere Autos vorbeirauschen lassen, während sie sich stur ans Tempolimit hielt. Sie hatte das unbehagliche Gefühl, als gehnte in ihr ein Loch, als hätten sich die Organe in ihrem Körper irgendwie leicht verschoben. Bei dem Gedanken, wie der Gerichtsmediziner darauf reagieren würde, musste sie schmunzeln. Sie hörte, wie seine hohe Stimme in einen Sopran wechselte, während er ihren Bauch aufschnitt. »Was haben wir denn da? Ihr Blinddarm hat sich verschoben. Ihre Milz ist gewandert. Ihr Magen hat sich selbstständig gemacht. Ihr Herz hat das Weite gesucht.« Detective Barron lachte laut. »So weit hergeholt ist es eigentlich nicht«, dachte sie. Sie erinnerte sich an einen Besuch zwei Jahre nach John Barrons Tod, ein schmächtiger Mann, der ein wenig stotterte. Er hatte Johns Einheit angehört und ihr gegenüber in einem Restaurant gesessen, um ihr von ihrem Mann zu erzählen. »Er sei sehr tapfer gewesen«, berichtete der Mann. Einmal hatte er sich von den anderen, die ihn festhalten wollten, losgerissen, um den Speer zurückzubringen. »So machten sie es immer, der Vietcong«, sagte der Mann. »Erst mal den Speer erschießen. Als nächstes den Sanitäter, weil der immer springt. Dann die Männer abknallen, die dem Sanitäter etwas schuldig sind. Also alle.« »John war der Beste von uns«, meinte der Mann. Sie hatte genickt und nichts gesagt. Das war etwas, das sie bereits gewusst hatte, ohne dass es ihr jemand sagen musste. »Ich wollte nur, dass Sie das erfahren«, erklärte der Mann. Er stand auf. »Danke«, sagte sie, »mehr seinet als ihretwegen.« »Es hilft«, sie hatte bewusst gelogen. »Das hatte ich gehofft«, erwiderte der Mann. Er zögerte. »Ich war der Speer«, sie nickte. »Dachte ich mir auch.« Sie hatten sich schweigend angesehen. Schließlich hatte sie gefragt, »und was haben Sie jetzt vor?« Er lächelte. »Erst mal zurück ins Lazarett. Mir weiter an den alten Eingeweiden herumschneiden lassen. Das ist das Problem, wenn man verwundet wird. Die Kugeln reißen verdammt viel kaputt. Die Militärärzte sind große Klasse im Improvisieren. Sie sind wie der Kerl, den jeder von der Highschool kennt. Der Kerl, der an jedem Motor herumbasteln konnte. Hier ein bisschen rumfummeln, dort ein bisschen adjustieren, bis das Ding wieder anständig läuft. Genau das machen Sie mit mir. Sie haben einen Darm vor sich, der nach Norden zeigt, während der übrige Verdauungstrakt Richtung Süden weist. Aber Sie brauchen nicht lange. Und schon stimmt die Landkarte wieder. Und danach? Er hatte die Achseln gezuckt. Immer wieder sah Detective Barron, wie der junge Mann angesichts der Wirklichkeit die Schultern hängen ließ. Immer wenn sie an den Krieg dachte, kam ihr dieser junge Verwundete in den Sinn, der auf die Frage nach seiner Zukunft nur die Achseln zuckte. Sie fragte sich zuweilen, ob es bei John ähnlich gewesen wäre. Er hatte keine Enttäuschung, Zurückweisung oder Pech kennengelernt. Er war nie gefeuert oder abgelehnt worden. Hatte sich nie anhören müssen, er solle sich zum Teufel scheren. Er kannte keinen Verlust. Anders als sie. Detective Barron warf Block und Aktentasche auf den kleinen Schreibtisch, streifte die Schuhe ab und ging in die Küche. Sie holte etwas grünen Salat, Käse und Obst aus dem Kühlschrank. Kaninchenfutter, dachte sie. Sie machte sich einen Teller zurecht und stellte ihn auf den Tisch. Dann ging sie ins Schlafzimmer und schlüpfte aus dem Rock. Sie wusch sich Gesicht und Hände, tappte barfuß und halbnackt wieder hinüber. Während sie aß, versuchte sie nicht, an Rosbader zu denken und die Verzweiflung im Zaum zu halten. Ihre Mahlzeit schmeckte nach nichts. Er hätte direkt sein können, dachte sie wütend. Träume, verdammt. Er sieht sie im Traum, aber sie quält ihn nicht. Was zum Teufel soll das heißen? Dass er sie nicht umgebracht hat? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Sie lächelte traurig und stellte sich vor, wie sie zu Detective Perry ging und verkündete. Tolle Neuigkeiten, der Mist Karl träumt. Damit wäre eindeutig bewiesen, dass er Susan nicht umgebracht hat. Sie schüttelte den Kopf. Was für ein hoffnungsloses Schlamassel. Sie aß den Salat auf und schob den Teller weg. Na schön, sagte sie sich. Genug. Genug. Hör auf, deine Zeit mit dem Araber zu verplempern. Sieh zu, dass du einen klaren Kopf bekommst und fang von vorne an. Sie stand auf und trug ihr Geschirr zur Spüle. Sie wusch es gründlich ab und biss die Zähne zusammen, als sie in das brühend heiße Wasser griff. Sie räumte kurz auf und ging ins Wohnzimmer. Zum hunderttausendsten Mal starrte sie die Papierstapel auf ihrem Schreibtisch an. Vielleicht auch zum millionsten oder trillionsten Mal. Die Lösung steckt irgendwo da drin, dachte sie. Irgendetwas muss da sein. Morgen früh, befahl sie sich laut. Gehst du zum Morddezernat und suchst nach vergleichbaren Fällen. Dann überprüfst du das Vorstrafenregister bekannter Sexualverbrecher. Dann gehst du noch mal zur Uni und findest heraus, ob Susan irgendwelche Feinde hatte. Gib den Modus Operandi beim National Crime Information Center ein. Vielleicht auch beim FBI. Überprüfe, ob es nach der Festnahme des Arabas ähnliche Delikte gegeben hat. An diesem Punkt hielt sie inne. Sie sah aus dem Fenster. Irgendwo da draußen, sagte sie. Sie lächelte. Du hast dir doch wohl nicht eingebildet, dass es leicht wird. Du hast doch wohl nicht wirklich gehofft, du könntest beweisen, dass es nicht der Araber war und dafür sorgen, dass die Ermittlungen offiziell wieder aufgenommen werden. Du bist nach wie vor ganz auf dich gestellt und das ist gar nicht mal so schlecht. Nein, ganz und gar nicht. Sie betrachtete das Bild von Susan im Regal. Keine Sorge, dachte sie. Ich schaff das. Ich schaff das schon. Dabei kamen ihr augenblicklich die Tränen hoch. Sie wandte sich ab und starrte wieder in die schwarze, tropische Nacht. Der Himmel war von Sternen überseht. Einer dieser Punkte leuchtete strahlend hell. Dann schoss er durchs All und verschwand. Verdammt, murmelte sie und merkte, wie ihr die Tränen die Wangen herunterliefen. Doch sie wandte sich nicht ab. Nachdem sie fünf Minuten einfach so stehen geblieben war, drehte sie sich endlich um. Sieh zu, dass du einen klaren Kopf bekommst, mahnte sie sich noch einmal. Sie ging zum Fernseher und schaltete ihn an. Sie war erstaunt, als sie zwei lokale Sportreporter angeregt vor laufender Kamera diskutieren sah, während sie im Hintergrund die Orange Bowl im Stadtzentrum von Miami erkannte. Also, da haben die Dolphins einen ziemlich aufregenden Start in die Vorsaison hingelegt, sagte einer der Moderatoren. Wir gehen gleich ins letzte Viertel des ersten Freundschaftsspiels in diesem Jahr mit einem Spielstand von 24 zu 20 Punkten gegen die Saints. Sie hatte den Beginn der Football-Vorsaison verpasst. Sieht ihr gar nicht ähnlich, meinte sie vorwurfsvoll. Sieht ihr ganz und gar nicht ähnlich. Sie nahm ihr Weinglas und machte es sich vor dem Fernseher gemütlich. Die ideale Gehirnwäsche, fand sie. Kommt schon, Finns! Sie verfolgte den Spielverlauf mit unverhohlenem Vergnügen und ließ sich, allein in ihrem bequemen Sessel, von der Spannung gefangen nehmen, die ihre düsteren Gedanken vertrieb und die Tränen trocknete. Der Beginn einer neuen Saison, dachte sie. Für sie und für mich. Etwa nach der Hälfte des vierten Viertels erzielten die Saints ein Feldtor und gingen mit drei Punkten in Führung. Eine Minute später ließ ein Neuling, der für die Dolphins spielte, den Ball auf seiner eigenen 30-Yard-Linie fallen, was den Saints ein weiteres Feldtor einbrachte, sodass sie gegen Ende des Spiels mit sechs Punkten führten. In der hektischen Schlussphase fingen sich die Dolphins jedoch. Fast sekündlich holten sie Yards an Gelände auf, bis sie knapp eine Minute vor dem Schlusspfiff die Ein-Yard-Linie der Saints erreicht hatten. Beim Fourth Down war der Spielausgang in der Schwebe. Kommt schon, verdammt, haut den Ball rein! Sie schlug sich mit der Faust in die offene Hand. Na, macht schon! Gespannt sah sie zu, wie der Quarterback an die Linie trat. Rüber damit, verdammt, hau ihn rüber! Beide Teams verkeilten sich und warteten auf die Explosion in der Mitte. Kraft gegen Kraft. Ganz und gar nach ihrem Geschmack. Nun knallt ihn schon rein! brüllte sie. Plötzlich liefen die beiden Linien zusammen und Detective Barron sah, wie sich der Quarterback um die eigene Achse drehte und den Ballern ein Halfback weitergab, der in die Mitte stürmte. Es gab einen gewaltigen Zusammenstoß und der Lärmpegel in den Zuschauerreihen schwoll in gespannte Erwartung an. Als im nächsten Moment alle auf die Beine sprangen und einen gewaltigen Schrei losließen, schien das Stadion zu beben. Detective Barron war wie die Menschen auf der Tribüne auf den Füßen und ließ einen laut, halb Angst, halb Jubelschrei los, da sie wie die Zeugen vor Ort gesehen hatte, dass der Quarterback den Ball nicht wirklich abgegeben, sondern den Wechsel nur vorgetäuscht hatte, um in der nächsten Sekunde allein mit aller Macht und ohne Deckung auf die Ecke der Endzone zuzurasen. Gleichzeitig steuerte der Outside-Linebacker der Saints, ein wuchtiger, aggressiver Mann, im scharfen Winkel auf den Quarterback zu, sodass sie sich kurz vor der Torlinie in der Ecke des Spielfelds treffen mussten. »Lauf, lauf, lauf!« brüllte Detective Barron und stimmte in den Lärm ein, der aus dem Fernseher dröhnte. »Zieh den Kopf ein!« Und genau das tat der Quarterback. Exakt in dem Moment, in dem er sich über die Torlinie stürzte, wurde er vom Linebacker gerammt. Beide Männer flogen in die Luft und rollten mit ganzer Wucht in eine Scharfotografen, die sich für den idealen Schnappschuss nahe der Torlinie versammelt hatten. Wie aufgescheuchte Gänse stoben die Kameraleute auseinander, um den heranfliegenden Körpern auszuweichen. Die Menge tobte, denn der Schiedsrichter hatte als Zeichen für einen Touchdown die Hände hochgerissen und Detective Barron lehnte sich, ohne zu denken, einfach zurück und genoss den Siegestaumel. Die Moderatoren plapperten aufgeregt drauf los. »War das ein Zusammenprall an der Torlinie, was, Bob? Also ich muss schon sagen, das war ein beherzter Zug von diesem neuen Quarterback und eine harte Lektion über das Leben in der Nationalliga. Das war echtes Profiniveau. Ich hoffe, den Fotografen ist nichts passiert. »Na ja, ich fürchte, dieser Linebacker der Sands hat ein paar von denen auf dem Gewissen.« Beide Männer lachten und schwiegen einen Moment. »Wissen Sie was? Schalten wir doch mal zu Chuck aufs Spielfeld hinunter. Er steht gerade mit einigen Journalisten zusammen. Die haben eine richtig gute Nahansicht vom Touchdown bekommen, oder, Chuck?« »Kann man wohl sagen, Ted. Ich stehe hier mit Pete Cross und Tim Chapman vom hiesigen Herald und Kathy Willans von der Associated Press zusammen. Erzählen Sie uns doch mal, was Sie gesehen haben.« »Na ja,« begann einer der Fotografen, ein Mann mit hellbraunem Haar und Bart. »Wir standen alle in Reihe und Glied, um die beste Sicht auf den Schuss über die Linie zu kriegen, wissen Sie? Und auf einmal sehen wir...« Die junge Frau unterbrach ihn. »Sehen wir, wie diese beiden feuerspeienden Berserker auf uns zufliegen und...« »Ich musste Kathy packen,« erzählte der andere, ein Mann mit gekräuseltem Haar und mächtigem Brustkorb. »Sie fotografierte gerade mit dem Motordrive und ich dachte, die reißen Sie um. Kann an den Seitenlinien ganz schön gefährlich werden, was?«, fragte der Moderator. »Nicht schlimmer als eine Berichterstattung über einen durchschnittlichen Krieg oder eine Revolution,«, witzelte die junge Frau. Die Fernsehkamera hielt schließlich die drei Fotografen in Nahaufnahme fest. Detective Barron hörte halb zu und überlegte, ob sie einem von ihnen schon mal bei einer ihrer Ermittlungen begegnet war. Im nächsten Moment saß sie kerzengerade. Sie fiel vor dem Fernseher auf die Knie. »Oh Gott. Oh mein Gott.« »Soweit unsere Berichterstattung von den Seitenlinien. Und damit gebe ich zurück an Ted,« sagte der Moderator. »Halt!«, brüllte Detective Barron. »Warte!« Sie krallte sich seitlich an das Gerät. »Nein, halt! Ich muss es sehen!« Die Berichterstatter redeten weiter und die Mannschaften stellten sich für den Extrapunkt auf. Detective Barron hörte nicht, wie die Menge jubelte, als der Ball durch die Pfosten sauste. Sie schüttelte den Apparat und weinte. »Nein, nein, nein! Nochmal zurück, bitte!« Dann sagte sie nach hinten und dachte darüber nach, was sie gesehen hatte. Drei Fotografen, die vor einer Kamera standen. Eine leichte Brise, eben genug, um ihnen das Haar zu zerzausen. Und genug, dass ihnen ihre Presseausweise um den Hals flatterten. Ein breites, dickes, gelbes Papierschildchen, auf dem offizieller Presseplatzausweis eingestanzt war. In Panik hastete Detective Barron zu ihrem Schreibtisch. Verzweifelt wühlte sie in den Dokumenten, griff sich die Akten mit den Indizien, bis sie die Liste mit den Gegenständen hervorzog, die von der Spurensuche am Fundort ihrer Nichte sichergestellt worden waren. Es waren dreiunddreißig, doch sie interessierte sich nur für den Letzten. Etikettende, Farbe gelb, Herkunft unbekannt, unter der Leiche. »Ja«, sagte sie. Sie atmete tief ein. »Ja«, wiederholte sie laut. »Ich glaube, ja.« Am nächsten Morgen begab sie sich zu den schmuddeligen Räumlichkeiten, in denen die Asservatenkammer im Zentrum von Miami untergebracht war. Der Mitarbeiter zeigte keine Lust, die verstaubten Schachteln in dem höhlenartigen Raum einzeln durchzugehen. Der gereizte, unfreundliche Mann hatte in dem Moment, in dem Detective Barron zur Tür hereinkam, eine finstere Mine aufgesetzt und zunächst eine gerichtliche Anordnung und dann ein Schreiben ihres Vorgesetzten verlangt. Schließlich begnügte er sich mit einer handschriftlichen Versicherung von Detective Barron, die auf die Norgeleien des Mannes mit ausgesuchter, lächelnder Freundlichkeit reagierte. Der Angestellte war ein breitgebauter Mann, dessen Hals in Muskelpaketen verschwand, was darauf schließen ließ, dass er seine Freizeit ächzend in einem Fitnessraum verbrachte. Er hatte die Hemdsärmel so weit hochgekrempelt, dass zwei reich verzierte Drachentattoos zum Vorschein kamen, und jedes Mal, wenn er den hinters Ohr geklemmten Bleistift hervorholte, glaubte sie, der Mann würde den dünnen Stift mit der schieren Kraft seiner plumpen Finger zerbrechen. Sie folgte ihm und bemühte sich, keine vorschnellen Schlüsse zu ziehen, obwohl sie heftiges Herzklopfen hatte und schwitzte. Es dauerte fast eine Stunde, bis die richtigen Pappkartons gefunden waren. Abgeschlossene Fälle bedeuten scheißversiegelte Schachteln. Ich bin dazu nicht verpflichtet, wissen Sie? Ich weiß, ich weiß, Officer, ich weiß, das ist ein wirklich großer Gefallen, und ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr ich Ihre Hilfe zu schätzen weiß. Trotzdem, ich will nur, dass Sie verstehen, dass ich das nicht machen muss. Ich verstehe, beteuerte sie. Sämtliche Kartons waren durchnummeriert. Die jeweils erste Ziffer stand für das Jahr, in dem ein Verbrechen begangen worden war. Es folgte die Fallnummer des jeweils ermittelnden Dezernats. Einbruchsdelikte, Körperverletzung, Vergewaltigungen und Morde bildeten eine bunte Mischung, mit dem einzigen Unterscheidungsmerkmal, ob ein Fall abgeschlossen war oder nicht. Sie ließ den Blick über die Regale schweifen und hatte das Gefühl, dass sie eine Tragödie entgegenblicken musste, sobald sie den Deckel irgendeiner Schachtel öffnete. Du liebe Güte, ich wusste es. Natürlich, ganz oben. Ich gehe und hole die verfluchte Leiter. Sie wartete reglos, während er den Karton runterholte. Und jetzt müssen Sie das hier gegenzeichnen, wenn Sie das Ding aufmachen wollen. Er hielt ihr ein vorgedrucktes Formular hin, das sie blind unterschrieb. Er warf einen prüfenden Blick darauf und hob den Kopf. Ich muss eigentlich zusehen, selbst bei den verdammten abgeschlossenen Fällen. Nein, aber scheiß drauf. Sie brauchen was aus dem Ding. Na los, schnappen Sie es sich. Damit stapfte der Mann davon, ohne etwas von seiner Angriffslust eingebüßt zu haben. Und Detective Barron hatte immer noch keine Ahnung, woher seine Frustration rührte. Sie starrte auf die Beweismittelbox. Auf dem Deckel klebte ein Blatt mit einer Liste des Inhalts sowie der Auskunft, dass Shadeh Rosbadeh sich schuldig bekannt hatte und zu lebenslänglicher Haft verurteilt worden war. Am oberen Rand befand sich ein Stempel mit dem Vermark »Abgeschlossener Fall«. »Die werden ja sehen«, dachte sie. Sie zog ihr Taschenmesser heraus und schnitt das Klebeband auf, mit dem der Karton verschlossen war. Behutsam, als ginge es darum, den Staub, der sich dort angesammelt hatte, nicht unnötig aufzuwirbeln, öffnete sie den Deckel. Sie unterdrückte die Erregung, indem sie sich immer wieder ins Gedächtnis rief. »Das ist nur der erste Schritt.« Sie fasste hinein und holte das gelbe Schildchen heraus. Es steckte in einer Plastikhülle. Als sie es in die Handtasche steckte, bemerkte sie die Reste des Pulvers von der Untersuchung auf Fingerabdrücke. »Sie haben nach jedem Strohhalm gegriffen«, dachte sie. »Nur selten gelingt es, von Papier Abdrücke zu nehmen.« Sie warf noch einmal einen Blick in die Schachtel und überlegte, ob sie noch etwas anderes mitgehen lassen sollte, schüttelte dann aber den Kopf und schloss den Karton. Sie schwebte an dem bärbeißigen Beamten vorbei. »Danke für Ihre Hilfe. Falls ich noch etwas brauche, komme ich wieder.« »Sicher«, sagte er in einem Ton, der das Gegenteil signalisierte. Als sie aus der Asservatenkammer trat, war es später Vormittag. Sie zügelte ihre Fantasie und gestattete sich nicht, die Informationen auszuwerten. Ein Schritt nach dem anderen schärfte sie sich ein. Ein Moment lang hatte sie das Gefühl zu siegen. Sie dachte nicht an ihre Nichte, verband den verstaubten Karton oder auch das gelbe Stück Papier in der Plastikhülle nicht mit Zusen und mit ihrer Erinnerung an den Leichenfundort. Stattdessen richtete sie den Blick auf die ferne Schnellstraße. Die Sonne glitzerte im Metall der Chassis, als ruhte auf jedem einzelnen Wagen ein besonderer Segen. Das stetige Fließen des Verkehrs versetzte sie fast in eine Art Trance. Sie hob den Kopf und erspähte eine einsame Amsel, die aussichtslos gegen die morgendliche Brise anflatterte. Sie bewunderte die Entschlossenheit des Vogels im ungetrübten Blau des tropischen Himmels. Er gab ein heiseres Krächzen von sich, streckte sein Schnabel in den Wind und bahnte sich langsam, aber sicher seinen Weg. Detective Barron lächelte und lief zielstrebig zu ihrem Wagen, um sich in die Blechlawine Richtung Stadtmitte einzureihen. In der Geschäftsstelle der Miami Dolphins am Biscayne Boulevard ließ man Detective Barron warten. »Sie können von Glück sagen, dass Mr. Stark Zeit für Sie hat«, meinte die Empfangsdame. Eine junge Frau mit dem Mindestmaß an Attraktivität, über das jede Sekretärin verfügen muss. Ein unbeschwertes Lächeln, eine angenehme Stimme und ein leicht schelmischer Blick. »Wieso? Haben Sie denn nicht die Zeitung gelesen?« fragte die junge Frau. »Heute Morgen noch nicht.« »Ach so, dann wissen Sie noch nichts von dem neuen Vertrag?« Als Detective Barron den Kopf schüttelte, hörte sie aus einem der anderen Büros schallendes Gelächter. »Das ist die Pressekonferenz«, erklärte die Sekretärin. »Kann ich mal reinschauen?« fragte Detective Barron. Die junge Frau zögerte. Sie sah sich um. Außer ihnen beiden war niemand zu sehen. »Sind Sie ein Fan?« Detective Barron lächelte. »Verpasse kein einziges Spiel.« Die Frau grinste. »Dann kommen Sie mit. Wir linsen einfach zur Hintertür hinein.« Detective Barron folgte der jungen Frau, die behutsam eine Tür öffnete und sie durch den Spalt hereinschlüpfen ließ. Die Szene war Detective Barron augenblicklich von Hunderten von Sportreportagen vertraut, die sie spätabends sah, wenn sie nicht einschlafen konnte. Die Mitte des Raums beherrschte ein halbes Dutzend Fernsehkameras auf Stativen. Dahinter stand ein Tisch auf einem Podest. Es wimmelte von Zeitungs- und Fernsehreportern, die teils auf Stühlen saßen, teils an die Wand gelehnt standen und sich Notizen machten. Unterhalb der Fernsehkameras huschten Toningenieure und Fotografen herum. Am Tisch saßen hinter einem Strauß-Mikrofon der berühmte Trainer mit dem vorstehenden Kinn, der Eigentümer sowie der große, graushaarige Quarterback. Sie lächelten alle in die Kameras. Hin und wieder schüttelten sie sich die Hände und lösten ein Blitzlichtgewitter aus. Detective Barron war wie gebannt. Sie fühlte sich wie ein Kind, das den Weihnachtsmann dabei überrascht, wie er die Geschenke unter dem Christbaum verteilt. Er ist größer als ich dachte, flüsterte sie der Sekretärin mit der Ehrfurcht eines kleinen Mädchens zu. Und sieht besser aus. Sicher, wisperte die junge Frau zurück. Und er ist auch reicher. Er kriegt über eine Million im Jahr. Die Sekretärin schwieg, bevor sie finster hinzufügte. Und dann heiratet er auch noch seinen College-Schwarm. Über den hochbeleidigten Ton und den Schmollmund, den sie dabei machte, hätte Detective Barron beinahe losgeprostet. Sie drehte sich wieder um und beobachtete die Männer auf dem Podium. Jemand hatte einen Witz gemacht und die drei lachten. Dies löste eine weitere Blitzlichtorgie aus. Wieder sirrten die Motor-Drives. In diesem Moment fuhr ihr das Geräusch wie ein Stich ins Herz. Mein Gott, dachte sie und sah sich wild um. Er könnte hier sein. Eine Sekunde lang geriet sie in Panik und griff nach ihrer Tasche, um die Pistole herauszuholen. Sie hielt inne, als sich ihre Finger bereits um den kalten Kolben legten. Aber wer? Verzweifelt irrte ihr Blick durch den Raum. Sie sah einen muskulösen, bärtigen Mann an seinem Weitwinkelobjektiv herumfuchteln. Sie starrte auf seine großen Hände und sah, wie sie sich plötzlich um den Hals ihrer Nichte legten. Sie riss sich los und konzentrierte sich auf einen stämmigen Karl mit Stirnglatzer, der zwischen den Schnappschüssen herumalberte. Es lag ein harter Zug um seinen Mundwinkel, der ihr eine Gänsehaut einjagte. Ein anderer, dünner, blonder, junger Mann, der etwas Asketisches an sich hatte, verstellte ihr für einen Moment die Sicht. Er wirkte beinahe zart, dann ängstlich. Und sie konnte sich vorstellen, wie er sich unerkannt unter die Studenten mischte und mit seinem wachen Blick den Blondschopf ihrer Nichte entdeckte. Sie kniff die Augen zu, um die Zwangsvorstellung zu verbannen. Der Geräuschpegel im Raum schwoll an und das Lachen und Witze reißen im Raum schien sie und ihr Ziel zu verspotten. Sie fühlte sich schwindelig und hatte Angst, sie müsste sich übergeben. In diesem Moment hörte sie jemanden neben sich flüstern. Detective Barron? Sie öffnete die Augen. Ein kleiner Mann in einem baumwollenden Sportjacket stand plötzlich neben ihr. Sie nickte. Mein Name ist Mike Stark. Ich bin sozusagen für diesen Zoo verantwortlich. Sie lachte und riss sich in einem gewaltigen Willensakt zusammen. Er sah noch einmal zu der Menge und den Männern im Rampenlicht zurück. Also, was meinen Sie? Sie holte Tiefluft und drängte ihren Albtraum zurück. Sie setzte ein Lächeln auf. Ich denke, eine Million im Jahr ist eine Menge Geld. Er spielt wie der Teufel. Das kann man wohl sagen. Stark überlegte einen Moment. Dann faltete er die Hände vor dem Bauch. Sie haben recht. Eine Menge Geld für einen Kerl mit zwei kaputten Knien. Ich kann nur hoffen, dass der Gott, der über Footballspielern wacht, seine Hand über ihn hält. Er verdrehte die Augen gen Himmel. Hey, du da oben. Hast du das gehört? Detective Barron grinste aufrichtig. Er gibt den Ball ja nicht mit den Knien ab, sagte sie. Für das, was wir ihm zahlen, sollte er dazu in der Lage sein, antwortete Stark. Ihr Lachen mischte sich in das allgemeine Stimmengewirr. Der kleine Mann sah sich um. Kurz gesagt, ich danke Gott auf Knien, dass wir den Karl schon jetzt eingekauft haben, zu Anfang der Saison. Nicht auszudenken, was er nach noch so einer furiosen Erfolgsserie wert gewesen wäre. Wollen Sie vielleicht in meinem Büro auf mich warten? Detective Barron nickte. Sie starrte aus dem großen Fenster und beobachtete die Motorboote, die quer durch die Bucht weiße Linien in die Wellen zogen. Die Tür ging auf und Stark trat ein. Er nahm hinter dem Schreibtisch Platz und sie setzte sich in den Sessel ihm gegenüber. Also, fragte er. Sie kramte das Schildchen aus ihrer Handtasche hervor. Einen Augenblick hielt sie es auf dem Schoß in der Hand und fragte sich, ob ihre Vorgehensweise richtig war. Dann ließ sie es kommentarlos auf die Tischplatte fallen. Sie sah, wie er verständnislos die Stirn runzelte, bevor er die Plastiktüte nahm und langsam hin und her wendete. Dann legte er sie zurück. Tut mir leid, meinte er. Ihre Nerven waren zum Zerreißen gespannt. Das Schweigen dehnte sich quälend lang. Er nahm den Beutel noch einmal in die Hand und ihr Herz pochte wild. Nun ja, vielleicht, räumte er ein. Er legte den Beutel noch einmal weg und drehte sich auf seinem Stuhl zu einem Aktenschrank um, in dem er nach etwas suchte. Wenig später hatte er einen Ordner in der Hand. Er öffnete ihn auf seinem Tisch und Detective Barron sah einen kleinen Stapel gelber Plastikausweise. Das Modell vom letzten Jahr, erklärte Stark. Dieses Jahr haben wir sie für das erste Heimspiel in Aquamarine und Orange gedruckt. Er hielt eins der Schildchen zum Abgleich neben das Exemplar in der Plastiktüte. Könnte sein, überlegte er. Konjunktiv, wohlgemerkt. Detective Barron betrachtete die beiden Papiere. Sie hatten die gleiche Breite. Die richtige Farbe, fuhr Stark fort. Er betastete den Fetzen durch die Folie. Scheint auch die richtige Starke zu haben. Auch wenn ich es nicht beschwören kann, aber durchaus möglich. Er zögerte. Dann sah er Detective Barron an. Wieso? Sie überlegte. Weshalb nicht, dachte sie. Mord, antwortete sie. Er pfiff durch die Zähne, blickte noch einmal auf die beiden Kärtchen. Wahrscheinlich musste sowas früher oder später passieren, sagte er. Wie bitte? Na ja, wir leben schließlich in Miami, habe ich recht. Das hier ist der mörderische Teil der USA, stimmt's? Irgendwann kommt in dieser Stadt wohl jeder mal mit einem Mord an Berührung, nicht wahr? Vielleicht. Also, überlegte er weiter. Das könnte definitiv ein Fetzen von einem unserer Platzausweise sein. Könnte natürlich auch alles mögliche andere sein. Ich meine, was weiß ich? Wissen Sie, wer die für Sie druckt? Sicher, das kann ich Ihnen sagen. Die Druckerei Biscayne oben in der 68. Straße. Die können Ihnen in einer Minute sagen, ob das von Ihnen stammt. Die Forensik auch, dachte sie. Und haben Sie eine Liste der Personen, an die Sie ausgegeben wurden? Klar, welches Spiel? 8. September, letztes Jahr. Die habe ich hier. Wieder drehte er sich auf dem Stuhl zu seinem Schrank um, suchte eine Weile und zog einen weiteren Ordner hervor. Sie hätte ihm den am liebsten aus der Hand gerissen, hielt sich aber zurück. Tatsächlich war das Spiel am 9. Der 8. September war der Samstag davor. Ihr kam eine Idee. Sie hatte ein raues, staubtrockenes Gefühl in der Kehle und hüstelte vor ihrer nächsten Frage. Wieder war er ein wenig schwindelig. Hat irgendjemand um zwei Ausweise gebeten? Ich meine, hat jemand angerufen und Ersatz beantragt, weil er sein Schildchen verloren hat? Stark sah sie verwundert an und nickte. Verstehe, was Sie meinen, sagte er. Er starrte auf die Akte. Die National Football League verlangt, dass wir genau darüber Buch führen, wer die Spiele fotografiert und filmt. Teils aus Sicherheitsgründen. Vor allem aber wollen sie die Kontrolle über die Fotografen haben. Über die Publicity genauer gesagt. Manchmal habe ich das Gefühl, ich arbeite für Big Brother. Er zog ein getipptes Blatt heraus. Zu dem Spiel gab es eine Menge Presse, berichtete er. Jeder wollte den Kraftprotz vor die Linse kriegen, der heute den Vertrag bekommen hat. Er war ein Neuling und keiner hatte ein Kunstwerk. Kunstwerk? Kunstwerk? So nennen sie das. Gott weiß warum. Ein gutes Bild ist ein Kunstwerk. Rembrandt würde sich im Grab umdrehen, wenn er das von einem dieser Banausen hörte. Er sah auf die Liste. Drei, sagte er. Drei von denen haben ihre Pässe verloren. Ach, Moment, Entschuldigung. Zwei Kerle und ein Mädel. Frau, meine ich. Die Kleine von der hiesigen AP, ein Kerl von der Miami News und einer, der für die Sports Illustrated fotografiert hat. Er ist bei der Agentur Black Star unter Vertrag. Normalerweise schickt Sports Illustrated ihre eigenen Jungs, aber vermutlich waren sie diesmal zu dünn besetzt. Baseball, College Football, die Profis, sie wissen schon. Er schob das Blatt über den Tisch. Genügt ihnen eine Kopie? fragte er. Ich muss das Original behalten. Sie nickte. Ihr drehte sich alles im Kopf, doch sie stellte ihre nächste Frage. Und haben die irgendwelche Gründe angegeben, weshalb sie einen neuen Ausweis brauchten? Sicher. Ah, meinte Stark. Die NFL achtet streng darauf, wer die Dinger bekommt. Die sind nicht scharf darauf, dass sich Kreti und Pleti an den Seitenlinien tummeln. Er betrachtet ein anderes Blatt. Mal sehen. Ach, da haben wir's schon. Das Mädel von der AP hatte ihren in ihrer Reisetasche. Sie ist mit Eastern geflogen und die haben die Tasche verloren. Das hat sie sich bestimmt nicht ausgedacht. Der Kerl von der News hat gesagt, sein zehn Monate altes Baby hätte seinen aufgegessen und der Kerl von Black Star hat seinen bei einer Prügelei verloren. Stark lehnte sich zurück. Wissen Sie, ich glaube, ich erinnere mich, wie er an dem Morgen reinkam, um sich den neuen zu holen. Er hatte einen üblen Striemen über dem Auge. Alle haben ihn damit aufgezogen. Er trug's mit Fassung. Detective Barron merkte, wie ihr der Magen in die Kniekehlen sackte. Ich wusste es, dachte sie. Ich wusste, dass sie mit aller Macht kämpfen würde. So leicht würde Susan es keinem machen, ihr das Leben zu nehmen. Sie nahm die Liste vom Schreibtisch und ging die Namen durch. Sie fasste sich und machte sich klar, dass sie erst sicher sein konnte, wenn sie bei der Druckerei gewesen war. Dann würde sie bei der Forensik noch einen Abgleich machen lassen, um jeden Zweifel auszuschließen. Das Ganze konnte dauern. Sachte, nichts überstürzen. Du musst jede Unsicherheit ausschließen. Allerdings zweifelte sie an ihrer Fähigkeit, sich an den eigenen Rat zu halten. Noch einmal starrte sie auf die Namensliste, doch die Buchstaben schienen sie zum Narren zu halten und tanzten auf dem Papier. Da ist er, dachte sie. Da ist er. Der Kubaner, der in der Druckerei bis Kane hinter der Theke hervorkam, um ihr zu helfen, war ein umgänglicher und respektvoller älterer Herr. Sie zog ihre Dienstmarke und stürzte den Mann ganz offensichtlich in einige Verwirrungen angesichts einer weiblichen Polizistin. Dennoch nahm er das gelbe Schildchen vorsichtig aus der Plastikhülle, um es mehrfach umzudrehen und zwischen den Fingern zu reiben. Das, sagte er mit leichtem Akzent, sieht zumindest sehr nach den Pässen aus, die wir für die Dolphins drucken, dieses Jahr allerdings in einer anderen Farbe. Könnte es sein, fing sie an, doch er unterbrach sie mit einer Handbewegung. Lässt es hier, bestätigte er. Wenn ich das hier mitnehmen darf, kann ich Ihnen vielleicht zeigen, welches Papier wir dazu eingekauft hatten. Und Sie bekommen einen perfekten Abgleich? Die Bemerkung war als Frage formuliert. Detective Barron wusste, dass sie die nötige Untersuchung ohne weiteres beim Forensischen Institut der Bezirkspolizei in Auftrag geben konnte. Sie schüttelte den Kopf. Nein, danke, ich wollte nur... Er hielt die Hand hoch. Was immer die schöne Polizistin wünscht, er lächelte mit der harmlosen Lastivität eines alten Mannes. Sie nahm die Papierprobe wieder an sich und überlegte, wann der nächste Flieger nach New York ging. Das Dröhnen der Düsenmotoren drang nicht bis in ihre Gedanken, die sich nur um eins drehten. Den Namen, der irritierend alltäglich klang und den sie gleich einem Mantra unablässig wiederholte. Wie im Schlaf nannte sie dem Taxifahrer die Adresse. Als sie vor dem riesigen Bürogebäude vorfuhr, nahm sie es kaum zur Kenntnis. Mechanisch drückte sie im Fahrstuhl die 17, zwängte sich hinter einem Dutzend Büroangestellten an die Rückwand und lauschte auf das leise Zischen des Lifts. Sie wartete ein paar Minuten in einer Lobby, während eine Empfangsdame einen Redakteur herbeiholte. Ihr Blick fiel auf eine Reihe gerahmter Fotos an der Wand, allesamt von Katastrophen oder Kriegen, und sie schlenderte hinüber. Aus Neugier, dann mit entsetzter Faszination, starrte sie auf das erste Bild. Der Name, den sie darunter sah, riss sie mit einem Schlag aus ihrem geistigen Dämmerzustand. Da, sagte sie in Gedanken, da ist er. Den Namen schwarz auf weiß vor sich zu sehen, stählte sie. Mehrere der Fotos an der Wand stammten von Douglas Jeffers, darunter ein Schnappschuss von einem Dreck- und rußverschmierten Feuerwehrmann mit niedergeschlagener Mine, hinter dem ein Häuserblock brannte. Es war Philadelphia. Als der Redakteur kam, riss sie sich los und drehte sich um. Sie suchte nach einer passenden Ausrede. Lüge, clever und ungeniert. Mach ihn nicht misstrauisch. Lenke ab. Sie wollte nicht, dass die Fotoagentur Jeffers anrief und ihm erzählte, dass eine Polizistin nach ihm suchte. Sie zögerte nur kurz, bevor ihr die ersten Sätze über die Lippen kamen. Einen Anflug von schlechtem Gewissen schüttelte sie ab und machte munter weiter. Ihr war klar, wie wichtig es war, sich zu verstellen, und sie rief sich ins Gedächtnis, dass ihre Motive ehrlich und rechtschaffen waren. Der stellvertretende Redakteur für Kriegsberichterstattung war freundlich, aber reserviert. Er ist nicht da. Ich weiß nicht, wie ich ihm helfen kann. Tut mir leid, aber ... sehen. Wie meinen Sie das? fragte der stellvertretende Redakteur, ein Mann in mittleren Jahren, der eine Fliege trug. Er hatte etwas Verhaltenlüsternis an sich. Ein leicht zerzauster Mann auf der ständigen Suche nach einem Abenteuer, der mit seinen Teddybär-Armen sicher oft genug landen konnte. Sie beschloss, ihn bei seiner Schwäche zu packen und schenkte ihm ein entwaffnendes Lächeln. Ach, nein, nicht so wichtig. Ist mir so, dass ein paar von uns, die zusammen die Bombardierung des Gebäudes von Move in Philly fotografiert haben, dieses Wiedersehen planen. Eigentlich keine große Sache. Wissen Sie, wie wir uns kennengelernt haben? Wir hockten alle in sicherem Abstand, während die Cops und die Feuerwehr sich dran machten, das Ganze in die Luft zu jagen. Der alte Duck war wie ein Rennpferd. Der konnte einfach nicht warten, musste unbedingt zum Zug kommen, egal ob ihm die Kugeln um die Ohren fliegen. Typisch stark, nicht wahr? So was Verrücktes sieht ihm ähnlich. Naja, wie gesagt, ist nicht so wichtig. Wäre einfach nur nett gewesen, ihn dabei zu haben. Jeder hört gern Kriegsgeschichten, wissen Sie? Deshalb bin ich hergekommen. Wird sicher nett werden. Naja, letztes Jahr wurde es am Ende ein bisschen ruppig. Sie zwinkerte und wurde dem Redakteur zuliebe noch ein bisschen rot. Sie hoffte, dass er ihr zu dem Ereignis in Philadelphia keine Fragen stellen würde. Sie kramte in ihrem Gedächtnis nach den wenigen Artikeln, die sie darüber gelesen hatte. Aber macht nichts, ehrlich. Tut mir wirklich leid, versicherte der Redakteur. Keine große Sache. Nur das Duck. Naja, Sie kennen ihn ja. Er ist so ein Einzelgänger. Wir hatten gehofft, ihn ein bisschen aus der Reserve zu locken, wissen Sie? Können Sie laut sagen. Fotografen sind schon eine Sorte für sich. Naja, der alte Duck ist einer der Besten. Keine Frage. Also, ob Sie es glauben oder nicht, er hat sich bei seinen Aufträgen da draußen in der finsteren Provinz eine Menge Freunde gemacht. Hab ich immer vermutet. Hier bei uns ist er wirklich ein einsamer Wolf, aber... Fuhr der Redakteur fort. Es gibt Orte, da können Sie nicht hingehen, ohne sich ein bisschen auf andere Leute einzulassen. Wenn's brenzlig wird, rückt man zusammen. Wie war... Wie war... Erwiderte Detective Barron. Für wen arbeiten Sie nochmal? Fragte er. Für den Harold. Ich hab nur ein, zwei Tage in der Stadt zu tun. Naja, meinte der Redakteur. Ich weiß nur, dass er Ferien macht und bei uns nicht hinterlassen hat, wohin er wollte. Er ist drei Wochen weg, falls Ihnen das weiterhilft. Ich kann gern eine Nachricht... Sie dachte an die Wartezeit. Unmöglich. Oder vielleicht wollen Sie es bei seinem Bruder versuchen. Duck hat nie einen Bruder erwähnt. Er ist Arzt in einer staatlichen Heilanstalt in New Jersey. In Trenton. Duck gibt ihn immer als nächsten Angehörigen an, wenn er in ein Kriegsgebiet muss. Vielleicht wenden Sie sich mal an den. Täte mir wirklich leid für ihn, wenn er eine gute Party verpassen würde. Wissen Sie was? meinte Detective Barron. Ich versuch mein Glück bei dem Bruder. Und falls das nicht klappt, hinterlasse ich bei Ihnen eine Nachricht, okay? Gerne. Junge, sagte sie in mädchenhaftem Ton. Sie haben mir echt geholfen. Wissen Sie was? Wenn alles klappt, hätten Sie da vielleicht Lust, auf einen Drink vorbeizukommen? Sicher. Gerne. Ich ruf Sie an, erwiderte sie mit einem Lächeln. Ich erreiche Sie sicherlich hier, oder? Er lächelte hoffnungsvoll. Jederzeit. Doch sie war längst mit den neuen Erkenntnissen beschäftigt und es drängte sie mit Macht nach New Jersey. Sechstes Kapitel Leichte Beute Douglas Jeffers blickte geradeaus auf den endlosen, tusche-schwarzen Highway, der unter seinen Rädern dahin flog und summte wahllos irgendwelche Melodien. Hinter ihm zog am Horizont der Morgen herauf. Langsam drang das erste Licht in den Wagen und kroch in alle Ecken. Jeffers blickte zu der schlafenden Gestalt neben ihm. Anne Hamptons Mund war leicht geöffnet, ihr Atem regelmäßig. Das Morgenlicht ruhte auf ihren Zügen und schärfte ihre Konturen. Er versuchte, ihre dunklen Augenbrauen zu studieren, dann die lange Adlernase, die hohen Wangenknochen und die vollen Lippen, indem er den Blick immer wieder für einen kurzen Moment von der Straße abwandte. Er beobachtete, wie sich das klare, frühe Licht in ihrem flachsblonden Haar fing und es sekundenlang aufglühen ließ. Er fragte sich wieder, ob sie schön war oder nicht. Für seinen Geschmack war sie es, auf eine schlichte, schnörkellose Weise. Er wäre gern über die Stelle, an der das Licht die Konturen ihres Kinds betonte, mit dem Finger entlang gestrichen und hätte sie mit einer kleinen, zärtlichen Geste geweckt. Er sah, dass sie dort einen kleinen Bluterguss hatte, was ihnen einen Moment lang traurig machte. Er hatte riesiges Glück gehabt, dass er sie nicht hatte töten müssen. Jeffers blickte wieder gerade aus und sah den letzten fahlen Umriss der Mondsichel am Himmel, bevor sie ganz in der endlosen Bläue verschwand. Er liebte den frühen Morgen, auch wenn es bei diesem Licht schwierig, wenn nicht sogar unmöglich war, vernünftige Bilder zu machen. Falls es jedoch gelang, strahlten sie einen unbestreitbaren Zauber aus. Er dachte an einen Morgen in Vietnam, als er so tollkühn gewesen war, mit einem südvietnamesischen Ranger-Bataillon loszuziehen. Er war ebenso jung gewesen wie die Soldaten. Die anderen Kameraleute, mit denen er zusammen gewesen war, eine Crew von ABC News, ein anderer freier Mitarbeiter, der für Magnum filmte, und ein Karl von Australien, hatten dankend abgelehnt, als sich ihnen die Chance bot, bei Kampfhandlungen hautnah dabei zu sein. Sie hatten versucht, ihn mit vernünftigen Argumenten davon abzubringen. Doch er hatte sich von dem Gelächter, dem lärmenden Umgang und der unbeschwerten Kameradschaft der Soldaten anstecken lassen. Sie hatten alle mächtig angegeben, mit den Waffen gefuchtelt und siegessicher gegrinst, als sie in den grünen zweieinhalb Tonner stiegen, der sie an die Gefechtslinie bringen sollte. Er war lächelnd mit ihnen aufgesprungen, hatte drauf losgeknipst, sich ihre Namen geben lassen und die entspannte Stimmung genossen, die im Krieg so kostbar war. Einen Tag lang waren sie unter einem freundlichen Himmel durch Reisfelder gestapft. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit hatten sie an einer kleinen Erhebung im Schutz von Bäumen und hohem Unterholz bivakiert. Jeffers erinnerte sich, dass die Männer bis in die Nacht hinein weiter gelacht und gealbert hatten, während er mit einem mulmigen Gefühl in die Dunkelheit starrte. Er war früh in sein Schützenloch gekrochen, nachdem er sich aus ihrem Waffenfundus eine M16 und ein halbes Dutzend Ladestreifen genommen und neben seine ausgerollte Schlafmatte gelegt hatte. Links von seinem Lager stapelte er ein paar Handgranaten und rechts hielt er seine mit lichtempfindlichem Film bestückte Nikon bereit. Er zurrte seine kugelsichere Weste fest und ignorierte, wie unbequem sie war. Seine letzten Gedanken vor dem Einschlafen waren wütend gewesen. Vor allem war er wütend über seinen eigenen Leichtsinn. Der gottverdammte Offizier hatte nur einen kümmerlichen Zug an die vorderste Frontlinie befohlen und nicht einmal einen Lauschposten tiefer in den Busch geschickt. Also hatte Jeffers sich ohne Angst und Panik aber mit einer gewissen Frustration gefragt, ob sie in dieser Nacht alle sterben würden. Oder zumindest die meisten von ihnen. Dann war er in einen leichten Schlaf hinübergeglitten. Ein paar Stunden nach Mitternacht war das Lager angegriffen worden und das Feuergefecht hatte bis in die frühen Morgenstunden gedauert. Erst dann hatte der Feind den siegreichen Rückzug in den Dschungel angetreten. Jeffers war langsam und unter Schmerzen Blut und Dreck verschmiert aus seinem Loch gekrochen, wie ein primitives Tier aus seiner Höhle. Seine Granaten und seine gesamte Munition waren in den Wirren der letzten Nacht draufgegangen. Doch dann war ihm eingefallen, dass er immer noch mehrere Filmrollen hatte und er war im ersten Dämmerlicht aufgestanden, hatte Filme in seine Kameras eingelegt und gewartet, bis die Dämmerung den Blutzoll der letzten Nacht offenbarte. Irgendwann hatte der Morgen die Toten erreicht und in grotesken Posen festgehalten. Er entsann sich, wie der Nebel, die Kälte und der Geruch nach Kordit sich verzogen hatten und er einen Moment lang auf die verrenkten, brutal entstellten Leichen gestarrt hatte, die über das Schlachtfeld verstreut lagen. Dann hatte er sich die Nikon geschnappt und immer wieder den Auslöser gedrückt, während er sich im Krebsgang durch das Zerstörungswerk an Menschen und Material arbeitete und dabei versuchte, den Toten gleichermaßen Schönheit und Schrecken abzuringen. So hatte es für ihn nach dem Ende des Gefechts eine eigene Schlacht gegeben. Newsweek hatte eins dieser Bilder für einen geradezu hellsichtigen Artikel über die fragwürdige Kompetenz der südvietnamesischen Armee ausgesucht. Er erinnerte sich genau an das Foto. Ein kleiner Soldat, wahrscheinlich nicht älter als vierzehn, den es rückwärts auf eine Munitionskiste geschleudert hatte, im Tod die Augen weit aufgerissen, als betrachtete er die Zukunft, die er nun nicht mehr hatte. Es erschien etwa ein halbes Jahr, bevor Saigon fiel. Das war vor über einem Jahrzehnt, dachte er. Er lächelte in sich hinein. Athleten reden gerne über junge Beine, über Beine, die den ganzen Tag rennen können und immer noch Reserven haben, aber auch Fotografen sind darauf angewiesen. Er dachte daran, wie er nur wenige Monate später mit einer Abordnung der Nationalgarde zu Fuß durch die dicht bewachsenen Hügel von Nicaragua gelaufen war und die Rebellen mit Granatenwerfern auf sie zukamen. Er hatte sich nicht vom Fleck gerührt und auf das wimmernde Geräusch und den dumpfen Aufschlag der Granaten gelauscht, die sich unerbittlich der Stelle näherten, zu der er und die Männer heruntergeklettert waren, um Schutz zu suchen. Er hörte im Geist, wie das Surren seines Motor Drive den Lärm der Granaten übertönte und wusste noch, dass er damals dachte, wie sehr der Krieg einem die Sinne schärfte. Natürlich waren die Männer, mit denen er zusammen war, in alle Richtungen geflohen. Das war ansteckend, dieses Bedürfnis vor Angst wegzurennen, und obwohl er sich nicht entsann, selbst in Panik geraten zu sein, war er ebenso schnell auf den Beinen gewesen. Er war mit den anderen geflüchtet und hatte die gut ein Dutzend Jahre jüngeren Männer überholt, sodass er sich umdrehen und sie fotografieren konnte. Eines seiner Lieblingsfotos. Blende 1,6 bei einer tausendstel Sekunde. Der gewaltsame Tod hatte sich nicht sehr verändert, dachte er. Im Hintergrund stieg eine Spirale aus Rauch und Dreck auf, während im Vordergrund drei Männer ihre Waffen und Patronengürtel wegwarfen und auf die Kamera zutaumelten. Ein vierter Mann fiel in einer Drehung tot zu Boden, von einem Schrapnell getroffen. Live hatte das Bild für 1.500 Dollar gekauft und im Redaktionsteil Nachrichten aus aller Welt gebracht. 1.500 Dollar, dachte er. Für den Bruchteil einer Sekunde innerhalb Wochen langer Entbehrungen, einem gewissen Maß an Furcht und viel Langeweile. Die Quintessenz des Fotojournalismus. Er blickte wieder zu Anne Hampton hinunter. Sie regte sich und er sah, wie sie die Augen öffnete und in die Sonne blinzelte. »Ah, Boswell kommt zu sich«, begrüßte er sie. Sie zuckte zusammen, saß augenblicklich senkrecht und rieb sich das Gesicht. »Tut mir leid«, entschuldigte sie sich. »Ich wollte nicht eindösen.« »Macht nichts«, antwortete er. »Du brauchst deine Ruhe, deinen Schönheitsschlaf.« Sie starrte aus dem Fenster. »Wo sind wir?«, fragte sie. Doch im selben Moment fuhr ihr Kopf in Panik zu ihm herum. »Ich meine, nur wenn Sie es mir sagen wollen. Es ist nicht so wichtig. Ich war nur neugierig und Sie müssen nichts sagen, wenn Sie nicht wollen. Tut mir wirklich leid.« »Es ist kein Geheimnis«, beruhigte er sie. »Die erste Station ist die Küste von Louisiana.« Sie nickte und öffnete das Handschuhfach, um einen der Notizblöcke herauszuholen. »Soll ich das aufschreiben?«, fragte sie. »Boswell«, erklärte er. »Sei Boswell.« Sie nickte und machte eine Notiz. Dann sah sie ihn mit gezücktem Bleistift an. Ihr entging nicht, dass er sie aus den Augenwinkeln heraus aufmerksam beobachtete, während er geradeaus auf den Highway blickte. »Du hast mich an jemanden erinnert«, erzählte er. »Eine Frau, die ich vor ein paar Jahren in Guatemala kennengelernt habe.« Sie sagte nichts, sondern schrieb weiter. »Erinnerung an Guatemala vor einigen Jahren.« »Die eigentliche Geschichte ist oben an der Grenze passiert, wo das Militär versucht hat, ein paar versprengte Guerillatruppen hochzunehmen. Das war einer dieser kleinen Kriege, in den Amerikaner eigentlich nichts verloren hatten. Dennoch mischten sie überall mit. Ich meine, Militärberater, Hightech-Waffen, Jungs von der CIA, die in Tarnkleidung und mit verspiegelten Sonnenbrillen herumliefen, US-Marine-Zerstörer bei Manövern vor der Küste. Er lachte leise und fuhr fort. »Erinnere mich daran, dass ich dir was über Selbstbetrug Erzähler. Darin sind wir am besten.« Sie unterstrich das Wort Selbstbetrug dreimal. Na jedenfalls, bei dieser ganzen aufgemotzten Jagd auf die Guerillas wurde eine klitzekleine Eigentümlichkeit der Situation in Guatemala übersehen. Jahrelang, ach was sag ich, wohl eher jahrhundertelang, hat es die einheimischen Indios immer am übelsten erwischt. Ich meine, sie wurden nicht als Menschen betrachtet, verstehst du? Lag zum Beispiel ein Indiudorf zwischen den Fronten, hat sich keiner drum geschert. »Wie meinen Sie das, sich nicht drum geschert?« fragte sie zaghaft. Er lächelte. »Gut, ausgezeichnet, Boswell. Fragen, die der Klärung dienen, sind immer willkommen.« Er schwieg und überlegte. Wenn beide Seiten in Stellung gegangen waren, zwischen ihnen aber irgendeine große, wichtige Estancia lag, na ja, dann haben sie einfach die Front verlegt. Es war, als hätten sich beide Seiten stillschweigend darauf geeinigt, dass dies Sperrgebiet war. So wie Kinder beim Football. Das Aus war ein Bereich, der weniger durch Grenzlinien als vielmehr durch eine Übereinkunft in den Köpfen markiert war. Er fuhr fort. Für die Indiodorfer galt das nicht. Da haben sie einfach drauf losgeballert. Wer ihnen zufällig in die Quere kam, na ja, für den sah's böse aus. So hatte ich das gemeint. »Wir kamen nach einem solchen Gefecht durch eins dieser Dörfer. Ich glaub, die Regierungstruppen hatten ein paar Guerillas getötet und die umgekehrt ein paar Leute von den Regierungstruppen. Das war's, keine große Sache. Aber aus dem Dorf hatten sie Hackfleisch gemacht.« Er zögerte. »Babyblut. Das ist einzigartig.« »Es bringt nichts, Babyblut zu fotografieren. So was kauft dir keiner ab. Die Redakteure sehen sich deine Bilder an, versichern dir, wie ergreifend, wie aussagekräftig sie sind. Aber sie wollen sie für Flucht noch mal nicht bringen. Die Amerikaner wollen von Babyblut nichts wissen.« Er sah sie von der Seite an. Da war eine Indio-Frau. Die saß da und hielt ihr Kind im Arm. Sie sah auf, als ich sie fotografierte. Sie hatte dieselben Augen wie du. Daran musste ich denken. Wieder schwieg er. Ich stand neben diesem Kerl von der CIA namens, äh, namens, ach, verdammt, Jones oder Smith oder was weiß ich, was er mir aufgetischt hat. Er sieht die Frau und das Kind genau wie ich und meint zu mir, wurde wohl von der minderwertigen Munition der Rebellen getroffen. Dann sieht er mich eindringlich an und sagt, »Die verdammten Russen jubeln diesen hinterwäldlerischen Revolutionären immer schlechte Munition unter. Schöner Mist, was?« Jeffers schwieg, bevor er weiterredete. »Ich kann mich genau an seine Worte erinnern. Er war einer von den Jungs, die eigentlich gar nicht da waren.« Eine Weile fuhr Jeffers schweigend weiter. »Verstehst du, was er damit sagen wollte?« »Nicht genau,« erwiderte sie. Ohne zu zögern nahm Jeffers eine Hand vom Lenkrad und schlug ihr fest ins Gesicht. »Wach auf, verdammt! Pass auf, benutze deinen Verstand!« Sie kauerte sich ängstlich im Sitz zusammen und kämpfte gegen die Tränen an, die ihr in die Augen schossen. Nicht so sehr wegen des Schmerzes, der vergleichsweise gering war, sondern wegen der Unvorhersehbarkeit. Sie holte tief Luft und Rangumfassung. Sie hörte, wie ihre Stimme zitterte, als sie ansetzte. »Er wollte damit sagen, wir waren das nicht.« »Richtig. Und was noch?« »Er hat den Mord jedem anderen in die Schuhe geschoben, nur nicht...« »Wieder richtig.« Jeffers lächelte. »Siehst du,« meinte er. »Ist es nicht leichter, deinen Verstand zu benutzen?« Sie nickte. »Grundlose Grausamkeit. Selbsttäuschung. Wären wir nicht da gewesen, hätte es kein Gefecht gegeben und das Kind wäre am Leben geblieben, zumindest noch ein paar Tage oder Wochen, wer weiß. Wir waren aber da. Nur mit dem Tod wollen wir nichts zu tun haben.« Er lachte, aber nicht über einen Witz oder irgendetwas Komisches. »Selbstbetrug, Selbstbetrug, Selbstbetrug.« Sie schrieb es auf. Anne Hampton schwirrten ein Dutzend Fragen durch den Kopf, doch sie biss die Zähne zusammen und schwieg. Nach einer Weile fuhr Jeffers fort. »Der Tod ist das Einfachste von der Welt. Die meisten denken, es wäre schwer, jemanden zu töten. Das reden sie sich ein. In Wahrheit ist es das Einfachste von der Welt. Schlag an einem beliebigen Morgen die Zeitung auf und was siehst du? Ehemänner töten ihre Frauen, Eltern ihre Kinder, Kinder bringen sich gegenseitig um. Schwarze töten Weiße, Weiße töten Schwarze. Wir töten heimlich und wir töten in aller Öffentlichkeit. Wir töten mit Absicht und aus Versehen. Wir töten mit Pistolen, Messern, Bomben, Gewehren. Das immer wir in die Finger bekommen. Aber was passiert, wenn wir eine staatlich bezuschusste Getreidelieferung nach Äthiopien streichen? Wir töten, genauso sicher und präzise, als hätten wir eine Handfeuerwaffe mitgenommen und sie einem dieser Kinder mit aufgedunsenem Bauch an die Schläfe gehalten. Eigentlich läuft es bei der Einstellung unserer Nation zum Rest der Welt letztlich darauf hinaus, wen wir an irgendeinem beliebigen Tag töten oder nicht. Und mit welchen Waffen? Außenpolitik? Wir sollten besser von unserer Todespolitik reden. Dann könnte ein Sprecher bei irgendeiner netten Pressekonferenz in Washington vortreten und erklären, der Präsident, das Kabinett und der Kongress haben heute beschlossen, dass Indiobauern in Guatemala, Demonstranten in Südafrika, gewisse Elemente im Nordirland-Konflikt, wohlgemerkt auf beiden Seiten, und in diversen anderen Ländern dieser Erde, dem Tod geweiht sind. Und um es wie schon gestern und vorgestern und vorvorgestern noch einmal zu sagen, die Russen sind in Ordnung. Nicht nötig, dass dort jemand stirbt. Er starrte auf den Highway und lachte. Ich kling wirklich verrückt. Er schielte zu ihr hinüber. Mach ich dir Angst? Ihr Herz pochte ihr bis zum Hals, als sie fieberhaft überlegte, was er hören wollte. Sie schloss die Augen und sagte die Wahrheit. Ja. Na ja, meinte er, das ist wohl verständlich. Er schwieg eine Weile, bevor er sagte, also eigentlich wollte ich das Ganze nicht gerade mit Politik anfangen. Ich meine, wir können auf einem etwas höheren Niveau miteinander reden, wenn du mich erst mal ein bisschen besser kennengelernt hast. Deshalb fahren wir in diese Richtung. Darf ich Sie was fragen? fing sie schüchtern an. Hör zu, antwortete er, einen Hauch gereizt. Du kannst jederzeit fragen, sagte ich bereits. Zwing mich bitte nicht, mich dauernd zu wiederholen. Ob du eine Antwort bekommst oder … Er ballte die Faust und öffnete sie wieder. Eine andere Reaktion hängt von meiner Stimmung ab. Er beugte sich vor, packte plötzlich den Muskel über ihrem Knie und rückte schmerzhaft zu. Sie schnappte nach Luft. Vergiss nicht, es gibt keine Regeln. Das Spiel nimmt einfach seinen Lauf. Zug um Zug. Bis zum Ende. Er ließ ihr Bein los. Es brannte weiter. Sie hätte es am liebsten gerieben, um den Schmerz zu lindern, wagte es aber nicht. Frag! befahl er. Fahren wir an einen Ort, an dem Sie mir helfen werden, Sie besser zu verstehen? Er lächelte. Kluger Boswell, lobte er. Ausgezeichneter Boswell! Jeffers legte eine wirkungsvolle Pause ein. Dann fügte er hinzu, das sollte eigentlich offensichtlich sein. Darum geht es schließlich bei diesem kleinen Ausflug. Er lächelte und wandte sich wieder ganz dem Highway zu. Anne Hampton hing ihren Tagträumen nach, als sie auf der Interstate an einer Tankstelle vorbeirauschten. Es war immer noch früh und sie dachte daran, wie angenehm es war, im Sommer frühmorgens aufzustehen. Ein Gefühl, mit dem Tag im Einklang zu sein. Sie erinnerte sich, wie sie es als Kind genossen hatte, allein im Haus herumzutappen. Es war eine Zeit, die sie mit sich und ihren Sachen zubrachte. Manchmal öffnete sie die Tür zum Schlafzimmer ihrer Eltern einen Spalt breit und betrachtete sie in ihrem Bett. Wenn sie sicher war, dass sie fest schliefen, schlich sie im Flur zum Zimmer ihres Bruders. Er lag dann meist quer über seinem Bettzeug, das er im Schlaf zerwühlt hatte, und bekam nicht das Geringste von seiner Umgebung mit. Ihr Bruder war Langschläfer. Immer. Ohne Ausnahme. Man hätte neben seinem Bett eine Bombe hochgehen lassen können, und der Kleine hätte nichts gemerkt. Es war, als hätte der Körper ihres Bruders gewusst, wie wichtig es war, Kraftreserven zu schöpfen. Weil sich ihr Bruder Hals über Kopf ins Leben stürzte. Sie musste innerlich schmunzeln. Als Tommy starb, hat sich die Erde wahrscheinlich ein klitzekleines bisschen langsamer gedreht. So unfassbar wenig, dass nur die ältesten, weisesten Wissenschaftler an den größten Universitäten es mit den neuesten, präzisesten Instrumenten messen konnten. Wenn ich sterbe, dachte sie, kann ich froh sein, wenn sich irgendwo auf einem winzigen Teich das Wasser kräuselt oder eine kleine Böe durch die Bäume weht. Sie kniff ein paar Mal die Augen zu, um die Gedanken zu verdrängen. »Meine Gedanken drehen sich nur ums Sterben«, sagte sie sich. »Und wieso auch nicht?« Sie blickte vorsichtig zu Jeffers hinüber, der etwas pfiff, das sie nicht erkannte. »Werden Sie nur über den Tod reden?«, fragte sie. Er wandte sich kurz um, bevor er wieder nach vorne schaute. Er lächelte. »Guter Boswell«, meinte er. »Sei eine Reporterin.« Er schwieg, dann fuhr er fort. »Nein.« »Ich werde versuchen, auch über andere Dinge zu reden. Da triffst du einen wichtigen Punkt. Das Problem ist nur«, er lachte, bevor er weitersprach. »Meine Vorliebe fürs Morbide. Für Fatalismus. Dafür, wie etwas endet und nicht so sehr, wie es anfängt.« Wieder schwieg er und überlegte. Anne Hampton schrieb möglichst viel von dem, was er sagte, mit und starrte plötzlich verzweifelt auf ihrer Handschrift. Sie war nicht sicher, ob man sie leicht entziffern konnte und fragte sich in Panik, ob er es überprüfen würde. Jeffers begann zu grinsen und lachte dann laut. »Hier hätte ich eine Geschichte für dich. Die beste lebensbejahende Geschichte, die mir auf Anhieb einfällt. Mir fällt sicher ab und zu eine neue ein, aber die hier, also, das war in meiner Zeit bei dieser Zeitung in Dallas, dem Times Herald, Mitte der 70er Jahre. Die Leute nannten ihn den Crime Herald, aber das ist eine andere Geschichte. An jenem Tag hatte ich Tagesbereitschaft, was normalerweise alles bedeutete. Von Blumenausstellungen oder Schnappschüssen von irgendwelchen Industriebonsen für den Wirtschaftsteil bis hin zu Unfällen und Polizisten oder sonst was, das sich ergab. Und dann bekamen wir diesen Anruf. Das war einer dieser großartigen Momente bei einer Zeitung, was in dem Augenblick natürlich niemand weiß, aber dennoch. Da meldet sich dieser Kerl am Telefon und sagt, es sei eben was Unglaubliches passiert. »Was denn?«, fragt der Lokalredakteur, der sich zu Tode langweilt. »Naja, wie's aussieht, hat sich dieses Ehepaar gestritten, häusliche Streitigkeiten halt. Sie steckten mitten in der Scheidung und bekamen sich wegen des Sorgerechts für das Kind in die Wolle. Sie packen beide das Baby und der Blödmann versucht es seiner Alten aus der Hand zu reißen und hoppla, da saust das Baby aus dem Fenster im vierten Stock.« »Also, der Lokalredakteur wird endlich wach, weil das nun wirklich eine tolle Geschichte ist. Und er brüllt nach mir und einem Reporter, wir sollten gefälligst den Arsch in Bewegung setzen, weil ein Baby aus dem Fenster geworfen wurde. Und plötzlich merkt der Redakteur, dass der Kerl am Telefon versucht, ihn zu unterbrechen. »Ja, ja, schon gut«, meint der Redakteur, »geben Sie mir nur noch die Adresse.« »Sie verstehen nicht«, antwortet der Mann in der Leitung und wird ein wenig sauer. »Was verstehe ich nicht?«, fragt der Redakteur. »Der Witz der Geschichte ist ja, dass jemand das Baby aufgefangen hat.« »Was?«, staunt der Redakteur. »Ja«, erklärt der Mann, »da läuft genau in dem Moment ein Karl vorbei, sieht, wie das Baby aus dem Fenster fällt, und fängt es doch wahrhaftig mitten im Sturzflug auf.« Jeffers sah Anne Hampton an. Sie lächelte. »Tatsächlich? Ich meine, er hat wirklich das Baby aufgefangen? Ich kann mir nicht vorstellen.« »Nein, nein, das stimmt. Ich schwör's«, Jeffers lachte. »Die vierte Geschichte. Genau wie ein Faircatch beim Football.« »Was ist denn Faircatch?« »Das ist, wenn der Kerl, der den Ball auffängt, die Hand hebt und der anderen Mannschaft ein Zeichen gibt, dass er den Ball schnappt, ohne dass er mit nach vorne will. Dann dürfen sie ihn nicht angreifen.« »Ein reiner Akt der Selbsterhaltung.« »Aber wie?« »Wüsste ich auch gerne«, Jeffers lachte wieder. »Ich meine, der Mann muss nur unglaubliche Geistung.« »Ich glaube, die meisten von uns würden nach oben schauen, und wenn sie sehen, dass da was aus dem Fenster fliegt, so schnell wie möglich aus dem Weg springen. Der Mann nicht!« Haben Sie mit ihm geredet? Ich meine, was hat er dazu gesagt? Er sagt, er hat nach oben geschaut und in einem Bruchteil von Sekunden begriffen, dass es ein Baby ist. Und er hat sich direkt unter das Kind gestellt. In seinem Baseballteam an der Highschool war er Centerfield gewesen. Was witzig war, denn als er das sagte, haben die Leute genickt, als ob das alles erklärte, obwohl es natürlich gar nichts erklärte, weil Baseballspieler normalerweise nicht allzu geübt darin sind, Babys aufzufangen. Aber vielleicht hat er da zumindest gelernt, richtig zu fangen. Vermutlich. Football, Baseball. Das war eine Geschichte, die nach Sportmetaphern schrie. Jeffers sah Anne Hampton von der Seite an. Sie erwiderte seinen Blick und schüttelte den Kopf. Dann lächelte sie, und ihr Lächeln wurde zu einem breiten Grinsen. Beide mussten sie laut lachen. Das ist unglaublich und irgendwie wundersam. Im Grunde beschreibt es das, was Fotografen tun. Sie wandern mit schöner Regelmäßigkeit von einem wundersamen Vorfall zum nächsten. Jeffers zögerte. Schreib das lieber auf, sagte er, und Anne Hampton machte sich weitere Notizen. Als sie wieder aufsah, fuhr Jeffers fort. Jedenfalls kann ich dir sagen, dass dieser Auftrag was ganz Besonderes für mich war. Das sage ich für uns alle. Nicht nur an dem Tag, sondern für den ganzen Monat. Ich habe den Karl abgelichtet. Er hatte, weiß auch nicht, das entzückteste verlegene Grinsen. Wir lachten alle und kicherten. Die Reporter, die Fotografen, Fernsehcrews, Passanten, Nachbarn, der Streifenpolizist, alle. Selbst der Vater des Kindes, dem sie Handschellen angelegt hatten, weil sie wohl dachten, irgendeiner müsste ja wohl verhaftet werden, wenn ein Baby aus dem Fenster geworfen wird. Das Komische war bloß, dass es ihm nichts auszumachen schien. Da habe ich ein Foto von der Mutter gemacht. Hast du schon mal einen Menschen gesehen, dessen Leben sich in kurzer Zeit mehrmals hintereinander so drastisch verändert? Von Angst über Verzweiflung, Qual, Hoffnung zu unglaublichem Glück? Und das alles binnen Sekunden? Das alles stand ihr in den Augen. Das war nicht schwer zu fotografieren. Leg ihr einfach das Baby in den Arm, setz sie neben den Kerl, der es aufgefangen hat, und drück auf den Auslöser. Bingo. Pathos und Freude in einem. Unglaublich, sagte sie. Ja, unglaublich. Sie binden mir auch keinen Bären auf, nur damit ich mich besser fühle? Nein, auf keinen Fall. Das ist nicht meine Art. Was? Na, etwas machen, nur damit sich jemand besser fühlt. Das gehört absolut nicht zur Jobbeschreibung. Ich meinte nicht. Er unterbrach sie. Ich weiß, was du meinst. Er sah sie an und lächelte. Aber du solltest dich trotzdem besser fühlen. Sie empfand eine seltsame Wärme. Das ist schön. Das ist wirklich eine schöne Geschichte. Sieh zu, dass du sie aufschreibst. Und das Baby hat überlebt, sagte er. Für einen Moment starrte sie auf das Wort überlebt. Einen Augenblick lang wollte sie weinen, doch sie schaffte es, die Tränen zurückzuhalten. Seit den letzten Stunden, die ihr wie Tage, ja Wochen erschienen, war dies die erste nicht bedrohliche Schweigepause auf ihrer Fahrt. Als die Vormittagssonne schon hoch am Himmel stand, glitt Gulfport vorbei. Gelegentlich fiel die Straße zum Golf von Mexiko hin ab, und Anne Hampton hielt nach dem strahlenden Blau der Bucht Ausschau. Diese kurzen Ausblicke trösteten sie ebenso wie ein Möwenschwarm, der dicht über den Wellen auf einer Luftströmung schwebte. Sie sahen wie graue und weiße Segelboote aus, wie sie so schwerelos im Einklang mit den Instinkten und den Geboten der Natur dahin glitten. Irgendwann im Verlauf des Vormittags sagte Jeffers, wir müssen tanken. Er verließ auf einer schmalen Abfahrt die Interstate zur erstbesten Tankstelle, die er fand. In Anne Hamptons Augen war sie ziemlich heruntergekommen. Das kleine weiße Schindelholzhaus, das Tankwarz schien in der Morgenbrise zu schwanken und sich aus Schwäche an den quadratischen Klinkerbau anzulehnen, in dem sich die Pannenwerkstatt befand. Über den Zapfsäulen der altmodischen Sorte, die bei jedem vollen Liter klingelten, statt der modernen Computergesteuerten, die sie besser kannte, flatterten zwei Reihen roter, blauer, grüner und gelber Banner. Die Tankstelle nannte sich Tad's Dixie Gas und war bis auf drei Autos, die neben der Werkstatt standen, verlassen. Zwei der Fahrzeuge schienen schrottreif, ausgeschlachtet und verrostet. Kaum noch als Wagen zu erkennen. Das dritte war ein kirschroter Straßenrenner mit aufgebocktem Heck, extra großen Reifen und verkrummten Rädern. Der Traum eines Mannes, dachte sie. Der Traum eines Mannes, der für ein bisschen kleinstädtische Prahlerei viel Zeit, Geld und Mühe einsetzt. Während Jeffers knirschen zu den Zapfsäulen fuhr, starrte sie auf das Auto und wusste, dass jeden Moment ein Teenager mit zurückgegeltem Haar herauskommen würde, um sie nach ihren Wünschen zu fragen. »Geh aufs Klo«, befahl Jeffers. Seine Stimme klang plötzlich grob. Sie zitterte. »Du kennst die Regeln, nicht wahr?« Sie nickte. »Ich brauch dir nichts zu erklären, oder?« Sie schüttelte den Kopf. Sie sah, dass sie die kurzläufige Pistole in der Hand hielt und sie sich unter dem Hemd in den Gürtel steckte. Sie starrte darauf und drehte sich schließlich um. »Gut«, sagte er, »das erleichtert die Situation. Und jetzt bleib sitzen, bis ich zu dir rumkomme und dir aufmache.« Sie wartete. »Beeil dich«, wies er sie an, während er die Tür aufriss. Sie hob den Kopf und sah wie ein schlagsiger Teenager mit glattem, dunklem Haar, das ihm unter einer schäbigen, verblichenen Baseballkappe hervorsah, in ihre Richtung kam. »Voll tanken«, fragte er mit schleppendem Südstaaten-Akzent. Für die zwei Worte brauchte er etwa so lange wie für den kurzen Weg zwischen Werkstatt und Zapfsäulen. »Randvoll«, antwortete Jeffers. »Wo ist die Damen-Toilette?« »Brauchen Sie nicht eher die Herren-Toilette?« entgegnete der Junge grinsend. Für einen Moment dachte Anne Hampton, Jeffers würde ihn auf der Stelle erschießen. Doch stattdessen lachte er. Er formte die Finger zu einer Pistole und zielte auf den Teenager. »Peng«, machte er. »Der Punkt geht an Sie. Nein, ich meine für die Dame hier.« Der Tankwart schenkte sein breites Grinsen Anne Hampton, die schwach zurücklächelte. Der Junge deutete auf die Seitenfront des Gebäudes. »Der Schlüssel hängt innen an der Tür da. Der alte Mann wird's Ihnen zeigen.« Er winkte Richtung Kasse. Anne Hampton sah Jeffers an und er nickte. Ihr wurde heiß, als sie die sieben Meter hinüberlief. Es war, als hätte sich ganz plötzlich der Wind gelegt, und zwar nur in ihrer unmittelbaren Umgebung. Sie starrte zu den Bannern hoch, die immer noch über ihr flatterten, und fragte sich, wieso sie die Brise nicht spürte. Ihr wurde schwindelig und flau im Magen. Sie trat aus der Sonne in den Verkaufsraum. Dort saß ein älterer Mann, unrasiert, mit ölverschmiertem Hemd, an der Registrierkasse und trank eine Dose Limonade. Ihr Blick blieb an einem eingestickten Namen oberhalb seiner Hemdtasche hängen. Leeroy stand dort. »Der Toilettenschlüssel?« fragte sie. »Direkt neben Ihnen«, erwiderte der Mann. »Fehlt Ihnen was, Miss? Sie sehen aus wie der Speck von gestern, der über Nacht in der Kassereu geblieben ist. Kann ich Ihnen ein Kaltes bringen?« »Ein was?« »Eine Limo«, er wies mit dem Kopf auf eine Kühlbox. »Äh, nein, nein. Das heißt eigentlich doch, danke, Leeroy.« »Ach, das Hemd gehört meinem Bruder. Der Taugenichts hat noch keinen Tag im Leben hart gearbeitet. Der Dreck ist von mir drangekommen. Ich heiße George. Cola?« »Das wäre nett.« Er reichte ihr die kalte Dose und sie drückte sie sich an die Stirn. Er lächelte. »Das mache ich auch immer, wenn die Hitze zu doll wird. Geht einem direkt in den Schädel. Eine Bierflasche wirkt allerdings noch besser.« Sie lächelte. »Was bin ich Ihnen schuldig?« Im selben Moment bekam sie fast keine Luft. Sie hatte kein Geld. Sie drehte sich um und suchte Jeffers. »Ach, was? Spendier ich Ihnen? Wann kriege ich schon mal die Gelegenheiten, einem hübschen Mädel was auszugeben? Außerdem mache ich den jungen Burschen da eifersüchtig.« Er lachte und sie fiel ein. Vor Erleichterung platzte die Luft formlich aus ihr heraus. »Weiß ich zu schätzen, danke.« Sie steckte die Dose in ihre Handtasche. »Garben geschehen. Wo soll's denn hingehen?« Wieder schluckte sie. »Wohin?« fragte sie sich. »Was soll ich am besten sagen?« »Lusiana«, antwortete sie. »Nur für ein paar Tage Urlaub.« »Richtige Jahreszeit«, meinte der Tankwart. »Wenn auch ein kleines bisschen so warm. Bei uns kommen eine Menge Leute auf der Durchreise vorbei. Sie sollten lieber hierbleiben. Wir haben einen richtig schönen Sandstrand und gute Plätze zum Angeln. Nur nicht so berühmt wie ein paar andere Stellen. Das ist das Problem. Heutzutage läuft alles auf Publicity hinaus. Man muss es und das Volk bringen. Nur so funktioniert das.« »Und das Volk bringen«, pflichtete sie bei. »Das stimmt.« »Muss allerdings auch drauf achten, was?« »Sicher.« »Z.B. hier, die Tankstelle«, fuhr der Mann fort. »Der Junge ist ein richtig guter Mechaniker. Besser als sein Alter. Soviel steht fest, auch wenn ich ihm das nicht sage. Setze ihm doch keine Flausen in den Kopf. Habe aber auch keine Möglichkeit, das unters Volk zu bringen. Am Ende bringen sie ihre dicken Schlitten zu den teuren Läden beim Einkaufszentrum, obwohl wir verdammt noch mal sauberere Arbeit fürs halbe Geld abliefern würden.« »Davon bin ich überzeugt«, er lachte. »Ja, geht's schon besser?« »Ja«, antwortete sie. »Man muss es unter die Leute bringen. Egal, was sie im Leben machen. Ob sie nun Autos reparieren oder Burger verkaufen oder zum Mond fliegen oder weiß der Himmel was. In diesem Land geht nix ohne Publicity. Wirklich, Ma'am. Sie müssen den Leuten sagen, was sie zu bieten haben und was die anderen kriegen. Sie müssen es einfach weiter sagen.« Erreichte ihr den Toilettenschlüssel. »Hab heute früh erst sauber gemacht. Frische Seife und Handtücher innen an der Tür. Wenn Sie noch was brauchen, rufen Sie.« Sie nickte und machte, Anstalten zu gehen. Sie drehte sich um und zeigte mit einer fragenden Geste auf eine Tür und er winkte sie um die Ecke. Es war kühl in der Toilette, auch wenn die Luft alt und abgestanden war. Sie benutzte rasch das Klo und trat ans Waschbecken, um sich Wasser ins Gesicht zu spritzen. Sie schaute in den Spiegel und stellte fest, dass sie abgespannt und blass aussah. »Ich habe diese Szene schon hundertmal gesehen,« überlegte sie und nahm die Seife zur Hand. »Gibt's in jedem Fernsehfilm.« Sie dachte an Jimmy Cagney und Edmund O'Brien. »Sprung in den Tod,« sagte sie laut. Er schreibt an der Tankstelle etwas an den Spiegel. Sie dachte an Jeffers und stellte sich vor, dass er den Text sprach. »Hab's geschafft, Ma. Ganz nach oben.« Sie schrieb das Wort Hilfe auf den Spiegel. Dann »Ich wurde...« »Was?« Sie wischte es weg. Ihr war heiß und ihre Hand zitterte. »Muss es unters Volk bringen?« ahmte sie in Gedanken den Akzent des Alten nach. »Rufen Sie die Polizei.« schmierte sie hin und wischte auch das wieder weg, als sie merkte, dass sie es zu schnell und unleserlich geschrieben hatte. »Und sagen Sie denen, was?« Ihr wurde übel und sie musste sich am Beckenrand festhalten. Sie betrachtete ihre Hände und flehte sie um Rat an, als gehörten sie nicht zu ihrem Körper. »Ruhig,« befahl sie sich. »Sei ganz ruhig.« Sie sah wieder nach oben. »An der Stelle verstecken Sie immer das Heroin,« dachte sie. »Der Tankwart kommt rein und ruft den gut aussehenden jungen Polizisten, der Sie rettet.« »So funktioniert das immer, jedes Mal.« Sie wischte in Panik den Spiegel sauber. »Und wenn es nun nicht klappt,« dachte sie. Plötzlich war sie wütend und ungeduldig, und sie schmierte Seife über den Spiegel. Das Seifenstück war nass geworden und hinterließ weiße Streifen auf dem Glas. »Wie Tränen,« dachte sie. »Es läuft nie so wie in...« »Ja, was?« »Im Märchen?« »Im Film?« »In den Geschichten, die ihr Vater ihr erzählt hatte, als sie klein war?« Sie betrachtete ihr Spiegelbild zwischen den Streifen. Sie sah die roten Ränder um ihre Augen. In ohnmächtiger Wut schüttelte sie die Fäuste. Zu dieser Tür kam jedenfalls kein schöner Prinz herein. »Sondern er. Er wird reinkommen. Er wird es sehen. Er bringt mich um. Und George. Und den Jungen, der die Autos repariert. Er bringt uns alle um. Einen nach dem anderen.« Und dann kommt es vielleicht und das Volk. Draußen hörte sie ein schabendes Geräusch. Sie schmeckte Galle in der Kehle. »Oh Gott,« dachte sie. »Da ist er.« Die Tür klapperte. »Es ist der Wind,« beruhigte sie sich. Dennoch wischte sie in Panik die Seifenreste vom Spiegel. »Was mache ich nur?« fragte sie sich. »Willst du sterben?« »Tu gar nichts. Spiel mit.« »Bis jetzt hat er dir nichts getan.« Sie wusste, dass das gelogen war, und die Gegenstimme meldete sich prompt. »Er wird dich missbrauchen und dann töten. Das hat er selbst gesagt.« Die Tür klapperte wieder. »Er ist überall,« dachte sie auf einmal. Der Raum war fensterlos. Sie fuhr herum und starrte auf die weiß getünchten Wände. »Er kann dich sehen,« warnte sie sich. »Er weiß es. Er weiß es.« »Marschier einfach ruhig hier raus und entschuldige dich,« dachte sie. Sie überprüfte sich in dem nunmehr sauberen Spiegel, als könnte sie Zeichen für Verrat in ihrem Gesicht erkennen, die ihm ins Auge fallen mussten. Dann drehte sie sich um und ging langsam nach draußen, während sie dachte, »Ich bin innerlich wie leer.« Sie hängte den Schlüssel wieder an den Haken neben der Tür und erstarrte vor Schreck. Jeffers stand neben dem Wagen und sprach mit einem Staatspolizisten. Beide Männer trugen große Sonnenbrillen, und sie konnte ihre Augen nicht sehen. Sie blieb wie angewurzelt stehen. Sie sah, wie Jeffers den Kopf hob und ihr entgegenlächelte. Er winkte ihr zu. Sie konnte sich nicht rühren. Jeffers winkte noch einmal. Sie herrschte ihren Körper an, sich zu bewegen, doch sie war immer noch wie gelähmt. Sie zwang sich, an jedem Muskel zu zerren und schaffte einen Schritt, dann einen zweiten. Der Weg über den Asphalt schien endlos, und sie hatte das seltsame Gefühl zu brennen. »Wir werden alle sterben«, dachte sie. Sie sah schon, wie Jeffers sich unter das Hemd griff und den schwarzen Revolver zog. Sie hörte den Schuss. Sie sah den Polizisten, die eigene Feuer- und kugelspeiende Waffe in der Hand, nach hinten fallen. Sie sah, wie der Teenager und George, der Tankwart, sich wegduckten, während die Zapfsäulen explodierten und in Flammen aufgingen. Sie machte noch einen Schritt und merkte, dass nichts dergleichen geschah. »Ja«, Jeffers winkte wieder. »Spring rein, Annie. Ich lasse mir nur eben genau beschreiben, wie wir am besten fahren.« Er wandte sich an den Polizisten. »Also, wenn ich nach New Orleans reinkomme, gabelt sich die Straße. Die 610 bringt mich ins Zentrum und auf der 410 geht's zu den Naturparks an der Küste.« »Genau«, sagte der Polizist. Er lächelte Anne Hampton zu und berührte zum Gruß seine Hutkrempel. Die kleine Höflichkeitsgeste schien sie innerlich zu versengen. »Großartig«, meinte Jeffers. »Ich gehe immer gerne auf Nummer sicher. Sie haben mir sehr geholfen.« »Gern geschehen«, entgegnete der Polizist. »Schönen Tag noch.« Er machte Kehrt und ging zu seinem eigenen Fahrzeug, während Jeffers hinters Lenkrad rutschte. Zuerst schwieg er, während er Gas gab und an dem Streifenwagen vorbei von der Tankstelle wegfuhr. Dann fragte er in sachlichem, strengem Ton »Was hattest du mit dem alten Mann zu quasseln?« »Ich muss mich übergeben«, stöhnte Anne Hampton. »Wenn du dich übergibst«, erwiderte Jeffers und sein Blick verengte sich, während seine Stimme so teilnahmslos klang, als diskutierten sie das Wetter oder die steigenden Preise. »Dann müssen wir alle sterben.« Sie biss die Zähne zusammen und kniff die Augen zu. Sie schnappte gierig nach Luft. »Wir haben über Publicity gesprochen«, brachte sie heraus. »Darüber, dass man es unter die Leute bringen muss, wenn man etwas zu verkaufen hat. Wie die Mechanikerkünste dieses Jungen.« »Publicity ist genauso ein Treibstoff«, überlegte Jeffers, »wie arabisches Öl.« Er warf ihr einen kurzen Blick zu. Sie wandte sich ab und sah, wie sich vor ihnen die Straße dehnte. Er nahm wieder die Zufahrt zur Interstate. »Geht schon wieder«, meinte sie und dachte, »es muss.« Sie schaute Jeffers von der Seite an und sah, dass er sich zu entspannen schien. Er lächelte schwach. »Braver, Boswell«, lobte er. »Wenn du dich wieder so weit gut fühlst, schreib alles auf. Ist doch aufregend, oder? Vor allem das mit den Polizisten, nicht? Da schießt das Adrenalin in die Adern!« Jeffers summte vor sich hin und gab Vollgas. Wieder erkannte sie die Melodie nicht, doch sie hasste sie. Unterwegs glitt Douglas Jeffers halbherzig in Tagträumereien hinein. Anne Hampton war neben ihm schweigsam geworden und starrte in einer wünschenswerten Leere aus dem Fenster. Er wollte ihre Fantasie nicht zu früh beflügeln. Sie hatte immer noch Kraftreserven in sich, die er nicht mobilisieren durfte. Es war durchaus typisch, dass sie sich dessen nicht bewusst war. Sie war immer noch in der Lage, den Bann zu durchbrechen und um ihre Freiheit zu kämpfen oder etwas zu tun, das ihre Reise gefährdete. Doch diese Energie würde nach und nach schwinden. Das wusste er. Sie war bereits auf die Hälfte gesunken. Vielleicht sogar auf ein Viertel. Binnen ein, zwei Tagen, schätzte er, ist sie ganz verflogen. Außer einem gefährlichen Rest, vor dem er stets auf der Hut sein musste. Selbst ein gezähmtes, abgerichtetes, eingeschüchtertes Tier wird angesichts drohender Vernichtung irgendwann einmal zurückschlagen. Er beschloss, keine Anzeichen zu übersehen. Dabei war ihm durchaus bewusst, dass sie nicht unbedingt in Erscheinung treten mussten. Für einen Moment fragte er sich, ob sie von der einschlägigen Literatur über Kontrolle und Macht die geringste Ahnung hatte. Bestimmt hatte sie zumindest John Fowles gelesen. Und sie konnte sich vielleicht an Rubaschow und seine Peiniger beim Verhör erinnern. Sollte er ihr etwas über das Stockholm-Syndrom erzählen? Vermutlich ja, zu gegebener Zeit. Wissen, überlegte er, konnte, geschickt und gezielt eingesetzt, die Wahrheit zusätzlich verwirren und verdunkeln. Es würde ihre Hilflosigkeit verstärken, wenn er ihr klarmachte, dass sie psychisch in einem Netz gefangen war, aus dem sie sich nicht aus eigener Kraft befreien konnte. Stürze sie in noch tiefere Verzweiflung. Er blickte zu ihr hinüber und musterte ihr Profil, während sie unverwandt auf den Horizont starrte. Er versuchte, einen Hauch Unabhängigkeit und Entschlossenheit zu riechen. Nein, dachte er, die nicht. Die habe ich ihr genommen, ganz nach Plan. Ich kann mit ihr machen, was ich will. Beinahe hätte er aufgelacht. Doch er unterdrückte den Laut, bevor er ihm über die Lippen kam, so wie ein Schuljunge, dem hinter dem Rücken des Lehrers ein schmutziges Bild zugesteckt wurde. Sie ist jetzt wie Ton in meinen Händen. Ich kann daraus formen, was ich will. Wie beiläufig kam ihm die Frage in den Sinn, ob sie wohl wusste, dass sich ihr Leben vollkommen verändert hatte. Dass sie nie wieder dieselbe sein würde und niemals wieder anknüpfen konnte an die Zeit, bevor er in ihr Leben getreten war. Für keinen von uns beiden gibt es ein Zurück. Er dachte an das betroffene Gesicht, das sie gemacht hatte, als sie den Polizisten sah. Das hat sie in Panik versetzt, dachte er. Bis morgen ist sie so am Ende, dass sie mehr Angst vor der Polizei hat, als ich. Und ich habe nicht die geringste Angst. Innerlich grinste er, auch wenn äußerlich nur ein leichtes Zucken um seine Mundwinkel spielte. Sie gehört mir. Jedenfalls in 24 Stunden. Ihm lachte das Herz, wenn er an die Möglichkeiten dachte. Was für Lektionen auf sie warten. Auch nicht schlimmer als meine eigenen. Plötzlich stand ihm eine Erinnerung plastisch vor Augen, ohne dass er sich dagegen wehren konnte. Er sah sich, wie er als Sechsjähriger vom Drogisten und seiner Frau durch die Nacht geführt wurde. Er erinnerte sich, wie überrascht er beim Anblick des Hauses gewesen war. In seinen Kinderaugen war es riesig und überwältigend. Er hatte Angst gehabt und wusste noch, wie wichtig es gewesen war, sich gegenüber Martin nicht anmerken zu lassen, wie groß seine Angst war. Das Haus war ganz anders als die Hotelzimmer und Wohnwagenparks, durch die ihre Mutter sie geschleift hatte. Seine erste Mutter, dachte er. Ein Moment lang glaubte er, die Mischung aus Parfum und Alkoholdunst zu riechen, die ihn jedes Mal verfolgte, wenn er an sie denken musste. Er beugte sich vor und öffnete das Fenster, einen Spalt um Luft hereinzulassen, weil er fürchtete, dass sich ihm von all dem Hass der Magen umdrehte. Die Luft vertrieb den Erinnerungsgeruch und er dachte an seinen ersten Blick die Treppe hoch zu ihrem Zimmer. Er entsann sich, wie fest Marty seine Hand gepackt hatte. Es war dunkel gewesen und die wenigen Lampen, die der Drogist eingeschaltet hatte, warfen seltsame Formen an die Wände. Er konnte sich nicht daran erinnern, wie sie die Treppe hochgegangen waren. Dafür wusste er noch, wie sie in einen winzigen Raum halb geführt und halb geschoben wurden. Die Wände waren weiß getüncht und die Einrichtung bestand aus zwei aufgeklappten Feldbetten. Die einzige Lampe hatte keinen Schirm. Das einzige Fenster war geöffnet und ließ die kalte Luft herein. Es war trostlos und steril gewesen. Er zwang sich zu einem Lächeln. Nicht Ausdruck von Amüsement, sondern von Ironie. Sein erstes Gefecht, dachte er. Marty war so erschöpft gewesen, dass er augenblicklich eingeschlafen war. Aber ich starrte an die Wände. Er sah die Konfrontation am nächsten Morgen vor sich. Können wir was an die Wände hängen? Nein. Wieso nicht? Ihr macht sie nur kaputt. Nein, wir sind vorsichtig. Nein. Bitte. Hör auf, rumzuquengeln. Ich hab Nein gesagt. Schluss jetzt. Es ist aber nicht wie ein Zimmer. Es ist wie ein Gefängnis. Ich werd dir zeigen, dass du so nicht mit mir reden darfst. Er hatte seine ersten Prügel bezogen. Die ersten von vielen. Er fand es merkwürdig, dass ihm keine Emotionen hochkamen, als er daran dachte, wie er die ersten Fausthiebe spürte, die sein neuer Vater auf ihn niederprasseln ließ. Doch Hass stieg in ihm auf, wenn er daran dachte, wie seine neue Mutter seelenruhig daneben saß. Ihre Augen sollen verdammt sein, dachte er plötzlich. Sie hat nichts unternommen. Einfach nur da gesessen und zugesehen. Sie hat immer nur da gesessen und zugesehen. Sie hat nichts gesagt und nichts getan. Er stockte, als müsste er nach Luft schnappen. Ihre Augen sollen zur Hölle gehen! Wieder füllte sich sein Kopf mit Erinnerungen, als hielte er eine Tasse unter einen Wasserhahn. Für den Rest des Tages wurde er in eine fremde neue Schule abgeschoben. Das war an sich schon entsetzlich genug gewesen. Am lebhaftesten war ihm allerdings der Kunstunterricht an diesem Morgen haften geblieben, währenddem er sich das größte weiße Blatt Papier geschnappt hatte, das es gab. Dann hatte er schnell und planvoll dicke Streifen in Blau, Orange, Rot, Gelb und Grün darauf gemalt, sodass er in Windeseile einen Regenbogen vor sich hatte. Anschließend hatte er sich noch ein Blatt genommen und ein Dampfschiff gemalt, das auf wilder, grauer See schaukelte. Schließlich ein drittes für einen Piratenkapitän mit roter Scharpe, schwarzem Bart und Totenkopf-Flagge in den Händen. Er hatte die Bilder trocknen lassen und war am Nachmittag zurückgekehrt, um die Lehrerin zu fragen, ob er sie behalten dürfe. Als sie es erlaubte, nahm er sie und rannte ins Klo. Er schloss sich in eine Kabine ein, ließ die Hosen fallen und wickelte sich die Gemälde vorsichtig um Ober- und Unterschenkel. Er wusste noch, wie er mit steifen Beinen nach Hause gegangen war. »Wieso hinkst du?«, fragte seine neue Mutter. »Ich bin in der Schule hingefallen«, erklärte er. »Es ist nichts weiter. Geht schon wieder.« Er war die Treppe hoch in sein Zimmer gestarkst, wo Marty versuchte, auf dem Boden mit einem leeren Schuhkarton zu spielen. Er sah die Freude in den Augen seines Bruders vor sich, als er die Bilder herausholte und sie mit Reißzwecken, die er in der Schule hatte mitgehen lassen, an die sorgsam getünchten Wände heftete. Wenn er daran dachte, wie Martys ganzes Gesicht vor Begeisterung strahlte, musste er selbst grinsen. »Ein Boot!«, hatte sein Bruder gerufen. »Das bringt uns zu Mami zurück!« »Es ist eine lange Seefahrt daraus geworden«, dachte Jeffers. »Wir sind immer noch nicht angekommen.« Er überholte mühelos einen großen Laster, dessen Ohren betäubender Motorenlärm in die Stille des Wagens dröhnte. Er sah, wie Anne Hampton erschrocken zusammenzuckte. Als der Laster hinter ihnen verschwand, schwenkte Jeffers elegant auf die rechte Spur und fuhr weiter. Er zwang sich, an nichts zu denken, als ob er in seinem Kopf zu einer so grässlichen Leere fähig wäre wie diese verfluchten weißen Wände. Leer, ohne sich an das zu erinnern, was er gesehen hatte, was er getan hatte und was er zu tun beabsichtigte. Sie rauschten am frühen Nachmittag an den ersten Ausläufern von New Orleans vorbei, als der Himmel sich verdunkelte. Anne Hampton sah, wie sich große, graue Gewitterwolken am Horizont zusammenballten. Ihr entging nicht, dass Jeffers mit zunehmend schlechtem Wetter schneller fuhr. Als die ersten großen Regentropfen an die Windschutzscheibe spritzten, murmelte er gereizt einen Fluch und griff nach dem Schalter für die Scheibenwischer. Sie hatte gelernt, dass er redete, wenn er wollte, und sagte nichts. Wenig später brach er das Schweigen und ihre Vorsicht erwies sich als gerechtfertigt. »Verdammt!«, fluchte er. »Dieser scheiß Regen macht Schwierigkeiten!« »Wieso?« »Bei Regen ist es schwerer, markante Stellen wiederzufinden.« »Es ist lange her, dass ich das letzte Mal hier gewesen bin.« »Könnten Sie mir sagen, wohin wir fahren?« »Ja.« Er schwieg. »Sagen Sie es mir?« »Aber nur, wenn Sie wollen.« »Nein«, meinte er, »ich sag's dir.« »Wir fahren zu einem Ort namens Terrebonne, einem Dorf an der Küste, ein Stück hinter einer Kleinstadt namens Ashland. Das letzte Mal war ich am 8. August 74 da. Deshalb kann mich jede Kleinigkeit, der Wetterumschwung oder eine neue Straße, und die scheinen wahrhaftig alle neu zu sein, aus dem Konzept bringen.« Anne Hampton sah aus dem Fenster auf das sumpfige Marschland, das mit Piniengruppen und wenigen Weiden durchzogen war. Es schien ein Ort prähistorischer Schrecken zu sein, und sie zitterte. »Es sieht ziemlich wild aus.« »Ist es auch.« »Es ist fantastisch, wie auf einem anderen Planeten.« »Einsam, verloren, abgelegen.« »Es hat mir wirklich gefallen, als ich das erste Mal hier war.« Für Sekunden glaubte sie, ihr stünde das Herz still. Ihre Kehle schien so eng, als hätte ihr jemand die Hände um den Hals gelegt. Ihr Gaumen fühlte sich staubtrocken an. »Hier will er mich töten«, dachte sie. Sie versuchte, den Mund zu öffnen, um etwas zu sagen, brachte aber keinen Ton heraus. Sie wusste, dass sie die plötzlich eintretende Stille fühlen musste, und sie zermarterte sich den Kopf, was sie sagen sollte, obwohl sie in Wahrheit nur schreien wollte. Schließlich brachte sie eine Frage heraus, bereute aber augenblicklich, wie dürftig sie ausfiel. »Müssen wir dahin?«, fragte sie. Sie hörte sich an wie ein wimmerndes Kind. »Wieso nicht?«, fragte er zurück. »Ich weiß nicht, es kommt mir nur, na ja, sehr abgelegen vor.« »Deshalb habe ich es ja ausgesucht.« Sie sah, wie er ihr einen Blick zuwarf. »Du schreibst das ja gar nicht auf!«, sagte er gereizt. Sie griff nach dem Stift und dem Notizbuch, doch ihr zitterten erneut die Hände, und die Worte auf den Seiten waren verschwommen und unleserlich. In diesem Moment schlug er zu, blitzschnell, sodass sie kaum sah, wie er die flache Hand vom Lenkrad hob. Sie keuchte und ließ den Stift fallen, griff aber, indem sie den letzten Rest an Geistesgegenwart zusammennahm nach unten und hob ihn auf. Den Schmerz registrierte sie kaum. »Ich bin soweit!«, versicherte sie hastig. »Wie lange willst du dich noch so dumm anstellen?«, herrschte er sie an. »Ich bemühe mich!« »Bemühe dich mehr!« »Ich verspreche's, ich werde mich bemühen!« »Gut. Es gibt immer noch Hoffnung für dich.« »Danke. Es ist nur... nur...« Sie brachte die Worte nicht über die Lippen und fügte sich in die eintretende Stille. Sie lauschte auf das Motorengeräusch und das Quietschen der Scheibenwischer und fragte sich, wie es sich anfühlen würde, wenn es passierte. »Begriffsstutziger Boswell«, meinte Jeffers, nachdem einige Zeit verstrichen war. Er überlegte einen Moment, ob er sie beruhigen, ob er ihr verraten sollte, dass er noch Pläne mit ihr hatte. Doch dann besann er sich eines Besseren. Lieber gelegentliche Tränen, als dass sie Hoffnung schöpfte. »Du solltest mehr an die Qualität des Lebens denken, als daran, wie lang es ist.« Sie nickte. »Schreib das auf!«, befahl er. »Aphorismen! Jeffers und wie er die Welt sah. Des armen Douglas Jeffers Alma nach. Die Weisheiten des Douglas Jeffers, das ist deine Aufgabe!« »Selbstverständlich«, fügte sie sich. Sie fuhren weiter und sie fühlte sich vom Regen, von der Dunkelheit und der Angst vollkommen überschwemmt. »Weißt du, wohin wir fahren, Boswell?«, fragte Jeffers. Dann beantwortete er seine Frage selbst. »Wir werden eine alte Freundin besuchen. Meinst du nicht auch, dass Erinnerungen wie alte Freunde sind? Du kannst sie dir ins Gedächtnis rufen, so wie du eine Telefonnummer wählst. Sie melden sich und trösten dich.« »Und wenn es nun schlechte Erinnerungen sind?«, erkundigte sich Anne Hampton zaghaft. »Gute Frage«, antwortete er. »Aber ich glaube, schlechte Erinnerungen sind auf ihre Art genauso hilfreich und gut. Du legst dir auf deine eigene innere Waage. Setz deine eigenen Gewichtungen. Das Gute an schlechten Erinnerungen ist zumindest, na ja, dass sie nur Erinnerungen sind. Du hast sie hinter dir gelassen. Auf zu neuen Ufern. Ich denke, ich taxiere Erinnerungen nicht. Ich sehe sie als Teil eines Gesamtbildes. Als ob ich zum Beispiel eine lange Belichtungszeit nehme, wie bei einem dieser ausgefallenen Fotos auf dem National Geographic, weißt du? Wo die Kamera das Aufblühen einer Blume festhält. Oder das Ausbrüten eines Eis. Sie schrieb das auf. Jeffers lachte kalt. »Wir fahren dahin, wo der neue Douglas Jeffers etwas ausgebrütet hat.« Er reckte sich auf seinem Sitz vor und spähte in den grauen Himmel. »Einer der dunklen Orte der Erde«, zitierte er. Er sah zu Anne Hampton hinüber. »Weißt du, von wem das ist?« Sie schüttelte den Kopf. »Das heißt, jemand hat es geschrieben, aber eine Romanfigur sagt es.« »Wer?« Er schnaubte fast ein wenig amüsiert. »Du bist an Glisten im Hauptfach, komm schon. Kannst doch nicht auf dir sitzen lassen, dass dich ein angeschlagener alter Reporter mit Zitaten übertrumpft.« Sie kramte fieberhaft in ihrem Gedächtnis. »Shakespeare?« Er lachte. »Zu offensichtlich.« »Modern.« »Melville?« »Mh, nicht schlecht, schon wärmer.« »Forkner?« »Ach, nein, zu kurz.« »Ehm, Hemingway?« »Denk ans Meer.« »Conrad?« Jeffers lachte, und sie fiel ein. Nach einer Weile fragte sie. »Wieso gehen wir an einen der dunklen Orte der Erde?« »Weil«, antwortete Jeffers in sachlichem Ton, »ich dort mein Herz entdeckt habe.« Sie fuhren schweigend weiter. Anne Hampton sah, dass Jeffers Augen funkelten, als er ein Ausfahrtschild zu einer Landstraße entdeckte. »Verflucht!«, sagte er. »Das ist die Straße!« Er verließ den Highway, und wenig später erkannte sie, dass sie auf einer schmalen Nebenstraße waren, über die sich große Bäume wölbten und den Himmel verdeckten, sich aber in der Mitte teilten, sodass der Regen herunterschüttete. Sie ging rasant in eine Kurve, und Anne spürte, dass sie ein wenig ins Schleudern gerieten, sodass die Hinterräder sekundenlang durchdrehten und auf dem regennassen Asphalt quietschten. Sie hatte das beunruhigende Gefühl, dass Jeffers die Straße hinunterraste und kaum noch Kontrolle über den Wagen hatte. »Liebe ist Schmerz!«, erklärte Jeffers. Er wartete einen Moment. »Als ich klein war, habe ich immer die Männer meiner Mutter gehört. Sie stolperten und stapften herum und machten mehr Lärm, wenn sie versuchten, leise zu sein, als wenn sie sich einfach normal bewegt hätten. Es war spät nachts, und sie dachte wohl, ich schliefe. Ich kniff die Augen fest zu. Es war ein kleines, rotes Lämpchen im Raum, sodass ich die Lieder einen Spalt breit öffnen und sie sehen konnte. Ich erinnere mich, wie sie stöhnte und sich beklagte und am Ende vor Schmerz aufschrie. Habe ich nie vergessen. Er scheint ganz einfach, nicht wahr? Je mehr Liebe, desto mehr Verletzung. Klingt wie ein Du-Wop-Song aus den Fünfzigern, was? Er schnulzte. »You always love the one you heard.« Er warf Anne Hampton einen Blick zu. Dann sang er weiter. »You always kill the one you love.« Er wandte sich wieder ab und konzentrierte sich auf die Straße. »Es ist nicht mehr weit«, sagte er. Doch vor Angst konnte sie ihn kaum hören. Sie drangen immer weiter in das sumpfige Dunkel zwischen den Bäumen vor. Nirgends sah sie Lebenszeichen, abgesehen von vereinzelten, unscheinbaren Behausungen, die sich weiß vom immer dichter werdenden Grau des Tages abhoben. Im Verlauf der weiteren Fahrt war wieder mehr Himmel zu sehen, der sich mit noch dunkleren Wolken füllte, und sie wusste, dass sie sich der Küste näherten. Jeffers sagte nichts und konzentrierte sich, wie sie hoffte, auf die Straße, denn er starrte mit mürrischem Gesicht geradeaus. In der Ferne sah sie gewaltige Blitze, die quer über den Himmel geschleudert wurden, gefolgt vom Donnergrollen, das den Wagen erfüllte. Der Regen war noch stärker geworden. Er prasselte auf das Blechdach nieder und überflutete zwischen den Schlägen der Wischer die Scheibe. Sie betete, dass sie nicht aussteigen würden, obwohl sie wusste, dass sie es nicht verhindern konnte. Dann dachte sie, dass es wahrscheinlich keinen Unterschied machte, nass zu werden. Dennoch hatte sie die seltsame Vorstellung, dass sie, wenn es dazu kam, nicht zitternd und durchnässt ein jämmerliches Bild abgeben wollte. Jeffers bog erneut ab, und sie befanden sich auf einer noch kleineren, noch verlasseneren Straße. Sie schwieg und versuchte, an Zuhause zu denken, an ihre Mutter, ihren Vater, ihre Freunde, an die Sonne und den Sommer, der in der grauen Flut aus Wind und Regen untergegangen war. Wieder bog Jeffers ab. Und der Weg wurde holprig. Er war ungeteert. Jeffers fluchte. Ach, wir bleiben stecken, wenn wir da runterfahren. Verflucht, es ist nur noch eine halbe Meile. Er fuhr auf eine grasbewachsene Stelle und hielt an. Sie hasste das plötzliche Verstummen des Motorengeräuschs. Die Stille hüllte sie von allen Seiten ein. Douglas Jeffers denkt doch an alles, sagte er, griff hinter sich und nahm eine kleine Reisetasche vom Rücksitz. Er zog den Reißverschluss auf und schob ihr ein gelbes Regencape hin. Dann zog er eine dunkelgrüne, regenfeste Jacke mit passender Hose heraus. Das Beste aus dem LL Bean Katalog, erklärte er. Einen großen Teil des Fotografierens macht die Vorwegnahme künftiger Unannehmlichkeiten aus. Ich hoffe, es passt. Setz die Kapuze auf. Er half ihr dabei, das Cape überzuziehen. Dann schlüpfte er selbst in den Regenanzug. Also, meinte er, gehen wir. Es donnerte und ein neuer heftiger Regenguss prasselte auf den Wagen nieder. Jeffers lächelte und stieg aus. Eine Sekunde später öffnete sich Anne Hamptons Tür. Sie war klug genug, um nicht zu zögern. Von der Wucht des Regens schien ihr für einen Moment die Luft wegzubleiben und sie stand desorientiert und von Wind und Wetter benommen da. Sie merkte, wie Jeffers mit der gewohnten Kraft ihren Arm nahm und sie ließ sich von ihm mitzerren. Der Weg war sandig und unbefestigt und sie rutschte in ihren Laufschuhen, während Jeffers sie schob. Für Sekunden wünschte sie sich, wenigstens an einem trockenen, vertrauten Ort zu sterben. Das hier war besonders unfair. Sie konnte nichts sehen. Sie hatte das Gefühl, dass er einen Moment hinter ihr war und den nächsten neben ihr, um gleich danach vor ihr herzulaufen und sie mitzuziehen. Sie versuchte, in Gedanken, Ideen und Schlussfolgerungen zu formulieren. Wieso sollte er mir ein Regenkep geben, wenn er mich töten will? dachte sie. Am meisten Angst machte ihr allerdings die unabweisbare Tatsache, dass es ein Fehler war, irgendetwas von dem, das ihr geschah, eine Logik zuzuschreiben. Sie schloss die Augen vor den Blitzen und dem Regen und fing an, im Takt ihrer Füße Gebetsfetzen zu murmeln, um mit den vergessen geglaubten Rhythmen etwas Trost zu finden. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und dann vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Jeffers stieß sie ein wenig fester an und sie keuchte. Und ob ich schon wandelte, im finsteren Tal fürchte ich kein Unglück. Komm schon, drängte Jeffers. Es müsste direkt da vorne sein. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnaden. Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes. Gegrüßt seist du, Maria, Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes. Gegrüßt seist du, Maria. Nun komm endlich, verdammt, schneller! Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnaden, voll der Gnaden, voll der Gnaden, gegrüßt. Sie kniff ihm gehen die Augen zu und versuchte an irgendetwas anderes als den Regen, den Wind und den Druck von Douglas Jeffers Griff an ihrem Arm zu denken. Sie fragte sich, ob er ihr, wie bei einer Militärexekution, die Augen verbinden und ihr eine Zigarette geben würde. Tränen liefen ihr zusammen mit dem Regen die Wangen hinunter. Als sie das nächste Mal auftrat, gab der sandige Boden unter ihren Füßen nach. Sie rutschte aus und fiel vornüber. Während sie stürzte, entfuhr ihr ein unfreiwilliges Autsch, eher ein verärgerter als schmerzlicher Laut. Dann drehte sie sich wieder zu Jeffers um, der da stand und sich die Hand über die Augen legte, als blendete ihn die Sonne. Er spähte angestrengt in die Umgebung. »Verdammt!«, fluchte er. Er trat mit dem Fuß in den Sand. »Scheiße! Scheiße! Scheiße!« Er stapfte in einem kleinen Kreis herum und boxte wütend in die Luft. »Verdammt! Verdammt! Verdammt!« Sie gab kein Laut von sich. Schließlich drehte er sich zu ihr um und sah sie an. Sie glaubte, keine Luft zu bekommen. Dann lachte er. Sein Lachen wurde lauter und verlor sich in Wind und Donner. Ein paar Sekunden stand er über ihr und lachte. »Na ja!«, meinte er und rieb sich die Augen. »Was für ein Schlamassel! Wir sind an der falschen Stelle. Ich sag's ja, es ist Jahre her. Da unten müsste eine große, ich meine eine richtig große Weide sein. Ist ja aber nicht. Ich muss die falsche Straße erwischt haben.« Er half ihr auf. »Zurück zum Wagen!«, sagte er. »Das war's?«, fragte sie und bereute es augenblicklich. Jeffers schien es gar nicht zu bemerken. »Das war's!«, bestätigte er. Er warf ihr einen Arm um die Schulter und half ihr den Weg zum Wagen zurückzulaufen. Die Enge im Fahrzeug schien ihr tröstlich. Jeffers reichte ihr ein kleines Handtuch und beide trockneten sich ab, so gut es ging. Jeffers lachte leise weiter, als ob ihn etwas schrecklich amüsierte. Er startete den Motor und sie fuhren Richtung Highway zurück. »Hättest nicht gedacht, dass jemand wie ich etwas vermasselt, was?« »Nein«, erwiderte sie. »Ich meine«, erklärte er grinsend, »ich halte mir was drauf zugute, dass ich so ziemlich an alles denke. Nichts dem verdammten Zufall überlasse, womit mal wieder bewiesen wäre, dass selbst die besten Pläne...« Er lächelte. »Das Komische ist nur, dass dieser Ort mir wirklich wichtig ist. Zumindest die Erinnerung daran.« Er lächelte und fuhr langsam. »Na ja, ist wohl einfach zu viele Jahre her. Sind zu viele Straßen. Ich weiß immer noch nicht, wonach wir gesucht haben«, sagte sie. Er überlegte einen Moment und zuckte dann die Achseln. »Mein erstes Date«, antwortete er. »Meine erste richtige Liebe.« »Ein Mädchen?« »Was denn sonst?« Wieder schwieg er. »Einen von diesen blöden Feldwegen runter, die alle gleich aussehen«, erzählte er. »Da ist eine schattige Weide, ein Stück ins Gebüsch hinein. Sie nickte. Und da habe ich sie begraben.« Die letzten Worte sprach er in einer unerwarteten, klirrenden Kälte, die sich tief in Anne Hamptons Herz eingrob. Sie merkte einen plötzlichen Anfall von Übelkeit. Sie biss die Zähne zusammen und gestikulierte wild in Jeffers Richtung. Er verstand sofort, hielt an, warf die Tür an seiner Seite, aufzog sie über seinen Schoß herüber und hielt ihren Kopf in den Regen, wo sie sich heftig übergab. Während ihrer Fahrt nach New Orleans zurückbrach der Abend herein. Sie hatten den restlichen Nachmittag in völligem Schweigen verbracht. Jeffers war in seiner Erinnerung vertieft. Er versuchte, sich den Namen des Mädchens ins Gedächtnis zu rufen. Er wusste nur, dass es etwas Südliches war, Billy Joe oder Bobby Joe, und er sah ihr silbern, glänzendes Kleid vor sich, das zu kurz und zu eng geschnitten war und wenig Zweifel darin ließ, mit welchem Erwerbszweig sie nachging. Er gabelte sie auf und verhielt sich nonchalant, großzügig und beherrscht, wohl wissend, was er mit ihr machen würde. Zuerst hatte sie sich beschwert, als er Richtung Stadtrand fuhr, doch dann hatte er ihr einen zusätzlichen Zwanzig-Dollar-Schein in den Ausschnitt geschoben und versprochen, es würde sich für sie lohnen. Sie hatte weitergeplappert und ihn mit ihrem schleppenden, leeren Südstaatengeschwafel in seinen Gedanken gestört. Also hatte er an der erstbesten, einsamen Stelle angehalten, sich zu ihr umgedreht und sie, sobald sie sich im Sitz zurückgelehnt hatte, zusammengeschlagen. Dann war er zu der Stelle weitergefahren, die er sich auf der Landkarte ausgesucht hatte, mit dem verballhornten, französischen Namen »Gute Erde«. Allein mit seinen Gedanken war die weitere Strecke in die Dunkelheit ein leichtes gewesen. Ihm war es egal, ob sie bei Bewusstsein war oder nicht. Die Tat als solche war es, die ihn faszinierte. »Sie war eine Hure«, erklärte er. Anne Hampton nickte verzweifelt. »Was war so kostbar an ihrem Leben?« fragte er wütend. Sie antwortete nicht. »Du hast all diese antiquierten Vorstellungen von richtig und falsch und von Moral«, schnauzte er. »Du verstehst das nicht«, fuhr er nach einer Weile fort. »Sie war dazu geboren, so zu sterben. Ich war dazu geboren, sie zu töten. Wir mussten uns nur noch finden.« Sie drehte sich zu ihm und wollte etwas erwidern, biss sich aber auf die Zunge. Er sprach aus, was sie dachte. »Du willst sagen, dass es Unrecht ist, jemandem das Leben zu nehmen, richtig?« Sie nickte. »Na schön, mag sein. Aber was macht das schon?« Sie wusste nichts zu erwidern. »Ich will's dir sagen.« »Ich will's dir sagen.« »Nichts.« Wieder sah er sie an. »Regierungen töten aus politischen Motiven, ich töte aus Vergnügen.« »So verschieden ist das nicht.« »So einfach ist das bestimmt nicht,« entgegnete sie. »Das kann es nicht sein.« »Nicht?« »Du meinst, es ist so schwer zu töten?« »Du meinst wirklich, es ist so verdammt schwer?« »Na schön,« fuhr er fort. »Na schön, verdammt, na schön!« Der Regen hatte nachgelassen, im leichten Nieseln schnitten die Scheinwerfer Streifen in die schwarze Nacht. Vor ihnen schimmerte New Orleans und Jeffers fuhr schneller auf die Lichter zu. Er sagte nichts, bis sie die Stadt erreichten, wo die Hochleistungsdampflampen gegen das Dunkel kämpften. Die Stadt war nicht tröstlicher als das Moor und Anne Hampton wurde plötzlich bewusst, dass für einen Menschen wie Jeffers zwischen beidem kein Unterschied bestand. Sie warf einen Seitenblick auf den Mann mit der ehrenden Miene, dem angespannten Kinn und merkte, wie sich ihr der Magen verkrampfte. Sie schlängelten sich durch die Straßen der Metropole. Jeffers spähte, offenbar auf der Suche nach etwas, angestrengt aus den Fenstern. Plötzlich trat er auf die Bremse und fuhr an den Bürgersteig heran. »Du meinst, es ist so verdammt schwer?« knurrte er wütend. »Ist es aber nicht.« Er spähte in beide Richtungen der Straße, griff dann in seine Waffentasche und zog den kurzläufigen Revolver heraus. Er hielt ihn ihr unter die Nase. »Schwer?« »Dann sieh genau hin.« »Kurble deine Scheibe herunter.« Sie gehorchte und ein Schwall stickiger, feuchter Luft drang ins Wageninnere. Sie zitterte. Sie hatte keine Ahnung, was passieren würde. Jeffers stieg aus und lief zu ihrer Seite herum. Er steckte den Kopf ins Fenster und befahl, »Sieh genau hin!« Sie nickte. Er trat beiseite und sie entdeckte eine Gestalt, die in einem unbeleuchteten Hauseingang an der Wand kauerte. Sie sah, wie Jeffers noch einmal in beide Richtungen der Straße blickte und dann den Bürgersteig überquerte. Jeffers stieß den Obdachlosen mit dem Fuß an. »Wach auf, alter Knabe!« Der Mann hob benommen den angegrauten Kopf. Jeffers drehte sich wieder zu Anne Hampton um. Sie sah, dass der Mann einen Bart hatte und mit freundlicher Neugier, ohne über die Störung verärgert zu sein, aufblickte. Sie begegnete Jeffers hartem Blick. Sie hatte das Gefühl, in einen unerklärlichen Abwind zu geraten und hilflos von einer unsichtbaren Kraft in die Tiefe gerissen zu werden. Sie sah, wie sich Jeffers wieder zu dem Obdachlosen umwandte, der offenbar versuchte, aus der Vergangenheit irgendwelche längst vergessenen Worte hervorzukramen, um etwas zu fragen. »Gute Nacht, alter Knabe!« »Tut mir leid, dass es auf diese Weise sein muss«, sagte Jeffers. Er beugte sich blitzschnell vor und steckte dem Mann in einer einzigen Bewegung den Pistolenlauf in den leicht geöffneten Mund. Jeffers hob die linke Hand, um sich vor dem Rückstoß zu schützen. Dann drückte er ab. Es gab einen einzigen gedämpften Knall. Der Mann schien sich kurz aufzubäumen, dann sackte er zusammen, als sei er wieder eingeschlafen. Anne Hampton öffnete den Mund, um zu schreien, konnte es aber nicht. Jeffers machte einen Schritt nach hinten, sah noch einmal in beide Richtungen die Straße hinunter und kehrte zügig zum Wagen zurück. Langsam fuhren sie vom Bordstein, Bogen um eine Ecke, dann um die nächste und die übernächste und immer so weiter durch die Nacht. Kurble deine Scheibe hoch, forderte Jeffers sie auf. Ihre Hand zitterte auf dem Griff. Ihr Atem kam in kurzen, krampfartigen Stößen. Statt Worte drang ihr nur klägliche Wimmerlaute über die Lippen. Du siehst also, wie leicht es ist, sagte Jeffers. Er sah sie von der Seite an. Das ist deine Schuld, stellte er fest. Er schwieg. Hättest du mich nicht provoziert, hätte ich nicht etwas so verabscheuenswürdiges tun müssen. Er sah sie mit einem kurzen, durchdringenden Blick an. Das ist ganz allein deine Schuld. Es ist so, als hättest du selbst die Pistole genommen und abgedrückt. Als hättest du selbst diesen Mann ermordet, dieses Leben ausgelöscht. Siehst du, jetzt bist du nicht besser als ich. Verstehst du? Verstehst du, Mörderin? Anne Hampton nickte in Tränen aufgelöst. Wie fühlt man sich so als Killer? Sie fand keine Worte und er bedrängte sie nicht. Sie fuhren in die tiefe Nacht. Siebtes Kapitel Fassungslosigkeit Martin Jeffers eilte mit flatternden weißen Rockstößen durch die geschlossene Abteilung. Die Patienten, die in Trauben zusammenstanden und bei seinem Kommen auseinanderstoben wie unschuldige Tiere auf dem Hof, nahm er kaum zur Kenntnis. Immerhin schafft er es, die ihm bekannten Patienten mit einem kurzen Nicken zu grüßen, während sie die Geste mit der üblichen Mischung aus Glotzen, Grinsen, Knurren sowie abgewendeten Blicken und einem gelegentlichen Fluch erwiderten. Der ganz normale Alltag in der geschlossenen Abteilung. Er wusste, dass ein schneller Schritt hinter seinem Rücken Diskussionen auslösen würde. In einer Welt beharrlicher Routine weckte jedes Verhalten, das eine äußere Dringlichkeit signalisierte, Neugier und bot sich als Gesprächsstoff an. Währenddessen trieb die Nachricht vom Eintreffen der Kripobeamtin seine eigenen Spekulationen voran. Und auf seinem Marsch durch die Flure überlegte er, welcher der Lost Boys in den letzten Jahren einmal in Miami gewesen sein könnte und wer von ihnen sich verdächtig dagegen gesperrt hatte, über seine jüngste Vergangenheit zu reden. In einer Gruppe, die viel von ihrer Energie darauf verwandte, Dinge zu verbergen, hatte Jeffers die Fähigkeit, zur Kunst erhoben, Tabus und Heimlichkeiten aufzuspüren. Er durchforstete seine Erinnerung, doch auf Anhieb fiel ihm niemand ein. Er spürte, wie aufgeregt er plötzlich war. Die Worte »Beamtin von der Mordkommission« umgab etwas Geheimnisvolles, eine eigentümliche Faszination. Er versuchte, sich eine Frau vorzustellen, die in einem Mord ermittelte und kam zu dem Schluss, dass es sich nur um eine ungepflegte, kantige und zielstrebige Person handeln konnte. Er überlegte, wie er darauf kam, dass die Beschäftigung mit Mord eine Männerdomäne sei. Als ob blutverschmierte, übel zugerichtete Leichen von Natur aus Sache von Männern wären, so wie Pokerrunden und Umkleidekabinen im Sportverein. Ihn bedrängten Bilder von plötzlichem, gewaltsamem Sterben. Für eine Sekunde schossen ihm das Bild seines Bruders hoch. In Buschhemd und Kakihose, auf dem Sprung zu einer seiner Reisenden einen Krieg, ein Desaster oder irgendeinen anderen Auswuchs menschlichen Wahnsinns. Er dachte an seine Fotos aus Saigon, Beirut und Zentralamerika. Eins von Ducks Bildern hatte er in einer der überregionalen Wochenzeitschriften gesehen. In der Mitte stand ein anderer Fotograf zwischen den Leichen in Jonestown, Guyana. Das grün und warme Braun des üppig wuchernden Dschungels hatte in scharfem Kontrast zu dem Mann gestanden. Der Mann hatte sich ein großes, buntes Tuch um Mund und Nase gebunden. Man brauchte nur einen Moment auf das Bild zu starren, um zu begreifen, dass er sich gegen den Gestank der in der Sonne aufgedunsenen Leichen schützte. Der Fotograf war der Inbegriff dessen, was sich die kindliche Fantasie unter einem Wildwest-Desperado vorstellte. In Jeans, Stiefeln und den im Hemd, nur dass er statt eines Revolvers seine Kamera hielt. Aus seinen Augen sprach Verwirrung und eine weltmütige Traurigkeit. Douglas Jeffers hatte seinen Konkurrenten in einem Augenblick der Unentschlossenheit abgelichtet, in dem ihn das Bild des kollektiven Selbstmords schier überwältigte und er nicht wusste, welchen schrecklichen Anblick er als nächstes ausschlachten sollte. Eine perfekt in Szene gesetzte Vision, hatte Martin Jeffers damals denken müssen, als er das Foto zum ersten Mal sah. Ein zivilisierter Mann, den es in eine prähistorische Welt verschlagen hatte und der Verhaltensweisen zu begreifen suchte, die der Tierwelt angehörten, um sie für den Konsum und zur Faszination einer Gesellschaft aufzubereiten, die gegen solche Abirrungen vielleicht weniger gefeit war, als sie sich einredete. Jeffers eilte weiter und dachte daran, wie viele Fotos seines Bruders den Tod zum Gegenstand hatten. Ihm wurde schlagartig klar, dass sie jedes für sich faszinierend waren. Wir versuchen, immer wieder zu begreifen, dachte er, warum Menschen sich so benehmen, wie sie sich benehmen und vor allem, wieso sie morden. Dabei ist kaum etwas so universal verbreitet, dachte er. Sind wir nicht alle dazu fähig? Jetzt klang er schon wie sein Bruder. Er schüttelte den Kopf und lauschte auf das Quietschen seiner Sohlen auf dem gebunerten Linoleum. Nun ja, ein paar von uns sind dazu eben fähiger als andere. Ihm geisterten die Gesichter der Lost Boys durch den Kopf. Der Besuch der Kripo war an sich nichts Ungewöhnliches. Er erinnerte sich an einige Gelegenheiten in der Vergangenheit, bei denen er von dunkeläugigen, einsilbigen Männern zu sich bestellt wurde, die über das eine oder andere Mitglied seiner Therapiegruppe sich langsam zuspitzende Fragen stellten. Natürlich hatte er aufgrund der ärztlichen Schweigepflicht nur in sehr beschränktem Maße helfen können. An einen Ermittler konnte er sich besonders gut erinnern. Nach einem frustrierenden Gespräch mit Jeffers hatte der ihn wütend eine ganze Minute lang angestarrt und dann gefragt, hat der Mann einen Zimmer genossen? Nein, hatte Jeffers erwidert. Ist er mit irgendjemandem besonders viel zusammen? Nun ja, hatte Jeffers geantwortet. Er hat einen Freund. Gut, hatte der Polizist gesagt. Dann will ich mit dem Mann reden. Jeffers sah noch vor sich, wie der Detective dem Kumpel des Verdächtigen in einem wiedereröffneten Fall gegenüber gesessen hatte. Der Detective war direkt und entschlossen aufgetreten, doch nie aggressiv. Jeffers sah sich, wie er gedacht hatte, er sollte sich von der Gesprächsmethode des Polizisten eine Scheibe abschneiden, da sie sich bei bestimmten Abläufen in der Therapie als nützlich erweisen könnte. Er war beeindruckt, wie der Beamte binnen einer Stunde sämtliche benötigten Informationen aus dem Mann herausbekommen hatte, der nur allzu bereit war für die Aussicht auf vorzeitige Entlassung das Leben seines Knastbruders zu verkaufen. Jeffers hatte das nicht empört. So lief es nun mal in der Welt der Lost Boys, wo Luke und Trug die Regel waren. Verrat als Lebensphilosophie, etwas ganz und gar Alltägliches. Ihm kam plötzlich der Gedanke, dass das Leben eine einzige Abfolge von Verrat, von banalen Lügen, faulen Kompromissen und fadenscheinigen Entschuldigungen war. Er war gespannt auf die Frau von der Kripo. Sie komplizierte die Situation. Seine Arbeit mit den Lost Boys drehte sich zu einem guten Teil darum, ihnen klarzumachen, dass Frauen Individuen sind und keine kollektive Zielscheibe für ihren Hass. Die Vorstellung, dass eine von ihnen kam, um einen von ihnen zu jagen, hatte etwas Beängstigendes. So als sei eine ihrer tiefsten Ängste aus einem ihrer Albträume entsprungen und klopfte an die Tür zum Aufenthaltsraum. Zumindest bietet es uns eine Menge Gesprächsstoff, dachte er. Das gehörte zu den Herausforderungen, die der Beruf mit sich brachte. Aus der Verknüpfung von Erinnerung und Alltagsgegenwart therapeutischen Nutzen zu ziehen. Vielleicht lade ich sie ein, mit in eine Sitzung zu kommen, überlegte er. Das würde ihr Angst machen. Danach hätte sie vermutlich nicht übel Lust, sie alle zu verhaften. Und es würde die Lost Boys zu Tode erschrecken. In letzter Zeit sind sie sowieso viel zu selbstgefällig, überlegte er. Sie könnte die Jungs wieder auf den Teppich der Tatsachen zurückholen, sie ein bisschen aufmischen und die Sitzungen in die richtigen Bahnen lenken. Bei dem Gedanken musste er unwillkürlich grinsen, während er an die Tür der Geschlossenen klopfte, damit der Pfleger ihn herausließ. Die Tür ging knarrend auf und Jeffers dachte einen Moment, dass ich in der altersschwachen Anstalt alles mit Ächzen und Quietschen dagegen verwahrte, in Gebrauch genommen zu werden. Er dankte dem Mann, der mürrisch beiseite trat, während er vorbeirauschte. Jeffers eilte durch den Flur und war im nächsten Moment im Verwaltungstrakt. Die Büros waren hier eine Klasse besser ausgestattet, die Farbe frischer, die Sonne nicht von der Kreuzschraffur der schmutzigen Gitterstäbe verunstaltet. Er öffnete die Tür zum Büro des Verwaltungsdirektors. Dr. Harrisons Sekretärin sah auf und deutete wie ein Anhalter mit dem Daumen auf das eigentliche Büro, zu dem ihr Vorzimmer führte. Sie warten da drinnen auf sie, erklärte sie. Was meinen Sie, hinter wem sie her ist? Irgendwie vermutlich hinter allen, erwiderte Jeffers. Es war ein kleiner Schatz und die Sekretärin lachte. Jeffers öffnete die Tür und trat ein. Zuerst sah er Dr. Harrison, der sich hinter seinem großen braunen Schreibtisch langsam erhob. Er war ein älterer Haar mit ergrautem Haar, zu aufgeschlossen für die festgefahrene Routine einer staatlichen Geistesheilanstalt, zu alt und zu müde, um noch eigene Wege zu beschreiten. Jeffers mochte ihn trotz seiner Unzulänglichkeiten als Verwalter sehr. Dr. Harrison nickte Jeffers zu, bevor er sich zu der anderen Person umwandte, die sich ebenfalls erhob. Jeffers blieb kaum Zeit, die Frau zu taxieren. Dass sie ungefähr in seinem Alter war, erkannte er sofort. Als nächstes nahm er vage, dunkelbraunes Haar, ein konservatives, aber modisches Seidenkleid und die schlanke Figur war, bevor ihn die Augen der Kripobeamtin in ihren Bann zogen. Sie schienen schwarz zu sein und ihn unverwandt anzustarren. Unter diesem Blick kam er nicht zu der üblichen männlichen Feststellung, ob sie attraktiv war oder nicht. Er hatte das beunruhigende Gefühl, als fixierte ihn ein Henker, der mit unbestechlichem Auge abschätzte, wie fest er mit der Axt zuschlagen musste, um den Kopf zu Fall zu bringen. Ihm war augenblicklich unbehaglich und er stammelte, ich, ähm, bin Dr. Jeffers, wie kann ich Ihnen helfen, Detective? Die Worte hingen in der Luft. Seine Hand blieb ein paar Sekunden lang ausgestreckt, bevor sie widerstrebend die Ihre hob, um seinen Gruß zu erwidern. Ihr Griff war fest, wohl ein wenig übertrieben. Sie ließ seine Hand los, er zog sie zurück und wie eine Nebelbank über dem Meer hing, berät es Schweigen über dem Raum. Ein nasskalter Moment verging, dann noch einer, in dem sie, ohne mit der Wimper zu zucken, seinem Blick standhielt. Schließlich fragte sie in einem Ton, der durch die Selbstbeherrschung, die er aus jedem Wort herauszuhören glaubte, umso erschreckender klang, wo ist Ihr Bruder? Sie war augenblicklich wütend auf sich, als sie die Mischung aus Schock und Verwirrung im Gesicht des Arztes sah. Es war unvermeidlich gewesen, das hatte sie gewusst. Auf der Fahrt zur Anstalt hatte sie Dutzende von Eröffnungszügen erwogen, auch wenn sie von Anfang an gewusst hatte, dass sie an den Bruder von Susans Mörder im Grunde nur eine einzige, alles entscheidende Frage hatte. Für Detective Barron war sie von atomarer Sprengkraft und die Konfrontation mit dem Doktor musste sie zwangsläufig zünden. Dabei zweifelte sie nicht daran, früher oder später die richtige Antwort zu bekommen. Wer so entschlossen danach suchte, musste irgendwann fündig werden. Und wenn es soweit ist, hatte sie gedacht, dann bin ich bereit. Ein Teil von ihr hatte naiv gehofft, es wurde leicht. Sie traute diesem Optimismus nicht, doch sie wusste, dass sich bei einem Frontalangriff viele Menschen zu einer unüberlegten Reaktion hinreißen ließen. Er ist in... Und schon fiel der Name einer Stadt, bevor das Misstrauen einsetzte und die unvermeidliche Frage kam. Wieso wollen sie das wissen? Sie sah, wie der Bruder den Mund aufmachte, wie er zu einer Antwort ansetzte, und sie lehnte sich kaum merklich vor, auch wenn sie gleichzeitig wusste, dass sie zu viel Eifer zeigte. Doch im selben Moment machte er dicht und erwiderte ihren kühlen, unverwandten Blick. Verdammt, dachte sie wieder. Das wird nicht leicht. Verdammt, verdammt, verdammt. In diesem Moment hasste sie ihn fast so sehr wie den Mann, hinter dem sie her war. Fleisch und Blut, dachte sie. Vom selben Schlag. Sie sah, wie der Bruder schluckte und dem Verwaltungsdirektor einen Blick zuwarf, um etwas Zeit zu schinden und, verständlicherweise, mit dem Ansturm der Gefühle fertig zu werden. Sie spürte, wie er diese wenigen Sekunden dazu nutzte, sich zu fassen und eine professionelle Fassade zu errichten. Er muss es gewohnt sein, mit Unvorhersehbarem umzugehen. Das gehört zu seinem Beruf. Er kommt damit klar. Wenig später lenkte er seine Augen wieder auf sie und sie schwiegen einander an. Dann zog er sich einen Stuhl heran und ließ sich darauf nieder, ohne den Blick von ihr abzuwenden, als wolle er die elektrische Spannung, die zwischen ihnen knisterte, nicht unterbrechen. Betont schlug er die Beine übereinander und forderte sie, wie der Lehrer den übereifrigen Schüler mit einer jovialen, unbekümmerten Geste auf, auch ihrerseits wieder Platz zu nehmen. Verdammt, dachte sie wieder, ich hatte ihn fast am Haken und jetzt ist es beinahe umgekehrt. Sie ließ sich gegenüber dem Bruder des Mörders nieder. Martin Jeffers setzte alles daran, sich den Anschein interessierter Nonchalanz zu geben, so wie er es immer tat, wenn ihm ein Patient ein grausiges Verbrechen gestand. Innerlich aber schnürte es ihm die Kehle zu und die Härchen auf seinen Unterarm stellten sich auf. Er merkte, wie ihm der Schweiß unter die Achseln trat, wagte jedoch nicht einmal, sich die feuchten Hände an der Hose abzuwischen. Der Albtraum schlug wie eine Woge über ihm zusammen. Er wehrte die Bilder ab, die ihn bestürmten und konzentrierte sich ganz auf ihre Frage, ohne über die gefährlichen Implikationen nachzudenken. Sie ist hinter Duck her, dachte er, und dann, ich hab's gewusst. Und dann, aber woher denn? Er kämpfte gegen die Bilder an, die sich ungebeten in sein Bewusstsein schlichen, von Kindheitsängsten bis zu Befürchtungen als Erwachsener. Er suchte verzweifelt nach einem Strohhalm, als könnte irgendein noch so dürftiger Halt das Gefühl besiegen, dass der Boden unter ihm schwankte. Doch er wusste ebenso gut, dass die Kripobeamtin das merken würde. Also wischte er alles von seinen Ängsten bis zu seiner Neugier beiseite und ließ nur einen Gedanken zu. Finde es heraus. Gibt nichts Preis, aber finde es heraus. Er holte Tiefluft. Es half. Er schlug die Beine übereinander und nahm eine entspannte, bequeme Haltung ein. Er beugte sich vor und zog sich eine Socke hoch. Er steckte die Hand in die Brusttasche und zog einen kleinen Block sowie einen Stift heraus. Er tippte ein paar Mal langsam mit dem Kugelschreiber auf das Papier. Dann sah er auf, kratzte alles zusammen, was er an Heuchelei und Täuschungskraft zu bieten hatte und lächelte die Polizistin an. Tut mir leid, Detective, ich habe Ihren Namen nicht ganz. Mercedes Baron. Er schrieb in sich auf. Es gab ihm Halt, etwas zu Papier zu bringen. Und zu welcher Dienststelle? Kripo Miami. Ach ja, richtig, sagte er, während er weiterschrieb. Ich war noch nie in Miami, wollte eigentlich schon immer mal hin. Die Palmen, die Sonne, die Strände, die ganze Zeit schön warm. Klingt nett, aber ich habe es nie bis dahin geschafft. Ihr Bruder schon? Tatsächlich? Ich weiß nichts davon, aber es ist schwer, bei ihm auf dem Laufenden zu bleiben. Und natürlich gibt es im schönen Miami jede Menge Nachrichten. Unruhen, Schleuserboote, Flüchtlinge, alles Mögliche. Also, ja, schon denkbar. Und er war praktisch schon überall, also manchmal frage ich mich, wo er noch nicht gewesen ist. Ein echter Globetrotter. Er war letztes Jahr dort, im September, zu einem Footballspiel. Zu einem Footballspiel? Wissen Sie, ich glaube, er macht sich nicht allzu viel aus Sport. Er hatte den Auftrag, den Quarterback zu fotografieren. Ach so, Sie meinen beruflich. Ja, das kann schon sein. Jeffers schwieg. Er ließ den Blick durchs Zimmer schweifen, um sich zu sammeln. Ihm wurde bewusst, dass er mit seiner Vorstellung bei der Kripo-Frau vermutlich keinen Eindruck machte. Er blickte kurz zu ihr hinüber und stellte fest, dass sie sich nicht gerührt hatte, nicht mit einem einzigen Muskel. Ganz schön zugeknöpft, dachte er. Bis auf die Knochen. Augenblicklich fragte er sich, wieso. Die meisten Ermittler versuchen sich einzuschmeicheln, egal wie stark die Spannung ist. Konzentrier dich auf die Frage, dachte er. Er fühlte sich besser, immer noch auf der Hut, immer noch in einer unbekannten, nebulösen Gefahr, aber dennoch besser. Aber was hat ein Footballspiel mit Es geht um den Mord an einer jungen Frau, Susan Lewis. Aha, verstehe. meinte Martin Jeffers, auch wenn er natürlich wusste, dass er rein gar nichts verstand. Er schrieb den Namen und den Monat auf seinen Block, bevor er fragte, wissen Sie, Detective, ich komme nicht ganz mit. Was in aller Welt könnten Sie von meinem Bruder wollen? Rache, schrie es in Mercedes-Berons Kopf, doch sie schluckte das Wort hinunter. Sie atmete ihrerseits einmal tief durch, lehnte sich auf dem Stuhl zurück und zog, bevor sie antwortete, ihren eigenen Block und Stift heraus. Ich spiele auch nicht schlecht, dachte sie, und ich werde gewinnen. Sie haben völlig recht, Doktor, ich eile den Dingen weit voraus. Sie sprach so, dass es betont gelangweilt klang und zähmte ihre Emotionen. Sie brachte sogar ein zartes Lächeln zustande, dazu ein gleichgültiges Nicken. Ich ermittle in einer Straftat, die im letzten Herbst passiert ist. Am 8. September genauer gesagt. Wir haben Grund zu der Annahme, dass ihr Bruder ein unverzichtbarer Zeuge sein könnte. Möglicherweise ist er sogar im Besitz von Fotos zum Verbrechen, die uns weiterhelfen könnten. Sie fand den Gebrauch des plurales Majestates besonders wirkungsvoll. Ihre Wortwahl schien ihr gelungen, besonders der Einfall mit den Fotos. Das erweckte den Eindruck, Douglas Jeffers könnte der Polizei helfen. Denn vielleicht würde es an das bürgerliche Pflichtgefühl des Doktors appellieren, falls er denn ein solches besaß. Sie forschte im Gesicht des Bruders nach irgendeinem Anzeichen, dass er etwas wusste oder vermutete. Er schien jedes Wort sorgsam abzuwägen. Wieder fluchte sie innerlich. Versuch, ihn emotional zu packen, dachte sie. Dann öffnet er sich. Hoffentlich. Doch bevor sie das Wort ergreifen konnte, stellte er eine Frage. Also, ich verstehe immer noch nicht. Doug hat mir gegenüber nie etwas davon erwähnt. Vielleicht könnten Sie mal ein bisschen mehr erklären. Sie dachte nicht daran. Sie stehen Ihrem Bruder nah? Nun ja, bis zu einem gewissen Grad stehen sich alle Brüder nah, Detective. Sie haben sicher auch Familie. Sie kennen das bestimmt. Eine ausweichende Antwort, dachte sie. Wann haben Sie ihn das letzte Mal gesehen? Nun, sein letzter richtiger Besuch ist Jahre her. Dr. Harrison fiel ihm ins Wort. Marty, hat er dich nicht erst letzte Woche besucht? Jeffers wünschte sich, seinem Freund einen funkelnden Blick zuwerfen zu können, damit er den Mund hielt. Doch ihm war klar, wie gefährlich das wäre. Er versuchte mit aller Macht zu verstehen, worauf die Polizistin hinaus wollte. Er traute keinem ihrer Worte. Ebenso wenig dem falschen Lächeln und dem plötzlich so unbeschwerten Umgangston. Denn er wusste mit dem sicheren Instinkt eines Mannes, der sich sein ganzes Leben lang mit Ängsten quälte, dass sein Bruder in Schwierigkeiten steckte und der Teufel sollte ihn holen, wenn er ihn noch weiter reinritt. Ach so, ja, das stimmt, Jim. Aber er hat nur auf ein kurzes Mittagessen vorbeigeschaut und dann war er schon wieder weg. Das kann für Detective Barron kaum von Interesse sein. Aber er hat ihnen gesagt, wohin er wollte? fragte die Polizistin. Martin Jeffers schoss das Bild seines Bruders in den Kopf, wie er ihm die kryptische Auskunft über seine Urlaubspläne gab. Er musste überlegen. Was hat er noch gleich gesagt? Was hat er gemeint? Jeffers blickte auf und sah, dass wieder diese Intensität im Blick der Polizistin lag. Soweit ich mich entsinne, nicht, erwiderte Jeffers hastig. Er hätte sich dafür ohrfeigen können, wie überstürzt die Antwort klang. Ein Moment herrschte Schweigen im Raum. Mercedes Barron lächelte. Sie kaufte ihm die abschlägige Antwort nicht eine Sekunde ab. Wieder trat eine Pause ein, bevor Jeffers seinerseits fragte, Sie waren gewiss in seiner Fotoagentur, Detective, oder? Konnten die Ihnen nicht weiterhelfen? Ich weiß, dass Sie Ihre Mitarbeiter immer gerne im Auge behalten, selbst wenn Sie mit irgendeiner Guerilla-Armee durch irgendeinen Dschungel stapfen. Sie wussten nicht, fing Detective Barron an und brach mitten im Satz ab. Idiot, dachte sie. Nichts preisgeben. Sie war wütend und versuchte augenblicklich, Boden gut zu machen. Sie konnten nichts Genaues sagen, aber Sie haben mir geraten, mich an Sie zu wenden, deswegen bin ich hier. Sie fischt im Trüben, dachte Martin Jeffers. Fragt sich bloß, wie trübe? Wissen Sie, Detective, das ist alles sehr verwirrend für mich. Sie kommen her und fragen mich nach meinem Bruder, mit dem ich seit Jahren kaum Kontakt habe, um ihn wegen einer Straftat zu vernehmen, die Sie nicht weiter benennen. Sie haben mir bis jetzt nicht einmal verraten, um was für ein Verbrechen es sich handelt oder was er darüber möglicherweise wissen könnte. Sie signalisieren, es sei wichtig, dass Sie ihn sofort erreichen, erklären aber nicht, wieso. Ich weiß einfach nicht, Detective. Ich glaube, Sie haben das Pferd beim Schwanz aufgezäumt. So funktioniert das nicht. Ich meine, ich möchte natürlich mit der Polizei kooperieren, aber ich verstehe das Ganze nicht. Tut mir leid, Doktor, aber ich kann keine vertraulichen Informationen weitergeben. Das war eine lahme Ausrede, und das wusste sie. Seine Antwort kannte sie im Voraus. Nicht? Nun ja, dann tut es mir auch leid. Wenn du mauerst, kann ich das auch, dachte er. Sie starrten einander wiederum schweigend an. Detective Barron hätte plötzlich schreien mögen. Ihr tat innerlich alles weh. Ich hab's vermasselt, dachte sie. Ich bin nah dran, aber ich hab Scheiße gebaut. Jeffers hat seinen Pass und Geld und einen Bruder, der sich vor ihn stellt, ohne zu wissen, was er getan hat, und der ihm stecken wird, dass jemand hinter ihm her ist. Und Douglas Jeffers macht sich aus dem Staub, einfach so. Martin Jeffers hatte nur noch das Bedürfnis, so schnell wie möglich dieses Zimmer zu verlassen. Hier stimmt etwas nicht, dachte er. Er musste in Erfahrung bringen, was. Er kannte aber zugleich, dass er nicht einmal ansatzweise genug wusste, um zu sehen, in welcher Richtung er suchen sollte. An diesem Punkt erkannte er, dass er mit der Polizistin reden musste. Und er fragte sich, wie er das Gespräch so lenken konnte, dass er Informationen bekam, ohne seinerseits welche preiszugeben. Er dachte an seine Psychoanalytikerfreunde. Die wüssten, wie. Lass sie sich auf die Couch legen und nimm hinter ihrem Kopf Platz. Er schmunzelte. Was ist so komisch? fragte Detective Barron. Nein, nichts. Mir kam nur ein seltsamer Gedanke, erwiderte Jeffers. Ich könnte einen guten Witz vertragen, sagte sie bitter. Wollen Sie ihn mir nicht verraten? Tut mir leid, entschuldigte sich Jeffers. Ich wollte nicht den Eindruck erwecken, die Sache auf die leichte Schulter zu nehmen. Sie unterbrach ihn. Natürlich nicht. Er sah, dass sie ihm nicht glaubte. In dem Moment blickte Jeffers ihr direkt in die Augen und erkannte, dass hier mehr auf dem Spiel zu stehen schien. Er konnte nicht sagen, woraus er das schloss. Vielleicht war es ihre Körperhaltung, die Neigung ihres Kopfes, ihr glühender Blick. Die Intensität, die sie ausstrahlte, hatte etwas Erschreckendes. Die Frau ist gefährlich, dachte er. Sie verabscheute den Mann in diesem Moment. Er weiß etwas, dachte sie. Etwas, das über den bloßen Aufenthaltsort seines Bruders hinausgeht. Er weiß etwas über seinen Bruder, das er nicht in Worte fassen will. Also versteckt er sich hinter seiner Cleverness und seinen Psychiatertricks. Wird ihm nichts nützen, dachte sie. Kein bisschen. Sie sah, wie Jeffers abwechselnd auf seine Armbanduhr und Dr. Harrison schaute. Sie wusste sofort, was jetzt kam. Jim, ich habe den ganzen Nachmittag Patiententermine. Sie kam dem Verwaltungsdirektor zuvor. Wann sind Sie fertig? Um fünf, antwortete er. Soll ich in Ihr Büro kommen oder wollen wir uns lieber bei Ihnen zu Hause treffen? Oder irgendwo in einem Restaurant? Andere Optionen ließ sie ihm nicht. Meinen Sie, es dauert lange? fragte er. Sie lächelte, ohne dass sie etwas komisch fand. Er ist verdammt clever, dachte sie. Nun ja, das hängt gewissermaßen von Ihnen ab. Er lächelte. Gut pariert, musste er ihr zugestehen. Stoß und Parade. Ich sehe zwar immer noch nicht, wie ich Ihnen helfen kann, aber wie wäre es, wenn Sie kurz nach fünf in mein Büro kommen würden und wir versuchen, die Angelegenheit zügig aus der Welt zu schaffen. Ich werde da sein. Sie standen beide auf und schüttelten einander die Hand. Seien Sie bitte pünktlich, bat er. Bin ich immer? Erwiderte sie. Martin Jeffers zog die Tür hinter sich zu und sah sich in seinem Büro um, als erhoffte er sich davon Aufschluss über den Wirrwarr an Gefühlen. Er fühlte sich am Rande der Panik und kurz davor etwas Irrationales zu tun, während ihn alle möglichen Vorstellungen über seinen Bruder bestürmten. Er hat einen gemeinen Zug, dachte er. So viel weiß ich. Er erinnerte sich an einen Nachbarsjungen, der sie unentwegt verspottete und hänselte, was Duck irgendwie unter die Haut zu gehen schien. Es würde ein fairer Kampf werden. Sie waren etwa gleich groß, darüber waren sich sämtliche Jungs um Häuserblock einig. Doch es kam anders. Duck hatte dem anderen blitzschnell ein Bein gestellt und seinen Gegenspieler auf den Rücken gelegt, der wehrlos wie eine umgedrehte Schildkröte dalag und unter Ducks dreschenden Fäusten schrie. Noch nie hatte Martin eine solch ungezügelte, übermächtige Wut gesehen. Eine Mordswut, dachte er. Dann runzelte er die Stirn. Mach dich nicht lächerlich. Danach war er nur noch selten Zeuge geworden, wie Duck die Kontrolle verlor. Natürlich hatte der Drogistenvater Duck dafür eine schallende Ohrfeige verpasst. Doch das war zu erwarten. Wer Prügel austeilt, steckt auch welche ein. Er sah sich um und dachte, sei kein verdammter Idiot. Keine Spekulationen, keine wilden Hypothesen, keine haltlosen Vermutungen. Vielleicht sagte sie ja die Wahrheit. Ein unverzichtbarer Zeuge, so hatte sie sich ausgedrückt. Er stellte sich noch einmal die Augen der Ermittlerin vor. Keine Chance, dachte er. Er sackte schwer auf seinen Schreibtischstuhl und drehte sich mit dem Sitz zum Fenster. Er sah, wie die Sonne durch die hohen Bäume des Anstaltsparks blitzte und ein Schattenmuster auf die gepflegten Rasenflächen warf. Das Gelände erweckte den Anschein eines Campus, als könnte das den wahren Zweck der Institution überspielen. Er sah zu, wie in der Ferne ein Mann mit einem Rasentraktor über die grüne Fläche fuhr. Er dachte an herrlichen Duft von frisch gemähtem Gras. Das Nette an staatlichen Heilanstalten war ihr nach außen hingepflegter Zustand. Nur innen sah man, dass sich, wie durch die Ausdünstung des Wahns, die Farbe von den Wänden pellte. Bei den Menschen war es genauso. Er kehrte dem Fenster in den Rücken und fragte sich, »Wieso nimmst Du sofort das Schlimmste über Deinen Bruder an?« Die Antwort, die er auf die Frage fand, war gänzlich unwissenschaftlich. »Weil er mir Angst macht. Schon immer.« Er war schon immer wundervoll und erschreckend zugleich. »Was hat er getan?« Jeffers schüttelte den Gedanken ab. »Na schön«, sagte er laut. »Sehen wir mal, was sich machen lässt.« Er nahm das Telefon und rief die diensthabenden Schwestern auf den verschiedenen Stockwerken an. Bei jeder sagte er die Nachmittagstermine mit Patienten ab und wies sie an, zu den betroffenen Männern zu gehen, um ihnen zu erklären, dass er wegen einer dringenden Privatangelegenheit verhindert sei. Er wünschte sich, ihm wäre auf die Schnelle etwas Besseres eingefallen. Denn so heizte er auf der Station natürlich die Gerüchteküche an. Er zuckte die Achseln. Dann schlüpfte er aus einem weißen Arztkittel und schnappte sich sein beiges Sportjackett, das an der Tür am Haken häng. Martin Jeffers schloss sein Büro ab und eilte über eine Hintertreppe zum Ärzteparkplatz. Detective Mercedes Barron schaltete die Klimaanlage ihres Leihwagens so hoch, wie es ging, und sah auf die Uhr. Das hier ist keine echte Observierung, dachte sie irritiert. Sie blickte zum Haupteingang der Anstalt. Und selbst wenn er da herauskam, was nützte es ihr, wenn sie ihm folgte? Sie beantwortete die Frage selbst. Probieren geht überstudieren. Sie wartete, rutschte unruhig auf ihrem Sitz hin und her, um nicht direkt in der gleißenden Sonne zu sitzen, die durch die Windschutzscheibe brannte. Sie sah zu der Reihe abgestellter Autos auf dem Ärzteparkplatz hinüber, der deutlich mit einem Schild gekennzeichnet war. Es war kein Cadillac darunter, was etwas über den Unterschied zwischen Privatkliniken und staatlichen Einrichtungen sagte. Sie war mit dem Verlauf des morgendlichen Treffens nicht ganz und gar unzufrieden. Ihre größte Sorge war eigentlich, dass der Arzt in Panik geraten und versuchen könnte, den Fotografenbruder anzurufen. Doch das würde wohl eher nicht geschehen. Bestimmt würde er bis nach ihrer Verabredung warten. Er würde den spröden kleinen Bruder geben, schätzte sie. Er musste sich seiner Sache sicher sein, bevor er was unternahm. Sie schloss die Augen und merkte, dass Schweiß auf ihre Oberlippe trat. Der feuchte Salzgeschmack erinnerte sie an unbeschwerte Sommertage. Sie überlegte, wie oft sie und John Barron nur wenige Kilometer von der Nervenheilanstalt Trenton entfernt entlanggefahren waren. Oft, dachte sie. Es war seltsam, so nah an ihrer Heimat zu sein. Sie erinnerte sich, wie sie auf dem Weg zu einem Spiel oder einer Party, den Delaware entlanggefahren war und sich, umringt von ihren Freunden, unbeschwert in Johns Arme geschmiegt hatte. Die angenehme Erinnerung verdunstete in der Mittagssonne. Jetzt bin ich allein, dachte sie. Du musst dich schon selbst trösten. Sie stehlte sich innerlich und verzog keine Miene, während sie durch die gleißende Sonne starrte, die die Windschutzscheibe unerbittlich erhitzte. Mit einem Ruck richtete sie sich auf. Sie sah, wie der Bruder des Mörders eilig zu seinem Wagen lief. Dachte ich's mir doch. Der hat was vor. Sie wartete, bis er hinter dem Lenkrad saß, den Motor anließ und vom Parkplatz rollte. Sie unterdrückte den Wunsch, schnell hinterher zu preschen und sich wie eine Klette an ihn zu hängen. Stattdessen ließ sie sich Zeit und startete erst, als er kaum noch zu sehen war. Martin Jeffers vermutete, dass die Polizistin irgendwo hinter ihm war, achtete jedoch nicht darauf. Wenn sie ihre Zeit verplempern will, nur zu, dachte er. Er wusste, dass er sie im Labyrinth der Innenstadt von Trenton jederzeit abhängen konnte. Genau das hatte er auch vor. Und zwar in einem günstigen Moment, wenn es nicht so offensichtlich war. Er fuhr parallel zum Delaware und blickte immer wieder zum Fluss. Er erschien ihm dunkel und gefährlich. Es gab Stromschnellen, die weiß schäumend Felsklippen umspülten. Er wandte sich ab und erhaschte in der Ferne einen Blick auf die leuchtend goldene Kuppel des Parlamentsgebäudes, während er sich allmählich vom Ufer entfernte und in den Verkehr zwischen den eintönig-grauen Bürogebäuden einfädelte, in denen diverse staatliche Behörden untergebracht waren. Er bog in die State Street ab, die auf der einen Seite von Bäumen und Brownstone-Häusern gesäumt war, während sich auf der anderen Seite hinter üppig-grünen Rasenflächen der Eingang zum Parlamentsgebäude befand. Ein kurzes Stück von der Stelle entfernt, von der aus er zu Fuß weiter wollte, fand er einen Parkplatz und stellte den Wagen dort ab. Er warf einen raschen Blick in den Rückspiegel, um festzustellen, ob die Polizistin schon zu sehen war. Auch wenn er sie nirgends entdeckte, vermutete er sie irgendwo dort hinten. Er zuckte die Achseln, schloss den Wagen ab und lief zielstrebig zum Haupteingang des Parlaments. Drinnen schmückte eine Einlegearbeit mit dem Siegel des Bundesstaates den Boden. Es war kühl, ein wenig dunkel, und die Schritte der Besucher und Mitarbeiter, die durch das Gebäude liefen, halten von den Wänden wieder. In einer Ecke stand eine Summer School-Gruppe zusammen und lauschte dem Lehrer, der ihn Fakten über New Jersey nahe brachte. Auf der Rückseite der Halle entdeckte er einen Staatspolizisten in blassblauer Uniform, der vor dem Eingang zur Büroflucht des Gouverneurs Wache hielt. Er las in einer Zeitschrift. Jeffers durchquerte die Halle und lief eine Treppe hinunter. Es gab einen unterirdischen Durchgang zum staatlichen Museum von New Jersey. Er war leer, und seine Schritte klatschten auf dem Stein. Er fand die Treppe, die wieder nach oben führte, und stieg hinauf. Im Eingang saß eine Bibliothekarin. Er zeigte ihr seinen Dienstausweis, und sie flüsterte, »Wie kann ich Ihnen helfen, Doktor?« »Ich würde gerne von sämtlichen Zeitungen, die Sie archiviert haben, die Ausgabe vom 8. September vorigen Jahres ansehen,« flüsterte er zurück. Die junge Frau mit schulterlangem dunklem Haar nickte. »Wir haben die Trenton Times, die New York Times und den Trentonian auf Mikrofilm. Kann ich mir alle anschauen?« Sie lächelte, vielleicht ein wenig auffälliger als nötig. Jeffers fühlte sich für eine Sekunde von ihr angezogen, wies den Gedanken jedoch augenblicklich zurück. »Natürlich. Ich suche Ihnen ein Apparat.« Die Reihe mit blauen Mikrofilm-Lesegeräten befand sich neben den Zettelkästen. Die junge Frau führte Jeffers zu einem Platz und ließ ihn einen Moment allein. Als sie zurückkam, hielt sie drei kleine Schachteln in der Hand. Sie holte den ersten Film heraus und zeigte Jeffers, wie man ihn einlegte. Für Sekunden berührten sich ihre Hände. Er bedankte sich und nickte, während er daran dachte, was er suchte. In der New York Times fand er in der Ecke einer Seite einen Artikel mit drei Absätzen von Associated Press. »Campuskiller in Miami fordert fünftes Opfer« Miami, 9. September, AP. Eine 18-jährige Studentin der University of Miami wurde dort am Samstag ermordet aufgefunden. Mutmaßlich das fünfte Opfer eines Serienkillers, den die Polizei den Campuskiller nennt. Susan Lewis, Tochter eines Wirtschaftsprüfers aus Artmore, Pennsylvania, Studentin der Ozeanographie im zweiten Jahr, wurde im Matheson Hammock Park tot aufgefunden, mehrere Stunden nach ihrem Verschwinden von einer Party im Gebäude des Studentenverbands. Nach Auskunft der Polizei war sie geschlagen, stranguliert und vergewaltigt worden. Wahrscheinlich, so die Ermittlungsbehörden, ist sie das fünfte Opfer eines Mörders, der in Südflorida bereits an einigen anderen Colleges zugeschlagen hat. Das war alles. In der Times musste eine Spalte überaus kostbar sein. Er las den Bericht zweimal. Dann nahm er den Mikrofilm heraus und suchte in der Trenton Times. Er brauchte nicht lange, bis er in der Lokalausgabe von Bugs County einen Nachruf fand. Er las, Es trauern ihre Eltern. Ein jüngerer Bruder, Michael, eine Tante, Mercedes Barron aus Miami Beach und eine Reihe Cousins und Cousinen. Statt Blumen bittet die Familie um Spenden an die Cousteau-Gesellschaft. Auch diesen Artikel las er noch einmal. Das erklärt einiges, dachte er. Ihm kam noch ein Gedanke. Er kehrte zu der Bibliothekarin an der Theke zurück und händigte ihr den Mikrofilm aus. Ist es möglich, fragte er lächelnd, herauszufinden, ob es irgendwelche nachfolgenden Artikel zu einem Thema gibt? Ich meine, könnte ich Ihnen einen Namen geben und Sie könnten überprüfen, ob es dazu spätere Artikel gibt. Sie schüttelte den Kopf. Wenn wir ein Zeitungsarchiv wären, dann natürlich schon. Da wird das Material sogar ordnet. Das wäre einfach. Aber wir verfügen nicht über solche Computerprogramme. Die Times stellt einen jährlichen Index zu ihren Berichten zusammen, aber der diesjährige ist noch nicht veröffentlicht. Wofür interessieren Sie sich speziell? Er zuckte die Achseln und beschloss, zu einer der örtlichen Zeitungen hinüber zu fahren und sich irgendwie Zugang zum Archiv zu verschaffen. Ach, nicht so wichtig, sagte er. Nur ein Verbrechen unten in Florida. Welches? fragte die Bibliothekarin. Jemand, den Sie den Campus-Killer nennen. Ach so, erwiderte sie lächelnd. Den Kerl haben sie geschnappt. Ich weiß noch, dass ich das in den Nachrichten gesehen habe. Sie verzog das Gesicht. Ein echter Mistkerl. Fast so schlimm wie dieser Bundy. Ja, letzten Herbst. Ich weiß das so genau, weil meine Schwester an die University of South Florida wollte und es sich daraufhin anders überlegt hat. Als sie den Kerl verhaftet hatten, wollte sie dann doch wieder hin. Er ist ins Kittchen gewandert. Martin Jeffers brauchte noch eine halbe Stunde, bis er den kurzen Artikel zur Verhaftung von Chadeh Rosbadeh in der New York Times fand. Außerdem etwas längere Versionen in den beiden Blättern von Trenton. Er las sie sorgfältig durch und prägte sich die Fakten ein. Anschließend machte er sich Fotokopien. Er bedankte sich überschwänglich bei der jungen Frau. Sie schien enttäuscht zu sein, dass er sie nicht nach ihrer Telefonnummer fragte. Er legte ein blasses Lächeln auf und versuchte ihr mit einem Blick zu sagen, dass er nie Frauen um ihre Telefonnummern bat, was der Wahrheit entsprach. Dann ließ er seinen Gedanken freien Lauf und vergaß augenblicklich den enttäuschten Ausdruck im Gesicht des Mädchens. Stattdessen ordnete er seine Gedanken und versuchte, seinen nächsten Schritt zu planen, zu verarbeiten, was er erfahren hatte und die Frage zu beantworten, weshalb die Tante eines Mordopfers in einem aufgeklärten Fall bei ihm auftauchte, um mit ihm über seinen Bruder zu sprechen. Er wusste, dass er normalerweise hätte empört reagieren müssen. Er hätte schreien können, »Wieso belästigst du mich? Was soll das Ganze? Was habe ich mit diesem Verbrechen zu schaffen? Wer betreut den Fall?« Aber er wusste, dass er sie nicht zur Rede stellen würde. Er sah sich die Fotokopien an. Campuskiller in Miami festgenommen. Anklage wegen mehrfachen Mordes. »Sie haben den Mann geschnappt«, dachte er. »Was also hat Doug damit zu tun?« Er weigerte sich, seine Frage zu beantworten. Stattdessen kroch Angst in ihm hoch. Ein unbehagliches, mulmiges Gefühl. Eigentlich hätte er sich über seine Funde freuen sollen, doch es kam keine Entspannung auf. Vielmehr wuchs seine Nervosität. Überall schienen Gefahren auf ihn zu lauern und ihn zu erdrücken, als ob jeder Schritt, jede Bewegung beträchtliche Risiken barg. Er eilte zu seinem Wagen zurück und dachte, es wird Zeit, die Kripofrau abzuschütteln. Er wusste, dass keine zwingende Notwendigkeit dafür bestand, außer dem dringenden Bedürfnis, mit seiner Angst allein zu sein. Er wollte nicht, dass sie ihn beobachtete. Er musste ganz und gar allein sein. Er bog rasch in die Broad Street ein, dann wieder scharf links und gleich wieder rechts die Perry entlang, am Redaktionshaus der Trenton Times vorbei. Auf der Zufahrt zur Route 1 gab er Gas, um gleich darauf die Ausfahrt zur Olden Avenue zu nehmen. Am Ende der Ausfahrt machte er eine unerlaubte Kehrtwende und fuhr denselben Weg zurück, den er gerade gekommen war. In dem Moment glaubte er, die Polizistin im dichten Verkehr zu entdecken, und er drückte noch einmal aufs Tempo. Martin Jeffers versuchte, seine Gefühle zu analysieren. Eigentlich, dachte er, ist es kindisch, die Polizistin abzuhängen. Das war ihm klar, doch er wollte erst einmal verdauen, was er erfahren hatte, und zwar in selbstgewählter Einsamkeit. Er fuhr Richtung Klinik zurück und versuchte, seine Erkenntnisse in Schubfächer einzuordnen. Er wusste, dass ihm niemand mehr folgte. Die Innenstadt von Trenton ist ein Labyrinth an Straßen und Baustellen, schon für den Ortskundigen eine Herausforderung, für einen Fremden dagegen hoffnungslos. Miami, vermutete er, besteht wahrscheinlich vorwiegend aus Boulevards und breiten, palmengesäumten Durchgangsstraßen und nicht aus diesem Knäuel einer alten Stadt im nördlichen Osten, die sich ans Leben und an den Lebensunterhalt klammert. Er sah im Geiste vor sich, wie die kühle, seidene Gestalt der Polizistin in dem Chaos aus Autos, Bussen und Straßenarbeitern unterging. Er fragte sich, wieso es ihn nicht allzu sehr amüsierte. Gleichzeitig konnte er immer noch nicht das Gefühl einer bösen Ahnung abschütteln, dass sie ihn beharrlicher verfolgte als die Frau, die nun allerdings, mit einer gewaltigen Wut im Bauch, den Blick stur geradeaus, kaum hundert Meter hinter ihm fuhr. Um fünf nach fünf klopfte Detective Mercedes Barron an die Tür von Dr. Martin Jeffers Büro. Er machte ihr sofort auf und bot ihr in dem beengten Raum einen Stuhl an. Sie setzte sich, stellte ihre Handtasche auf dem Boden ab und behielt eine kleine Aktenmappe auf dem Schoß. Sie sah sich rasch im Zimmer um und erfasste mit einem einzigen Blick die Büchereien, die Stapel mit Papieren, den kümmerlichen Versuch, den Raum mit zwei gerahmten Fotos zu schmücken. »Lass dich nicht von dem Durcheinander täuschen«, sagte sie sich im Stillen. »Wahrscheinlich ist er so gut organisiert wie sein Bruder.« Jeffers kaute am Ende seines Bleistifts, bevor er das Gespräch eröffnete. »Also, Detective, Sie haben den weiten Weg von Miami hierher gemacht und ich bin mir immer noch nicht im Klaren, weshalb Sie so dringend meinen Bruder sehen müssen.« Sie zögerte nur einen Moment, bevor sie antwortete. »Wie ich Ihnen bereits gesagt habe, ist er ein unverzichtbarer Zeuge bei einer Mordermittlung.« »Könnten Sie mir erklären, inwiefern?« »Haben Sie sich heute schon mit ihm in Verbindung gesetzt?« »Sie haben meine Frage nicht beantwortet.« »Beantworten Sie zuerst meine, Doktor.« »Ihre Ausweichmanöver sind ärgerlich. Ich bin Polizistin und ermittle in einem Mordfall. Ich muss nicht alles erklären, um auf Ihre Kooperation zu bestehen. Wenn nötig, kann ich mich an Ihre Vorgesetzten wenden.« Das war ein Blöff. Das wusste er natürlich, ebenso gut wie Sie. »Und wenn ich nun sage, tun Sie, was Sie für richtig halten?« »Dann würde ich genau das tun.« Er nickte. »Das glaube ich Ihnen gern.« Sie lehnte sich mit einem Ruck vor. »Haben Sie heute schon mit ihm gesprochen?« »Nein.« Sie überlegte. »Das ist eine ehrliche Antwort,« fuhr er fort. »Ich hatte heute keinen Kontakt mit ihm.« »Das nehme ich Ihnen nicht ab.« Er zuckte die Achseln. »Glauben Sie, was Sie wollen.« Wieder herrschte Schweigen zwischen ihnen. »Na schön«, gab sie nach einer Weile nach. »Ich glaube, Ihr Bruder verfügt über Informationen zu einem Mord.« »Das hatte ich Ihnen bereits gesagt. Inwieweit er darin verwickelt ist, kann ich noch nicht sagen. Deshalb möchte ich mit ihm persönlich reden.« »Wird er verdächtigt?« »Wieso fragen Sie?« »Detective Barron, wenn Sie wollen, dass ich auch nur eine Ihrer Fragen beantworte, dann sollten Sie besser auch ein paar von meinen beantworten.« Ihre Gedanken überschlugen sich bei dem Versuch, kleine Lügen von Großen zu scheiden und einen Kurs einzuschlagen, bei dem sie gerade so viel verriet wie nötig, um ihn zu einer Zusammenarbeit zu bewegen. »Das kann ich derzeit noch nicht sagen. Ein Beweisstück, das wir bis zu ihm zurückverfolgen konnten, wurde in der Nähe des Leichenfundorts sichergestellt. Er könnte nach allem, was wir wissen, dafür eine plausible Erklärung haben, vielleicht aber auch nicht. Um das herauszufinden, bin ich hier.« Martin Jeffers nickte. Er versuchte einzuschätzen, ob sie wenigstens teilweise die Wahrheit sagte. »Sexualstraftäter sind leichter in den Griff zu bekommen,« dachte er sarkastisch. »Was für ein Beweisstück.« Sie schüttelte den Kopf. »Nun gut,« meinte er, »bei dem Verbrechen handelt es sich um Mord.« »Und was genau haben Sie mit dem Fall zu tun?« »Ich bin bei der Kripo.« Er zog eine der Fotokopien von Susans Nachruf aus der Tasche und schob sie über den Tisch. Seine Stimme war vor Abneigung schroff. »Ich hasse Lügen, Detective. Meine ganze berufliche Laufbahn, mein ganzes Leben dient letztlich der Wahrheitsfindung in einem ganz fundamentalen Sinne. Sie beleidigen mich, wenn Sie hier hereinschneiden und mich belügen.« Er glaubte, dass er sich überzeugend aufgeplustert hatte. Auf ihre Reaktion war er jedoch nicht gefasst. Er hatte mit einem von zwei Extremen gerechnet, entweder eingeknickt oder erbost. Keins von beidem traf zu. »Ich beleidige Sie?« fragte sie beängstigend leise. Sie wartete keine Antwort ab, bevor sie fortfuhr. »Und jetzt besitzen Sie die Dreistigkeit, mir Vorträge über Wahrheitsliebe zu halten, während Sie selbstgefällig dasitzen und Ihre Spielchen mit mir treiben, damit ich Ihren Bruder nicht befragen kann?« »Na schön. Dann sagen Sie mir zuerst, dass Ihr Bruder dazu nicht fähig wäre.« Sie suchte einen Moment in ihrer Mappe und zog eines der Ermittlungsfotos von der Leiche heraus, das sie ihm wortlos hinwarf. Er schob es zurück, ohne es sich anzusehen. »Versuchen Sie nicht, mich zu schockieren,« gab er zurück. »Das tue ich nicht.« In dem Augenblick wurde ihm bewusst, dass jedes ihrer Worte so viel Nachdruck besaß wie ein Schrei, ohne dass sie auch nur die Stimme erhob. Er nahm das Bild zur Hand und starrte darauf. »Es tut mir leid für Sie,« erklärte er. Doch seine Fantasie stürzte in einen haltlosen Abgrund der Angst. Das Bild erinnerte ihn an die Wucht einer Radierung von Goya, in der jeder Schattenblankes Entsetzen, jede Linie Qual zum Ausdruck bringt. Er sah, dass die Tote brutal zugerichtet war. Er dachte daran, wie er damals als Student seine erste Leiche vor sich hatte. Er hatte mit jemand etwas Altem, Verbrauchtem, von Krankheit und Verfall gezeichnetem gerechnet. Doch seine erste Tote war eine sechzehnjährige Prostituierte gewesen, die in einer unseligen Nacht an einer Überdosis Drogen gestorben war. Er hatte die Mädchen in die toten Augen gesehen und sie nicht anrühren können. Ihm hatten die Hände gezittert und die Stimme gebebt. Ein Moment lang hatte er gefürchtet, in Ohnmacht zu fallen. Er hatte sich abgewendet, sich Luft in die Lungen gepumpt und gekeucht. Es hatte ihn eine übermenschliche Willensanstrengung gekostet, zu seinem Anatomie-Professor zu gehen und ihn um einen Tausch zu bitten. Er erinnerte sich, wie er mit einem anderen Studenten wechselte. Einem widerlichen Kerl, der nur hübsche Titten sagte, während er das Skalpell ansetzte. Jeffers sah bis heute die Leiche des älteren Alkoholikers vor sich, den er als Ersatz bekam und den er hätte umarmen können, bevor er dem Mann sein eigenes Messer an die unbehaarte Brust setzte. So dankbar war er der knochendürren Gestalt dafür, ihn von seinen Schrecken zu erlösen. Er starrte wieder auf das Bild und dachte an das Mädchen auf dem Seziertisch. »Ich könnte so etwas niemals tun«, erklärte er leise. Er brauchte einen Moment, bis er merkte, was ihm herausgerutscht war. Sie registrierte es sofort. Heiß durchfuhr es sie. Sie erlegte sich noch mehr Selbstkontrolle auf. Detective Barron wartete, bis die Stille fast unerträglich wurde. Erst dann erlöste sie ihn mit einer schlichten Frage. »Aber wie steht es mit ihrem Bruder?« Jeffers hatte das Gefühl, als drehten sich ihm sämtliche Eingeweide um. Nur mit großer Mühe riss er sich zusammen und flüchtete sich in seinen besten Oberarztton. »Ich glaube nicht, dass mein Bruder zu so etwas fähig ist, Detective.« »Ich glaube nicht. Wir reden hier von abscheulicher, verwerflicher Brutalität.« »Es ist eine Beleidigung, dass Sie auch nur fragen.« Detective Barron starrte ihn an. »Wirklich?«, hakte sie sanft nach. Er schnaubte verächtlich, doch wenig überzeugend, und winkte mit einer schwachen Handbewegung ab. »Nehmen wir doch einmal nur für dieses Gespräch an«, er fiel ihr ins Wort. »Wir nehmen gar nichts an, Detective. Ich spiele nicht gern mit Hypothesen. Mein Bruder ist ein preisgekrönter Fotograf. Er ist einer der gefragtesten freiberuflichen Fotojournalisten, die wir heute haben. Er ist Künstler. Im wahren Sinne des Wortes, Detective. Künstler. Ich habe Sie nicht nach seiner beruflichen Qualifikation gefragt. Nein, das ist richtig. Haben Sie nicht.« Er zögerte, bevor er hinzufügte. »Es ist aber wichtig, sich klarzumachen, dass wir es bei ihm nicht mit einem... einem... gewöhnlichen Menschen zu tun haben?«, führte sie den Satz zu Ende. Er nickte. »Ja.« In ihrer Stimme schwang Wut mit. »Meinen Sie wirklich, das da hätte ein gewöhnlicher Mensch getan?« Ihm wurde schwindelig. »Sie haben mich nicht richtig verstanden.« »Doch, ich habe sie sehr gut verstanden.« Sie starrte ihn an und er nutzte den Moment, um ein wenig Abstand zu gewinnen. Jeffers beschloss, in die Offensive zu gehen. »Und das hier ist, nehme ich an, routinemäßige Ermittlungsarbeit.« »Ja. Nein.« »Also was denn nun? Es ist nicht Routine.« »Kann es ja wohl auch nicht sein, oder, Detective? Da das Opfer Ihre Nichte ist.« »Richtig. Wenn Sie dann doch bitte noch so freundlich wären, Detective, mir zu erklären, wieso Sie meinen Bruder mit einer Straftat in Verbindung bringen, die bereits aufgeklärt ist.« Damit zog er die Fotokopie eines weiteren Zeitungsartikels hervor und hielt sie ihr hin. Sie warf nur einen kurzen Blick darauf und schob sie zur Seite. »Der Mord an Susan Lewis wurde nicht aufgeklärt. Er wurde diesem Mann lediglich zugeschrieben. Ich verfüge über Beweise, denen zufolge er diesen Mord nicht begangen hat. Möchten Sie mir verraten, um was für Beweise es sich dabei handelt? Nein, dachte ich mir. Es handelt sich um Indizienbeweise. Auch das dachte ich mir. Denn wenn es über Mutmaßung hinausginge, Detective, dann hätten Sie längst versucht, mich damit unter Druck zu setzen.« »Das stimmte.« Sie nickte. »Das ist richtig, Doktor.« Er schwieg einen Moment, bevor er fortfuhr. Er fühlte sich stärker. Aggressiver. Er griff erneut zu seiner Oberarztattitüde. »Bitte, Detective, helfen Sie mir auf die Sprünge. Die Tante eines Mordopfers taucht hier auf, um meinen Bruder mit einem Verbrechen in Verbindung zu bringen, das längst aufgeklärt ist. Nennen Sie mir einen guten Grund, weshalb ich das nicht ungewöhnlich und ein wenig verwirrend finden sollte.« Er betrachtete die Kripobeamtin über den Tisch hinweg und stellte etwas in ihren Augen fest, das ihm bis dahin noch nicht aufgefallen war. Sie schien zu glühen. Weiterhin wurde ihm klar, dass seine ganze pedantische Rechthaberei bei ihr vollkommen verpuffte. Sie ließ sich mit ihrer Antwort Zeit. Endlich erklärte sie mit einer auffällig tiefen, klaren Stimme, »Das sollten Sie.« Wieder legte sie eine Pause ein. Dann fuhr sie fort, »Aber wenn es für sie so gottverdammt überraschend gekommen wäre, dass jemand in Verbindung mit einem Mord nach ihrem Bruder fahndet, »Wieso haben Sie mich dann nicht gleich hochkant rausgeschmissen?« Sie sah ihn mit einem schroffen, unversöhnlichen Blick an. »Wieso waren Sie nicht schockiert?« Sprachlos, vor den Kopf geschlagen. Sie atmete gleichmäßig ein und aus. »Ich weiß wieso«, sprach sie gefährlich ruhig weiter. »Weil Sie nämlich nicht überrascht waren. Kein bisschen überrascht, verdammt noch mal.« Wieder legte sie eine wirkungsvolle Pause ein und beobachtete, wie er es aufnahm. »Weil Sie nämlich schon eine ganze Weile damit gerechnet haben, genau das zu hören. Nicht wahr?« Ihre Worte waren wie Geschosse, die genau auf Jeffers Herz zielten. Er zwang sich, das Denken abzuschalten und die Fragen, die sie ihm entgegenschleuderte, an sich abprallen zu lassen, während er zugleich seine eigene Fantasie im Zaum halten musste. Er stand auf und ging ans Fenster. Sie saß da und beobachtete ihn. Es wurde Abend. Die sommerliche Dämmerung schien grau. Er fühlte sich an die frühen Morgenstunden erinnert, wenn man aus einem Albtraum erwacht, wenn man sich noch nicht sicher ist, ob man ihm entronnen ist, ob man noch schläft oder schon wach ist. Er holte einmal tief Luft und atmete langsam aus. Dann das Ganze noch einmal. Innerlich schrie er sich an. »Fass dich! Lass dir nichts anmerken!« Aber er wusste, dass es unmöglich war. »Detective, was Sie da sagen, ist provokant. Ich denke, wir sollten dieses Gespräch besser morgen fortsetzen.« Das war lahm und wenig überzeugend. Doch er wusste, er brauchte Zeit. »Bestehe darauf!« hämmerte er sich ein. Sie wollte etwas sagen, doch er drehte sich wieder zu ihr um und streckte ihr die Hand entgegen. »Morgen! Morgen, verdammt! Morgen!« Sie nickte. »Nach meiner Gruppensitzung. Etwa zwölf Uhr mittags.« »In Ordnung.« Sie dachte nach, bevor sie fragte. »Und Sie haben nicht vor, das Treffen zu stornieren, so wie heute?« Er funkelte sie an, erwiderte aber nichts. »Gut«, lenkte sie ein. »Ich nehme das als ein Nein.« Sie zögerte und sah ihn an. »Sie werden ihn nicht anrufen?« »Ich sagte Ihnen bereits, Detective, ich kann es nicht.« Jeffers, so viel war offensichtlich, rang um Haltung. »Was für ein zart beseiteter Mann«, dachte sie plötzlich. Sie fragte sich, wie sie sich das zunutze machen konnte. »Und wenn er Sie nun anruft?« »Rein theoretisch, was würden Sie ihm sagen?« »Tut er nicht.« »Könnte er aber.« »Ich sagte, er tut das nicht.« »Und wenn doch.« »Er ist mein Bruder.« »Ich würde mit ihm reden.« »Und was würden Sie ihm sagen?« Jeffers schüttelte verärgert den Kopf. »Er ist mein Bruder.« Achtes Kapitel. Weitere dunkle Orte. Sie fuhren parallel zum Mississippi Richtung Norden. Douglas Jeffers nannte den Fluss den mächtigen Miss Saar Sip und erteilte Anne Hampton eine kurze Lektion über Mark Twain. Er war offensichtlich enttäuscht darüber, dass sie nur Tom Sawyer gelesen hatte und auch das nur in der Oberstufe der High School. Sie sei ungebildet, empörte er sich. »Was Sie denn überhaupt wisse, wenn Sie von Huck keine Ahnung habe?« fragte er. In jedem Fall würde es ihr dann schwerfallen, ihn zu verstehen. »Huck ist Amerika!«, rief Jeffers mit Nachdruck. »Ich bin Amerika!« Sie antwortete nicht, sondern hielt seine Worte auf ihrem Notizblock fest. Er sprach zuerst leise, dann wechselte er in einen pedantischen Paukerton und klärte sie darüber auf, dass der Fluss einmal der wichtigste Handelsweg der Nation gewesen sei. Der Wegweiser für den Sprung in den Westen. Er führte durch das Herz Amerikas. Eine Lebensader, die Politik, Kultur, Zivilisation und lebenswichtige Güter mit sich trug. Wer den Fluss erfasste, sagte er, der begriff auch, wie Amerika entstanden war. Er erklärte ihr, dasselbe gelte für Menschen. Man müsse nur herausfinden, was für ein Strom durch einen Mann oder eine Frau fließe und ihn dann bis zum Becken, in dem er sich sammelt, weiterverfolgen, um ihn zu ergründen. Als sie ihn verständnislos ansah, schrie er sie plötzlich an. »Die Rede ist von mir, verdammt!« »Kapierst du denn nicht, was ich sage?« »Ich versuche, dir Dinge beizubringen, die niemand, aber auch niemand auf der Welt versteht. Sitzt nicht so dämlich da!« Sie machte sich klein und erwartete einen Schlag. Doch er beherrschte sich, auch wenn er die Faust ballte. Er schwieg eine Weile, dann sinnierte er weiter über den Fluss. Gelegentlich fuhren sie so nah ans Wasser heran, dass sie sehen konnte, wie das Tageslicht auf der weiten Fläche glitzerte. Ein endloses, stetes Strömen Richtung Golf, der hinter ihnen lag. Er bestand darauf, dass sie seine weitschweifigen Monologe möglichst wortwörtlich mitschrieb und begründete seine Forderung damit, dass irgendwann einmal jemand den Wert dieser Gedankengänge erkennen und sie dann froh und dankbar sein würde, sie anständig aufgeschrieben zu haben. Sie konnte das zwar nicht nachvollziehen, doch in den letzten Tagen hatte sie es tröstlich gefunden, wenn er, wie vage auch immer, von der Zukunft sprach und sie daran erinnerte, dass jenseits dieser Autofenster, an denen die Landschaft vorüberglitt, noch ein Leben existierte, auf das Douglas Jeffers langer Arm keinen Zugriff hatte. Sie gehorchte und ließ den Stift so schnell sie konnte über den Schreibblock gleiten, auf dem sich die Buchstaben zu Worten und die Worte zu Sätzen aneinanderreiten. Wenn er sie aufforderte, es ihm vorzulesen, gehorchte sie. Er bat sie um eine kleine Korrektur, dann um einen Zusatz und sie gehorchte. Sie gehorchte in allem. Ihm irgendetwas zu verweigern, wäre ihr nicht in den Sinn gekommen. Mehrere Nächte waren vergangen. Sie konnte nicht mit Sicherheit sagen, wie viele, seit er den Obdachlosen erschossen hatte. Seit ich den Obdachlosen erschossen habe, dachte sie. Nein, seit wir den Obdachlosen erschossen haben. Die Nächte verbrachten sie in irgendeinem unscheinbaren Motel in der Nähe des Highways. Etablissements, die mit roten, blinkenden Neonlettern auf ihre freien Zimmer aufmerksam machten. Wo man die Wassergläser in einer Papiertülle bekam. Und wo an den Toiletten Zettel mit dem Hinweis klebten, dass sie hygienisch sauber seien. Als sie in einem dieser Motels zu ihrem Zimmer ging, sah sie nicht weit von ihnen einen Mann an einem Getränkeautomaten stehen. Er trug einen billigen, braunen Anzug. Sie musste unwillkürlich an Willie Lohman aus Arthur Millers Tod eines Handlungsreisenden denken, als sie merkte, dass er tatsächlich Handelsvertreter war. Er verschlang sie mit Blicken, während er eine Viertel-Dollar-Münze in den Automaten warf. Sie sah zu, wie er drei Flaschen Orangenlimonade kaufte und registrierte, dass er eine Flasche Wodka in der Tasche hatte. Sie wandte sich unter den eindeutigen, schamlosen Blicken des Mannes. Jeffers fauchte ihn an wie ein Tier, das den Eingang zu seiner Höhle bewacht. Und der Mann schlurfte mit seinen Getränkedosen, dem Schnaps und der Aussicht auf ein dumpfes Vergessen davon. Jeffers hatte gesagt, »Kein Grund, den Karl umzubringen. Es sei denn, man wäre ein mieser, kleiner Ganova auf der Jagd nach 50 Dollar. Was er trinkt, bringt ihn genauso sicher ins Grab wie eine Kugel. Nur nicht ganz so schnell.« Nachts im Bett schlief sie, wenn überhaupt, unruhig und warf sich, soweit sie es wagte, im Bett hin und her, während sie die meiste Zeit steif dalag und auf seinen gleichmäßigen Atem horchte, auch wenn sie nicht glaubte, dass er schlief. Er schläft nie, dachte sie. Er ist immer wach und auf der Lauer. Selbst wenn er einen Schnarcher von sich gab, weigerte sie sich, an seinen Schlaf zu glauben. Wenn sie auf seine Geräusche horchte, versuchte sie, vollkommen still zu bleiben, als könnte ihn selbst der Hauch ihres Atems wecken. Bei diesen Gelegenheiten hatte sie das Gefühl, an keiner Regung ihres eigenen Körpers ablesen zu können, ob er noch funktionierte. In regelmäßigen Abständen legte sie sich die Hand auf die Brust, um ihren Herzschlag zu spüren. Er schien schwach, undeutlich, als sei sie dem Tode nah, lebensbedrohlich geschwächt. Seit der Ermordung des Obdachlosen wurde ihr bewusst, dass sie vor allem und jedem Angst empfand. Vor Fremden, vor Jeffers, vor sich selbst, vor jeder Minute bei Tage, vor jeder Sekunde bei Nacht. Davor, was passieren konnte, wenn sie wach war oder dann, wenn sie schlief. Wenn sie dann doch endlich eindöste, quälten sie Albträume. Sie hatte sich schnell daran gewöhnt, auf der Flucht vor einem Traumgesicht plötzlich aufzuschrecken und sich mit der unablässigen Furcht in der realen Welt konfrontiert zu sehen. Manchmal hatte sie große Schwierigkeiten, beides auseinanderzuhalten. Dann lag sie im Dunkeln und dachte an den Anblick des Obdachlosen auf der Straße von New Orleans. Sie sah, wie er nach alter Gewohnheit behaglich die Lippen um den vermeintlichen Flaschenhals legte. Nur, dass er diesmal nicht das nasse Glas auf der Zunge fühlte, sondern den harten, trockenen, übel schmeckenden Lauf einer Pistole. Sie sah, wie die Verwirrung in seinen Augen aufflackerte, als sich ihre Blicke trafen. Seine Augen erinnerten an einen Hund, der ein ungewohntes Geräusch hört und neugierig den Kopf schief legt. Es war ein entsetzlicher Anblick. Dieser offene Mund, die erwartungsvollen Augen, die sie ansahen, als hoffte der Mann auf einen Kuss. Und manchmal kam es noch schlimmer. Dann war es umgekehrt. Sie sah den Obdachlosen, wie er eine Flasche an die Lippen hob und wenn sie selbst vor Staunen die Kinnlade fallen ließ und sich fragte, wo die Pistole geblieben war, da erschien die Waffe direkt vor ihrem Gesicht. Sie versuchte, die Lippen zusammenzupressen. Doch der Lauf bewegte sich zu schnell und sie schmeckte das tödliche Metall am eigenen Gaumen. Sie sah dies alles und schrie. Das heißt, noch häufiger dachte sie nur, sie hätte geschrien und merkte wenig später, dass sie in Wahrheit keinen Ton von sich gegeben hatte. Sie hatte den Mund geöffnet und sich befohlen, einen Laut herauszubringen, war aber stumm geblieben. Auch das machte ihr Angst. Kurz vor Wicksburg, Mississippi, drosselte Jeffers das Tempo und fuhr rechts heran. Er zeigte mit dem Finger an ihr vorbei aus dem Beifahrerfenster. Siehst du das? Anne Hampton drehte sich um und blickte über ein weites grünes Feld mit einer grasbewachsenen Erhebung in der Mitte. Auf der Kuppe stand eine verwitterte Eiche. Ein uralter Baum mit knorrigen, dicht belaubten Zweigen, die sich über die Ebene reckten und mit dem Pflichtgefühl des Alters ihren Schatten warfen. Ich sehe einen Baum, sagte sie. Falsch, wies er sie zurecht. Was du da vor dir hast, ist die Vergangenheit. Er schaltete den Motor aus. Komm mit, forderte er sie auf. Kleine Lektion in Geschichte. Er half ihr über einen baufälligen Holzzaun und lief mit ihr zu dem kleinen Hügel. Die ganze Zeit blickte Jeffers zu Boden, als nähme er Maß. Es ist zugewachsen, stellte er fest. Ich war mir nicht sicher, aber es ist immerhin acht Jahre her. Er sah nachdenklich aus. Ich dachte immer, wenn Benzin den Boden abfackelt, würde es Jahrzehnte dauern, bis da wieder was wächst. Erinnerst du dich an die Fotos, die deutsche Fotografen im Zweiten Weltkrieg gemacht haben? Von der Ukraine? Das waren sehr eindringliche Aufnahmen. In der Ferne sah man riesige Felder, auf denen Weizen bogte, rund um eine mächtige schwarze Rauchsäule. Das Bild brachte die Ohnmacht zum Ausdruck. Genau dadurch waren diese Fotos alle so verdammt gut. Man wusste genau, dass man absolut nichts dagegen tun konnte, wenn die Russen auf ihrem Rückzug erst mal diese Brände gelegt hatten. Benzin und Weizen, eine explosive Mischung, verbrannte Erde, auf die Zukunft scheißen, um die Gegenwart zu retten. Er blieb stehen und zeigte auf einer Stelle. Schau genau hin. Da. Siehst du, wie das Gras die Farbe wechselt? Sieht wie eine geometrische Form aus. Allerdings. Ein Kreuz. Sie waren schon mal hier? Fragte sie. Ihre Stimme zitterte ein wenig. Sie sah den Baum und dachte an den anderen Baum, den sie im Regen und Wind entlang der Küste von Louisiana nicht gefunden hatten. Stand genau da. Er deutete ein Stück den Hügel hinunter. Es war ein großartiger Schnappschuss, meinte er. Das brennende Kreuz tauchte all diese Männer in ihren lächerlichen, weißen Kapuzen und kittelnden gelbes Licht. Aber nicht deshalb war es so gut, fuhr er fort, sondern wegen dieses Massenauflaufs der Schwarzen. Schaulustige, vermute ich. Weiß auch nicht, weshalb sie rausgekommen sind. Jedenfalls haben sie äußerst schweigsam zugesehen. Sämtliche Gesichter aller Augen wendeten sich dem Hügel dazu. Der Lichtschein vom Feuer erfasste sie alle, und so bekam ich sie ebenfalls mit drauf. Weißt du, wieso sie sich diesen Baum ausgesucht hatten? Weil der alte Clan fünfzig Jahre davor drei Männer an diesem einzigen langen Ast aufgehängt hatte. Da drüben. Der Ast, der sich so tief nach unten neigt. Es geht um die Symmetrie, fuhr er fort. Die Geschichte. Wir sind eine Nation der Erinnerungen. Der alte Clan erhängte drei Männer an einem Baum, also will der Neue denselben Schrecken verbreiten. Also marschieren sie alle da raus, in ihren Roben, all die Kliegels und Klaxons und Großdrachen in Seide, und dann auch noch ein paar bescheidenere Drachen, die das Sternenbanner schwenkten. Im Grunde nicht allzu viele. Aber ich hab mir sagen lassen, dass ihre Mitgliederzahlen inzwischen wieder wachsen. Jedenfalls waren diesmal fast ebenso viele Reporter und Fotografen wie Clan-Mitglieder da. Und doppelt so viele Schwarze. Das hat mich einigermaßen überrascht, weißt du. Ich meine, man würde vermuten, dass die einen großen Bogen um die Kerle machten. Den ganzen Zauber ignorierten. Ich meine, wer ist schon scharf darauf, sich eine Menge idiotische, beleidigende Rhetorik anzuhören. Aber da lag ich falsch. Sie kamen, und zwar scharenweise. Und weißt du, was ich am kuriosesten fand? Das waren keine gebildeten Menschen. Sie waren nicht organisiert. Das waren Farmer und kleine Pächter mit Frauen und Kindern. Die kamen auf alten Pickups und in klapprigen Autos und ein paar sogar mit dem Maultierkarren. Ich konnte nicht fassen, wie still sie waren. Je provokanter die Reden, je unverschämter die Beleidigungen, desto schweigsamer standen sie da. Das war wirklich höchsteigenartig. Man sollte meinen, mehr als Stille geht nicht, wenn jemand keinen Laut von sich gibt. Dann gibt es keine Steigerung. Aber in der Nacht war das anders. Diese Leute standen da und gaben keinen Mucks von sich. Und je länger sie sich nicht vom Fleck rührten, desto tiefer ihr Schweigen. Er schüttelte den Kopf. Das nenne ich Starke. Sie zeigten damit, dass ihre Erinnerungen genauso weit zurückreichten und dass sie genauso tief empfanden. Eine seltene Entschlossenheit. Er sah Anne Hempten an. Überaus würdevoll, sagte er und verstummte. Du musst verstehen, wie sehr ich wahre Starke bewundere. Denn das, was ich tue, erfordert äußerste Hingabe. Solidarität mit der eigenen Psyche. Er lächelte und brach in ein breites Grinsen aus. Das gefällt mir, fügte er hinzu. Solidarität. Er ballte eine Faust. Er sah sie an. Das, was ich tue, wiederholte er. Er lachte. Sie sah, dass er eine Kamera in der Hand hielt. Er hob sie ans Auge, drehte kurz am Objektiv und fotografierte sie. Er beugte sich vor, um den Winkel zu verändern und drückte noch einmal ab. Ich rede natürlich vom Fotografieren. Wieder lachte er und sie stand wie erstarrt vor ihm und erwartete in militärischer Bereitschaft seinen Befehl. Komm mit, forderte er sie auf. Ich erkläre dir noch ein paar Dinge. Sie folgte ihm den Hang hinunter. Im Auto fragte er, was ist das Wichtigste an Amerika? Sie ließ sich mit der Antwort Zeit. In ihrem Kopf arbeitete es auf Hochtouren. Sie stellte sich die Fotos vor, die Douglas Jeffers in jener Nacht von der Versammlung mitgebracht hatte. Die Kapuzen, unter denen sich die rüpelhaften Clansmitglieder versteckten und die Bauern mit ihrem vorwurfsvollen Schweigen. Alles in körnigen Grautönen und mit starken Schatten. Die freie Rede, antwortete sie. Der erste Zusatzartikel, stimmt's? Er wandte den Blick vom Highway ab und sah in ihre Richtung. Boswell lernt dazu, lobte er mit einem Lächeln. Korrekt. Sie nickte und nahm das Notizbuch zur Hand, während sie stolz darauf war, einmal eine seiner rätselhaften Fragen richtig beantwortet zu haben. Aber fällt ihr eine andere Freiheit ein, die ähnlich skrupellos missbraucht worden ist? Sie erkannte, dass dies nicht wirklich eine Frage war, die er an sie richtete, sondern der Auftakt zu einer Rede. Denk an das Böse, das von diesem Hügel ausgegangen ist. Denk an das Unrecht, für das er steht. Wodurch geschützt. Unsere wichtigste Freiheit. Denk an den Film Kreuz der Gewalt. Die Nazis wollen in Skokia aufmarschieren. Und wer erscheint auf dem Plan und verteidigt ihr Demonstrationsrecht? Die American Civil Liberties Union. Im Wesentlichen jüdische Rechtsanwälte. Es geht ums Prinzip, sagen sie. Und sie haben recht. Das Prinzip ist wichtiger als ein einzelner Akt. Das ist lächerlich. Wir sind eine Nation von Scheinheiligen, weil wir uns so streng an rigide Regeln halten. Richtig, falsch, freie Rede, Manifest, Destiny. Das gehört zum amerikanischen Selbstverständnis. Was hat Superman verteidigt? Die Wahrheit, die Gerechtigkeit und die amerikanische Lebensweise. Ein Pfadfinder ist vertrauenswürdig, loyal. Hilfsbereit, freundlich, höflich, gehorsam, frohem Mut, sparsam, tapfer, reinlich und ehrerbietig. Der Gruppenführer, der gerne kurze Hosen trägt, am Lagerfeuer Gespenstergeschichten erzählt und die Jungs in ihren Schlafsäcken begrapscht, wird geflissentlich verschwiegen. Er holte tief Luft, überlegte und fügte dann hinzu. Willst du dieses Land wirklich verstehen? Es ist im Grunde ganz einfach. Du musst nur begreifen, dass wir gelegentlich unsere größten Stärken benutzen, um die größten Übel zu bewirken. Nicht immer, nur manchmal, aber doch so oft, dass es Kreise zieht. Er sprach jetzt schnell, nicht wütend, aber angespannt. Sie schrieb, so schnell sie konnte. Er schwieg. Er kicherte. Vom ersten Verfassungszusatz bis zu den schwulen Pfadfinderführern. Er warf den Kopf zurück, schüttelte ihn energisch und stieß ein trockenes Lachen aus. Er sah Anne Hampton an. Ich muss verrückt sein, stellte er grinsend fest. Nein, nein, ich glaube, ich verstehe. Du irrst, unterbrach er sie. Schlagartig wechselte sein Ton. Er klang jetzt hart und unwirsch und im selben Moment verflog sein Lächeln. Ich bin verrückt. Ich bin ganz fürchterlich verrückt. Sind wir alle, jeder auf seine Weise. Das ist unser nationaler Zeitvertreib. Nur, dass der Fall bei mir zufällig schlimmer liegt als bei anderen. Er sah sie an. Schlimmer als bei den meisten. Er wandte sich wieder nach vorn und starrte auf die Straße. Sag, fing Douglas Jeffers nach einer Weile an. Was weißt du über den Tod? Sie dachte an eine Begebenheit in ihrer Kindheit, als sie ihre Großeltern auf der Farm besuchten. Das war vor Tommys Tod. Es war Sommer und sie wollten im Teich schwimmen gehen. Doch als sie ans Ufer kamen, lagen überall schwarze und graue Gänsefedern verstreut. Ihr Großvater hatte genickt und gesagt, Da hat eine Schildkröte zugeschnappt. Eine ziemlich große, möchte ich wetten, wenn die den ganzen Vogel auseinandergenommen hat. Aus dem Baden wurde nichts. Ihr Großvater war zurück ins Haus gekehrt, wo er eine Schrotflinte aus dem Waffenschrank holte. Sie durfte bei ihm bleiben, während Tommi drinnen warten musste. Ihr Großvater legte ein Rest Hühnchenfleisch neben den Teich, lief mit ihr ein Stück gegen den Wind und wartete. Die Schildkröte war über zwanzig Pfund schwer gewesen. Anne Hampton erinnerte sich an den uhrenbetäubenden Knall aus dem Gewehr. Ihr Großvater spreizte mit einem Stock den blutigen Kiefer und sagte, Eine Schildkröte von der Größe kann dir mühelos ein Bein brechen. Die Schildkröte starb. Und dann starb Tommi und zwei Jahre später ihr Großvater. Sie dachte an den Nachbarn von gegenüber, der eines schwülen Sommermorgens ein Herzversagen starb, als er versuchte, jahrelange Trägheit wieder gut zu machen, indem er anfing zu joggen. In der strahlenden Sonne schienen die Lampen des Krankenwagens nicht hell genug zu leuchten, als sei der Fall nicht allzu dringlich. Sie wusste noch, wie der Mann aschfahl und reglos auf dem Rasen lag. Ein Schnürsenkel war offen, und ihr war der seltsame Gedanke gekommen, dass er von Glück sagen konnte, weil ihn etwas aufgehalten hatte, bevor er stolperte und hinfiel. Außerdem hatte sie bemerkt, dass er zwei ungleiche Socken trug, eine mit einem grünen und die andere mit einem blauen Streifen. Das hatte sie schrecklich gefunden. Zu sterben war schlimm genug, aber sich dabei auch noch zu blamieren war doppelt schlimm. Sie dachte daran, wie ihren Eltern eine kleine weiße Urne mit Tommis Asche ausgehändigt wurde, wie ihrer Mutter die Hände zitterten, als sie danach griff. Immer noch hörte sie die gedämpften Stimmen der Gäste. Ihr müsst jetzt tapfer sein. Wieso eigentlich? Wieso nicht einfach hemmungslos schluchzen? Das schien jedenfalls viel vernünftiger zu sein. Doch sie hatte gesehen, wie ihre Mutter einen Schleier über ihre Trauer gelegt hatte und stoisch gefasst gewesen war. Im nächsten Moment war die Urne für immer verschwunden. Sie fragte sich, ob man Tommis Kleider mitverbrannt hatte. Wahrscheinlich wäre es ihm am liebsten gewesen, wenn der eng sitzende blaue Anzug, den sie ihm für den Kirchgang gekauft hatten, in Rauch aufgegangen wäre. Alle kleinen Jungs liebten und hassten ihre guten Sachen. Es gab diesen wundervollen Augenblick, in dem sie sich zum ersten Mal darin sahen und sich so erwachsen und würdevoll, so adrett und vornehm fanden. Früher oder später gewann Dreck und Grasflecken, zerfranzte Hemdschöße und zerrissene Knie die Oberhand. Und der erste Glanz war dahin. Bei der Schildkröte hatte es sich um ein Weibchen gehandelt und Anne Hampton hatte ihrem Großvater geholfen, die Jungen zu finden. Er hatte sie in einen Sack gesteckt, ihr aber nicht verraten, was er damit vorhatte. Das ist der Tod, dachte sie. Wenn es einem verschwiegen wird, man es aber trotzdem weiß. Nicht viel, antwortete sie nach einer Weile. Mein Großvater ist gestorben, dann ein Nachbar beim Joggen. Ich war dabei, ich hab's mit angesehen. Sie überlegte, ob sie ihren Bruder erwähnen sollte. Nein, dachte sie. Das muss genügen. Aber sie konnte nicht an sich halten. Mein Bruder ist gestorben, beim Schlittschuhlaufen. Er ist ertrunken. Sie zögerte, dann fügte sie hinzu. Er war noch ein kleiner Junge. Jeffers schwieg, bevor er antwortete. Ein Bruder ist auch kurz davor zu ertrinken. Er weiß es nur nicht. Sie wusste nicht, was sie sagen sollte, doch sie speicherte die Information ab. Er hat einen Bruder. Er weiß es einfach noch nicht, wiederholte Jeffers. Aber lange kann es nicht mehr dauern. Mindestens eine Viertelstunde lang fuhr er weiter, ohne etwas zu sagen. Sie hatte sich zum Fenster umgedreht und blickte den Autos nach, an denen sie vorbeikam, sah sich die Familien, die jungen Männer oder jungen Frauen an und versuchte sich vorzustellen, wer sie waren und wohin sie wollten. Gelegentlich trafen sich ihre Blicke, wenn auch nur für Sekunden. Wie würden diese Leute staunen, wenn sie wüssten, was sie hierher brachte? Douglas Jeffers konzentrierte sich nur halb aufs Fahren. Der größte Teil seiner Aufmerksamkeit beschäftigte sich mit der Analyse von Gefühlen. Die Landschaft, durch die sie kamen, war unspektakulär. Farmen, Gemüsefelder und kleine Städte zwischen grün-braunen Hügeln eingesprengt. Er kehrte immer noch Richtung Norden auf die Interstate zurück und achtete nur wenig auf Tempo, Entfernung, Reiseziel und Verkehr. Er dachte eine Weile an seinen Bruder, dann an Anne Hampton, dann wieder an seinen Bruder. Marty besaß keine Leidenschaft, musste er feststellen. Er würde nie etwas unternehmen. Wie diese Schwarzen auf dem Hügel saugte er alles schweigend auf. Komisch, dass sie sich nie geprügelt hatten. Alle Brüder prügeln sich, wenn auch vielleicht nicht regelmäßig, so doch zumindest häufig, überlegte er. Sie kämpften um alles und jeden, versuchen, ihren Machtbereich in der Familie abzustecken. Die Bindung zwischen Geschwistern beruht auf dieser Spannung, glaubte er. War erst genug Herzblut geflossen, blieb die gegenseitige Zuneigung bestehen. Bei sämtlichen Auseinandersetzungen mit ihrem Vater, mit ihrem falschen Vater, war Marty auf Distanz geblieben. Jeffers verzog das Gesicht und biss sich auf die Lippe, während langsam eine diffuse Wut in ihm aufstieg, die sich auf den Mann, auf den Jungen, auf sich selbst richtete. »Ich hasse Neutralität«, brach es aus ihm heraus. »Ich verachte sie«, aus dem Augenwinkel sah er, dass Anne Hampton zusammenschreckte. »Na ja«, dachte Jeffers, »mit dieser verdammten Abgeklärtheit ist es bald vorbei.« Er blickte kurz zu Anne Hampton hinüber, dann wandte er sich wieder dem Highway zu. Er stellte sich ihre Glieder, ihren Körper vor. Doch seine Gedanken wanderten schnell wieder in die Vergangenheit und statt seiner Reisegefährtin sah er die Frau des Drogisten vor sich. Wenn sie sich morgens, nachdem ihr Mann zur Arbeit gegangen war und bevor die Jungen sich auf den Schulweg machten, ankleidete, blieb die Tür angelehnt. Sie ließ sich sehr viel Zeit. Sie wusste, dass er ihr zusah. Er wusste, dass sie es wusste. Als er Marty zu überreden versuchte, ebenfalls zuzuschauen, hatte sein Bruder sich umgedreht und war wortlos gegangen. »Hast du deinen Bruder geliebt?«, fragte er Anne Hampton. »Ja«, antwortete sie. »Auch wenn ich ihn, was auch nicht seltsam fand, irgendwie rätselhaft.« »Wie meinst du das?« »Na ja, ich war nur drei Jahre älter als er und wir hatten, ich weiß nicht, wir hatten nicht viel gemeinsam. Ist das nachvollziehbar?« »Er war ein kleiner Junge, also machte er Sachen, die eben kleine Jungen machen. Und ich war ein kleines Mädchen und so spielte ich wie ein kleines Mädchen. Aber ich habe ihn geliebt.« Das ist durchaus nachvollziehbar. Im Grunde hat man mit seinen Geschwistern ziemlich wenig gemein. Ein gewisses Maß an Erinnerungen, weil man dieselbe Vergangenheit hat. Aber das ist streng genommen ein Trugschluss, weil jeder dieselben Ereignisse anders im Gedächtnis behält. Folglich haben sie für verschiedene Menschen nicht dieselbe Bedeutung. »Ich glaube, ich weiß, was Sie meinen.« Er nickte. »Sie schwiegen.« »Siehst du,« meinte er, »wir führen ein fast normales Gespräch. War doch gar nicht so schlimm, oder?« Sie schüttelte den Kopf. Nach einer Weile fragte sie, »wie ist Ihr Bruder so?« »Er ist Arzt,« antwortete Jeffers. »Seelendoktor, und er ist ungefähr so glücklich wie die Leute, die er behandelt. Er ist alleinstehend und weiß selbst nicht, warum.« Sie nickte. Er registrierte, dass sie sich Notizen machte. »Gut,« lobte er. Sie antwortete nicht. Doch er beantwortete ihre unausgesprochene Frage. »Nein, ich glaube nicht, dass ich ihn liebe,« sagte er. »Jedenfalls nicht mehr als irgendjemand oder irgendetwas sonst.« Er schüttelte den Kopf. »Liebe ist etwas, das ich mir längst aus dem Kopf geschlagen habe. Glück genauso.« Er lachte bitter. »Ich klinge wie eine Figur in einer dieser Soaps im Nachmittagsprogramm. Guckst du die manchmal?« »Nein, aber an der Schule gab's eine Menge Leute, die keine Folge ausließen. Die waren süchtig danach. Aber ich konnte nichts daran finden.« »Hätte mich auch gewundert.« Sie zögerte. Dann fragte sie, »Aber Sie lieben Ihre Arbeit?« Er lächelte. »Ich liebe meine Arbeit.« Das Grinsen, das sich in seinem Gesicht breitmachte, schien darauf hinzudeuten, dass er etwas komisch fand, und sie hatte einen heftigen Anflug von Panik. »Was hält er selbst von seiner Arbeit?« fragte sie sich. Der Gedanke trieb sie um. »Ich meine«, fuhr sie fort, »Sie sprechen sehr respektvoll von diesen Bildern, sowohl von Ihren eigenen als auch von den anderen, die Sie gesehen haben. Ich habe eine Menge Fotos gemacht, mit völlig verschiedenen Sujets.« Sie nickte und sie fuhren weiter, ohne etwas zu sagen. Douglas Jeffers dachte an seine Fotos. »Immer der Tod«, erklärte er. »Na ja, nicht immer, aber in letzter Zeit immer öfter.« »Ich mache Schnappschüsse vom Tod.« »Ich habe eine Serie gemacht für ein Essay in Life, erst vor kurzem. Über eine 24-Stunden-Schicht in einer großstädtischen Notaufnahme.« »Ach«, unterbrach ihn Anne Hampton. »Die habe ich gesehen, die waren gut.« Sie handelten vom Tod. Selbst die Aufnahmen von den Ärzten und Schwestern und den Krankenwagenfahrern. »Weißt du, es ging darum, einzufangen, wie all die Gewalt und die zertrümmerten und zerrissenen Körper diese Leute fertig machten. Tag für Tag. Nacht für Nacht. Weißt du, wenn man sich zu lange an etwas Schrecklichem Wund reibt, wird es ein Teil von einem. Es bleibt immer etwas davon haften.« Er legte eine kurze Pause ein, bevor er sagte, »Genau das ist mit mir passiert.« Sie nickte und empfand einen Moment lang so etwas wie Mitleid. Dann dachte sie an den Regen und Wind, die falsche Straße, und plötzlich hatte sie eine Horrorvision davon, wie es wohl sein musste, in der Erde begraben zu sein. Sie merkte, wie sie ein Kloß im Hals bekam, und sie schnappte nach Luft. »Ich habe die Übersicht verloren«, stellte Jefferson sachlich im Ton fest. Ihr wurde eng um die Brust, und ihr Atem kam wie bei einem heftigen Asthmaanfall mit lautem Pfeifen. »Worüber«, stöhnte sie. »Wie viele Tote ich gesehen habe. Ich habe es mal gewusst. Ich habe sie gezählt. Aber heute nicht mehr. Sie gehen nahtlos ineinander über. Als ich in dieser Notaufnahme war, haben sie einen Teenager reingebracht. Er war gerade mal ein paar Jahre jünger als du. Er hatte auf dem Beifahrersitz gesessen, während ein anderer Junge betrunken Auto gefahren war. Der andere Junge, der Fahrer, hatte, ob das glaubst du oder nicht, nur ein paar Blutergüsse und einen gebrochenen Unterarm. Aber dieser Junge würde ins Gras beißen, und das Schrecklichste war, dass er nicht ohnmächtig wurde. Er wusste es. Er wusste, dass all diese Leute mit ihren Apparaturen und Nadeln ihm nicht helfen konnten. Ich habe seine Augen fotografiert. Unmittelbar, bevor es mit ihm zu Ende ging. Aber das Bild wurde nicht genommen. War nicht scharf genug, weil mich irgend so ein Vollidiot geschubst hat, als ich gerade auf den Auslöser drückte. Er zuckte die Achseln. Kann passieren, gehört zum Geschäft. Er schwieg eine Weile, bevor er sagte, In der Nacht bin ich nach Hause gegangen und habe mich gefragt, der wievielte dieser Junge war. Der Tausendste oder Zehntausendste? Ich kannte mal einen Polizeireporter, der Buch führte, also habe ich es auch getan. Aber irgendwann kam ich durcheinander. In Vietnam? In Beirut? Ich war ein paar Mal da. Und wenn wir schon mal dabei sind, wie wenig ein Menschenleben wert ist. Als diese Chartermaschine bei New Orleans abstürzte, ist die in zwei Teile zerbrochen und die Menschen hat es in alle Richtungen geschleudert. Die Rettungsmannschaften haben Körperteile wie verfaulte Früchte von den Bäumen gepflückt. Es ist eben passiert, sagte Anne Hampton. Solche Dinge passieren eben. Nein, tun sie nicht, entgegnete Jeffers wütend. Der Junge stirbt, weil sein Kumpel zu viel säuft. Der Flieger stürzt ab, weil der Pilot auf die Idee verfällt, seinem Co-Piloten mal eben den Start zu überlassen, obwohl der Tower vor starkem Rückenwind gewarnt hat. Die kleinen Kinder in Beirut starben, weil sie draußen spielen und diese Granaten, die abgefeuert werden, die unheimliche Gabe besitzen, spielende Kinder auf der Straße anzusteuern. Das hat mit Ursache und Wirkung zu tun. Der Tod ist nur einfach die häufigste Folge. Er sah sie an. Weißt du, wenn ich jemanden töte, dann tue ich es, weil ich es will. Nur so kann ich mir bewusst machen, dass ich noch lebe. Ihre Hand zitterte, als sie seine Worte niederschrieb. Er wartete. Es herrschte Stille, doch sie wusste, dass er sie füllen würde. Mehr als … Er unterbrach sich, bevor er eine Zahl nennen konnte. Sie schloss die Augen und versuchte, langsam zu atmen. Als sie die Augen öffnete, sah sie, dass sie grinste. Sie wollte lieber nicht so genau wissen, weshalb. Stundenlang fuhr er wortlos und in gleichmäßigem Tempo. Als sie tanken mussten, scherte er zu einer Autobahntankstelle aus und forderte den Tankwart mürrisch auf, voll zu tanken. Er bezahlte bar und setzte ein nonchalantes Lächeln auf, als er Gas gab und die Tankstelle verließ, so dass jeder denken musste, sie seien ein ganz normales Paar, ohne besondere Eile auf einer ganz normalen Fahrt zu einem vertrauten Reiseziel, zu einem klar umrissenen Zweck. Nach einer Weile sagte er, Boss Will, wundert dich das alles nicht maßlos? Gehen dir nicht tausend Fragen durch den Kopf? Anne Hamptons einziger Gedanke war, dass nichts als Angst ihren Kopf beherrschte. Ich hatte das Gefühl, ich sollte besser nicht fragen, antwortete sie. Ich dachte, sie würden mir schon erzählen, was sie mir erzählen wollen. Er nickte. Das klingt vernünftig. Nach einer Pause fügte er hinzu, Boss Will, fragst du dich nicht, was das Ganze hier soll? Sie nickte. Ich weiß, dass sie einen Plan haben. Ja, bestätigte er. Und zwar einen ziemlich genauen. Mehr verriet er ihr nicht. Stattdessen fragte er, Sehe ich alt aus, Boss Will? Kannst du in meinem Gesicht Falten entdecken? Wirke ich frustriert oder müde? Streitsüchtig? Reizbar? Alt? Ich fühle mich nämlich sehr alt, Boss Will. Uralt. Sein Ton wechselte schlagartig und er fragte streng, An welchem Tag haben wir uns getroffen? Augenblicklich schnürte es ihr die Kehle zu. Sie konnte sich nicht erinnern. Eine Stimme in ihr sagte, sie sei schon seit einer Ewigkeit in diesem Wagen. Sie sei schon immer bei ihm. Eine andere Stimme erwachte in einem tiefen Winkel ihres Bewusstseins und führte ihr Bilder von ihrer Wohnung, von verwelkten Blumen in einer Vase auf der Fensterbank vor Augen, von ihren Bücherregalen, dem Schreibtisch, dem kleinen Bett und Nachtschrank. Sie sah Bilder von ihren Eltern und ein Aquarell an der Wand, mit Booten in einem Hafen, das sie vor ein paar Jahren auf einer Reise an der Ostküste entdeckt hatte. Es war eigentlich zu teuer gewesen, doch es lag etwas in diesem Bild, das sie faszinierte. Vielleicht der Frieden, die Ordnung, die Ruhe der Boote, die in der Spätnachmittagssonne vor Anker lagen. Sie dachte an ihre Seminare, daran, wie sie morgens die Sommerhitze weckte oder wie sie am ganzen Körper schwitzte, wenn sie über den Campus lief. Ebenso kurz stiegen ihr das Bild ihrer Eltern in Colorado auf, wie sie im Haus saßen und ihr beschauliches Leben führten. Wenn sie wüssten, was passiert ist, wären sie in Panik und würden weinen. Sie wären verzweifelt. In diesem Moment schien sie ihr wie Wesen aus einem Traum. Ich weiß es nicht, antwortete sie. Niemand weiß es. Verstehst du? Sie nickte. Niemand sucht nach dir. Wieder nickte sie. Selbst wenn jemand neugierig wäre, hätte er keine Ahnung, wo er suchen sollte. Verstehst du? Du hast keine Spur hinterlassen. Sie nickte zum dritten Mal. Das passiert ständig. Menschen verschwinden. Zack, und weg sind sie. Wie vom Erdboden verschluckt. Eben noch sind sie da, dann sind sie weg. Trübsinnig ließ sie zur Bestätigung den Kopf hängen. Genau das ist mit dir passiert. Er sah sie unfreundlich an. Ich bin jetzt deine Vergangenheit. Ich bin deine Zukunft. Sie wollte weinen, wagte es aber nicht. Sie dachte an die Stimmen der Trauergäste. Du musst jetzt tapfer sein. Bei der Erinnerung wurde sie wütend. Jeffers redete weiter. Das ist wie bei diesen idiotischen Milchpackungen mit den Fotos von den verschwundenen Kindern und den Kontaktdaten der ermittelnden Behörden drauf. Deprimierend. Die Kinder sind verschwunden, für immer entführt. Wir sind eine Nation von Rattenfängern. Verstehst du? Spielen ständig auf der Pfeife, nach der die anderen tanzen sollen. Wir entführen andauernd Menschen und die sind wie vom Erdboden verschluckt. Genau so war es auch bei sämtlichen anderen. Wie viele noch? dachte sie. Oh mein Gott, ich bin die Nächste. Ich bin immer noch die Nächste. War ich von Anfang an. Doch sie konnte es sich nicht leisten, der Angst so weit nachzugeben, dass sie in Panik geriet und schrie. Vielmehr machte sie sich bewusst, dass dies dieselbe Angst war, die sie vom ersten Moment an gelähmt hatte. Als sie ihr erst einmal vertraut zu sein schien, war sie weniger erschreckend. Ein Moment lang fragte sie sich, ob das eine Art Todesgewissheit war, so ähnlich wie bei den Passagieren in einem Flugzeug, das in die Tiefe stürzt. Sie hatte gelesen, dass den kurzen Schreien eine stumme Schicksalsergebenheit folgte. Sekunden des Friedens und des stillen Gebets. Wie der Moment vor dem Erschießungskommando. Willst du eine Zigarette, eine Augenbinde? fragte der Kommandeur. Nein, nur einen letzten Blick auf den Morgen. Sie starrte aus dem Fenster und legte zum Schutz gegen die blendende Sonne die Hand über die Augen. Sie wusste nicht wieso, doch sie empfand eine seltsame, ungewohnte Leichtigkeit. Jeff versummte eine Melodie. Ich wüsste zu gerne, was der Rattenfänger auf seiner Flöte gespielt hat. Ein und dasselbe Lied für die Ratten und die Kinder? Es schien ein Moment zu überlegen. Schon als kleiner Junge habe ich mich immer gefragt, wieso die Eltern von Hameln nichts unternommen haben. Ich meine, die standen einfach wie ein Haufen Vollidioten herum. Ich hätte... Er beendete den Satz nicht. Hör mal, sagte Jeffers, was weißt du über Mord? Sie dachte an den Obdachlosen und antwortete, nur was ich neulich in der Nacht erlebt habe. Jeffers lächelte. Gute Antwort, freute er sich. Das zeigt, dass du Mumm in den Knochen hast, Bospol ist nicht ganz so ängstlich, wie sie manchmal tut. Er gab Gas und der Wagen machte einen Satz nach vorne. Ebenso schnell nahm er den Fuß vom Pedal und kehrte zu dem alten, bescheidenen Tempo zurück. Mord ist, wie du gesehen hast, unglaublich einfach. Nur in Hollywood starren die Leute auf den Lauf einer Waffe und wagen vor Skrupeln und Schuldgefühlen nicht abzudrücken. In Wirklichkeit geht es ganz schnell. Ein Streit und paff. Im Grunde ist es kein so großer Unterschied zwischen einer Auseinandersetzung im Ghetto in der Nacht, nachdem die Stütze ausgezahlt wurde, und einer Militäroperation, die wochen- und monatelange Vorbereitung erfordert. In beiden Fällen geht es letztlich um einen idiotischen Streit. Selbst in meinem Fall könnte ich vermutlich, wenn ich entsprechend in mich gehen würde, die Ursache für die Dinge finden, die ich tue. aufgestaute Wut, außer Kontrolle geratenen Hass. So würde es mein Bruder ausdrücken. Aber was ist aufgestaute Wut? Nichts weiter als ein Streit zwischen den verschiedenen Teilen der eigenen Persönlichkeit. Das Leben ist sowieso der Widerstreit zwischen deiner guten und deiner schlechten Seite. Die schlechte Seite will sich den übrig gebliebenen Nachtisch unter den Nagel reißen, stimmt's? Genau wie bei diesen Cartoons, die Samstagmorgens im Kinderfernsehen laufen. Wenn kleiner Teufel aus der Schachtel springt und Foghorn, Leghorn oder Donald Duck oder Goofy oder sonst ein niedliches, haariges Tierchen beschwatzt, etwas Unrechtes zu tun, und dann springt ein kleiner Engel aus der Box und besteht darauf, dass er sich für den rechten Pfad entscheidet. Jeffers lachte trocken auf, bevor er weitersprach. Wie auch immer, weißt du, weshalb wir dieses Verbrechen ungestraft begehen konnten? Weil es reine Willkür war. Schau uns an. Sehen wir etwa wie Leute aus, die betrunkenen Obdachlosen das Hirn wegpusten? Leute auf der Suche nach dem Kick. Leopold und Loeb? Was? Ein Berufsfotograf doch nicht. Schon gar nicht ein preisgekrönter. Eine spitzen Studentin doch nicht. Siehst du? Kein Mensch kann uns mit dem Verbrechen in Verbindung bringen. Niemand hat uns gesehen. Niemand hat uns in Verdacht. Es war Zufall. Willkür. Widrige Umstände. So zumindest wird es die Polizei einstufen. Streng genommen ist es gar nicht richtig passiert. Oder was meinst du, wie viel Zeit ein unterbezahlter, überarbeiteter Ermittler bei der Mordkommission an einen toten Obdachlosen verschwenden wird, dessen Identität er wahrscheinlich nicht einmal feststellen kann? Zehn Minuten? Eine Stunde? Einen Tag? Mehr nicht. Gerade so viel Zeit, wie er benötigt, um ein Formular auszufüllen und an seinen Vorgesetzten weiterzureichen, um sich dem nächsten Fall zuzuwenden. Vielleicht was Pikanteres. Etwas, das Schlagzeilen macht. Etwas, das unserer Gesellschaft was bedeutet. Ein Prominentenmord oder ein Mord in einer Dreiecksbeziehung. Und wer wollte es ihm verübeln? Siehst du, es war ja wirklich belanglos. Rätselhafter Tod eines unbekannten Stadtstreichers. Ein Memo an alle Dienststellen. Kurze Überprüfung, ob sie irgendwelche anderen ungelösten Morde an Obdachlosen haben, die vergleichbar sein könnten. Das war's. Das ist zumindest die offizielle Version. Die politische Version. Dabei wissen wir es natürlich besser, nicht wahr? Zu blöd aber auch, was? So ein armer Kopf könnte eine steile Karriere machen, wenn er nur die geringste Ahnung hätte, was tatsächlich vorgefallen ist. Denn es war gar nicht unwichtig. Jedenfalls nicht für uns, stimmt's. Nach einer ganzen Weile brachte sie eine Antwort heraus. Aber es kann doch nicht immer so, ich weiß nicht, so leicht sein. Sie hasste das Wort. Für ihn, das hatte sie begriffen, war es eine unumstößliche Wahrheit. Für sie eine komplette Lüge. Ich mach da nicht mit, sagte sie plötzlich in Gedanken. Ich weigere mich, er zu sein. Sie war von ihrer Entschlossenheit selbst überrascht. Selbstverständlich nicht, sonst wäre es ja keine Herausforderung, kein Abenteuer. Hast du zufällig The Most Dangerous Game von Richard Connell gelesen? Ich glaube nicht. Er schnaubte. Also wirklich, Boswell? Wo bleibt deine Bildung? Ich hab eine Menge gelesen, erwiderte sie zu ihrer Verteidigung. Ich hab eine Menge Bücher gelesen, von denen Sie wahrscheinlich keine Ahnung haben. Was wissen Sie über Middlemarch? Noch während sie ihre eigene Stimme hörte, hätte sie sich am liebsten den Mund zugehalten. Sie schloss die Augen und rechnete mit einer Ohrfeige. Stattdessen lachte er. Der Punkt geht an dich, gestand er ihr zu. Aber zurück zu meiner Frage. Welches ist das gefährlichste Spiel? Mord ist kein Spiel. Nicht? Sie schwiegen. Na schön, lenkte er nach einer Weile ein. Ich werde mich bemühen, weniger frivol zu sein. Natürlich ist Mord kein Spiel, aber auch kein Hobby. Es ist eine Lebensweise. Meine Lebensweise. Ich verstehe nur nicht, wie, fing sie an, doch er unterbrach sie. Er lachte. Na endlich! Sie fragte, warum. Wurde langsam Zeit. Sein Ton verdüsterte sich. Und jetzt werde ich es dir sagen. In diesem Moment hatte sie das Gefühl, in etwas hineingestolpert zu sein, das für ihre Augen nicht bestimmt war. Sie erinnerte sich, wie sie eines Nachts nicht hatte schlafen können und durch einen Spalt in der Tür ins Schlafzimmer ihrer Eltern gespäht und sie eng umschlungen entdeckt hatte, während sie versuchten, bei der Liebe nicht laut zu sein. Wie damals wurde sie vor Angst und Scham rot. Sie ließ den Bleistift fallen und bückte sich, um ihn aufzuheben. Die Erkenntnis, dass Wissen gefährlich sein konnte, traf sie wie ein Schlag. Je mehr sie wusste, desto tiefer verstrickte sie sich, desto geringer war ihre Chance, dem Albtraum zu entkommen. Die düsteren Überlegungen waren erdrückend und sie hätte am liebsten in aller Stille geweint, so wie damals, als sie durch einen einzigen Blick für immer ihre Unschuld verlor, ins Kissen schluchzte und vor Seelenquall nicht ein noch auswusste. Zuversichtlich und ein wenig übermütig beschwingt wartete er, bis er sicher war, dass seine Fragen sie wie geplant ins Mark getroffen hatten und mit einer bösen Vorahnung erfüllten. Endlich, dachte er. Die Worte sprudelten enthusiastisch aus ihm heraus. Nach dem ersten Mal wurde mir bewusst, dass ich unglaubliches Glück hatte. Immerhin hatte ich eine Prostituierte auf der Straße aufgelesen und zwar in einem Leihwagen, den man nur allzu leicht bis zu mir zurückverfolgen konnte. Ich hatte sie im Auto geschlagen, sodass man ihre Blutgruppe anhand der Flecken im Polster bestimmen konnte. Und ich hatte sie in einer Gegend abgeladen, mit der ich nicht vertraut war. Außerdem hätte mich jederzeit jemand sehen können. Ein Passant, ihr Zuhälter, ein Trucker, der aus einem drei, vier Meter hohen Führerhaus herunter sieht. Ich habe genügend Fuß und Fingerabdrücke hinterlassen, dass jedes beliebige Forensiklabor mich hätte überführen können. Gewebefasern, Schmutzpartikel, Haare. Verflucht, ich habe die Schaufel, mit der ich sie begraben habe, sogar mit der Kreditkarte bezahlt. Ich habe so ziemlich alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann. Unglaublich dämlich, weißt du? Er warf ja einen kurzen Blick zu, erwartete aber keinen Kommentar. Und weißt du, wie es mir hinterher ergangen ist? Ein unglaublicher Nervenkitzel. Eine Angst, wie sie in Albträumen auftritt. Ich bin in einer Art Schwebezustand herumgelaufen und habe mir ernste Sorgen gemacht, paranoid zu werden. Ich dachte, meine sämtlichen Jugendsünden würden jeden Moment einen Kripobeamten mit Haftbefehl auf den Plan rufen. Was natürlich nie passierte, aber es war ein Gefühl, als stünde ich die ganze Zeit unter Strom. Dasselbe galt für meine Bilder. Sie wurden prägnanter, besser, leidenschaftlicher. Schon seltsam, was? Aus der Angst wurde Kunst. Ich war vom Erfolg wie besessen. Ich weiß noch, dass ich ein paar Nächte lang nicht schlafen konnte, weil ich so aufgeregt war. Es hatte vollkommen von mir Besitz ergriffen. Also beschloss ich, umherzufahren, um mir einfach nur das Lichtermeer der Stadt anzusehen. Vielleicht würde das meine Gefühle beruhigen. Ich hörte Polizeifunk. Alle Fotografen schleppen ständig Radios mit sich herum. Das war also nichts Ungewöhnliches. Man hört ständig Funk, man kann ja nie wissen. Und das war nun eine von diesen Nächten. Ich hörte auf einmal diese Stimme auf einem Sender mit gutem Empfang. Und sie klang aufgeregt, fast in Panik. Hilfe, Hilfe, schicken Sie einen Beamten, schnell! Und dann wurde die Adresse durchgegeben. Ich war nur ein paar Häuserblocks entfernt. Ein Staatspolizist, weißt du, hatte bei einem Wagen, bei dem ein Rücklicht nicht funktionierte, eine gewöhnliche Verkehrskontrolle durchgeführt. Er muss wohl auf Ärger ausgewesen sein, denn er bekam eine volle Ladung aus einer 38er in die Brust. Er war vier Jungs zu nah getreten, die gerade einen Spirituosenladen ausgenommen hatten. Und ich war als erster da. Vor den anderen Kops, vor dem Rettungswagen. Nur ich und meine Kamera und der Junge, der den Schuss von der anderen Straßenseite aus beobachtet hatte, weil er einen Reifen gewechselt hatte. Er hatte den Notruf aufgemacht. Der Junge hielt den Kopf des Polizisten im Schoß. Klick, Klick. Helfen Sie mir, bat der Junge. Klick. Helfen Sie uns, bat er. Was machen Sie da? Klick. Bitte. Klick. Vielleicht 30 Sekunden. Dann habe ich ihm geholfen. Ich nahm die Hand des Polizisten und fühlte nach dem Puls. Zuerst war er da, aber bald wurde er wie das Licht in der Abenddämmerung schwächer und verschwand. Und dann alles auf einmal. Die Scheinwerfer, die Sirenen, Gott, das waren fantastische Aufnahmen. Jeffers hielt inne. Er sprach nun langsamer, bedachter. Und so kam ich dazu, Mord zu studieren. Schweigen. Ich konnte nicht anders. Der Stift schwebte über dem Notizbuch, während sie versuchte, die Angst abzuschütteln und sich nur auf seine Worte zu konzentrieren. Sie schärfte sich ein, so zu denken wie im Seminarraum. Wie bei einer Vorlesung. Sie merkte, dass der Versuch lächerlich war. Douglas Jeffers Kopf war voller Bilder und er überlegte, ob er vielleicht anekdotisch vorgehen sollte. Er warf einen Seitenblick auf Anne Hampton und sah, dass sie wartete. Sie war blass und mitgenommen, am Rande einer Angstattacke, aber dennoch wartete sie. Mit Genugtuung stellte er fest, jetzt gehört sie mir. Dann machte er weiter. Ich hatte also unglaubliches Glück gehabt, dabei verlasse ich mich nicht gerne auf mein Glück. In meiner Freizeit ging ich immer öfter in die Bibliothek und las. Ich interessierte mich ebenso für Belletristik wie für wissenschaftliche Bücher. Ich las juristische Fallstudien und medizinische Abhandlungen. Ich las die Geständnisse von Mördern ebenso wie Gefängnisberichte. Ich las die Memoiren von Kripo-Beamten, von Pathologen, von Strafverteidigern, von Staatsanwälten und Auftragskillern. Ich kaufte Bücher über Waffenkunde. Ich studierte Physiologie. Ich zog mir einen weißen Laborkittel über und besuchte an der Columbia Medical School Anatomievorlesungen. Ich musste einfach wissen, wie genau Menschen starben. Ich las Zeitungen und Zeitschriften. Ich abonnierte True Detective und Police. Ich brachte Stunden mit den Schriften prominenter forensischer Psychiater zu. Ich lernte viel über Sexualmörder, Massenmörder, Berufsmörder, Mörder beim Militär. Ich studierte Massaker und Mordkomplotte. Ich machte mich mit Dessart, Blaubart, Albert de Salvo und Charles Whitman vertraut. Außerdem mit dem Massaker von Mai Lai sowie den Angriffen auf die Flüchtlingslager von Shatila. Ich kannte Raskolnikov, Mengele, Kurz, Idi Amin und William Bonny, den du vermutlich unter dem Namen Billy the Kid kennst. Ich weiß eine Menge über die PLO und die Roten Brigaden. Ich kann dir alles über Charles Manson oder Elmer Wayne Hanley erzählen oder über Wayne Gacy Richard Speck, Jack Abbott, Lucky Luciano oder Al Capone. Vom Valentinstag-Massaker bis zu den Freeway-Morden. Von der Salemer Hexenjagd bis zu den Drogenkriegen in Miami oder dem Zodiac Killer von San Francisco. Ich kenne mich mit 007 ebenso gut aus wie mit dem echten MI5. Ich könnte dir erklären, wieso Bruno Richard Hauptmann wahrscheinlich kein Mörder war, auch wenn sie ihn hingerichtet haben. Oder wieso Gary Gilmore in Wahrheit ein Loser war, der zufällig gemordet hat, der aber ebenfalls hingerichtet wurde. Ich habe alles gelesen, von Camus-Essay über die Todesstrafe bis zu MacLandons Roman Death Work und dann habe ich mich auf den Bericht der Warren-Kommission gestürzt und auf die Kongressanhörung, die das Phoenix-Programm in Vietnam ans Licht gebracht haben. Wusstest du, fuhr Douglas Jeffers fort, dass in manchen Bundesstaaten die Gerichtsakten und Polizeiberichte öffentlich sind? Zum Beispiel war ich vor nicht allzu langer Zeit in Nordflorida und habe die Akten zu dem Fall eines Gerald Stano gelesen. Interessanter Bursche, intelligent, freundlich, extrovertiert, ganz und gar kein Eigenbrödler, hat eine feste Anstellung als Mechaniker, war angesehen, beliebt, sogar bei den Ermittlern von der Mordkommission. Er hatte nur einen kleinen Fehler. Jeffers legte eine Kunstpause ein. Wenn er mit einer Frau ein Date hatte, dann ließ er es nicht bei einem keuschen Handschlag oder einem Küsschen auf die Wange bewenden. Jeffers lachte. Nein, Mr. Stano brachte seine Damenbekanntschaften um. Er warf Anne Hampton einen Blick zu und versuchte, den schmerzlichen Ausdruck in ihrem Gesicht zu taxieren, indem er sie zerstückelte. Wieder eine Pause. Könnten so um die 40 gewesen sein. Und noch einmal pausierte Jeffers, bevor er fortfuhr. Man kann ihn nur für seine Konsequenz bewundern, wenn auch vielleicht für nichts sonst. Er behandelte alle gleich, das heißt, alle Frauen. Anne Hampton schwieg beharrlich und wartete, dass Jeffers weitersprach. Sie sah, wie er tief Luft holte. Du siehst also, was aus mir geworden ist. Jeffers senkte die Stimme. Ich wurde zum Experten. Und dann, sagte er, nachdem er noch einmal tief Luft geholt hatte, war ich so weit, ein Mörder zu werden. Nicht so ein Volltrottel, der wahllos seine Prostituierte umbringt und einfach nur Schwein gehabt hat, dass er davon gekommen ist. Nein, ich wurde zu einer perfekt geölten, gut austarierten, mörderischen Präzisionsmaschine. Kein Auftragskiller, der sich von einem Gangster aus der Gosse oder einem kolumbianischen Drogendealer bezahlen lässt, sondern freischaffend, ganz und gar mein eigener Herr. Und damit weißt du, was ich bin. Mehrere Stunden lang fuhr er ohne ein weiteres Wort. Jeffers ließ es bei diesen Auskünften bewenden. Er dachte, das muss sie erst mal verdauen. Außerdem würde das, was er als nächstes plante, die Schraube noch einmal anziehen. Anne Hampton war dankbar für die Stille. Sie versuchte nach Kräften an einfache Dinge zu denken, an den Geruch von Apfelkuchen im Ofen oder das wohlige Gefühl, wenn man in eine Seidenbluse schlüpft. Doch es funktionierte nicht. Als sie in Memphis den Fluss überquerten, war es tiefe Nacht. Sie sah, wie sich die Lichter im stillen schwarzen Wasser spiegelten, während Jeffers ihr erzählte, wie der Cuyahoga in Cleveland einmal gebrannt hatte. Der Giftmüll, den man einfach ins Wasser geworfen hatte, fing Feuer, erzählte er. Wie aber löscht man brennendes Wasser? Er beschrieb, wie er mitten in der Nacht die Feuerwehrleute vor den hoch aufragenden Flammen fotografierte. Sie kamen an einem Schild vorbei, dessen heiterer Gruß zu den Geschehnissen in Widerspruch stand. Sie verlassen Memphis. Kommen Sie bald wieder. Jeffers stimmte einen Bob-Dillon-Song an. Oh Mama, can this really be the end? To be stuck inside of the mobile with the Memphis blues again. Er sah zur Seite und merkte, dass sie die Melodie nicht erkannte. Er zuckte die Achseln. Meine Generation, meinte er und lachte. Erinnere mich nicht daran, wie alt ich bin. Sie wusste nicht, was sie sagen sollte. In Arkansas blieben sie auf der Interstate. Es war schon weit nach Mitternacht, als sie an einem Howard Johnsons anhielten. Hier erschien der scharfe Kontrast zwischen Orange und Aquamarine so spät in der Nacht zu schrill. Sie hätte es angemessener gefunden, wenn man die Dekoration jeden Abend mit dem Aufziehen der Dunkelheit gegen ein gedämpfteres Farbschema hätte tauschen können. Am nächsten Tag waren sie wieder mit dem Morgengrauen auf der Straße. Und als sie zum Frühstück anhielten, hatten sie bereits zwei Stunden Fahrt hinter sich. Jeffers langte ordentlich zu und zwang sie ebenfalls reichlich zu essen. Eier, Pfannkuchen, Toast, Würstchen, mehrere Tassen Kaffee und Saft. Warum so viel? fragte sie ihn. Großer Tag, antwortete er zwischen zwei Happen. Und großer Abend. Baseballspiel in St. Louis. Fängt um acht an. Danach gibt's ein paar Überraschungen. Is auf. Sie gehorchte. Nach der Mahlzeit fuhr er allerdings nicht gleich wieder auf die Interstate zurück, sondern hielt auf dem Parkplatz einer großen Shopping-Mall. Anne Hampton sah ihn an. Wieso machen wir halt? Mit einer blitzschnellen Bewegung beugte er sich zu ihr herüber und packte ihr Gesicht, indem er Zeigefinger und Daumen in ihre Wangen bohrte. Bleib einfach dicht bei mir. Sag nichts und lerne dazu. Sie nickte und er ließ sie los. Beobachte, höre zu und versuch zu begreifen, schärfte er ihr noch einmal ein. Er lief zügig durch die immer dichter werdende Menschenmenge, die in das Einkaufszentrum strömte, und sie musste sich beeilen, um Schritt zu halten. Die Läden flogen an ihr vorüber und sie sah sich im Spiegel einer Boutique. Ringsum stürmte Stimmgewirr auf sie ein. Schreiende Kinder, die mit einem Schlachtruf von ihren Eltern davonliefen und Eltern, die Jennifer, Joseph oder Joshua ermahnten, augenblicklich mit dem Blödsinn aufzuhören, was sie nie taten. Sie hörte Paare, die sich über Einkäufe unterhielten und Teenager, die über Jungen, Mädchen und Musiktitel sprachen. Die Fetzen von normalem Leben, die sie aufschnappte, schienen seltsam fremd, als gehörten sie in eine andere Zeit. Sie beschleunigte ihre Schritte an Douglas Jeffers Seite. Er schien die Menge nicht wahrzunehmen, sondern zielstrebig geradeaus zu laufen. Schließlich betrat er mit ihr ein Sportgeschäft, wo er ein paar rote St. Louis Cardinals Baseballmützen herauspickte. Er zeigte auf ein schnauzenhaftes, hutartiges Gebilde und lachte spöttisch. Diese Schweinskappen tragen sie bei den Spielen der University of Arkansas. Wildschweine. Da kann ich nur sagen, seht zu, dass ihr gewinnt, wenn eure Fans die Dinger für euch tragen. Er bezahlte die beiden Kappen bar und kehrte in die Mord zurück. Noch eine Station, sagte er. In dem großen Sears Kaufhaus steuerte er die Abteilung für Büroartikel an. An der Theke kaufte er einen kleinen Stapel Schreibmaschinenpapier und ein Päckchen Briefumschläge. Damit ging er zu einer Reihe Vorführschreibmaschinen. Er drehte sich zu ihr um und sagte, sie genau hin, bleib dicht an mir dran. Mit einer schnellen Bewegung zog er ein paar OP-Handschuhe aus der Tasche. Er schlüpfte hinein und öffnete den Pappkarton des Schreibmaschinenpapiers. Ohne zu zögern reichte er Anne Hampton die Verpackung und legte ein Blatt in eine der Vorführmaschinen ein. Er zögerte einen Moment und vergewisserte sich, dass niemand in der Nähe war oder auf sie achtete. Dann beugte er sich vor und tippte, ihr seid ja so dämlich. Packt ein. Gute Nacht. Hab nämlich grad noch einen Schwulen alle gemacht. Herzliche Grüße. Ihr wisst schon wer. Er zog das Blatt aus der Maschine, faltete es dreimal und steckte es in einen Umschlag. Immer noch mit Handschuhen schob er das Kuvert in die Tasche. Dann zog er die Handschuhe aus, sah sich um, prüfte noch einmal, dass niemand sie beachtet hatte und begab sich zügig Richtung Ausgang. Ihr gingen tausend Gedanken durch den Kopf, während sie keuchend Schritt zu halten versuchte. Als sie wieder im Wagen saßen, sagte er nichts, sondern forderte sie nur stumm auf, sich anzuschnallen. Sie gehorchte und schwieg. Er fuhr den ganzen Tag bis in den Abend hinein, indem er sich stur ans Tempolimit oder die Durchschnittsgeschwindigkeit hielt, sodass sie von ebenso vielen Autos überholt wurden, wie sie selbst hinter sich ließen. Sie fragte sich, wieso Jeffers immer genau zu wissen schien, wohin sie fuhren und wie lange sie brauchen würden. Er schätzte, bis zum Ende des zweiten Innings müssten wir es schaffen. Doch sie mussten ein wenig weiter vom Stadion entfernt parken als geplant, sodass sie erst mitten im dritten Inning am Eingangstor standen. Sie trugen beide die roten Mützen, die er am Vormittag gekauft hatte. Am Drehkreuz zog Jeffers mit einer schwungvollen Handbewegung zwei Eintrittskarten aus der Brieftasche. Sie zuckte zusammen angesichts der Geste, vor allem aber wegen der Erkenntnis, dass er die Karten lange im Voraus gekauft haben musste. Sicher ein gutes Spiel, meinte er zum Kontrolleur. Kann man wohl sagen, nur dass sie zwei Punkte zurückliegen und offenbar keiner weiß, wie sie das noch packen sollen. Der Mann war alt, ihm wuchsen weiße Haare an den Ohrlippchen und er trug ein Hörgerät. Anne Hampton sah, dass er sich in das andere Ohr den Kopfhörer eines billigen Transistorradius eingestöpselt hatte. Er achtete nicht weiter auf sie und griff nach den Tickets der nächsten Spätankömmlinge. Sie huschten eilig durch die Sitzreihen, stießen gegen Menschen, umschifften Verkäufer mit Erfrischung. Die riesige Menge und der hohe Lärmpegel irritierten sie. Sie fühlte sich, als schwebte sie im All, schwerelos, sodass die Geräusche sie davontragen konnten. Sie drückte sich eng an Jeffers und als eine Gruppe junger Rüpel sich zwischen sie drängte, griff sie nach seiner Hand. Als die Heimmannschaft im fünften Inning am Schlag war, erklärte Jeffers, er habe Hunger. Hör zu, sagte er. Lauf mal da zu dem Imbissstand rüber und besorg uns ein paar Hotdogs. Sie starrte ihn ungläubig an. In ihrer Umgebung dröhnte die Zuschauertribüne. Der stattliche Rechtshänder der Mets hatte einen seiner berüchtigten, kräftigen Würfe hingelegt und die Cardinals warteten mit ihrem 2 zu 0 Rückstand vergeblich auf den Lohn für ihre Mühen. Doch genau in dem Moment, als Jeffers seine Bitte ausgesprochen hatte, war der Lead-Off vorgerückt und der nächste Schlagmann landete prompt einen glatten Base-Hit nach rechts. Vor Spannung stand die Menge senkrecht und das ganze Stadion hallte vom ermunternden rhythmischen Klatschen wieder. Sie musste brüllen, um sich bei ihm Gehör zu verschaffen. Ich kann nicht, rief sie. Wieso nicht? Plötzlich spürte sie seine Hand auf ihrem Bein und die Finger, die sich schmerzhaft in ihre Muskeln bohrten. Ich kann es einfach nicht, wiederholte sie, während ihr die Tränen in den Augen standen. Er starrte sie an. Perfekt, dachte er. Wieso nicht? Sie schüttelte den Kopf. Sie konnte es nicht sagen. Sie wusste nur, dass der Lärm, die Menschen und die Welt, die er plötzlich in ihr Leben hereingelassen hatte, sie in Panik versetzten. Bitte, flehte sie. Er konnte sie nicht hören. Der nächste Schlagmann hatte den Ball so weit nach vorn gebracht, dass eine Base in erreichbarer Nähe war. Der Läufer punktete von der zweiten aus, indem er dem Hechtsprung des Fängers auswich, sodass sein Tag-Versuch in einer Staubwolke unterging. Jeffers sah jedoch ihre Mundbewegung und das genügte. Meinetwegen, gab er nach. Nur dieses eine Mal. Er ließ ihr Bein los. Sie nickte zum Dank. So was nennt man ein Bang-Bang-Spiel, erklärte er. Bang-Bang? Ja, wenn alles Schlag auf Schlag geht. Der Läufer rutscht aus, Bang. Der Fänger erzielt einen Tag, Bang. Er ist safe, Bang. Oder er ist out, Bang. Ich hab für dieses Klischee schon immer was übrig gehabt. Er entdeckte einen Erdnussverkäufer und winkte heftig, um die Aufmerksamkeit des Mannes zu erregen. Er gab Anne Hampton eine Tüte und nachdem sie angefangen hatte, die Schalen zu knacken und die Nüsse zu essen, bückte er sich und zog seine allgegenwärtige Nikon aus der Kameratasche. Bitte lächeln, rief er und schnellte auf seinem Sitz herum. Er knipste ein paar Bilder. Sie wurde verlegen. Meine Haare, meinte sie. Diese alberne Kappe. Doch er deutete nur aufs Spielfeld. Da spielt die Musik, wies er sie zurecht. Pass gut auf, vielleicht musst du dich später an ein paar Einzelheiten erinnern. Das machte ihr Angst und sie versuchte, sich auf die Vorgänge unterhalb der Tribüne zu konzentrieren. Ich verstehe was von Baseball, beruhigte sie sich. Ich weiß, was Spielzüge des Squeezeplay und Pitchouts sind und wie man hinter den Läufer kommt. Immerhin war ich in der Softballmannschaft an der Highschool Shortstop und hab die Regeln gelernt. Dennoch blieben ihr die Akteure auf dem Kunstrasen der Spielfläche ein Rätsel, wie sehr sie auch versuchte zu analysieren, was dort vor sich ging. Sie wagte einen Seitenblick zu Jeffers. Er schien ganz im Spielverlauf versunken, doch sie wusste, dass diese Anteilnahme andere Dinge verschleiern sollte. Etwas in ihr weigerte sich, konkrete Möglichkeiten ins Auge zu fassen. Sie zitterte in der schwülen Luft. Ihr Kopf fühlte sich dumpf an und sie konnte nur schwer schlucken. Als sie einmal sah, wie er sich zu der Tasche vor seinen Füßen bückte, bekam sie vor Verwirrung plötzlich keine Luft mehr. Als die Mannschaften die Seiten wechselten, fragte sie endlich in einem Ton, der ihr hohl in den Ohren klang. Wieso sind wir hier? Jeffers drehte sich zu ihr um und starrte sie an. Dann brach er in schallendes Gelächter aus. Wir sind hier, weil das Amerika ist, das nationale Freizeitvergnügen. Das hier sind die Mets und die Cards und der Siegeswimpel steht auf dem Spiel. Aber vor allem sind wir hier, weil ich ein Baseball-Fan bin. Wieder lachte er und sah sie an. Du siehst also, fuhr er fort, bis jetzt schlagen wir nichts tot außer der Zeit. Er zögerte. Später, fügte er hinzu. Sie stellte keine weiteren Fragen. Sie blieben bis zur ersten Hälfte des achten Innings. Jeffers wartete, bis die Mets vier Punkte machten und Bewegung in das ausgeglichene Spiel brachten. Er packte sie bei der Hand und führte sie zusammen mit den anderen leicht verstimmten Fans, die früh aufbrachen aus dem Stadion. Auf ihrem Weg zum Auto folgte ihnen ein lauter Schrei von den Zuschauerrängen hinter ihnen. Er hörte, wie aus einem Transistorradio, das ein junges Paar in ihrer Nähe bei sich hatte, eine Stimme allen, die es hören wollten, verkündete, »Homerun Jack Clark und noch zwei Innings zu spielen!« Er nickte. »Hätten Sie eigentlich wissen müssen,« meinte er leise zu Anne Hampton. »Dass es nie vorbei ist, bevor es vorbei ist.« »Was hat denn mal ein großer Amerikaner gesagt?« »Wer?« fragte sie. »Carol Chessman«, antwortete Jeffers. Jeffers vergewisserte sich, dass Anne Hampton angeschnallt war. Dann ging er zum Heck und öffnete den Kofferraum. Er wühlte einen Moment in seiner Allzwecktasche und zog schließlich zwei Nummernschilder mit Kennzeichen von Missouri heraus. Zuvor hatte er daran Metallklammern befestigt, sodass er sich nur zu bücken und sie direkt auf den eigentlichen Schildern zu montieren brauchte. Er nahm einen billigen Nummernschildrahm, den er in einem Laden für Autozubehör gekauft hatte und klemmte ihn auf die neuen Schilder, sodass vom verräterischen Gelb seiner New Yorker Kennzeichen nichts mehr zu sehen war, er aber ebenso schnell die früher einmal gestohlenen Schilder wieder abmontieren konnte. Dann öffnete er die Tasche mit den Waffen und zog eine billige Automatik, Kaliber 25, hervor. Im Innern der Tasche war ein besonders präparierter, voller Ladestreifen befestigt. Er vergewisserte sich, dass die Rundköpfe eingekerbt waren, dann steckte er die Munition in seine Kameratasche. Wieder suchte er einen Moment und holte eine schlichte Aktentasche heraus, bevor er den Kofferraum schloss. Zurück im Wagen schaltete er die Innenbeleuchtung ein. Sie sah zu, wie er eine kleine gelbe Aktenmappe herauszog und auf den Knien öffnete. Die Akte enthielt neben Zeitungs- und Zeitschriften ausschnitten eine getippte Checkliste. Anne Hampton konnte die Wörter lesen. Pistole, Schreibmaschine, Zugang, Ausgang, Notfallunterstützung, Backup, Anwalt, Personalien. Unter jedem Begriff waren Unterkategorien aufgelistet, doch sie war nicht schnell genug und das Licht war zu schwach, als dass sie auch diese hätte lesen können. Eine Reihe von Punkten waren durchgestrichen, während andere deutlich abgehakt waren. Neben anderen wiederum standen handschriftliche Bemerkungen. Sie sah, dass die Akte zwei Landkarten enthielt, eine Handgezeichnete und ein Gitternetzplan von der Stadt. Während sie ihn beobachtete, schien Jeffers die Listen und Karten durchzugehen. Sie warf einen Blick auf die Zeitungsausschnitte und sah einen halbseitigen Artikel aus dem Time Magazine. Er war dem innenpolitischen Nachrichtenteil entnommen und die Schlagzeile lautete Willkürlicher Mord an Homosexuellen versetzt St. Louis in Aufruhr. Sie sah, dass die anderen Artikel dem Post-Dispatch von St. Louis entstammten. Gut, murmelte Jeffers mit einer gewissen Erregung in der Stimme. Gut, wir sind so weit. Er sah sie an. Kann's losgehen? Sie wusste nicht, wie sie reagieren sollte. Bist du so weit? fragte er streng. Sie Die Jagd geht los und er fuhr in die Dunkelheit der Stadt. Nach wenigen Minuten hatte sie die Orientierung verloren. Eben noch waren sie auf einer Durchgangsstraße inmitten von Wolkenkratzern, die links und rechts in den Nachthimmel ragten. Im nächsten Moment kreisten sie durch schäbige, schlecht erleuchtete Straßen, die das Licht der Scheinwerfer spiegelten. Nach mindestens einer halben Stunde drosselte Jeffers das Tempo. Anne Hampton starrte aus dem Fenster und sah Männer, die in der lauen Sommerluft in Gruppen vor Bars standen, plauderten und gestikulierten. Jeffers ließ die Szenerie wortlos auf sich wirken. Trotzdem, dachte sie, scheint er zu wissen, wohin er will. Sie zwang sich an nichts zu denken. Nachdem er eine weitere halbe Stunde lang durch eine Gegend von etwa zehn Häuserblocks gekurvt war, bog Jeffers in eine dunkle Nebenstraße ein und fuhr am Ende des Blocks rechts heran. Offenbar handelte es sich um eine Wohngegend. Größere, in Wohnungen aufgeteilte Häuser, Bäume, für die im Bürgersteig ein Stück Erde ausgespart war. An den hellen Lichtern konnte sie jedoch erkennen, dass sie nicht weit von der Hauptdurchgangsstraße entfernt waren. Jeffers ging vorne um den Wagen herum und öffnete ihr die Tür. Sie fand seine Bewegungen spinnen- oder raubtierartig. Von einem Moment zum anderen sah sie sich buchstäblich aus dem Wagen gehoben, um Arm in Arm mit ihm den Bürgersteig entlang zu gehen. Wie immer zuckte sie unter der angespannten Stärke seiner Hände und Arme zusammen. Sie spürte, wie sich vor Erregung seine Muskeln verhärteten. Sag nichts, schärfte ihr Jeffers in leisem, schrecklichem Ton ein. Meide Augenkontakt, bis ich meine Wahl getroffen habe. Aber lächle und mach ein glückliches Gesicht. Sie gab sich Mühe, auch wenn sie wusste, dass sie allenfalls erbärmlich wirken musste. Stattdessen konzentrierte sie sich darauf, gleichmäßig zu laufen. Sie wusste, was passieren würde, oder zumindest, dass ein weiterer Albtraum wie der mit dem Obdachlosen bevorstand und sie nichts dagegen machen konnte. Ihr wäre auch nichts eingefallen, außer zu tun, was er sagte. Sieh in den Himmel, sagte sie sich. Starre zu den wenigen Lichtern hoch. Sie sah den Mond, der in den Zweigen eines Baums zu hängen schien, und musste plötzlich an eine Melodie aus ihrer Kindheit denken. Der Fuchs ging hinaus in die kalte Nacht. Da hatte den Mond gefragt, ob er ihm leuchten wollte. Wenn er sich über die Felder treute, bis zur weiten Stadt, Stadt, Stadt. Die Musik strömte ihr wie eine beruhigende Woge durch den Kopf. Dreimal liefen sie um den Block, und jedes Mal kamen sie an einem Paar oder auch einem Dreiergespann von Männern vorbei, das durch das Dunkel der Gasse eilte. Als sie sich auf ihrer vierten Runde ihrem Wagen näherten, merkte sie, wie sich Jeffers neben ihr anspannte, und sie beobachtete, wie er die Hand in seine Kameratasche steckte. Das könnte er sein, meinte er. Sie liefen weiter auf den einsamen Mann zu, der ihnen entgegenkam. Etwas langsamer, sagte Jeffers. Ich will im Schatten des Baumes an dem K vorbei. Sie sah, dass sie genauso weit von dem Baum entfernt waren wie der Mann, der mit seiner schieren Körpergröße einen Schatten warf. Lächeln, befahl Jeffers. Sie fühlte sich plötzlich von einer heftigen Unterströmung in die See hinausgezogen. Sie klammerte sich an seinen Arm, weil sie fürchtete, plötzlich zu stolpern oder in Ohnmacht zu fallen. Jeffers schärfte all seine Sinne. Er spähte blitzschnell in alle Richtungen und registrierte die Leere. Sein Gehör war auf jedes noch so leise, außergewöhnliche Geräusch eingestimmt. Er hob sogar die Nase witternd in die Luft. Er glaubte, in Flammen zu stehen oder verliebt zu sein. Sämtliche Nervenenden in seinem Körper waren aufs Höchste gespannt und pochten. In seiner Hand schien das Metall der Pistole heiß zu glühen. Er zwang sich, seine Schritte genau zu bemessen und langsam zu gehen, damit er den Mann genau im richtigen Moment erreichte. Dem dunkelsten Moment. Ein Todesmarsch, musste er auf einmal denken. Jeffers bemaß die Distanz. Knapp zwanzig Meter. Dann plötzlich nur noch sechs. Dann drei. Und er nickte dem Mann mit einem Lächeln zu. Der Mann war jung, wahrscheinlich nicht älter als fünfundzwanzig. Wer bist du? fragte sich Jeffers für einen Augenblick. Hast du dein Leben geliebt? Der Mann trug das blonde Haar an den Schläfen und im Nacken kurz. Jeffers sah einen kleinen Goldstecker in einem Ohr. Er war mit einem schlichten, offenen Sporthemd und einer Hose bekleidet. Dazu hatte er betont leger einen Pullover um die Schultern geschlungen. Jeffers nickte dem Mann noch einmal zu und bekam ein etwas nervöses, schwaches Lächeln zurück. Jeffers drückte Anne Hampton fest in den Arm und registrierte das gewünschte Lächeln in ihrem Gesicht. Der Mann war gleich auf. Dann vorbei. Als er gerade aus seinem Blickfeld verschwand, zog Jeffers die Waffe aus der Tasche und legte den Finger an den Abzug. Ihm blieb gerade genug Zeit, sich zur Ruhe zu mahnen. Dann wirbelte er herum, sprang direkt hinter den Mann, ließ Anne Hamptons Arm los und legte beide Hände um den Pistolenkolben. Als der Lauf exakt auf den Kopf des Mannes gerichtet war, feuerte Jeffers zweimal. Das Krachen hallte durch die Straße. Der Mann kippte nach vorn und schlug auf den Bürgersteig. Anne Hampton stand da wie gelähmt. Sie versuchte, die Hände vor die Augen zu legen, rührte sich aber nicht, sondern starrte nur entsetzt auf die Stelle. Jeffers war im selben Moment über dem Mann, der mit dem Gesicht nach unten in einer immer größer werdenden Blutlache lag. Er achtete darauf, weder den Mann noch das Blut zu berühren. Der Mann bewegte sich nicht. Jeffers beugte sich nach unten, gab noch einen Schuss in den Rücken, in die Harzgegend ab. Dann steckte er mit einer einzigen fließenden Bewegung die Pistole zurück und zog dafür die Nikon heraus. Er hob sie ans Auge und sie hörte das Surren des Motor Drives, der den Film transportiert. Ebenso schnell war er fertig und schob die Kamera wieder in die Tasche. Er packte Anne Hampton am Arm und zerrte sie Richtung Wagen. Er riss die Tür auf und warf sie auf den Sitz. Im nächsten Moment war er auf der Fahrerseite und sprang hinein. Er fuhr nicht mit quietschenden Reifen weg, sondern warf ruhig und sicher den Motor an, dann rollte er langsam an der Leiche auf dem Bürgersteig vorbei. Binnen Sekunden waren sie weg. Sie sah, dass Jeffers eine geplante Route fuhr. Sie spürte, wie er sich konzentrierte, so als brächte er mit seiner schieren Intelligenz ein empfindsames Sinnesorgan hervor. Nach einer Viertelstunde sah sie, dass sie eine verlassene Stelle in einer Lagerhausgegend unweit vom Zentrum erreicht hatten. Jeffers hielt an und stieg wortlos aus. Sie wartete darauf, dass er sie aus dem Wagen ließ. Doch das geschah nicht. Am Heck entfernte er das Nummernschild von Missouri, wischte es mit einem Lappen ab und warf es in eine dunkle Plastiktüte. Die Tüte wiederum warf er in einen Abfallbehälter und kletterte extra daran hinauf, um sich davon zu überzeugen, dass die Tüte sich mitten zwischen anderem Müll befand. Er stieg wieder ein und sie fuhren durch die Stadt in eine Vorortgegend. Jeffers hielt in einem kleinen Laden und nutzte das Licht, um zu sehen, was er tat. Zuerst zog er wieder die Plastikhandschuhe an. Dann holte er den Umschlag mit dem Brief heraus, den er am Vormittag geschrieben hatte. Aus seinem Schnellhefter nahm er ein kleines braunes Kuvert. Er drehte es um und Anne Hampton sah, wie eine Reihe Wörter herausflatterten, die aus Zeitungen ausgeschnitten schienen. Jeffers kramte eine Tube Kleber hervor und brachte damit die Wörter auf dem Umschlag an. Dann klebte er ihn zu. Erst jetzt redete er wieder mit ihr. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Ich weiß zwar, dass Sie von Papier keine Fingerabdrücke nehmen können, wenn ich mir nicht gerade die ganzen Hände mit Tinte voll schmiere, aber das FBI hat jetzt diese neue spektografische Ausrüstung, mit der ich mich gerade erst vertraut mache. Damit können Sie Enzyme aufschlüsseln und Gott weiß was alles. Deshalb ja, keine Spucke. Wenn ich diesen Umschlag hier anlecken würde, um ihn zuzukleben, könnten Sie glatt meine Blutgruppe rauskriegen. Ach, was sage ich? Nach allem, was ich darüber weiß, hätten Sie am Ende meine Sozialversicherungsnummer. Es ist also Vorsicht angesagt. Er sah sie an. Die Worte sprudelten aus ihm heraus und er wirkte fast wie ein aufgeregter kleiner Junge. Hör zu, sagte er. Kein Grund zur Sorge, wir sind fertig. Wir sind davon gekommen. Nur noch ein paar Kleinigkeiten und wir haben unsere Schäfchen im Trocknen. Er hatte den Brief verschlossen und legte wieder den Gang ein. Im nächsten Moment fuhr er vor einem großen Postamt vor. Er sprang aus dem Wagen und steckte seine Sendung in einen der Briefkästen. Als er wieder im Auto saß, erklärte er, jetzt nur noch die Waffe und die Munition und alles ist erledigt. Aber darum brauchen wir uns erst morgen zu kümmern. Wann immer ist uns beliebt. Als er wieder auf die Autobahn fuhr, schien er immer noch unter Adrenalin zu stehen. Anne Hampton drehte sich ein einziges Mal auf ihrem Sitz nach hinten um und blickte den verblassenden Lichtern der Großstadt hinterher. Er sah, dass sie zitterte. »Frierst du?« Sie nickte. Er tat nichts. »Müde?« Sie merkte, dass sie sich ausgelaugt fühlte. Wieder nickte sie. »Hunger?« Sie hatte Angst, dass sie sich übergeben müsste. »Ich hab ein Bärenhunger«, sagte er. Sie dachte nur, das hört nie auf. Nach einer Weile ergriff er wieder das Wort. »Das ist absolut verrückt«, erklärte er in gleichmütigem Ton. »Der Schwulenhasser, der in St. Louis all diese Humus umgebracht hat, ich glaub, bis heute Nacht waren es sieben, der schreibt immer in Reimen. Jedenfalls stand das im Postdispatch.« Jeffers schüttelte den Kopf. »Die Zeitungen haben ihm keinen Spitznamen gegeben, was irgendwie seltsam ist. Ich mein, bei solchen Serienmorden, da finden sie normalerweise ein Etikett für den armen Karl. Zum Beispiel der Schwulenkiller oder Schwuchtelschreck oder was ähnlich albern obszönes. Er schaute sie an und sah die Müdigkeit in ihren Augen. »Verstehst du eigentlich, was da eben passiert ist?«, fragte er. »Ja«, antwortete sie dumpf. Er beugte sich zu ihr hinüber und ohrfeigte sie, aber nicht heftig, da sie aller Wahrscheinlichkeit nach ziemlich fertig war. Das Klatschen auf ihrer Wange schreckte Anne Hampton aus ihrer Lethargie auf, die sie seit den Schüssen auf der Straße übermannt hatte. »Begreifst du, was wirklich passiert ist?«, wiederholte er seine Frage. Sie schüttelte den Kopf. »Wir haben gerade eine ziemlich gute Kopie einer Verbrechensserie hingelegt, die diese schöne Stadt im Lauf der letzten 18 oder 20 Monate beschäftigt hat. Die Polizei nennt sowas einen Trittbrettfahrermord. Weißt du, die erhalten der Presse immer das eine oder andere Detail vor, damit sie erkennen können, wer es tatsächlich gewesen ist. Trittbrettfahrer sind für die Kops schrecklich frustrierend. Man muss das verstehen. Während sie sich sämtliche Beine ausreißen, um den Irren zu finden, pfuscht ihnen ein anderer Spinner ins Handwerk. Es kostet sie Zeit, ich meine, richtig viele Dienststunden, Ordnung in das Ganze zu bringen, bis das Sonderkommando, das auf den Killer angesetzt ist, rausbekommt, was passiert ist, denn wir längst verschwunden. Keine Beweise, keine heiße Spur. Sie sah, dass er lächelte. Ein Grinsekatzengrinsen. Aber glaub ja nicht, das Ganze sei völlig ohne Risiko. Jemand könnte uns aus einer der Wohnungen heraus beobachtet haben. Vielleicht habe ich etwas fallen gelassen, oder du, ohne dass wir es gemerkt haben. Etwas, das einem mürrischen, hartnäckigen Kripobeamten einen ersten Hinweis liefert. Weißt du, darin liegt ja gerade der Reiz. Das Warten darauf, dass es an der Tür klopft. Er trommelte mit den Fingern auf dem Lenkrad und das Geräusch erschreckte sie. Siehst du, das habe ich bei meinen ausführlichen Studien begriffen. Gewöhnlich findet die Polizei die Mörder, weil Täter und Opfer in irgendeiner Beziehung stehen, die dem Mord vorausgeht. Sie müssen nur noch herausfinden, welche Beziehung zu dem Verbrechen geführt hat. So läuft das in der überwältigenden Mehrzahl der Fälle. Dann sind da noch die Serienmörder, deren Verbrechen einem deutlichen Muster folgen. Natürlich sind die ziemlich schwer zu lösen, weil die Killer mobil sind. Überschreiten die Fälle den Zuständigkeitsbereich einer Dienststelle, verwirren sie die Bürokratie. Aber ich habe großen Respekt vor der Polizei. Die haben schon mehr von diesen Fällen gelöst, als man meinen sollte. Oft genug, weil der arme Irre etwas anderes vermasselt und sich die Cops dann wie Haie auf ihn stürzen. Die Intuition eines Polizisten sollte man nie unterschätzen, sage ich immer. Aber trotzdem sind natürlich willkürliche Morde, die kein Muster erkennen lassen, die schwierigsten Fälle für sie. Eine Zeit lang habe ich überlegt, ob ich mich darauf spezialisieren sollte. Einfach in irgendeine Stadt fahren, mir wahllos ein armes Schwein herauspicken und wegblasen. Aber dann wurde mir klar, dass das in sich auch wieder ein Muster abgeben würde. Und irgendwann würde das irgendeinem Kopf wie Schuppen von den Augen fallen. Das ist die Theorie von den Millionen Affen an Millionen Schreibmaschinen. Irgendwann wird einer von ihnen Shakespeare's gesammelte Waage tippen. Was blieb mir also übrig? Anne Hampton ging nicht wirklich davon aus, dass er eine Antwort von ihr erwartete. Ich musste dieses Willkürprinzip mit einem Muster verbinden. Ich habe mir den Kopf zermatert. Ich habe gerechnet. Ich habe geschätzt. Und weißt du, was am Ende dabei rauskam? Wieder blieb sie stumm. Seine Stimme hypnotisierte sie. Ein Plan von großer Einfachheit und damit von großer Schönheit. Er lächelte. Ich ahme andere nach. Ich lerne nie aus. Ich bringe alles über einen Autobahnkiller, einen Campuskiller oder einen Green Mountain Killer in Erfahrung. Die Presse ist mit diesen Titulierungen nur allzu gern behilflich. Dann gehe ich los und plane eine möglichst gute Kopie. Also hat die Polizei, die mitten in ganz anderen und scheinbar wichtigeren Ermittlungen steckt, diesen neuen Fall mit leichten Abweichungen am Hals. Sie lassen ihn links liegen. Er wird möglichst schnell zu den Akten gelegt. Er holte Tiefluft. Die meisten Mörder lassen sich schnappen, weil sie in ihrer Arroganz und ihrem Trieb eine Handschrift hinterlassen. Ich bin da viel bescheidener. Mir ist der Akt als solcher wichtig. Ohne meine Unterschrift darunter zu setzen. Also schlüpfe ich, um zu morden, in die Haut eines anderen. Ich versetze mich in diese andere Person. Ich verwende Einzelheiten, die ich kenne oder die ich erschließen kann und erfreue mich an meiner eigenen Perfektion im Detail. Er legte eine Pause ein, bevor er fortfuhr. Nur, dass ich allzu versiert, allzu vorsichtig geworden bin. Zu clever. Zu perfekt. Er schüttelte den Kopf. Das Klopfen an der Tür? Ein Haftbefehl? Ist noch nie vorgekommen. Ich will mich damit nicht brüsten. Das hat mit Effizienz und Selbstvertrauen zu tun. Sie glaubte, einen traurigen Unterton herauszuhören. Da geht ihr Nervenkitzel verloren. Er warf ihr einen Seitenblick zu. Es ist, ganz platt gesagt, einfach viel zu leicht geworden. Deshalb bist du hier, erklärte er in sachlichem Ton. Du sollst mir helfen, das Ganze zu einem angemessenen, passenden und gebührend explosiven Schluss zu bringen. Er sah wieder nach vorne. Du kannst jetzt ruhig schlafen, sagte er. Ich bin ein bisschen überdreht. Am besten fahre ich einfach eine Weile weiter. Mit einem Mal empfand er eine große, angenehme Erleichterung. Er dachte, da, endlich. Ich habe es jemandem erzählt. Jetzt wird es bekannt. Jetzt fahren wir nach Hause, meinte Jeffers. Auf Umwegen natürlich, aber nach Hause. Gute Nacht, Boswell. Sie hörte seine Stimme und das Wort drang ihr ins Bewusstsein. Nach Hause. So sehr sie es auch versuchte, sie konnte kein klares Bild von ihrem Zuhause und ihren Eltern heraufbeschwören. Stattdessen schien alles, was ihr im Kopf aufblitzte, fern und nebulös, wie hinter einer dünnen Schicht versteckt. Und sie hatte Mühe zu sagen, woran das lag, auch wenn sie wusste, dass es ihr Angst einflößte. Sie spürte den Schub, als er Gas gab, und schloss die Augen, um sich in ihren neuen Albtraum zu fügen. Neuntes Kapitel. Noch eine ganz normale Sitzung der Lost Boys. Martin Jeffers war wach und allein, auch wenn er von lebhaften Erinnerungen heimgesucht wurde. Als sie klein gewesen waren, hatte sein Bruder einen Falken mit einem gebrochenen Flügel gefunden. Der Sommer, als er den Falken hatte. Der Sommer, als jemand ertrunken ist. Ein Augenblick wunderte er sich darüber, dass er an den Vogel denken musste, wo doch in diesem Sommer viel wichtigere Ereignisse folgten. Doch die Bilder stiegen ungefragt in ihm auf. Doug hatte auf einem Feldweg einen Vogel gefunden, der jämmerlich mit einem hängenden Flügel über den Boden hüpfte. Zwei Wochen lang entsann sich Martin Jeffers, verbrachte sein Bruder jede freie Minute damit, durch den Wald zu streuen, verrottete Baumstämme umzudrehen oder moosbewachsene Steine aufzuheben, um Insekten, Käfer, kleine Schlangen und Schnecken einzusammeln, die er aufopferungsvoll dem Vogel brachte, der sie herunterschlang und krächzend nach Meer verlangte. Martin Jeffers lächelte. So nannten sie den Vogel. Krächz. In ihrer bescheidenen Freizeit hatten sie sich in der örtlichen Leihbibliothek Dutzende von Büchern über Vögel ausgeliehen. Abhandlungen über die Falknerei und Texte über Veterinärmedizin. Nach zwei Wochen machte es sich der Falke zum Fressen auf Ducks Schulter bequem, und Martin Jeffers erinnerte sich an den triumphierenden Gesichtsausdruck seines Bruders, als der Vogel sich auf den Lenker seines alten Fahrrads setzte und sich von ihm bis in die Stadt und zurück mitnehmen ließ. Martin Jeffers legte die Hand auf die Stirn und schauderte. Der alte Scheißkar, dachte er. Doug hatte Recht, wenn er ihn verachtete. Ihr Vater hatte ihm befohlen, den Vogel loszuwerden. Doug weigerte sich, ihn in einen Käfig zu sperren, und so war bald der Abstellraum, in dem er ihn hielt, von oben bis unten kotbedeckt. Das hatte den Drogisten erzürnt, und so hatte er den Jungen ein einfaches, schreckliches Ultimatum gestellt. »Sperrt ihn in einen Käfig oder setzt ihn aus? Sonst...« Das »Sonst« war das Unheimliche an der Sache. »Wenn der Flügel nicht heilt,« hatte sein Bruder protestiert, »dann stirbt er, sobald wir ihn freilassen.« Sein Bruder war vor Wut rot angelaufen. »Und man kann ein wildes Tier nicht in einen Käfig sperren,« hatte Douglas Jeffers gebrüllt. »Dann stirbt er! Er nagt fassungslos und verzweifelt an den Gitterstäben, bis er stirbt!« Doug war wild entschlossen. Das war er immer. Martin Jeffers entsann sich, wie er mit seinen kürzeren Beinen rennen musste, um mit seinem Bruder Schritt zu halten. »Wenn er wütend war, ist mein Bruder immer schnell gelaufen,« dachte Martin Jeffers. »Immer beherrscht, aber schnell.« Und so blieb der Falke hartnäckig auf der Schulter seines Bruders sitzen, rub ihm die Krallen in Hemd und Muskeln und reckte den Schnabel stolz in den Wind, während Douglas Jeffers über den Teich ruderte, der ihr Haus von dem Pfad zum Meeresstrand trennte. Er hatte das Ruderboot ans Ufer gezogen und einen Trampelpfad eingeschlagen. Sie waren auf eine weite Ebene mit sandigem Boden gekommen, auf der sie bis zu den Hüften in Seegras und Strandpflaumenbüschen standen. Das Meer lag direkt hinter einem hohen Dünenkamm, etwa 400 Meter entfernt, und Martin Jeffers hatte das Gefühl, als halten die Wellen tief in seiner Erinnerung wieder. Das Gras wurde von einer kräftigen Brise zerzaust, und es kam ihm vor, als ob sein Bruder gegen eine starke Strömung anschwimmen würde. Die Nachmittagssonne schien ihm sommerlich heiß auf den Kopf. Martin Jeffers sah, wie sein Bruder den Arm hob und den Vogel in die Höhe hielt, so wie er es in Bilderbüchern über die Falknerei im Mittelalter gesehen hatte. Dann versuchte er, das Tier in den Himmel zu werfen. Martin Jeffers sah, wie der Vogel in dem vergeblichen Versuch, sich in die Lüfte zu schwingen, wild mit den Flügeln schlug und wieder auf dem Arm seines Bruders landete. »Es geht nicht«, hatte sein älterer Bruder gesagt. »Der Flügel wird nicht wieder.« Dann hatte er hinzugefügt. »Ich hab's gewusst.« Sonst sagte er nichts. Schweigend trotteten sie zu ihrem Boot zurück. Er ruderte schnell, mit dem Rücken zum Wind, als könnte er mit schierer Körperkraft an der Sachlage etwas ändern. Plötzlich machten seine Gedanken einen Sprung zum darauffolgenden Morgen. Doug war vor ihm aufgewesen und hatte mit zerzaustem Haar und aschfahlem, wutverzerrtem Gesicht plötzlich an seinem Bett gestanden. »Krechts ist tot«, hatte sein Bruder berichtet. Der alte Scheißkarl hatte den Vogel getötet, während sie geschlafen hatten. Er war in die Abstellkammer gegangen, wo er sich das arme, treuherzige Ding geschnappt und ihm den Hals umgedreht hatte. Martin Jeffers stieg angesichts der unabweislichen Kindheitserinnerung die blanke Wut hoch. Er war schlichtweg ein grausamer, herzloser Mann. Und ich war heilfroh, als er bekam, was er verdiente. Ich wünschte mir nur, es hätte mehr wehgetan. Er entsann sich, wie er diese Worte seiner eigenen Therapeutin entgegengeschleudert hatte, die in einem provozierend ruhigen Ton nachgehakt hatte, ob das stimmte. »Natürlich stimmte es. Er hat den Vogel getötet. Er hat uns gehasst. Von Anfang an.« Das war das Einzige, worauf bei ihm Verlass gewesen war. Das und dass er seinen Willen durchsetzte. Am liebsten hätte er sich nachts in unser Zimmer geschlichen und uns den Hals umgedreht. Martin Jeffers erinnerte sich, wie er auf den toten Vogel in der Hand seines Bruders gestarrt hatte. Kein Wunder, dass er ihn so sehr hasste. Mit einem solchen Hass wird man nicht geboren. Den entwickelt man über einen langen Zeitraum hinweg durch Grausamkeit und Vernachlässigung. Zuerst stirbt jede Liebe und Zuneigung. Das hatte er zu seiner Therapeutin gesagt. Er hatte die Frau, die hinter seinem Kopf saß, sodass er sie nicht sehen konnte, gefragt, »Wenn Sie so einen Vater gehabt hätten, würden Sie denn nicht auch einen Beruf ergreifen wollen, bei dem Sie sich um andere Leute kümmern? Anderen helfen können?« »Weshalb sonst bin ich wohl hier verflucht nochmal?« Natürlich hatte die Therapeutin nichts gesagt. Die Erinnerungen, die in Martin Jeffers brodelten, stiegen in ihm auf wie der Dampf in einem geschlossenen Kessel. Scheißkerl. 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 An dem Abend hatte niemand ein Wort gesprochen. Keiner hatte erwähnt, was geschehen war. Wir saßen alle am Esstisch und taten so, als wäre nichts gewesen. Er entsann sich, wie ihre Mutter Doug ansah und sagte, »Es tut mir leid, dass der Vogel weggeflogen ist.« Beide Jungen hatten sie mit demselben ungläubigen Blick angestarrt, bis sie stumm den Kopf abwandte. Sie hatte grundsätzlich von nichts eine Ahnung, hatte er zu seiner Therapeutin gesagt. Ihre Hauptbeschäftigung bestand darin, sich herauszuputzen. Und außerdem musste sie die Jungen ständig betatschen und ihnen diese nassen, nervtötenden Schmatzer aufdrücken. Sie hatte keine Ahnung von nichts. Und wenn man versuchte, ihr etwas zu erklären, drehte sie sich einfach weg. Ihr Vater hatte stumm das Essen in sich hineingeschaufelt. Scheißgar. Martin Jeffers zuckte auf seinem Stuhl zurück. Erneut sah er vor sich, wie er an jenem Morgen unsanft aus dem Tiefschlaf gerissen wurde, als er die Stimme seines Bruders hörte und beim Erwachen den toten, starren Vogel in dessen Händen erblickte. Dann sah er in seiner Erinnerung nur noch die Hände seines Bruders. Und dann ... Oh mein Gott. Er sprach es laut aus, obwohl niemand da war, der ihn hätte hören können. Oh mein Gott, nein. Der Gedanke lastete wie ein Zentner schweres Gewicht auf ihm und begrub die Erinnerung unter sich. Oh nein, oh nein, oh nein, wiederholte er. Im selben Moment überschwemmte ihn blankes Entsetzen und düstere Trauer. Und genau in dem Moment wurde ihm klar, wer den Vogel umgebracht hatte. Ich bin ängstlich, dachte Martin Jeffers. All diese Dinge sind uns beiden passiert. Und ich bin still, introvertiert, einsam und passiv geworden. Und er ist ... Jeffers weigerte sich, den Gedanken in Worte zu fassen. Er stellte sich seinen Bruder vor und sah sein gerötetes Gesicht mit dem lässigen Grinsen. Widerwillig führte er sich seinen Bruder vor Augen, wenn er zornig war. Und er erinnerte sich an die Wucht seines Schweigens. Das hatte ihm immer Angst gemacht. Er wusste noch, wie er seinen Bruder angefläht hatte, mit ihm zu reden. Er dachte an die Frau von der Kripo und die Fotos vom Fundort der Leiche ihrer Nichte. Er versuchte, beide Erinnerungen miteinander in Einklang zu bringen. Er schüttelte den Kopf. Nicht Duck, dachte er. Dann drängte sich ein hartnäckiger Zweifel auf. Wieso nicht? Er wusste keine Antwort darauf. Martin Jeffers stand auf und wanderte in seiner Wohnung umher. Sie lag im Erdgeschoss eines alten Hauses in Pennington, New Jersey, einer winzigen Stadt, die zwischen Hopewell und Trentons Vororten eingezwängt war. Hopewell lag genau westlich von Princeton. Und Martin Jeffers rief sich mit Unbehagen ins Gedächtnis, dass sein Bruder schon als Kind jedes Mal, wenn jemand Hopewell erwähnte, egal ob er es hören wollte oder nicht, erzählt hatte, dass das verschlafene Kaff nur für eine einzige Sache berühmt sei. Die Entführung des Lindberg-Babys. Ein Jahrhundertverbrechen, dachte Martin Jeffers. Ihm war kalt und er trat ans Fenster. Er legte die Hand an die Scheibe und spürte die spätsommerliche Wärme. Dennoch zitterte er und schob das Fenster energisch herunter, bis es nur noch einen Spalt breit geöffnet war. Man hatte das Baby im Wald gefunden. Verwest. Martin kam der seltsame Gedanke, ob vielleicht jeder Bundesstaat seine Geschichte anhand von Verbrechen ordnete. Es machte ihn betroffen, wenn er daran dachte, wie viel sein Bruder wusste. Ihm fiel wieder ein, wie Doug ihn vom Camdenkiller erzählt hatte, der an einem schönen Tag Anfang September 1949 das Haus verließ und mit einer Luger, einem Kriegssouvenir in aller Seelenruhe, 13 Menschen erschoss. Vor ein paar Jahren hatten diese Geschehnisse Doug fasziniert, als er erfuhr, dass sein Bruder den Mann, den die Zeitungen damals als einen tollwütigen Hund beschrieben hatten, regelmäßig in der psychiatrischen Heilanstalt Trenton sah, wo dieser seit nunmehr 25 Jahren durch die Flure wanderte. Ein vorbildlicher Patient, der niemals einen Streit anfing, wenn die Pfleger mit der täglichen Dosis Thorazin, Melaril oder Haldol zu ihm kamen. Vitamin H nannten es die Patienten. Der Camdenkiller nahm seine Medikamente stets ohne Murren, ohne mit der Wimper zu zucken. Für so etwas hatte Doug immer was übrig. Martin Jeffers schüttelte den Kopf. Sicher, aber dieser Polizeireporter aus Philadelphia, der eigens gekommen war, um einen Artikel über die Anstalt zu schreiben, war genauso gewesen. Und du erzählst die Story bei jedem albernen Seminar und jedem Kongress, den du besuchst. Es gibt eine Menge Leute, die sich an das Verbrechen erinnern können. Das war das Problem. Die Menschen sind immer von Verbrechen fasziniert. Warum sollte das bei seinem Bruder anders sein? Verflucht noch mal. Schließlich spielte er schon so lange mit der Kamera Räuber und Gendarm, dass sein Interesse wirklich nicht verwunderlich war. Martin hielt inne. Aber wie groß war sein Interesse? Wieder schüttelte er den Kopf. Du willst es nicht wahrhaben, dachte er. Lächerlich. Du kennst deinen Bruder, sagte er sich. Er legte den Kopf in die Hände. Er konnte nicht weinen. Er empfand nichts weiter als Konfusion. Kennst du ihn wirklich? Fragte er sich. Er dachte an die Männer in seiner Therapiegruppe. Plötzlich stellte er sich vor, sein Bruder säße unter ihnen. Und ebenso plötzlich sah er sich selbst in ihrer Runde. Er wandte sich vom Fenster ab, als könnte er dadurch den Bildern in seinem Kopf entkommen. Verdammt! Fluchte er laut. Gott, verdammt! Er dachte an seinen Vater und seine Mutter. Wie hättest du sie lieben können? Er dachte an seine Therapeutin. An einer Wand ihrer Praxis hing ein Gemälde, ein Kandinsky-Druck. Geometrische Formen und scharfe Konturen in leuchtenden Farben mit bunten Tupfen vor schneeweißem Grund. Gegenüber hatte ein Gemälde von Andrew Wyatt gehangen. Eine Scheune im sanften Abendlicht in gedämpften Farben von Grau bis Braun. Amerikanischer Realismus. Der Gegensatz der beiden Bilder hatte ihn immer verblüfft. Doch er hatte es nie über sich gebracht, die Frau zu fragen, was sie zu der Wahl bewogen hatte und weshalb die Bilder dort hingen. »Also«, hatte sie gefragt, »glauben Sie denn, dass Sie Ihre leiblichen Eltern geliebt haben?« »Sie haben im Zirkus gearbeitet. Ein Trinker und eine Hure«, war er wütend herausgeplatzt. »Zuerst haben Sie sich gegenseitig verlassen und dann uns. Ich war erst drei oder vier. Ich kannte sie gar nicht. Wie soll man jemanden lieben, den man gar nicht kennt?« Natürlich blieb sie ihm eine Antwort schuldig. Außerdem kannte er sie selbst. Es ist leicht. Man schafft sich aus der entferntesten Erinnerung an eine noch so zarte Berührung, eine Fantasievorstellung, die man lieben kann. In diesem Moment wurde ihm die logische Entsprechung bewusst. Die Fantasie kann auch etwas hervorbringen, das man hasst. Er ging zu dem kleinen Schreibtisch in der Ecke des Raums, den man als Wohnzimmer bezeichnen konnte. Ein Zimmer, das überfüllt war mit Papieren, einem ziemlichen Durcheinander von unterschiedlichsten Dingen sowie Romanen in Taschenbuch und gebundenen Ausgaben, sowie medizinischen Texten, Berichten und Zeitschriften. Außerdem gab es ein paar Stühle und ein Sofa, ein Fernseher und ein Telefon. Das war's. Er betrachtete seine Sachen. Sie waren billig. Die dürftige Ausstattung eines dürftigen Lebens. Sein Blick fiel auf seine Schreibtischauflage und den Briefumschlag, der an einer Ecke darunter hervorluckte. Er hatte eigenhändig »Dacks Wohnungsschlüssel« draufgeschrieben. Er dachte daran, wie ihm sein Bruder die Schlüssel lässig hingeworfen hatte. »Eine empfindsame Reise«, hatte er gesagt. »Das ist alles kein Zufall. Das gehört alles zu einem Plan, ob bewusst oder unbewusst.« Er nahm die Schlüssel aus dem Umschlag und hielt sie in der Hand. Er schüttelte den Kopf. »Noch nicht«, sagte er sich. »Ich bin noch nicht überzeugt. Nicht ganz. Ich werde nicht einfach dort eindringen. Noch nicht.« Er merkte, dass er sich etwas vormachte. Dann ließ er den Umschlag mit den Schlüsseln wieder auf den Schreibtisch fallen und kehrte zu einem Sessel zurück. Er sah auf die Uhr. Es war weit nach Mitternacht. »Geh schlafen«, mahnte er sich. Er ließ sich in den Sessel fallen, denn er wusste, dass er nicht schlafen konnte. Er dachte an die Polizistin. Martin Jeffers versuchte, sich in sie einzufühlen, um zu verstehen, was sie antrieb. Ihm kam der Gedanke, dass sie sich von lauteren Motiven leiten ließ, dass sie nur an Gerechtigkeit interessiert war. Selbst wenn daraus ein Feldzug wurde aus Rache oder Wut, war es immer noch ehrenhaft. »Selbstmord?«, überlegte er. Auch wenn er sich vor einer klaren Antwort drückte, wusste er instinktiv, »ich würde niemandem trauen, der die andere Wange hinhält.« Die moderne Psychiatrie ist gegenüber solch selbstlosem Altruismus skeptisch. Wieder drängte sich die Ermittlerin in sein Bewusstsein. Er sah ihre steinerne Miene ohne den Anflug eines Lächelns. Zu allem entschlossen. Das streng zurückgekämmte Haar. Das Beängstigende an der Frau war ausgerechnet, dass sie sich nicht benahm wie ein Mann. Eine Frau bei der Kripo. Sie sollte in Stein gemeißelt sein, irgendwo in mittlerem Alter, den Büromuff an den Kleidern, die Hände einer Bäuerin und auf dem menschlichen Auge blind. »Detective Barron trägt Seide«, dachte er, »und ziemlich unpraktische Schuhe. Und sie macht mir umso mehr Angst.« Es kam nicht jeden Tag vor, dass eine Frau jemanden quer durch die Vereinigten Staaten jagt. »Frauen lassen sich nicht von gekränkter Eitelkeit leiten wie ein Mann. Sie sind bodenständiger, pragmatischer.« Er grinste über seine fadenscheinigen Argumente. Erste Lektion an der medizinischen Fakultät. Nie verallgemeinern. Nie charakterisieren. Begriffe wie Obsession und Zwang drängten sich ihm auf. Doch für einen Moment war er verwirrt. Er führte sich seinen Bruder, die Ermittlerin und sich selbst vor Augen. Kein Wunder, dachte er, dass die alten Griechen die Furien erfunden haben. Und zwar als Frauen. Eine kühne Mischung aus Mythos und Fantasie schwirrte ihm durch den Kopf. »Die Scheuklappen nützen dir nichts«, dachte er. »Du siehst trotzdem.« Martin Jeffers starrte auf die Uhr an der Wand gegenüber. Er hatte Angst vor der Nacht. Er sehnte den Morgen, die vertraute Routine herbei. Die morgendliche Dusche, die hastige Tasse Kaffee, die Fahrt zur Heilanstalt, die erste Visite, die Gruppensitzung, das zaghafte Klopfen seiner Patienten an seiner Sprechzimmertür. Plötzlich wünschte er sich nichts sehnlicher als die Rückkehr zur Normalität. So wie es immer war. So wie es bis zum gestrigen Tag gewesen war. Ihm wurde bewusst, wie kindisch diese Wünsche waren und musste schmunzeln. Ich wünschte, ich wäre wieder in Kansas. Wieder in Kansas. In Kansas. Er schloss die Augen und lachte halbherzig über die Erinnerung an das Kinderbuch, wusste jedoch, dass es ihm nicht half. Es gibt keine magischen Schuhe, dachte er. Keine Absätze, die man dreimal zusammenschlagen muss. Ihm fiel ein, wie sein Bruder seine Arbeit beschrieben hatte. Dem Bösen auf den Fersen. Er stand auf, öffnete einen Schrank und zog eine Steppdecke heraus. Er wickelte sie sich um die Schultern und setzte sich wieder in den Sessel. Er schaltete das grelle Licht auf dem Couchtisch neben dem Sessel aus und blieb still in der Dunkelheit sitzen. Er wollte wach bleiben und er wollte schlafen. Er konnte sich nicht für eins von beiden entscheiden, denn beides machte ihm Angst. Draußen im Wagen sah Detective Barron, wie das Licht ausging. Sie wartete eine Viertelstunde, bis sie sicher war, dass Martin Jeffers seine Wohnung nicht verließ. Dann senkte sie die Lehne bis zum Anschlag hinunter und wickelte sich in eine dünne Decke, die sie aus dem Hotel mitgenommen hatte. Sie überzeugte sich noch einmal davon, dass sie die Türen abgeschlossen und nur das Fenster einen Spalt breit geöffnet hatte, um die kühle Nachtluft hereinzulassen. Pannington, dachte sie, ist ein Ort, an dem man sich absolut sicher fühlen kann. Ein Ort für Familien mit guter Nachbarschaft und Grillpartys im Garten. Sie erinnerte sich daran, wie sie an Wochenenden durch diese Alleen gefahren war, um ein Footballspiel der Highschool zu besuchen. Er weiß es nicht, dachte sie. Er weiß nicht, dass auch ich hier zu Hause bin. Sie lockerte den Gürtel ihrer Jeans und entspannte sich mit einem letzten sehnsüchtigen Blick zum dunklen Fenster, während ihre Finger über den Griff der neun Millimeter strichen, die sie unter der Decke auf dem Bauch liegen hatte. Ihr schieres Gewicht beruhigte sie auch jetzt. Sie war zuversichtlich. Sie wies den Gedanken zurück, der sie am Abend so lange gequält hatte. Sie war sich bewusst, dass etwas fürchterlich schief lief, wenn sie als Polizistin zur Kriminellen wurde. Ist ja nur für kurze Zeit, sagte sie sich, und notgedrungen. Sie verbannte den Gedanken aus ihrem Kopf. Dann schloss sie die Augen vor der Nacht. Ihre Träume allerdings waren verworren und von Menschen bevölkert, die nichts miteinander zu schaffen hatten. Ihr Mann und Schadeh Rosbadeh, die Jeffers Brüder und ihre Vorgesetzten, sowie ihr Vater. Als sie kurz vor dem Morgengrauen von den Scheinwaffern eines vorbeifahrenden Autos geweckt wurde, war sie erleichtert. Sie sah den Rücklichtern hinterher, bis sie im angedeuteten Morgengrauen verschwanden. Sie konnte gerade noch die rot-blaue Lampe auf dem Wagendach erkennen und fragte sich, wie verschlafen ein Kopf wohl sein musste, wenn er jemanden übersah, der in einer Wohnstraße allein im Wagen übernachtete. Was nutzte die Streife, wenn der Polizist keinen Blick für das Ungewöhnliche hatte? Andererseits war sie froh, dass sie unentdeckt geblieben war, auch wenn ihre Dienstmarke und ihr selbstbewusstes Auftreten die Sache schnell aufgeklärt hätten. Sie sah den roten Rücklichtern hinterher. Als der Polizist auf die Bremse trat, leuchteten sie einen Moment in einem helleren Rot auf. Dann verschwanden sie um die Ecke. Sie streckte sich und sah sich um. Sie bog den Spiegel zu sich herunter und brachte so gut wie möglich ihr Äußeres in Ordnung. Dann bückte sie sich und tastete nach der Thermoskanne sowie dem angebissenen Blätterteigteilchen vom vergangenen Abend. Der Kaffee war lauwarm, aber besser als gar nichts. Sie schlürfte ihn langsam und redete sich ein, er sei heiß. Langsam zeichneten sich die Bäume von der ersten Morgendämmerung ab. Ein einsamer Vogel zwitscherte laut, dann der nächste. So wie der Morgen um sich griff, nahmen die Häuser nackt und schnörkellos Konturen an. Sie fasste sich an den Bauch und tastete nach dem dicken Wulst der Einschussnarbe unter ihrer Bluse. Der vorbeifahrende Streifenwagen, die frühmorgendliche Ruhe, brachten Erinnerungen zurück. Sie dachte daran, wie sie vom Schuss getroffen wurde. Es war noch dunkel gewesen, doch kurz vor dem Ende der Nachtschicht. Bis heute blieben ihr einige Aspekte des Übergriffs ein Rätsel. Das ganze Ereignis schien sich in einem anderen Zeitfenster abgespielt zu haben. Teilweise wirkte alles schwindelerregend beschleunigt, dann wieder auf Zeitlupe verlangsamt und wie in Nebel getaucht. Sie hatte die beiden Jugendlichen entdeckt. Sie waren so auffällig gehetzt und zielstrebig die andere Straßenseite heruntergekommen, dass bei jedem halbwegs erfahrenen Polizisten die Alarmglocken schrillen mussten. Mit den beiden stimmt was nicht, hatte sie zu ihrem Partner gesagt. Die Teenager trugen hohe Turnschuhe. Die haben knöchelhohe Schuhe an, hatte sie hinzugefügt. Und wenn nicht gerade um fünf Uhr morgens irgendwo ein Basketballspiel läuft, von dem wir nichts wissen? Ihr Partner hatte sich zu den beiden Jungs umgedreht und nach wenigen Sekunden genickt. Riecht mächtig nach einem Bruch, hatte er lachend beigepflichtet. Komm, knöpfen wir uns die beiden vor. Sie hatte Meldung gemacht. Zentrale, Einheit 1401, wir sind Flagler 56, Ecke Northwest 21, fordern Verstärkung an. Sie liebte es, wie ihr Ton Autorität ausstrahlte, sobald sie die besonderen Codes der Polizeistreife durchgab. Es hatte im Funk geknistert und ihr Partner hatte bereits gewendet, um die beiden Jungen einzuholen. Die Leitstelle hatte ihren Funkspruch bestätigt und gemeldet, die Verstärkung sei unterwegs. Sie waren nur noch wenige Schritte von den Teenagern entfernt, die sich noch nicht zu ihnen umgedreht hatten, als ihr Partner das Blau-Rot-Licht anmachte. Damit sie wach werden, hatte er gesagt. Und er sollte recht behalten. Sie waren zusammengezuckt und geradezu erstarrt. Sie hatten gesehen, dass sie beide zwischen 13 und 15 Jahre alt sein mussten. Kinder, hatte ihr Partner gemurrt. Verdammt! Sie waren ausgestiegen, um auf die Jugendlichen zuzugehen. Frag mich, was sie geklaut haben, hatte ihr Kollege spekuliert. Sie musste oft an diese Worte denken. Dein Leben. Sie hatte die Waffe erst gesehen, als sie auf sie gerichtet war. Sie waren nur wenige Meter von ihnen entfernt. Sie entsann sich, wie sie versuchte, ihre Dienstwaffe zu ziehen, während ihr Partner die Hände vor sich hielt, als könne er so einen Schuss abwehren. Es hatte aus dem Pistolenlauf geblitzt, und als er nach hinten fiel, stieß er sie mit dem Arm an. Sie erinnerte sich, wie die Waffe ihre Ausrichtung änderte, als schwebte sie schwerelos in der Luft und nun auf sie zielte. Manchmal bildete sie sich ein, sie hätte auf dem kurzen Weg zwischen der Mündung und ihrem Körper die Kugel gesehen. Das nächste, woran sie sich erinnern konnte, war, wie sie am Boden lag, hoch sah und merkte, dass es bald Morgen- und Dienstschluss sein musste, sodass sie nach Hause fahren konnte, um bei einem gemütlichen Frühstück die Zeitung zu lesen. Sie hatte sich vorgenommen, einkaufen zu gehen. Auch wenn es kälter geworden war, hatte sie beschlossen, sich etwas Verführerisches zum Anziehen zu kaufen, selbst wenn sie es niemals tragen würde. Ihr waren die Namen der Kaufhäuser eingefallen. Während ihr diese Gedanken durch den Kopf gingen, hatte sie nach ihrem Bauch getastet und gefühlt, wie klebriges, warmes Blut herausquoll. Sie hatte sich auf den heller werdenden Himmel konzentriert. Dabei war ihr Atem flacher geworden, und sie wusste noch, wie die beiden Teenager für einen Moment in ihr Gesichtsfeld traten. Sie hatten sich über sie gebeugt und ihr in die Augen gestarrt. Sie hatte gesehen, wie einer von ihnen die Waffe hob, und sie hatte an ihre Familie und Freunde gedacht. Doch statt abzudrücken, hatte der Junge unter Flüchen die Waffe fallen gelassen und war weggerannt. Das rhythmische Trommeln der Turnschuhe auf dem Boden würde sie nie vergessen. Schließlich war es in der Kakophonie der Sirenen untergegangen, die immer näher kamen und ihr die Chance auf ein Überleben versprachen. Sie schüttelte die Erinnerungen ab und sah einem Zeitungsjungen zu, der mit geübtem Schwung die Morgenausgabe auf den Rasen der Vorgärten warf. Er entdeckte Detective Barron und winkte ihr nach dem ersten überraschten Blick mit einem Lächeln zu. Sie kurbelte die Scheibe herunter und fragte, »Zufällig eine übrig?« Er hielt mit dem Fahrrad an. »Ja, hab tatsächlich ausnahmsweise eine. Der alte Mr. Macy da vorne ist in Urlaub und ich hab's vergessen. Wollen Sie die kaufen?« Sie fischte einen Dollarschein aus der Handtasche. »Da«, meinte sie. »Der Rest ist Trinkgeld.« »Danke«, er radelte weiter und winkte noch einmal. Die Hauptschlagzeile lautete »Unruhen im Nahen Osten«. Daneben war ein Bild von Rettungskräften, die Leichen aus einem zerstörten Gebäude baden. Opfer der Autobomber eines Selbstmordattentäters. Darunter das wichtigste Thema aus der Innenpolitik. Ein im Kongress verabschiedetes Steuergesetz. Auf der Titelseite fand sie zwei Verbrechensmeldungen. Die Eröffnung des Prozesses gegen einen Bandenchef mit einem Foto, wie der Mann die Stufen im Gerichtssaal hochstieg, und eine lokale Meldung, die sie als erstes las. Ein Hausbesitzer hatte einen Einbrecher in Flagranti ertappt und den unbewaffneten Mann mit einer nicht registrierten und somit illegalen Pistole erschossen. Die Staatsanwaltschaft konnte sich nicht entscheiden, ob sie gegen den Mann Strafanzeige erstatten oder ihm einen Orden verleihen sollte. Sie wandte sich dem Sportteil zu. Die Kämpfe der Regionalligameisterschaften kamen gerade so richtig in Fahrt und das Training für die Auswahlentscheidungen lief auf Hochtouren. Sie blätterte zum Kleingedruckten auf den Innenseiten weiter, um zu sehen, ob sich die Dolphins von einem ihrer Lieblingsspieler getrennt hatten, was offenbar nicht der Fall war. Dagegen hatten die Patriots einen ihrer alten Linemen entlassen. Er war ein Fels in der Brandung. Ein Bursche aus dem Mittleren Westen, der gegen die Dolphins stets frustrierend gut seinen Mann gestanden hatte. Über die Jahre hatte sie ihn immer wieder für seine unverdrossene Knochenarbeit im Schatten der Stars bewundert. Sie wusste, dass er auch verletzt und unter Schmerzen spielen würde und dafür respektierte sie ihn. Vielleicht sogar mehr als die Fans. Die Nachricht, die an die Sterblichkeit und die Unbeständigkeit des Lebens mahnte, machte sie plötzlich traurig. Sie drückte dem Mann fest die Daumen, dass man keinen Ersatz für ihn fand. Irgendwann ändert sich alles. Jeder schreitet zu neuen Ufern, dachte sie. Sie wendete sich wieder zu Jeffers Wohnung um und saß kerzengerade, als sie entdeckte, dass dort Licht brannte. Sie sah eine Gestalt, die sich am Fenster bewegte und machte sich unwillkürlich auf ihrem Sitz ganz klein, als könnte er sie sehen. Die Gefahr war gering, doch ihr Bedürfnis nach Deckung groß. Na komm schon, sagte sie in Gedanken. Komm schon, der Tag hat begonnen. Vor Aufregung glühten ihre Wangen. Sie kurbelte das Fenster herunter und atmete die feuchte Morgenluft ein, als befürchtete sie, an ihren Gedanken zu ersticken. Martin Jeffers lief im ersten schwachen Dämmerlicht in seiner Wohnung umher. Er hatte geschlafen, da war er sicher. Doch wie lange, konnte er nicht sagen. Er fühlte sich nicht erfrischt, sondern emotional genauso erschöpft wie zu Beginn der Nacht. Er ging ins Bad und ließ die Sachen auf den Boden fallen. Er wollte seinen Kreislauf durch eine Schocktherapie ankurbeln. Er wollte bei klarem Verstand und geistesgegenwärtig sein. Also hielt er das Gesicht unter den kräftigen kalten Wasserstrahl und zitterte. Fühlte jedoch zugleich, wie die Lebensgeister wiedererwachten. Er trat aus der Dusche und rubbelte sich mit einem fadenscheinigen Handtuch trocken, bis seine Haut gerötet war. Immer noch nackt rasierte er sich mit kaltem Wasser. Er tappte ins Schlafzimmer und legte frische Unterwäsche, Hemd und Krawatte aufs Bett. Erstmal zwanzig, sagte er sich. Er ließ sich auf den Boden fallen und schaffte auf die schnelle Zehnliegestütze. Er lachte laut. Das muss genügen. Er drehte sich auf den Rücken und absolvierte 25 Sit-Ups mit angezogenen Knien, die Hände ohne zu mogeln hinter dem Kopf verschränkt. Sein Bruder hatte ihm einmal erklärt, nur so seien sie wirksam. Doug hatte keine Gymnastik nötig. Er war immer stark, immer in Form. Er konnte den ganzen Kühlschrank leer essen, ohne ein Gramm zuzunehmen. Martin Jeffers stand auf und betrachtete sich im Spiegel über der Frisierkommode. Eigentlich gar nicht mal so übel, dachte er, trotz der sitzenden Tätigkeit. Fang wieder mit dem Jogging an oder such dir einen Tennispartner. In Nullkommanichts wieder auf Draht. Er zog sich schnell an und sah auf die Uhr. Er dachte an Detective Barron. Für ihr Treffen hatte er ihr keine bestimmte Uhrzeit genannt, doch er wusste, dass sie früh da sein würde. Er schüttelte den Kopf. Nein, dachte er, es ist nichts bewiesen. Ganz und gar nichts. Es liegt in der Natur von Brüdern immer zu übertreiben. Im Guten wie im Schlechten. Das überdauert die Kindheit mit ihrer fortgesetzten Mischung aus Liebe, Eifersucht und ungezügelten Emotionen, die ganz natürlich dazugehören. Na schön, Doug hatte einen Vogel getötet, während du immer gedacht, nein, vermutet hast, dass es dein Vater war. Du hast dich geirrt, aber das macht dein Bruder noch lange nicht zum Mörder. Ganz und gar nicht. Martin Jeffers Hände hielten mitten in der Bewegung inne, als er sich gerade die Krawatte band. Das Gefühl von Selbstbetrug überwältigte ihn wie ein heftiger Schlag. Er schloss die Augen und öffnete sie wieder, als könnte er auf diese Weise den qualvollen Gedanken von sich weisen. Mit lauter fester Stimme sagte er, Also was immer Doug auch sein mag, und du hast verdammt noch mal keinen Beweis, keinen einzigen handfesten Beweis für irgendetwas, egal was die gottverdammte Polizistin sagt. Er ist immer noch dein gottverdammter Bruder. Und das sollte wohl auch etwas zählen. Die lauten Worte in dem leeren Zimmer trösteten ihn für einen Moment. Doch der nächste unabweisbare Gedanke kam ihm gleich hinterher. Er war lange genug Arzt, um den klinischen Sachverhalt der Realitätsverleugnung zu erkennen. Sogar bei sich selbst. Immer noch zwischen Ungläubigkeit und Erkenntnis hin- und hergeworfen, misstrauisch gegenüber seinen eigenen Erinnerungen und Gefühlen, sowie der Erkenntnis, die über Jahre in ihm herangereift war, machte sich Martin Jeffers auf den Weg zur Klinik. Die Polizistin auf ihrem Beobachtungsposten gegenüber seines Hauses entdeckte er nicht. Sie wartete zehn Minuten, um ganz sicher zu sein. Doch der zügige Gang und der starre Blick sagten ihr, dass der Doktor unverzüglich zu ihrer Verabredung in der Anstalt fahren würde, nachdem er sich vermutlich die ganze Nacht gequält hatte. Er bekommt seine Verabredung, dachte sie. Nur nicht ganz so schnell, wie er es wohl erwartet. Wieder machte ihr das Vorhaben, ein wenig zu schaffen. Die eigene Stimme in ihr gab zu bedenken, du weißt genug. Er wird sich überwinden und ihr seine Hilfe anbieten. Doch die Pessimistin in ihr hielt dagegen, dass der Arzt sie nie darin unterstützen würde, den eigenen Bruder zu finden, solange sie ihm nicht klarmachen konnte, dass ihm gar nichts anderes übrig blieb. Du brauchst einen Trumpf im Ärmel. Wieso also nicht in dieser Wohnung danach suchen? Außerdem war sie nicht sicher, was sie von Martin Jeffers halten sollte. Falls er es weiß, dachte sie, dann behält er sein Geheimnis vielleicht schon seit Jahren für sich. Sie dachte an den erstaunten Ausdruck, den er so schnell zu kaschieren verstand, nachdem sie mit ihrem Anliegen herausgeplatzt war. Vielleicht ist er ja selbst ein Killer. Vielleicht, vielleicht. Einerseits fühlte sie sich durch ihr Wissen gestärkt, andererseits durch ihre Mutmaßungen geschwächt und ihr war klar, dass sie erst einmal mehr in Erfahrung bringen musste. Fakten, dachte sie. Die nackte Wahrheit. Beweise. Sie beendete den Widerstreit und schlüpfte aus dem Wagen. Nach einem prüfenden Blick in alle Richtungen schlenderte sie über die Straße auf das Gebäude zu, doch statt den Haupteingang zu nehmen, beschleunigte sie ihre Schritte und lief um die nächste Ecke. Im Nu hatte sie das angelehnte Fenster entdeckt, mit dem er die Wohnung lüftete. Kein Wenn und Aber, mahnte sie sich. Tu's einfach. Sie schnappte sich eine blechernde Mülltonne und stellte sie an die Wand. Dann kletterte sie auf den Deckel und stieß auch schon das Fenster auf. Mit einer einzigen Bewegung hatte sie das dürftige Fliegengitter weggedrückt und war hineingehechtet, wo sie wie ein ungeschickter Wasservogel unsanft auf dem Boden des Wohnzimmers landete. Sie rappelte sich auf und schloss rasch das Fenster hinter sich. Ihr kam der irritierende Gedanke, dass sie soeben ihren ersten Einbruch absolviert hatte. Und gar nicht mal so schlecht. Sie ließ ein paar Dutzend Einbrecher und Diebe unterschiedlichster Couleur Revue passieren, die sie im Laufe ihrer Dienstzeit verhaftet hatte. Vor ihrem geistigen Auge standen sie spalier und applaudierten. Ab jetzt gehöre ich dazu, dachte sie. Sie schaute sich um und empfand einen Augenblick Widerwillen gegen die verstreuten Kleider und die willkürliche Anordnung der Möbel. Doch das Gefühl verging so schnell, wie es gekommen war. Es erinnerte sie an ihre Besuche bei John Barron in seinem ersten Studienjahr, bevor sie zusammenzogen. Sie grinste bei dem Gedanken an die Socken, die in der Ecke gammelten, die Unterwäsche, die in trauter Nachbarschaft mit Lektürelisten und Kurzbeschreibungen in einem metallenen Aktenschrank verstaut war. Zumindest, hatte sie ihm gesagt, haste sie unter U abgelegt. Auch John hatte in einem ziemlichen Durcheinander gehaust, als könnte er in einer chaotischen Umgebung besser den Kopf frei halten. Dann dachte sie, dass sie wohl nur die Erinnerung verklärte, dass er wohl in Wahrheit einfach einer von vielen Männern war, denen die Mutter alles hinterhergeräumt hatte. Als ob die alte Dame wundersamerweise selbst am College regelmäßig erscheinen und ihm die Socken aus den Ecken holen würde, um sie ihm frisch gewaschen und ordentlich zusammengerollt wieder abzuliefern. Dabei lag er mit dieser Einstellung sogar richtig, dachte sie mit einem Lächeln. Das war beinahe das Erste, was du gemacht hast. Seine verdammte Wäsche. Du hast dir, kaum dass seine anderen Kommilitonen draußen waren, den Wäschebeutel geschnappt, seine dreckigen Sachen eingesammelt und zum nächsten Waschsalon gebracht. Sie hätte am liebsten laut gelacht. In diesem Moment hörte sie ein Geräusch im Flur und erstarrte vor Angst. Blitzschnell versuchte sie, die Wahrnehmung einzuordnen. War es eine Stimme gewesen? Das Öffnen einer Tür? Schritte? Sie schluckte schwer und horchte angestrengt, während ihr Herz laut pochte. Sie zog die neun Millimeter aus dem Gürtel und wartete, ohne sich zu rühren. Ich muss verrückt sein, dachte sie. Steck die verdammte Waffe weg! Falls er das ist, rede einfach wie ein Wasserfall. Er wird sauer sein, aber wissen, wieso du hier bist. Stattdessen richtete sie die Waffe auf die Tür und wartete. Ihr kam der entsetzliche Gedanke, es ist der Bruder. Sie hatte das Gefühl, als bräche ein gewaltiges, unbeherrschbares Übel über sie herein und erfüllte den ganzen Raum wie der Rauch von Feuer. Oh Gott, er hält ihn hier versteckt. Die machen gemeinsame Sache. Er ist hier. Sie kauerte sich hin und versuchte, ihr rasendes Herz und ihre zitternde Hand zur Ruhe zu bringen. Sie befahl sich, cool zu sein. Ihr Griff wurde fest, ihr Atem stetig. Sie zielte, so wie sie es schon hundert Male auf dem Schießplatz gemacht hatte. Erwisch ihn mit dem ersten Schuss, wies sie sich an. Ziel auf die Brust, das legt ihn lahm. Dann gib ihm mit einem zweiten Schuss in den Kopf den Rest. Sie schloss die Augen und wartete auf das nächste Geräusch. Doch es blieb aus. Sie blieb in Schießstellung. Sie war sich nicht sicher, ob sie sich überhaupt rühren und die Muskeln entspannen konnte. So vergingen dreißig Sekunden. Dann eine ganze Minute. Die Anspannung schien die Zeit in die Länge zu ziehen, auch wenn die Welt voreilig in Schweigen verfallen war. Sie hielt die Luft an, bis es nicht mehr ging. Dann atmete sie in einem langgezogenen Pfeifton aus. Langsam ließ sie die Pistole sinken. Es ist niemand da, flüsterte sie. Es war beruhigend, die eigene Stimme zu hören. Du bist völlig übergeschnappt, fuhr sie im Flüsterton fort. Und jetzt lungere hier nicht länger rum, sondern sieh zu, dass du etwas findest. Sie sah sich flüchtig im Badezimmer, dann im Schlafzimmer um. Sie merkte, dass sie nicht gerade systematisch vorging, wusste aber auch, dass Martin Jeffers irgendwelche Hinweise auf seinen Bruder nicht verstecken würde. Unter dem Bett fand sie zwei Aktenkartons mit persönlichen Unterlagen. Sie zog sie heraus, setzte sich auf den Boden und überflog sie, so schnell sie konnte. Größtenteils handelte es sich dabei um Steuererklärungsformulare, Darlehensanträge, Studiendokumente. Sie sah, dass seine Noten im Medizinstudium mittelmäßig waren, während er am College noch geglänzt hatte. Es schien, als hätte er kaum, dass er seine Zukunft erreicht hatte in seinen Anstrengungen nachgelassen. Das erklärte vielleicht, wieso er an einer staatlichen Nervenheilanstalt gelandet war, statt eine private Praxis in bester Innenstadtlage zu eröffnen. Doch das warf nur zusätzliche Fragen auf und sie legte die Dokumente wieder in die Schachtel zurück, um flüchtig ein paar weitere Papiere durchzublättern. Sie stieß auf ein Einschreiben vom bundesstaatlichen Verband der Catholic Charities, das ein halbes Dutzend Jahre zurücklag. Sie machte es auf und las, Sehen wir uns außerstande, ihnen mit Informationen über ihre leibliche Mutter zu dienen. Obwohl es sich um eine Adoption innerhalb der Familie handelte, sind die Formalitäten über uns gelaufen. Leider sind dem Brand in der Pfarrei von San Stevens 1972 zahlreiche alte Dokumente, die noch nicht auf Mikrofilm gespeichert waren, unwiederbringlich zum Opfer gefallen. Detective Barron starrte auf den Brief und fand ihn interessant und aufschlussreich, auch wenn sie nicht sagen konnte, wieso. Sie legte ihn wieder zurück und ging die übrigen Papiere durch. Darunter war ein Brief in einer unverkennbar weiblichen Handschrift. Lieber Marty, las sie. Es tut mir leid, aber das mit uns beiden wird nicht funktionieren. Der Rest war die tränenreiche Selbstanklage von einer Frau namens Joanne. Detective Barron erkannte die Masche. Nimm die Schuld auf dich, obwohl du weißt, dass das Gegenteil der Fall ist. Als Teenager hatte sie einem Dutzend Freundinnen dabei geholfen, diese Art von Brief zu schreiben. Ihr krampfte sich das Herz zusammen, als sie daran denken musste, wie ihre Nichte sie im Alter von 16 Jahren einmal mit derselben Bitte angerufen hatte. Sie ließ den Brief wieder in die Kiste fallen und zog eine vergelbte, spröde Zeitung hervor. Es war die Vineyard Gazette aus Marthas Vineyard, eine Ausgabe vom August vor fast 20 Jahren. Sie überflog die Titelseite. Die Hauptschlagzeile lautete Schifffahrtsamt setzt neuen Fähranlegeplatz durch. Es folgte ein Artikel mit Bild. Rekordfang von 21 Schwertfischen. Daneben stand in kleiner Schrift Feriengast beim Schwimmen ertrunken. Sie starrte auf den Artikel. Feriengast Robert Allen ertrank am frühen Dienstagabend, als er vor South Beach vom Sog einer Unterströmung erfasst wurde. Polizei und Küstenwache gehen davon aus, dass der Geschäftsmann aus New Jersey gegen die Flut ankämpfte und zu erschöpft war, um wieder an den Strand zu schwimmen, nachdem ihn die Strömung eine halbe Meile hinausgetrieben hatte. Die Tatsache, dass der Mann aus New Jersey stammte, fiel ihr ins Auge. Doch er hatte einen anderen Namen und so ging sie zum nächsten Beitrag über. Direkt daneben fand sich ein Artikel mit der Überschrift »Stadtrat von Tisbury lehnt Änderungsvorschlag zu Sonntagsgesetzen ab«. Sie starrte einen Moment auf die Seite und dachte »Vielleicht findet sich was auf einer Innenseite« und sie machte sich daran, die ganze Zeitung durchzublättern. Es gab nichts, was ihr ins Auge gesprungen wäre. Das übliche Einerlei aus Alltagsneuigkeiten im Stil der Kleinstadt-Reportage füllte die Zeitung. Ein paar Hochzeiten, Landwirtschaftsberichte, wer wen besucht hat, vorsichtige Schätzungen der Zeckenpopulation in den Wäldern, Warnungen vor Muschelvergiftung, Fotoberichte über prämierte Apfeltorten auf der Kirmes von Tisbury. Geschichten, die das Leben schreibt. Sie wandte sich noch einmal der Titelseite zu und betrachtete das Bild mit den Schwertfischfängern. Es war keine Quellenangabe darunter. Sie starrte eine Weile auf die Komposition und fragte sich »Ist das von ihm?« Die Augen der Fischer schienen auf dem Papier zu brennen, während das tote Auge eines ihrer Opfer in unheimlichem Kontrast dazu stand. Es wäre sein Stil, dachte sie. Doch sie war ungeduldig, eine miserable Voraussetzung für eine unspezifische Durchsuchung. Sie ignorierte die Erkenntnis und warf die Zeitung zu den übrigen Sachen. Dann schob sie die beiden Schachteln genau dahin zurück, wo sie sie vorgefunden hatte. Bis jetzt nichts. Sie ging ins Wohnzimmer und sah eine Steppdecke auf einem Sessel. Da hat er letzte Nacht geschlafen, dachte sie, falls er schlafen konnte. Sie registrierte, dass rund um den Sessel Zeitschriften über den Boden verstreut waren. Er hat also versucht, auf andere Gedanken zu kommen. Na ja, hat sicher nicht geklappt. Sie wollte gerade weitergehen, als sie merkte, dass irgendetwas mit dem Zeitschriftenstapel nicht stimmte. Sie drehte sich noch einmal um. Was ist los? flüsterte sie. Was? Sie blickte genauer hin. Dann schüttelte sie über sich selbst den Kopf. Alte Nummern? Pass doch auf, verdammt! Sie ging noch einmal hin und kniete sich neben den Haufen. Sie nahm eine sechs Monate alte Ausgabe von Life in die Hand. Sie wusste, was sie auf den Innenseiten erwartete. Sie ließ das Magazin wie einen Fächer aufflattern und sah augenblicklich, worum es ging. Die Urheberangabe sprang ihr entgegen. Fotos von Douglas Jeffers. Sie betrachtete die Seite und sah das körnige Grau des Bildes. Es stammte aus einer Notaufnahme und zeigte einen Arzt, der dem Betrachter erschöpft entgegenstarrte. Die Kameralinse war dem Mann so nah herangerückt, dass Detective Barron das Blatt unwillkürlich weiter von sich streckte. Ich weiß, wonach er gesucht hat, dachte sie. Im Geist sah sie den Doktor im Sessel vor sich, wie er Seite um Seite betrachtete, um herauszufinden, was die Bilder ihm sagten. Rasch breitete sie die Zeitschriften um sich aus und blätterte jede einzelne nach Fotos durch. Menschen und Gegenstände sprangen ihr geradezu entgegen. Doch neue Erkenntnisse blieben aus. Er ist gut, dachte sie. Aber das ist ja nicht neu. Wir wussten schon, dass er zu den Besten gehört. Aber was verraten die Bilder noch? Ein Moment lang war sie genauso frustriert wie zweifellos der Bruder ein paar Stunden zuvor. Es ist so viel auf ihn zu sehen, dachte sie. Aber sie geben so wenig Preis. Sie klappte das letzte Heft zu und arrangierte die Magazine ungefähr so, wie sie vorher gelegen hatten. Finde endlich was, befahl sie sich vorwurfsvoll. Sie ging zum Schreibtisch, warf einen Blick darauf und sah die Worte Dachs Wohnungsschlüssel. Der Umschlag lag so offen vor ihr, dass sie einen Moment brauchte, um zu begreifen, womit sie es zu tun hatte. Dann schoss ihre Hand wie von selbst hervor und schnappte sich ohne einen bewussten Willensakt den Umschlag. Sie fühlte den Schlüssel durchs Papier, legte den Kopf zurück und konnte nur mühsam einen Jubelschrei unterdrücken. Sie stopfte den Brief in ihre Tasche und streckte wie ein Athlet im Siegestaumel die geballten Fäuste in die Höhe. Der Jubel wich schnell dem Gebot der Selbstdisziplin. Reiß dich zusammen, dachte sie wütend. Dann durchzuckte sie in Panik der Gedanke, die Adresse, ich brauch die Adresse. Sie sah sich im Zimmer um und entdeckte neben dem Telefon ein schwarzes Büchlein. Sie sprang hin und schlug es auf. Die Upper West Side Adresse des Bruders in Manhattan starrte ihr in schwarzer Tinte entgegen. Sie sah sich nach einem Stift und einem fetzen Papier um, fand aber weder das eine noch das andere. Sie riss die Seite aus dem Buch. Vor Aufregung war ihr heiß. Sie ging zur Haustür, öffnete sie, drehte sich noch einmal um und verließ das Gebäude. Sie konnte an nichts anderes denken als an das elektrisierende Gefühl, das von dem Schlüssel in ihrer Tasche ausging. Auf der Straße vor dem Wohnhaus kam sie an einer älteren Dame vorbei, die ihren Hund ausführte und sich mit einem altmodischen Schirm gegen die aufgehende Sonne schützte. Guten Morgen, grüßte die Frau beschwingt. Wird ein prächtiger Tag, erwiderte Detective Barron. Aber heiß, vermutete die Dame. Ihr Blick fiel auf den Schalte am Ende ihrer Hundeleine. Hundstage, meinte sie. Im Sommer einfach zu heiß und im Winter zu kalt. Ist es nicht immer so im Leben? Das war als Witz gemeint und beide Frauen schmunzelten. Detective Barron nickte ihr zum Abschied noch einmal zu und überquerte die Straße. Ein Moment lang war sie von der wohligen Wärme des spätsommerlichen Morgens und der alltäglichen Unterhaltung mit der Frau überwältigt. Alles ist normal, dachte sie. Alles ist einfach und gewöhnlich. Und genau so, wie es sein soll. Die Vögel zwitschern, die Kinder spielen, es weht eine leichte Brise, die Temperaturen steigen, die Frau führt ihren Hund spazieren, das Amerika von Norman Rockwell. Schlichter, eingängige Rhythmen und Melodien. Sie schüttelte den Kopf und dachte an die Dissonanz der Schlüssel in ihrer Tasche. Ich bin dir auf den Fersen. Pannington verblasste, als sie bereits an die Straßenschluchten der City dachte, zu denen sie ihr Weg als nächstes führte. Sie stieg wieder in den Wagen und war in wenigen Sekunden auf dem Weg nach New York. Martin Jeffers rührte sich nicht, während Rede und Widerrede wie Ebbe und Flut um ihn wogten. Er hatte die Sitzung mit einer simplen Frage an die Lost Boys begonnen. Sie haben alle Familienangehörige. Was glauben Sie, halten die von dem, was Sie getan haben? Gibt es eine Verbindung zwischen Ihnen und Ihren Verbrechen? Ein Moment lang hatte unbehagliches Schweigen geherrscht und Jeffers hatte gewusst, dass er einen neuralgischen Punkt getroffen hatte. Ihm war außerdem sehr bewusst, dass seine Frage weit weniger harmlos war, als sie klang und dass sie ihm aus tiefstem Herzen kam. Augenblicklich hatte ihm sein Bruder vor Augen gestanden, doch er hatte das Bild aus seinem Kopf verbannt, während er sich darauf konzentrierte, wie die Männer in ihren Erinnerungen kramten. Zunächst hatten sie sein Anliegen fast unisono weit von sich gewiesen. Eine Reaktion, die für ihn grundsätzlich das Gegenteil von dem bewies, was sie sagten. Es war eine einfache Formel. Was die Lost Boys am vehementesten leugneten, kam der Wahrheit am nächsten. Jetzt wartete er, dass sich das Stimmgewirr legte und er einen Kommentar einfließen lassen konnte, den sie aufgreifen und an dem sich ihre Gemüter womöglich noch mehr erhitzen würden. Dabei war er mit seiner Aufmerksamkeit nicht durchgehend bei der Sache und es fiel ihm schwer, sich dem Fortschritt der Gruppe zu widmen. Glücklicherweise waren die Lost Boys in aktiver Stimmung. Sie brauchten wenig Unterstützung von ihm. Er ertappte sich dabei, wie er nervös auf seine Armbanduhr linste und auf das Ende der Sitzung hoffte. Wo bleibt sie? Fragte er sich. Wisst ihr, was komisch ist? Es war Meriwether mit seiner piepsigen Stimme. Als sie mich hops genommen und in diesen Countryclub geschickt haben, da hat sich meine Frau mehr aufgeregt als ich. Also, er schnaubte amüsiert durch die Nase. Ich hätte eigentlich gedacht, dass sie sich von mir scheiden lässt. Was sag ich? Ich dachte, die erschießt mich auf der Stelle. Verflucht nochmal, die ist sowieso doppelt so groß wie ich. Die hätte mir locker eins überbraten können. Alle Männer mussten lachen. Worauf ist sie aus? Fragte sich Jeffers. Will sie mich verhaften? Er dachte an den eisigen Ausdruck in ihrem Blick. Hat sie aber nicht. Sie hat geflennt und die Hände gerungen. Und als ich ausgepackt habe, da hat sie trotzdem alles bestritten. Es war, als ob sie denkt, die Kleine aus der Nachbarschaft, die ich mir vorgenommen habe, als ob die mich weiß auch nicht irgendwie verführt haben müsste. Sie wollte das einfach glauben. Meriwether zögerte. Verdammt, die Kleine war elf. In der kurzen Pause, die eintrat, arbeitete Jeffers Gehirn auf Hochtun. Er hat mich immer mit einbezogen. Ich habe bei allem, was er gemacht hat, eine Rolle gespielt. Immer am Rande, an der Peripherie, aber trotzdem in irgendeiner Form dabei. Er hat es immer so gewollt. Und das, was er wollte, hat er bekommen. Das Privileg eines älteren Bruders. Welcher jüngere Bruder kann dem Älteren etwas abschlagen? Verstehe ein anderer, diese Frau. Verflucht nochmal. Jetzt besucht sie mich zweimal die Woche und geht der Kommission für Haftentlassung auf den Keks. Er warf einen Blick in die Runde. Kann mir das vielleicht einer von euch erklären? Jeffers konnte nur an drei Worte denken. Eine empfindsame Reise. Eine Woge der Frustration und des blanken Zorns rollte über ihn hinweg. Was zum Teufel sollte das heißen? fragte er sich wütend. Wo ist er hin? Welche Empfindungen spielen in unserem Leben eine Rolle? Hat er das Haus unserer Kindheit besucht? Dazu hätte er nur in Princeton die verdammte Straße runterzugehen brauchen. Er hätte sich die Drogerie ihres Alten anschauen können. Gehört jetzt einer Kette. Dazu hätte er nicht mal Urlaub nehmen müssen. Wo wollte er also hin? Was will er besuchen? Er hat mir nie etwas gesagt. Tausend düstere Gedanken plagten Jeffers. Wesserman reagierte prompt auf Mary Weathers Frage. Meine Mom ist genauso. Ich kriege jede Woche ein Päckchen von ihr. Sie hat nichts geglaubt. Ich hätte ein Mädel direkt unter ihrer Nase umbringen können und sie hätte gesagt, hör mal Schätzchen, wie es aussieht, hast du sie zu hart herangenommen und jetzt hat sie einen Herzinfarkt und ist in den Himmel gekommen. Jeffers registrierte, dass Wesserman für einen kurzen Moment nicht gestottert hatte. Mein Bruder, dachte er, war immer direkt und ausweichend zugleich. Er hat mir stets nur so viel gesagt, wie ich seiner Meinung nach wissen musste. Seiner Meinung nach. Und wenn ich jetzt etwas wissen muss, stoße ich in ein Loch. Leere. Nichts. Doch dann sagte er sich, du weißt es sehr wohl. Er schüttelte den Kopf. Was denn bitte schön? Die Männer rings um ihn schnaubten und johlten. Manchmal habe ich gedacht, Mama ist verrückter als ich. Die Lost Boys nickten zustimmt. Jeffers registrierte, wie das Stottern wiederkehrte. Pope schaltete sich im sonoren Ton des altgedienten Knastbruders ein. Sie wollen es nie wahrhaben. Sie wollen nicht mal glauben, dass du es fertig bringst, einen Schokoriegel aus einem Regal zu klauen. Je schlimmer unsere kriminellen Handlungen, desto stärker leugnen sie. Und wenn man dich fürs Vögeln einbuchtet, so wie uns, dann weisen sie alles weit von sich. Es ist leichter für sie, was anderes zu glauben. Viel leichter. Nicht immer, warf Miller ein. Die Männer wandten sich dem hartgesottenen Berufskriminellen zu. Miller sah sich im Zimmer um, als begutachtete er ein gestohlenes Juwel. Überleg mal, bei jedem von uns hat es einen gegeben, wahrscheinlich ein Vater, vielleicht eine Mutter, der gewusst hat, was wir sind. Und der uns dafür gehasst hat. Jemand, der sich nichts vormachen ließ. Jemand, der dich vielleicht verprügelt hat oder dich verlassen hat, wenn er dich nicht schlagen konnte. Jemand, der sich aus dem Staub gemacht hat, solange es noch ging. Über diese Bemerkung musste Miller lachen. Doch die anderen Männer waren verstummt und hingen ihren eigenen Gedanken nach. Vielleicht jemand, den ihr loswerden wolltet. Vielleicht jemand, den ihr tatsächlich losgeworden seid, auch wenn es der gute Onkel Doktor hier und die entsprechenden Behörden... Das Übrige schnaubt er heraus. Nicht so genau wissen! Er schwieg und Jeffers sah, dass er an seiner Meinungsäußerung gefallen fand, während die gedrückte Stimmung der anderen nicht zu übersehen war. Es gibt immer jemanden, der genau erkennen kann, was wir im Grunde unseres Wesens sind. Ist eigentlich keine große Sache. Muss denjenigen nur ein bisschen anders anpacken, stimmt's? Aber es gibt ihn irgendwo da draußen. Das wissen wir doch alle. Es kam Gemurmel auf, das wieder verstummte. Jeffers wollte die Frage, die ihm unter den Nägeln brannte, herunterschlucken, doch vergeblich. Seine Gedanken hatten ein Eigenleben entwickelt und waren nicht mehr im Zaum zu halten. Das machte ihm Angst. Doch es ging mit ihm durch und so spuckte er seine Frage aus. Also gut, dann betrachten wir es doch mal von der anderen Seite. Was würden Sie machen, wenn Sie plötzlich erführen, dass jemand, den Sie lieben, sagen wir, ein Familienmitglied, Verbrechen begeht? Wie würden Sie reagieren? Es herrschte eine kurze Pause, als hätten die Lost Boys alle gleichzeitig tief Luft geholt. Dann ertönte mit einem Schlag eine Kakophonie der unterschiedlichsten Meinungen. Detective Mercedes Barron fuhr Richtung Norden, an der Ausfahrt des New Jersey Turnpike zum Holland Tunnel vorbei, der die direktere Route darstellte. Sie steuerte die George Washington Bridge an, die sich mit ihrer grauen Masse über den Hudson spannte. Trotz der Aufregung und trotz des erdrückenden Gefühls, das ihr die Zeit davonlief, entschied sie sich bewusst dafür, den Tunnel zu meiden. Um Tunnel machte sie grundsätzlich einen großen Bogen, wenn sie konnte. Seit ihrer Kindheit machte ihr das Gewicht der Wassermassen, das auf den Zement und die Kacheln über ihrem Kopf drückte, Angst. Bis heute sah sie mit der lebhaften Fantasie eines Kindes vor sich, wie es knackte und einbrach und wie sich plötzlich das dunkle Wasser über sie ergoss. In der Enge des Tunnels wurde ihr Atem flach und ihre Hände fühlten sich unangenehm feucht an. Es ist wie ein harmloser Anfall von Klaustrophobie, dachte sie. Was soll's, musst du dir schließlich nicht antun. Während sie aufs Gas trat und über die Brücke fuhr, warf sie einen kurzen Blick über ihre Schulter die Palisades hinauf. Sie sah, wie die Cliffs steil ins Wasser hinabstürzten. Auf der Wasseroberfläche glitzerte die Sonne und sie erhaschte einen Blick auf weiße Segel, die in beide Richtungen dahin glitten. Besonders an strahlenden Tagen wie diesem hatte sie immer gut verstehen können, wieso Henry Hudson, als er das erste Mal den großen Strom entlangtrieb, davon überzeugt gewesen war, er hätte die Nordwestpassage entdeckt. Wenn man sich die Gebäude und die Boote wegdachte und nur den unverfälschten Fluss mit den Cliffs vor Augen führte, schien es vollkommen logisch, dass jemand hinter einer der nächsten Biegungen China vermutete. Sie starrte auf die Stadt mit ihrer gewaltigen Verlangs von Wolkenkratzern, die wie Soldaten einer großen Armee stramm standen und sich in den Himmel reckten. Sie nahm den Zettel mit der Adresse und schlängelte sich aggressiv durch den Verkehr. Sie blickte starr geradeaus, als sie in Manhattan eintraf, und weigerte sich sogar, in den Rückspiegel zu schauen. So stark waren ihre Gedanken auf ihr Ziel fokussiert. Zu ihrer Überraschung entdeckte sie kaum einen Häuserblock von der Wohnung entfernt eine ganz legale Parkmöglichkeit. Doch bevor sie das letzte Stück zu der Adresse zu Fuß ging, machte sie in einem lokalen Delikatessengeschäft Halt und kaufte eine wild zusammengewürfelte Auswahl an Lebensmitteln. Die Tüte zusammen mit dem Schlüssel in der Hand begab sie sich auf dem Weg zu Douglas Jeffers Wohnung. Diese lag in einem älteren Klinkerbau von mittlerer Größe an der West End Avenue. Ein ältlicher Türsteher hielt ihr die Tür auf, während sie hereinmarschierte. Sie wollen zu wem? fragte er mit kratziger Raucherstimme. Wohne bei meinem Cousin, während ich mir die Stadt ansehe. Er ist verreist, erzählte sie beschwingt. Doug Jeffers, er ist der beste Fotograf … Der Türhüter lächelte. 4F, sagte er. Ich weiß, erwiderte sie und warf ihm ein Lächeln zu. Bis dann. Sie stieg in einen alten Fahrstuhl, schloss die Tür fest hinter sich und drückte die vier. Sie sah, dass sich der Wachmann schon wieder umgedreht hatte. Der Fahrstuhl quietschte bei seinem langsamen Aufstieg. Er schien am Ende einen Satz zu machen und sie trat vorsichtig in den Flur. Zu ihrer großen Erleichterung begegnete sie keinem Menschen. Sie fand 4F sofort und stellte die Lebensmitteltüte ab. Sie wechselte den Schlüssel in die linke Hand und zog die 9 Millimeter aus der Tasche. Ein Moment lang horchte sie, konnte aber durch die dicke schwarze Tür nichts wahrnehmen. Sie holte Tiefluft und befahl sich, geh schon. Sie steckte den Schlüssel ins Schloss und drehte ihn um. Sie hörte, wie der Schließriegel nachgab und drückte fest zu. Die Tür ging auf und sie sprang geduckt hinein. Immer noch vorgebeugt, schwang sie die Pistole hoch und drehte sich zusammen mit dem Lauf in alle Richtungen. Rechts, links, geradeaus war niemand zu sehen. Sie wartete. Kein Laut zu hören. Sie richtete sich auf und ließ die Waffe sinken. Dann holte sie die Lebensmitteltüte und stellte sie in der Wohnung auf den Boden. Sie machte die Tür zu und schloss hinter sich ab. Sie legte auch die Kette vor. Dann drehte sie sich um und betrachtete, immer noch die Pistole im Anschlag, zum ersten Mal Douglas Jeffers Wohnung. Ich spüre es förmlich, sagte sie. Plötzlich brach eine Flut von Bildern über sie herein. All die Fundorte mit Blut verschmierten, verwesenden Leichen, die sie im Laufe der Jahre zu Gesicht bekommen hatte. Sie stiegen vor ihrem geistigen Auge auf wie eine Parade des Grand Guignol. Der makabre Anblick und der stickige, schreckliche Geruch ließen sich nicht verdrängen. Und sie glaubte für einen Moment, sie müsse hier in der Wohnung auf eine Leiche stoßen. Sie schüttelte den Kopf, um wieder klar denken zu können, und sprach mit sich selbst. Na schön, sehen wir uns mal um. Immer noch die Pistole in der Hand lief sie von einem Zimmer zum nächsten. Als sie sich endlich davon überzeugt hatte, dass sie tatsächlich alleine war, machte sie sich an eine erste Bestandsaufnahme. Zunächst fiel ihr auf, wie sauber und ordentlich es war. Alles schien an Ort und Stelle. Nicht so durchorganisiert, dass es schon wieder ungemütlich war, doch tipptopp. Der Kontrast zu Martin Jeffers Domizil war beachtlich. Die Wohnung war nicht groß. Sie verfügte über ein einziges Schlafzimmer und ein Bad, eine kleine Küche mit Essnische, sowie einen großzügigen, rechtwinklig geschnittenen Wohnbereich. Eine Gästetoilette, die ans Wohnzimmer grenzte, war zu einer Dunkelkammer umfunktioniert worden. Die Möbel waren bequem und stilvoll, aber nicht so sehr, dass man einen Designer dahinter vermutet hätte. Vielmehr spiegelte die Einrichtung einen Menschen wieder, der etwas von Qualität verstand und sich hier und da ein schönes Stück gönnte. Es gab ein paar Antiquitäten und in jedem Zimmer schmückten Souvenirsregale und Kommoden. Detective Barron nahm einen Patronenmantel in die Hand, der, wie sie vermutete, aus einem Granatwerfer stammte. Es gab kleine kunsthandwerkliche Gegenstände, wie eine Statuette aus Zentralamerika und eine Fruchtbarkeitsgöttin aus Afrika. Sie sah einen großen Haifischzahn in Plastik eingeschlossen und einen ebenfalls eingeschlossenen alten Stein, unter dem die Aufschrift angebracht war, Olduvai-Schlucht, 1977, zwei Millionen Jahre alt. Jeffers hatte einen Arbeitstisch, genauer gesagt einen Zeichentisch, an die Fensterreihe gerückt, die den Raum mit Licht erfüllte. Das Zubehör des Fotografen war nicht zu übersehen. Negative, Vergrößerungsapparate, Fotopapier, das säuberlich auf die Arbeitsfläche gestapelt war. Im Wohnzimmer nahm ein Bücherregal eine ganze Wand ein. Die Wände waren weiß, von zwei gerahmten Postern geschmückt. Die Kunst der Fotografie, eine Ausstellung im Museum of Modern Art und ein Exponat von Ansel Adams aus der Horn Gallery. Alles andere stammte von Douglas Jeffers. Zumindest nahm sie das an. Dutzende Fotos hingen an den Wänden, und zwar in den unterschiedlichsten Größen und in verschiedensten Stilrichtungen gerahmt. Sie warf einen Blick darauf und dachte, die sind so wie diejenigen, die ich in den Zeitschriften gesehen habe. Sie sagen einem alles und nichts zugleich. Ein kleiner Abzug in der Ecke fiel ihr allerdings ins Auge. Sie ging hinüber und starrte auf das Bild. Darauf zu sehen war ein Mann in mittlerem Alter, doch mit unverkennbar jugendlicher Vitalität. Er trug eine olivfarbene Drillighose, dazu ein blaues Arbeitshemd und war mit Kameras und Linsen behängt. Das verworrene Geäst einer Unmenge von Bäumen in seiner Umgebung war dicht mit Ranken und Kletterpflanzen bewachsen. Er saß auf einem Stapel Kisten, die mit Munitionsnummern versehen waren. Der Mann schenkte dem Betrachter ein strahlendes Grinsen und formte mit der Hand eine Pistole, mit der er zum Schein in die Kamera schoss. In einer Ecke des Rahmens war ein getipptes weißes Papierschildchen mit der Aufschrift angebracht »Selbstporträt 1984. Nicaragua« »Hallo, Mr. Jeffers«, begrüßte sie ihn. Sie nahm das Bild von der Wand und hielt es vor sich hin. »Ich bin Ihr Untergang«, fügte sie hinzu. Sie hängte das Bild zurück und befahl sich, mit der Arbeit zu beginnen. Sie mahnte sich zu Sorgfalt und Vorsicht und zu einer systematischen Vorgehensweise. Sie drehte sich zu dem Schreibtisch um und sah, genau in der Mitte, einen großen weißen Briefumschlag. Darauf stand in großen Druckbuchstaben »Für Marty«. Ihre Hand schoss nach vorn und griff nach dem Brief. Unter den Lost Boys hatte einiges an Unstimmigkeiten geherrscht. Die Meinungen hatten gereicht von Winegartens Gejammer »Himmel, was soll man denn machen? Ich meine, willst du ihm vielleicht sagen, hör endlich auf damit? Jeder macht nun mal, was er will. Du kannst niemanden zu etwas zwingen. Ich meine, ich hab das jedenfalls noch nie gekonnt. Und mich hat auch noch keiner von was abbringen können, was ich wollte.« Bis zu Popes unmissverständlichen Worten »Wenn ich wüsste, dass jemand in meiner Familie tut, was ich tue, dann würde ich den Mistkerl wegpusten. Und zwar zack, zack, seinem Elend ein Ende setzen.« Worauf Steele einwarf »Fühlst du dich denn so elend? Du liebe Güte, du kommst mir aber gar nicht so vor.« Pope hatte gekontert »Nimm dich in acht, Schwuchtel, bevor ich dir ein Ende setze.« Was alle zum Lachen gebracht hatte, egal wie ernst die Drohung klang. Einen Mann wie Steele zu töten, war in den Augen der gesamten Runde die reinste Zeitvergeudung. Martin Jeffers kam zu dem Schluss, dass diese Männer, die eigentlich hätten Experten sein müssen, nicht besser wussten, was zu tun war, als irgendjemand sonst. »Als ich zum Beispiel«, dachte er. Und war der Verzweiflung nah. Er saß allein in seinem dunklen Büro. Draußen hatte sich der Abend über das Klinikgelände gesenkt und lange Schatten über die prächtigen Rasenflächen gebreitet. Er hörte ein gelegentliches Brüllen, einen vereinzelten Schrei, die normalen Schlafgeräusche in der Heilanstalt. »Bei Nacht erwachen unsere Ängste«, dachte er, so wie der Tag sie beschwichtigt. Er ließ all die Äußerungen der Lost Boys Revue passieren. »Also wisst ihr was?« war Parker mitten in dem Streit herausgeplatzt. »Man muss das Richtige tun.« »Aber was ist das Richtige?« »Was für ein paar Cops das Richtige ist, muss es noch lange nicht für deine Familie sein. Wenn du zur Polizei gehst, dann ziehen die dir alles aus der Nase und die sind ganz sicher nicht dein Freund und Helfer. Die sind nur darauf versessen, jemanden einzubuchten. Und Junge, Junge, nullkommanichts, lieferst du ihnen deine Mutter, deinen Bruder, deinen Vater, deine Schwester oder sonst wen ans Messer. Scheiß drauf, sogar dein Cousin. »Blut ist dicker, weißt du?« woraufhin Knight ihn unterbrochen hatte. »Also machst du dich lieber zum Komplizen oder was? Genau das tust du nämlich. Wirst du, wenn du die Klappe hältst, nicht genauso schuldig wie derjenige, der die Verbrechen begangen hat?« Zustimmung und Widerspruch waren durch den Raum geschwört. Jeffers erinnerte sich, wie jemand gesagt hatte, »Wenn du es weißt und die Klappe hältst, machst du dich genauso schuldig. Für solche Leute sollte es spezielle Gefängnisse geben.« »Gibt es auch,« dachte er trübselig. »Stille Mitwisserschaft ist fast so schlimm wie das Verbrechen selbst. Er dachte an den Holocaust und an die besonderen Herausforderungen beim Nürnberger Prozess, als es um die Leute ging, die angesichts abgründiger Verbrechen einfach nur geschwiegen hatten. Es war leicht, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen und sie zu bestrafen. Aber was ist mit denen, die einfach nur weggesehen haben? Politiker, Anwälte, Ärzte, Geschäftsleute. Was war aus denen geworden? Jeffers dachte darüber nach, mit welcher Begeisterung die Gruppe das Thema aufgegriffen hatte. Er konnte nicht begreifen, wieso er die Frage nicht viel früher gestellt hatte. Es war beachtlich, dass praktisch jeder in der Gruppe offenbar bereits darüber nachgedacht hatte, welche Probleme er seiner eigenen Familie bereitete. Wie wurden die damit fertig? Das konnten sie allerdings nicht sagen. Er dachte an die erhobenen Stimmen im sonnendurchfluteten Tagesraum. Sie hatten die reguläre Zeit der Sitzung um etwa 20 Minuten überschritten. Am Ende hatte er die Hand gehoben. Wir setzen das Morgen fort. Denken Sie alle noch einmal über Ihre Reaktionen nach und wir reden morgen weiter. Die Männer waren aufgestanden und hatten wie üblich kleine Trauben gebildet. Als Miller, der Mann, den Jeffers für den wahrscheinlich verstocktesten von allen hielt, sich umgedreht und gefragt hatte, Wieso haben Sie danach gefragt? Haben Sie einen besonderen Grund? Die Männer waren stehen geblieben und hatten Jeffers angesehen. Er hatte den Kopf geschüttelt und seine gewohnte Fassade von milder, amüsierter, intellektueller Neugier aufgesetzt und die Lost Boys waren ohne jeden weiteren Kommentar hinausgetrottet. Er dachte, das hat mir keiner abgekauft. Keine Sekunde lang. Er blickte aus dem Fenster in die Dunkelheit. Ich werde nicht glauben, sagte er sich wütend, dass mein Bruder ein Mörder ist. Schließlich haben Sie für den Mord dessen wegen die Polizistin hinter mir her ist ein Mann festgenommen. Was will sie also? Wieso ist sie hier? Ist sie gar nicht, meldete sich eine Stimme in ihm. Wo ist sie? Als Detective Barron sich bis mittags noch nicht gemeldet hatte, rief er in ihrem Hotel an. In ihrem Zimmer hatte niemand abgehoben. Er hatte ein zweites Mal am Empfang angerufen und die Bestätigung eingeholt, dass sie noch nicht abgereist war. Er versuchte sich innerlich zu wappnen. Die weitere Entwicklung abzuwarten. Sie war ihm einige Erklärungen schuldig. Bin neugierig, was sie mir zu sagen hat. Dann dachte er, sie ist nicht die Einzige, die mir eine Erklärung schuldig ist. Er zerknüllte ein Blatt Papier, das auf seinem Schreibtisch lag, und warf es auf den Boden. Er nahm einen Bleistift und brach ihn in der Mitte in zwei. Er sah sich nach einem Gegenstand um, auf den er mit Fäusten einschlagen konnte, fand aber nichts Passendes. Er drehte sich zur Wand und schlug mit der flachen Hand so lange gegen die weiß getünchte Fläche, bis seine Handfläche gerötet war. Der Schmerz tat gut, solange er wenigstens für Sekunden seine Frustrationen überlagerte. Er dachte an die Polizistin und kochte innerlich vor Wut. Er hätte ihr am liebsten ins Gesicht geschrien, ich will es wissen, wo zum Teufel steckt die Frau, dachte er aufgebracht. Irgendwann verflog der Zorn und machte dem schrecklichen Gedanken Platz. Wo zum Teufel steckt er? Detective Barron hatte sich im Schneidersitz auf dem Wohnzimmerboden niedergelassen und die Früchte ihrer Durchsuchung um sich ausgebreitet. Sie hatte sämtliche Lichter in der Wohnung eingeschaltet, als wollte sie auf keinen Fall zulassen, dass die nächtliche Dunkelheit sich neben ihr einnistete. Es war spät und sie war müde. Sie hatte das ganze Apartment systematisch abgesucht. Von der Toilette im Badezimmer bis zu den Stapeln von Negativen in der Dunkelkammer. Sie hatte das Sofa und das Bettzeug, wenn auch vergeblich, nach Waffen gefilzt. In der Küche hatte sie alles aus den Regalen geholt. Jeder Schrank war leergeräumt. Die Kleider durchwühlt. Schubladen ausgekippt. Zeitungen überflogen und abgelegt. Nicht einmal ein Ticket von dem Besuch in Miami hatte sie gefunden. Nicht einmal eine Postkarte. Die Zeugen ihrer Suche lagen stapelweise ringsum auf dem Boden. Sinnlos, dachte sie. Sie merkte, wie Tränen der ohnmächtigen Wut und Verzweiflung in ihre Augen stiegen. Nichts, 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 rief sie laut. Sie wusste, dass er irgendwo ein Schließfach haben musste. Vielleicht auch ein Spind oder ein Zimmer. Irgendeinen Ort, an dem er den Bodensatz des Verbrechens aufbewahrte. Irgendetwas, irgendwo, das ihn mit ihrer Nichte in Verbindung brachte. Die Spannung, die sie in dieser Umgebung empfand, war nur schwer zu ertragen. Dass sie den Beweis für den Mord dicht auf den Fersen war, wusste sie. Sie konnte es förmlich riechen. Es drang ihr bis in die letzte Pore, bis ins Blut. Sie kannte das Gefühl von hundert Tatortdurchsuchungen, an denen sie teilgenommen hatte. Dass er ein Mörder war, darin gab es keinen Zweifel. Das hatte ihr schon ein einziger Blick auf das Bücherregal gesagt. Fast sämtliche Titel hatten mit irgendeinem Aspekt von Verbrechen zu tun. Romane, Lehrbücher, Sachtexte, alle säuberlich aufgereiht. Viele davon kannte sie, andere nicht. Das hatte sie tief beeindruckt. Er ist ein Mann, der sein Geschäft versteht, dachte sie. Doch ein literarisches Interesse an Verbrechen ist kein Beweis. Selbst wenn sie es seinem Bruder zeigte, würde er jede Schlussfolgerung von sich weisen und behaupten, das sei nur eine etwas morbide Neigung und sicher nichts Außergewöhnliches für einen Menschen, der so viel Gewalt und Tod fotografiert hat. Von ihrem Sitz auf dem Boden aus sah sie zu den Fotos an der Wand empor und fragte sich, wie es jemand aushalten konnte, sich mit so vielen verstörenden Bildern von Gewalt zu umgeben. Sie hatte nichts in der Hand. Sie trommelte mit den Fäusten auf den Boden. Dann nahm sie den Brief von einem Bruder an den anderen und las ihn zum hundertsten Mal. Lieber Marty, wenn du diese Zeilen in Händen hältst, ist eins von einer Reihe möglicher Szenarien eingetreten. Ich vermute, du erwartest eine Art Erklärung. Du brauchst keiner. Du kennst sie bereits. Dennoch tut es mir leid, dir Kummer zu bereiten. Doch es war unvermeidlich. Zwangsläufig vielleicht. Wir sehen uns in der Hölle wieder. In Liebe, dein Bruder Doug. P.S. Was hältst du von den Fotos? Ausdrucksvoll, oder? Detective Barron ließ das Blatt auf den Schoß sinken. Die Worte sagten ihr nichts. In ihr tobte ein gewaltiger, brodelnder Hass. Ihr Herz schien in ihrer Brust zu brennen. Sie schmeckte bittere Galle auf der Zunge. Sie wollte dem Mörder ins Gesicht spucken. Sie wollte ihm eigenhändig den Hals umdrehen, so wie er es mit ihrer Nichte getan hatte. Sie wollte etwas laut sagen, doch stattdessen drang ihr nur ein böses, animalisches Knurren aus der Kehle. Endlich fand sie Worte. Es ist nicht vorbei, sagte sie. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Ich kriege dich. Ich kriege dich. Sie dachte an ihre Nichte. Ach, Susan, stöhnte sie. Doch es klang weniger traurig als wütend. Vor Zorn hatte sie alle Glieder verspannt, und sie kniete sich mitten im Zimmer nieder. Plötzlich fiel ihr Blick auf das Selbstporträt in der Ecke. Dieses spöttische Grinsen, als machte er sich über ihre vergebliche Mühe lustig. Es zuckte ihr in der Hand, und sie griff nach dem in Plastik gehüllten Stein aus der Oldowai-Schlucht. Ohne nachzudenken, ohne dass die blanke Wut, die in ihr tobte, einen klaren Gedanken zugelassen hätte, schleuderte sie, immer noch kniend, das Ding gegen das Foto an der Wand. Durch das Klirren von gesplittertem Glas kam sie augenblicklich zu sich. Sie schloss die Augen, holte ein paar Mal tief Luft und blickte zur Wand. Der prähistorische Stein hatte das Konterfei von Douglas Jeffers, der immer noch aus sicherer Entfernung von der Wand herunter grinste, verfehlt. Dafür hatte er ein anderes gerahmtes Bild getroffen, das heruntergefallen und zerbrochen war. Sie seufzte tief und stand auf. Und? Fühlst du dich jetzt besser? fragte sie sich ironisch. Sie tappte zu dem zersplitterten Bilderrahmen. Na schön, setz das auf die Rechnung, meinte sie. Sie hatte nicht die Absicht, sauber zu machen. Sie stieß mit dem Fuß dagegen. Es war eine Farbaufnahme von einem Straßenaufstand. Ganz in der Ferne waren Rauch und Feuer zu sehen und im Vordergrund ein wildes Durcheinander von Polizisten, Feuerwehrleuten und ihren Fahrzeugen. Die Lichter schienen hypnotisierend ineinander zu fließen. Sie trat dagegen. Guter Schnappschuss, sagte sie. Nicht unbedingt einer deiner Besten, aber trotzdem verdammt gut. Als sie sich gerade abwenden wollte, merkte sie, dass eine Ecke des Fotos weggeknickt war, weil sich nach dem Fall der Rahmen gelockert hatte. Sie blieb stehen und sah genauer hin. Sie konnte nicht genau sagen, was ihre Aufmerksamkeit erregte. Vielleicht war es der Kontrast zwischen den lebhaften Farben des Fotos und dem gedämpften Grau des Papiers dahinter. Sie war sich nicht sicher, was sie vor sich hatte. Doch irgendetwas stimmte daran nicht. Sie versuchte sich zu erinnern, ob sie schon einmal davon gehört hatte, dass jemand ein Foto über einem anderen rahmte, so wie manche Maler ein Bild auf Leinwand übermalen. Sie konnte sich nicht entsinnen, je von so etwas gehört zu haben. Sie dämpfte ihre Hoffnung auf irgendeine Entdeckung und bückte sich, um den zerbrochenen Rahmen und das Foto aufzuheben. Sie ging zum Schreibtisch hinüber und legte es unter das Licht. Sie überprüfte die weggeknickte Ecke. Sie tastete das Papier ab und stellte fest, dass es doppelt so dick war. Sie nahm das obere Foto zwischen die Finger und zog es vorsichtig zurück. Es gab etwas nach, sodass darunter ein schwarz-grauer Hintergrund zum Vorschein kam. Sie strich über dieses untere Papier und fühlte die glänzende Oberfläche einer Fotografie. Sie schnappte nach Luft. Geh behutsam damit um, sagte sie sich. Sie zupfte wieder an dem Foto und es ließ sich langsam abziehen, wie die Schale einer Orange. Zentimeter für Zentimeter. Die beiden Lagen Fotopapier waren nicht fest miteinander verklebt. Sie bearbeitete sie vorsichtig mit den Fingern und achtete darauf, nichts zu zerreißen. Wenn es irgendwo festklebte, befeuchtete sie den Finger mit Spucke und löste das obere Bild sachte. Erst als sie das ganze Foto abgelöst hatte, wagte sie einen Blick auf das andere darunter. Sie musste an das Gefühl denken, das ein Kind empfindet, wenn es den Schorf von einer Wunde löst. Schmerzhaft, aber doch eine große Erleichterung. Sie senkte den Blick und sah, dass unter dem Foto tatsächlich ein zweites steckte. Sie ließ die Aufnahme von der Straßenschlacht fallen und starrte auf die zweite. Sie war schwarz-weiß. Als sie erkannte, was sie anblickte, entwich mit einem Schlag alle Luft aus ihrer Lunge. Es war eine fast nackte Leiche. Eine junge Frau. Detective Barron's Hände zitterten. Augenblicklich merkte sie, wie ihr Schweiß auf die Stirn trat. Susan, brachte sie heraus. Doch dann sah sie genauer hin. Die junge Frau hatte stämmigere Beine, kürzeres Haar. Sie lag in einer anderen Stellung als die, in der ihre Nichte gefunden worden war. Und das Unterholz, das der Blitz aus der Dunkelheit schnitt, unterschied sich von den Palmwedeln in Florida. Das Mädchen auf dem Foto schien im Laub eines nördlichen Waldes zu liegen. Detective Barron hatte das Gefühl, als drehte sich alles in ihrem Kopf. Und von der Anstrengung, ihre Vorstellungskraft im Zaum zu halten, wurde ihr beinahe schwindelig. Die Züge der jungen Frau waren vollkommen anders als die ihrer Nichte. Das ist nicht Susan, stellte sie fest. Für den Bruchteil einer Sekunde fühlte sie sich geschlagen. Das ist nur eins von vielen seiner verdammten Bilder. Doch dann erkannte sie, das hier war ein Schnappschuss. Da fehlte die sorgfältige Komposition, das intellektuelle Kalkül, das Douglas Jeffers Arbeit auszeichnete. Das hier war ein Bild, das hastig unter Zwang entstanden war. Unter Feuer. Sie hielt es hoch. Du bist nicht Susan, sagte sie zu dem Bild. Aber wer bist du dann? fragte sie. Sie sah noch einmal hin und erkannte einen großen dunklen Fleck auf der Brust der jungen Frau. Blut, dachte sie. Sie überprüfte das Foto mit geübtem Blick auf Anzeichen von Polizeipräsenz auf eine amtliche Untersuchung. Nichts. Und dann schlich sich ungefragt ein Gedanke ein, den sie nicht zu Ende zu führen wagte. Sie ließ das Bild auf den Tisch fallen und sah entgeistert auf. Sie war von Dutzenden von Fotos umgeben. Jeffers Heimgalerie. Sie sprang auf und riss ein großes Bild von zwei fernöstlichen Bauern mit ihren Wasserbüffeln vor der Abenddämmerung herunter. Mit aller Kraft warf sie das gerahmte Bild zu Boden. Sie nahm das Foto vorsichtig aus dem Schabenhaufen. Sie spürte die doppelte Starke des Papiers. Sie versuchte, das obere Foto herunterzuschälen, doch diesmal schien es fest verklebt zu sein. Sie verbog es, bearbeitete es mit den Fingern und zog am Ende ein kleines Schablonenmesser aus dem Schreibtisch, mit dessen Hilfe sie einen Teil des oberen Bildes herunterschälen konnte. Darunter kam ein weiteres Schwarz-Weiß-Bild zum Vorschein. Zuerst sah sie ein nacktes Bein, dann einen nackten Arm. Es war dunkel verschmiert. Sie hatte an zu vielen Tatorten zu viel Blut gesehen, um nicht zu wissen, was es war. Sie hielt inne und sah in Panik auf die Wände. »Susan«, rief sie wieder, und aus ihrer Stimme klang reine Qual. »Susan! Oh mein Gott, Susan, du bist hier irgendwo!« Wieder glitt ihr Blick über die Fotogalerie. Plötzlich kam sie sich dumm vor, geradezu peinlich dumm. »Oh mein Gott, Susan, du bist hier nicht allein!« Es war so offensichtlich, dass es sie nur umso mehr entsetzte. »Oh Gott, ihr seid alle hier!« sagte sie zu sämtlichen Augen auf sämtlichen Bildern, die ihr entgegenstarrten. »Ihr alle!« Ihr wurde übel. Sie stellte sich vor, wie Douglas Jeffers entspannt in seinem Wohnzimmer saß und zu dem Foto hinaufblickte, das sie in den Händen hielt, das mit den Männern und den Wasserbüffeln. Nur, dass er nicht dieses Bild, sondern das darunter sehen würde. Sie sagte wieder auf den Boden und konnte die Gesichter, die von der Wand auf sie herunterstarrten, nicht mehr ertragen. Was sie empfand, trieb die Verzweiflung noch einen Schritt weiter in eine tiefe Qual. Sie dachte, »Ich bin ein vernünftiger Mensch. Ich bediene mich der Logik, der Präzision, der Wissenschaft. Ich führe ein geordnetes, routiniertes Leben. Ich lasse mich von Fakten zu logischen Schlussfolgerungen leiten. Ich verrichte meine Arbeit effizient und mit Hingabe an die Sache. Für alles gibt es eine Erklärung.« Sie schüttelte den Kopf. »Und ich bin eine lausige Lügnerin. Besonders, wenn ich mir selbst etwas vormache.« In diesem Moment sprach sie laut aus, was sie dachte, und hoffte, dass der Klang ihrer Stimme den plötzlichen Drang, schnell wegzulaufen, verbannen konnte. »Oh mein Gott, ihr seid alle hier. Ich weiß nicht, wer ihr seid oder wie viele ihr seid, aber ich weiß, ihr seid hier alle zusammen. Alle, alle, oh mein Gott, ihr alle. Mein Gott, mein Gott, mein Gott, ihr seid alle hier. Oh nein. Und dann ein Gedanke, der noch schlimmer war. Jetzt hängt alles an mir.